Abschnitt 1 von Ferien vom Ich. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rebecca Braunert-Planket. Ferien vom Ich von Paul Keller. Abschnitt 1. Nach meiner Heimkehr. Der alte Johannesbrunnen rauscht wieder vor meinem Fenster. Hoch ragt das Bild des Täufers. Aus der ehrenen Schale, die seine erhobene Hand hält, plätschert das Wasser hinab ins steinerne Becken. In alter Zeit soll ein heidnisches Heer an diesem Brunnen vorübergezogen sein. Die Recken haben den rauen Nacken gebeugt und sind hier getauft worden. Am nächsten Tag fielen alle in der Schlacht. Ihre Leichname blieben liegen unter den dunklen Bäumen der Waldschlucht, da die Krieger heimtückisch erschlagen wurden. Aber am Abend, als die Sonne rot am Himmel brannte, kamen weiße Schemen zum Stadttore herein. Die hatten Kränze um die Stirnen und lächelten wie Kinder. Als sie am Brunnen vorbeizogen, ließ der heilige Baptister die ehren Taufschale fallen und faltete die Hände, denn diese reinen Seelen brauchten kein Wasser der Gnade mehr. Die Gekränzten zogen langsam zum Stadttore hinaus, den Weihnachtsberg hinauf, und als sie auf der goldglänzenden Höhe standen, winkten sie noch einmal herab ins Tal und zogen dann fort, weit über die rote Sonne hinaus, und der Heilige am Brunnenplatz schaute ihnen nach. Erst als es Nacht war, bückte er sich nach der verlorenen Taufschale, und nun hält er sie wieder in erhobener Hand seit vielen Jahrhunderten. Das ist eine der vielen Sagen und Legenden von Waltersburg. Die Waltersburger haben ganz eigene Geschichten. Sie borgen nicht von fremden Gauen und Städten. Ihr romantisches Tal war immer so reich, dass sie Fremdes nicht nötig hatten. Der Johannesbrunnen. In seinem Becken ließ ich als Kind meine Schifflein schwimmen. Sie schwammen nach Amerika, nach Jerusalem oder gar bis ins Riesengebirge. Mein Bruder Joachim, der mit auf dem Brunnenrande saß, lächelte oft verächtlich über diese Reiserouten. Er war drei Jahre älter als ich und schon Gymnasiast. Da verachtete er meine ABC-Schützen-Geografie. Mit Schifflein spielte er nicht mehr. Er liebte nur wissenschaftliche Unterhaltung. So warf er Fische aus Blech, die ein eisernes Maul hatten, ins Wasser und angelte mit einem Magneten nach ihnen. Er hatte ein Senkblei und wenn seine Fische nicht bissen, sagte er, es läge am Wetter oder ich stände mit meinem infam weißen Spitzenkragen zu nah am Wasser und verscheuchte die Fische. Unterdessen fuhren meine Schiffe nach Jerusalem oder ins Riesengebirge und oben auf dem grünen Balkon am Brunnenplatz saß unsere Mutter bei ihrer Handarbeit und schaute manchmal zu uns herunter. Wie kommt es doch, dass Menschen von einem solchen Brunnenrand vorziehen können, dass er ihnen nicht lieber und größer ist als alle Küsten des Ozeans? Mein Bruder und ich sind fortgezogen und die gute Frau auf dem grünen Balkon ist allein geblieben. Als Studenten kamen wir noch regelmäßig zu den Ferien. Joachim aber war kaum mit seinen Studien fertig, als er seine Ehe schloss mit jenem unselig schönen Mädchen, dem die Schönheit zum Fluche gegeben war. Nach einem Jahre wurde das Kind geboren und nach nur wieder einem halben Jahre war ich dabei, als die Frau vor Gericht die Aussage machte, sie habe sich selbst mit einem Revolver in die Brust geschossen, weil ihr Mann sie nach einem furchtbaren Streit verlassen habe. Nur meine Mutter und ich wussten, dass sie log. Der Flüchtige aber kam nicht heim, auch dann nicht, als es uns endlich gelang, ihm mitzuteilen, dass er außer gerichtlicher Verfolgung sei. Er floh nicht vor dem Gefängnis, er floh vor dem Grauen, das ihm sein junges Weib bereitet hatte und dass auch die Rettung, die ihm ihre Aussage brachte, nicht tilgen konnte. Der Bruder verscholl in weiter Fremde und die Mutter lehnte am Balkon Fenster und hörte auf das Plätschern des Johannesbrunnens. Sie träumte von fernen Ufern, an denen ihr Herzenssohn weilen würde, von Gestaden, zu denen es keine andere Verbindung gab, als die sehnsüchtig hin- und hergehenden Gedanken. Als nun auch ich mein medizinisches Staatsexamen beendet hatte, sagte ich zur Mutter, ich wolle bei ihr in der Heimat bleiben und ihr Trost sein. Sie sah mich still an und schwieg und es zuckte ein wenig um ihren Mund. Da bat ich sie zu reden und mir ihren tiefsten Wunsch zu sagen und sie sprach mit Worten, die sie sich aus dem Herzen riss. Geh fort in die Welt, suche Joachim, bringe ihn wieder. So bin ich fortgezogen, um meinen Bruder zu suchen. Und weil ich nicht Geld genug hatte, jahrelang um die Erde zu reisen, wurde ich Schiffsarzt, jetzt bei dieser, dann bei jener Gesellschaft und kam in fast alle großen Häfen der Welt. Ich fand ihn erst im fünften Jahre meiner Wanderfahrt und wäre bei flüchtiger Begegnung wohl an dem veränderten, harten Mann mit dem fremden Namen vorbeigegangen. Aber ich traf ihn an Bord zwischen Rio und Montevideo, da das Schiff tagelang nicht anhält und wurde meiner Sache gewiss, als der Fremdling sich plötzlich scheu verbarg und weder an Bord noch bei den Mahlzeiten mehr sichtbar wurde. Da suchte ich ihn in seiner Kajüte auf. Er öffnete auf mein Klopfen und bebte zusammen, als er mich sah. Ich drängte ihn ohne weiteres in die Kajüte und schloss die Tür. »Ich will nur ein wenig mit dir reden, Joachim«, sagte ich und wunderte mich über meine ruhige Stimme. »Du wirst es mir nicht abschlagen können, da ich an die fünf Jahre hinter dir her bin. Und dass ich auf dein Leben und deine Entschlüsse keinen Einfluss habe, weiß ich von vornherein. Also versteck dich nicht.« »Was willst du?« fragte er mühsam heraus. »Ich will nicht viel. Ich will dich nur bitten, du möchtest von Zeit zu Zeit, so alle Jahre einmal um Weihnachten, an die Mutter schreiben.« Da fiel er auf sein Bett und weinte rasend. Ich trat an das kleine, runde Kajütenfenster, an das die Wellen klatschten und schaute hinaus auf die rollende See. Vorgestern bin ich nun heimgekommen nach Waltersburg zu meinem und seinem silbernen Mütterchen. Ich muss schon silbernes Mütterchen sagen, denn nicht nur die Haare sind silbern, auch das Gesichtchen, auch die schmalen Hände, sagte, »Alles ist kostbar, edel und weiß an ihr.« Sie fragte mich nur das eine. »Ist er gesund?« Ich sagte ihr, was ich wusste, auch, dass er ein braver Mensch geblieben sei, woran wir beide niemals gezweifelt hatten. Dann, dass er in einer geachteten Stellung und wohl ein reicher Mann sei oder es doch werde. Darauf hörte sie kaum, sondern schlug die Händchen zusammen und jammerte. »Warum? Warum?« Das war die schwere Frage, über deren richtige Beantwortung ich mir auf der Heimreise den Kopf zerbrochen hatte. Ganze Abhandlungen hatte ich in meinem Hirn ausgearbeitet. Schlagende psychologische Begründungen für meine Mutter, die fragt, »Warum gibt mein Sohn keine Nachricht?« »Warum kommt er nicht zurück?« »Warum lässt er mich in dieser furchtbaren Einsamkeit und Qual?« Da sagte ich ihr nur die wichtigsten Sätze, die Joachim gesprochen. »Ich habe wohl hundertmal geschrieben und tausendmal schreiben wollen, aber ich habe keinen Brief abgeschickt. Ich hatte eine schreckliche Angst, dann schreibt ihr wieder, und dann halte ich's nicht aus in der Fremde, dann muss ich zurück in diese verfluchte Heimat.« Sie war ein wenig betäubt über diese Worte, aber dann glomm eine Hoffnung auf in ihren Augen, und sie sagte, »Aber jetzt? Wird er schreiben?« »Ja, jetzt wird er schreiben. Das ist das Einzige, was ich nach meinen langen Suchen erreicht habe.« »Ich danke dir, lieber Fritz«, sagte sie und drückte mir schüchtern die Hand. Nun bin ich beinahe eine Woche zu Hause und fange an, mich glücklich zu fühlen und zu freuen. Ich glaube, zu den Freuden, die schwer zu tragen sind, gehört die Heimkehr aus fremden Landen. Und nicht bloß mir in meinem besonderen Falle wird es so gehen, nein, allen, die lange draußen waren und wieder nach Hause kommen. Es ist viel Scheu, viel Bangigkeit in der Seele. Die Quellen der Lust und des Schmerzes fließen zusammen wie in einen tiefen Bronnen aus dem ersten langsam, wenn sich der zitternde Spiegel beruhigt hat, das Himmelsgesicht des Glücks auftauchen kann. Es gibt wohl keinen Heimkehrenden, der laut lachte, tanzte oder sprenge. Ich habe in fremden Ländern viele robuste Burschen gesehen, die in ihre Heimat zurückkamen, und es war ganz gleich, welcher Farbe oder Rasse sie waren. Sie waren schüchtern und verlegen und gingen alle ein wenig mit zusammengezogenen Schultern, sprachen seltsam leise und traten nicht fest auf, als ob sie der Heimaterde nicht wehtun wollten. Sie mussten sich alle in der Heimat erst wieder heimfinden. Es ist auch ganz natürlich. Der Star, der aus dem Süden an den heimischen Kasten kommt, pfeift auch nicht am ersten Tage. Er schüttelt in der entwöhnten Luft erst sein Gefieder zurecht. Die Mutter steht immer am Fenster und schaut nach dem Briefträger aus. Aber der Brief, auf den sie wartet, kommt nicht. Er könnte längst da sein. Ich telegrafierte schon zweimal heimlich nach Rio. Es kam aber keine Antwort. Und die Mutter steht und wartet. Ich versuchte es mit der alten Ausrede, ein Brief könne verloren gehen, zumal auf so langem Wege. Aber die Mutter schüttelte den Kopf und sagte, einen solchen Brief würde Gott behüten. Die feindlichen Städte Ich muss versuchen, wieder lustiger zu sein. Herrgott, ich bin doch ein junger Mensch. Ich habe meine Aufgaben und meine Kraft darf nicht in sehnsüchtigem Suchen am Trotz des Bruders zerschellen. Also will ich heute gar nichts von ihm aufschreiben, sondern einmal die närrische Geschichte von der Feindschaft der Waltersburger und der Neustädter zu erzählen beginnen. Waltersburg ist eine in einem wunderschönen Talkessel gelegene Stadt von 2967 Einwohnern. Solches besagte die letzte Zählung. Der Personenstand wies im letzten Jahrhundert immer ziemlich dieselbe Höhe auf. Auf Runde 3000 kam er nie hinauf. Da machte unser Bürgermeister, Herr Wilhelm Bunkert, eine bedeutsame Stiftung. Der 3000. Einwohner, der Waltersburg anno 1904 geschenkt würde, solle eine goldene Uhr bekommen. Je nachdem es ein männliches oder ein weibliches Wesen beträfe und diese Ehrengabe wolle er, der Bürgermeister, aus eigenen Mitteln bestreiten. Die Sache stand im Stadtblatt und wurde viel bewundert. Im nächsten Jahre kamen viele Kinder zur Welt. Die Zählung wurde nicht bloß vom Magistrat, sondern auch von der Bürgerschaft sehr eifrig betrieben und da die Einwohnerschaft auf 2998 stieg, entstand in der ersten Hälfte des Dezember zwischen der Frau Schneidermeister Lembke und der Frau Schumachermeister Abelt eine bittere Feindschaft, da beide hofften, noch vor Ablauf des Jahres eines Kindleins zu genesen. Am 30. Dezember gebar Frau Lembke eine Tochter. Ihr Mann, anstatt sich des blühenden Töchterchens zu freuen, ging in die Schenke und betrank sich vor Ärger, wie er seinen Lebtag sich nicht betrunken hatte. Dem Ehepaar Abelt aber klopfte das Herz. Am Silvesternachmittag gebar die Frau einen Sohn und der entzückte Vater stürzte nach dem Rathause und schrie, der dreitausendste Einwohner, der dreitausendste Einwohner. Im Vorzimmer des Bürgermeisters aber begegnete dem Siegestrunkenen eine schwarze Gestalt. Es war die Frau des Webers Michalke, die soeben den Tod ihres Mannes angemeldet hatte. Da waren es wieder nur 2999. Der arme Schuster torkelte gegen die Wand und dumpf hallten die Silvesterglocken in die Nacht über diese so wenig vom Glück begünstigte Stadt. Der Bürgermeister hielt sein Angebot auch für das kommende Jahr aufrecht und einige werdende Mütter wiegten sich in goldenen Hoffnungen. Aber der Tod hielt reichere Ernte als sonst. Auch zog der Barbier mit seiner siebenköpfigen Familie nach Neustadt. Und nun hielt der geizige erste Ratsmann Bäckermeister Schiebulke es für den richtigen Zeitpunkt, sich als einen Gönner der Stadt zu bezeigen und auch seinerseits für den dreitausendsten Einwohner eine Prämie auszusetzen, und zwar ein neues Fahrrad. Je nachdem, ein Herren- oder Damenrad. Die Sache kam ins Stadtblatt und die Bürger lachten. Ob Schiebulke vielleicht meine, ein neugeborenes Kind könne radeln, wurde der Stifter befragt. Ob die anderen vielleicht meinten, ein neugeborenes Kind könne von einer Uhr die Zeit ablesen, gab Schiebulke giftig zurück. Da setzte der Wirt vom goldenen Löwen, der ein reicher Mann und ein wenig ruhmsüchtig ist, einen erschrecklich hohen Trumpf auf. Goldene Uhr und Fahrrad, sagte er, sind gute Dinge. Nur leider die Kinder wachsen langsam und solche Dinge veralten schnell. Was allein nicht veraltet, ist das Geld. Ich will meiner Vaterstadt meine Liebe beweisen und lege 5000 Mark in die städtische Sparkasse für den dreitausendsten Bürger, den Waltersburg in diesem Jahre erhält. So lautete die Stiftung, die im Stadtblatt publiziert wurde und ungeheure Aufregung hervorrief. Und da kam das Unerwartete, wie in solchen Fällen überhaupt meist etwas Unerwartetes geschieht. Die Einwohnerschaft von Waltersburg hatte die Höhe von 2993 erreicht, als der vor kurzem nach Neustadt übersiedelte Barbier Arthur Heilmann mit seiner Frau und seinen fünf Kindern sich wieder in Waltersburg ansiedelte und glücksstrahlend die goldene Uhr, das Fahrrad und die 5000 Mark für sich in Anspruch nahm, da mit seinem Zuzug die Zahl 3000 erreicht war. In Waltersburg brach eine Revolte aus. Man wollte den frechen Barbier samt Weib und Kindern lünchen. Man schrie, das sei Betrug, das gelte nicht, das sei ja ganz anders gemeint gewesen. Der Barbier, der zuvor bei einem Rechtsanwalt in Neustadt gewesen war, bewahrte seine Ruhe und Amtsrichter Knopf, der angesehenste Jurist in Waltersburg, erklärte im Magistratskollegium, am Stammtisch und wo immer man es hören wollte, unter Hinweis auf verschiedene Gesetzesparagrafen, es handele sich hier um eine öffentliche Auslobung, deren Inhalt durch den Barbier Heilmann erfüllt sei und dem daher unzweifelhaft die drei ausgesetzten Prämien zufielen. Aller Ingrimm der Welt hätte an der Tatsache nichts geändert. Heilmann bekam die Preise. Oh, unglückliches Waltersburg! In der Stadt war dumpfe Trauer, Zorn und Hass und alle Männer gelobten, bei diesem Barbier sich nie den Bartschaben oder die Haare schneiden zu lassen. Darauf rechnete aber der abgefeimte Schaumschläger gar nicht, sondern er zog schon nach Ablauf eines Vierteljahres wieder nach Neustadt zurück und nahm die Preise mit. Waltersburg zählte nach diesem Abzug 2.993 Bewohner. Die Auslobungen wurden nicht erneuert. Das ist nun einer der Fälle, aus denen das feindselige Verhältnis zwischen Waltersburg und dem benachbarten Neustadt schon einigermaßen erhält. Die Zeit meiner Abwesenheit hat an dem feindlichen Verhalten der beiden Städte Waltersburg und Neustadt nichts geändert. Und doch ist Neustadt eine Tochterstadt von Waltersburg, die beiden Orte sind in der Luftlinie kaum drei Kilometer voneinander entfernt und nur durch den mäßig hohen Weihnachtsberg getrennt. Nicht nur, dass die beiderseitigen Gemeindekollegien miteinander im Hader liegen und sich die zwei Stadtblättchen ständig befäden. Der Hass gegen die Nachbarstadt bringt auch noch heute die Köpfe der Waltersburger Stammtischfilister in Gluthitze und überträgt sich sogar auf die Frauen und Kinder. Bis in die 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts hat sich Waltersburg eines geradezu paradiesischen Friedens erfreut. Die Hussiten sind an ihm vorbeigezogen, die Horden des Dreißigjährigen Krieges haben vergessen, die Stadt auszuplündern, sodass Waltersburg mit seinen damals 2000 Bewohnern nach dem Westfälischen Frieden eine der erfolgreichsten Städte Deutschlands war. Ein Umstand, über den in der Stadtchronik des Weiten und Breiten geredet wird. Von den fritzischen Regimentern hat nur eines einmal drei Tage lang in Waltersburg Station gemacht, was den Stoff für ein weiteres Viertel der Chronik bildet. Und auch die Siegerscharen Napoleons haben keine besondere Gloire darin erblickt, die Stadtmauern von Waltersburg zu brennen. So war das Weiße Lamm in grünem Felde ein sehr angebrachtes Wappentier für die friedfertige Stadt und es gehörte schon die ganze boshafte Niedertracht der Neustädter dazu, zu behaupten, weiland der geistvolle Hohenstaufe Friedrich der Zweite hätte den Waltersburgern das Lamm für ihr Stadtwappen nur darum verliehen, weil er ihre ureigentümliche und unausrottbare Schafköpfigkeit wohl erkannt habe. Solch grobe Beleidigung strafen die Waltersburger mit eiskalter Verachtung. Dagegen erhitzen sie sich heute noch, wenn die Rede einmal auf den Bahnbau kommt. Als nach dem Siebzigerkriege sich in Deutschland die Eisenbahnen mehrten wie nach einem fruchtbaren Regen im Garten die Würmer, hatte die Regierung dem Rat angeboten, eine neue Hauptstrecke über Waltersburg zu führen. Ja, die Stadt zu einem Eisenbahnknotenpunkt zu machen. Dieses Anerbieten hatte die Bürgerschaft in die allerschwerste Sorge gestürzt. Sie sandten zum Kaiser nach Berlin eine Deputation mit der Bitte, der Landesvater möge das schwere Unheil, das den Frieden und die Ruhe der treuen Stadt Waltersburg bedrohe, allergnädigst abwenden. Die Deputation wurde zwar nicht empfangen, brachte aber in aller Stille ein kräftiges Wort mit heim, das ein geheimer Rat im Eisenbahnministerium gesprochen hatte und das nicht viel schmeichelhafter klang als die Neustädter Auslegung des Waltersburger Wappentieres. Die Hauptsache war, die Bahn kam nicht nach Waltersburg. Sie wurde jenseits des Weihnachtsberges, etwa sechs Kilometer von der Stadt entfernt, vorbeigeführt. Das selbst wurde auch ein großer Bahnhof angelegt, da sich in der Tat die Notwendigkeit herausgestellt hatte, an diesem Orte einen Kreuzungspunkt zu errichten und die Station führte, da sie doch benannt werden musste, den Namen Waltersburg-Neustadt. Die Waltersburger lachten. Sie hatten jetzt eine Eisenbahnstation, aber diese Station konnte ihnen nichts anhaben. Später hat ein Dichter in der Neustädter Umschau ein Poem veröffentlicht, in dem es hieß, die Waltersburger, die sind gar pfiffige Leute, sie sind nicht nur pfiffig, sie sind grundgescheut. Sie haben eine Bahn, die woanders rum geht? Sie haben einen Geldschrank, der im Nachbarhaus steht? Sie füttern der Hasen und Rehe wohl viel, doch treiben sie alle den Nachbarn vors Ziel. Sie sperren ihren Fluss, dass kein Fisch hineinschwimmt und zu viel von dem sehr guten Wasser wegnimmt. Und wer mal ein Mäderle gerne geküsst, da wartet's, bis auswärts ein Kirmestanz ist. Für dieses Gedicht hat sein Verfasser von den Neustädtern viel Lob und von den Waltersburgern gelegentlich recht ordentliche Prügel geerntet. Neustadt verdankte seine Gründung einem trutzigen Bürger von Waltersburg, dem Baumeister August Bunkert, der als einziger in der ganzen Stadt Waltersburg Tag und Nacht geredet hatte, die so günstige Gelegenheit, einen Bahnhof an die Stadt zu bekommen, nicht zu verpassen. Als er mit seinen Ideen nicht durchdrang, im Gegenteil viel Anfeindung erfuhr, die bis zu persönlichen Feindschaften ausartete und sich in Sonderheit mit seinem einzigen Bruder Wilhelm Bunkert, der jetzt Bürgermeister von Waltersburg ist und damals zu der Berliner Deputation gehörte, in bitterem Hader entzweite, zog der Baurat aus dem Hause seiner Väter aus und baute jenseits des Berges, dicht neben dem neuen Bahnhof, ein großes Hotel, dem er den Namen zur guten Hoffnung gab. Die gute Hoffnung erwies sich zunächst als schlecht, denn da das Hotel auf bloßem Felde stand, alle Eisenbahnpassagiere aber fanden, dass sie in der menschenleeren Wald- und Wiesengegend nichts zu suchen hätten und darum immer schleunigst weiterfuhren, stand das Hotel Jahr und Tag leer, die wenigen Bahnbeamten abgerechnet, die am Abend ihr Schöpplein tranken und an August Bunkert kroch langsam die Pleite heran. Die Waltersburger meinten, dass der neuerungssüchtige Trotzkopf dieses Schicksal wohl verdient habe, aber zu ihrer Ehre muss gesagt werden, dass Bunkert vielen Leid tat und dass man dem verlorenen Sohne gern verziehen und ihm auf die eine oder andere Art wieder auf die Beine geholfen hätte, wenn es dem Ausreißer nur eingefallen wäre, zurückzukommen, seinen Irrtum einzugestehen und die vorsichtige Art der Waltersburger zu loben, die er ehedem so heftig angegriffen hatte. August Bunkert aber dachte nicht daran, den Reugen zu spielen und auf einen Brief seines bürgermeisterlichen Bruders, worin dieser fragte, ob er denn auch den Rest seines schönen väterlichen Erbes noch vollends verschleudern wolle, gab er keine Antwort. Da wurde er seinem Schicksal überlassen. Dieses Schicksal gestaltete sich günstig. Die große Bahnhofswirtschaft, die August Bunkert übertragen wurde, hielt ihn zunächst über Wasser und endlich gelang ihm der große Schlag. Er brachte eine Gesellschaft von bedeutenden Geldleuten der Großstadt zusammen und kaufte als deren Funktionär oder Generaldirektor, wie er sich lieber nannte, alles Waltersburger Gelände auf, das jenseits des Weihnachtsberges gelegen war. Die Waltersburger schlugen die Hände über den Köpfen zusammen. Hundert Thaler über den ortsüblichen Preis hinaus gab Bunkert für jeden Morgenfeld, Wald oder Wiesenland und die Besitzer beeilten sich, ihre entlegenen Ländereien unter so glänzenden Bedingungen loszuwerden. Innerhalb von eineinhalb Jahren besaß kein Waltersburger mehr jenseits des Berges auch nur einen Halm. Die ganz Gewissenhaften aber schüttelten die Köpfe und sagten, dieser Bunkert lockt seinen Auftraggebern das Geld aus der Tasche. Er ist ein Hochstapler und man sollte doch sehr überlegen, ob man den unangebrachten Preis annehmen dürfe, den die neuen Besitzer aus dem Wald und Wiesenland nie und nimmer herauswirtschaften könnten. Doch auch diese ganz Gewissenhaften beruhigten sich und nahmen das Geld. Oh, du großmächtige Verwundernis! In dem prachtvollen Hochwald, den August Bunkert erworben, an den grünen Wiesen, am Flussufer, den Weihnachtsberg hinauf, entstand ein schmuckes Landhaus nach dem anderen. Einfamilienhäuser, Sommerwohnungen, Baderäume, ein Kurhaus, eine Wandelhalle bauten sich auf, ein Bazar für Lebensmittel, ein anderer für Bekleidungs- und Hausgegenstände wurde errichtet. Hunderte und Aberhunderte von Arbeitern waren das ganze Jahr beschäftigt. Und alle Häuser baute der Baumeister August Bunkert und wurde ein schwerreicher Mann. Noch staunten die Waltersburger, noch lachten einige spöttisch und verächtlich, aber manch einer schwieg schon nachdenklich und dachte bei sich, was tut sich. Da erschien in den großen hauptstädtischen Blättern ein Inserat. Waltersburg-Neustadt, entzückend am Südabhange des 450 Meter hohen Weihnachtsberges gelegen, mitten in prachtvollem Hochwald, in grünes Wiesen- und Flußland gebettet, ein Paradies der Gesundheit und des Naturgenusses, bei vorläufig nur fünf Mark pro Quadratmeter Bauland, Anzahlung von 3000 Mark an, für alle, die sich ein Eigenheim gründen wollen, eine nie wiederkehrende Gelegenheit. Nur fünf Viertelstunden von der Hauptstadt entfernt, großer Eisenbahnknotenpunkt, Haltestelle aller Schnellzüge, täglich zwölfmal Verbindung mit der Hauptstadt. Anfragen an Generaldirektor Baumeister August Bunkert in Neustadt erbeten. Die Proklamation des Deutschen Reiches kann seinerzeit in Berlin keinen so großen Eindruck gemacht haben wie dieses Inserat in Waltersburg. Die Leute lachten, wimmerten, furchtelten mit den Armen und waren voll neidischer Beklommenheit. Am Abend saß ein ganzer Stammtisch im Goldenen Löwen mit der Kreide vor der Schiefertafel und wollte ausrechnen, wie viel ein Morgen Land koste, wenn das Quadratmeter auf fünf Mark komme. Niemand kriegte es heraus und alle schimpften auf die neumodische Rechnungsart. Selbst den Amtsrichter Knopf verließ seine akademische Bildung. Er knurrte, er habe ja nicht Mathematik studiert. Und solche Aufgaben könne überhaupt immer nur ein Volksschullehrer herauskriegen. Also schickte man nach dem Lehrer Herder und der erklärte, ein Morgen altes Maß ist ungefähr ein Viertel Hektar. Ein Hektar hat 100.000 Quadratmeter. Ein Viertel Hektar ist also 2.500 Quadratmeter groß. Kostet ein Quadratmeter fünf Mark, so kostet ein Morgen 2.500 mal so viel, also 12.500 Mark. Als der Lehrer Herder dieses Resultat nannte, schlugen die zehn Männer, die noch mit am Tische saßen, heftig mit den Fäusten auf den Tisch. Und zwar alle wie auf ein Kommando mit einem hieb. Man schrie den Lehrer an, er müsse sich täuschen. Der aber saß mit der Würde eines Mannes, der von der Unverletzlichkeit und Beweiskraft der Zahl überzeugt ist. Sein ganzes Wesen sagte, meine Rechnung stimmt. Da wurde zunächst eine große Stille. Dann sagte einer, wenn das wahr ist, sind die Kerle große Gauner. Tausend Mark haben sie für den Morgen gegeben, 12.000 Mark verlangen sie. Schweigen. Nach fünf Minuten griff Amtsrichter Knopf die letztgenannten Ziffern auf und sagte, sie arbeiten mit elf Prozent. Elf Prozent gibt ja das Gesetz nicht zu, bemerkte der Erbscholti-Seilbesitzer Hirsemann mit einem Blick auf den Amtsrichter. Der schüttelte den Kopf, was in diesem Falle Ja und Nein heißen konnte. Da ergriff der Lehrer Herder wieder das Wort und sagte, entschuldigen die Herren, wenn man mit 1000 Mark kauft und mit 12.000 Mark verkauft, so sind das nicht elf Prozent, sondern 1100 Prozent Gewinn. Sie starrten ihn alle an wie leblos. Nur Bäckermeister Schiebulke, der gerade trank, verschluckte sich. Der Amtsrichter geriet ins Grübeln. Seine Seele wanderte zurück bis etwa in die Terzianerzeit und dann sagte er, ja natürlich, es sind nicht elf, sondern 1100 Prozent. Da hoben sich die Fäuste, um auf den Tisch zu donnern, aber diese Überraschung war zu groß und schwer, die Hände sanken still herab. Was die allergrößte Hauptsache war, Neustadt, das den Namen Waltersburg zum großen Ingram der Mutterstadt nach und nach abgestreift hatte, war auf dem besten Wege ein aufblühender Badeort zu werden. Zwei Quellen waren entdeckt worden, von denen die eine Kaisersprudel, die andere Felsensprudel hieß und die beide nach dem Gutachten eines sachverständigen Professors aus der Hauptstadt hervorragend radioaktiv waren. Die Neustädter feierten Siegesfeste, während die Waltersburger vier Wochen lang brauchten, ehe sie das Wort radioaktiv richtig aussprechen konnten und natürlich auch dann noch nicht wussten, was das sei. Humbug sei es, meinte der Amtsgerichtsrat. Und wenn man dieser Auslegung auch viel Beifall zollte, so verschafften sich doch einige Waltersburger heimlich je drei Flaschen von den neuen Sprudeln und abends wurde im Löwen statt der sonst so beliebten Weinprobe eine Wasserprobe abgehalten. Der Pfropfen der ersten Flasche flog mit einem Knall gegen die Decke. »Wie, wie bei Champagner«, stammelte Herr Hirsemann. »Blödsinn«, knurrte der Amtsgerichtsrat. »Das ist Kohlensäure. Die ist im Wasser eingepumpt. Alles künstlich. Nichts natürlich. Ich kenn doch die Wasserpfützen drüben. Betrug ist es. Glatter Betrug.« So wartete man, bis sich die Kohlensäure verflüchtet hatte. Dann trank der Bäcker und sagte, »Schmeckt ein bisserl salzig.« »Weil Sie heute Abend wieder Salzhering gegessen haben«, grollte der Richter. »Salzig kann man nicht sagen«, meinte der Getreidekaufmann Schneider, »sondern so mehr säuerlich.« »Ja, weil Sie von gestern noch eine saure Schnauze haben«, zürnte Herr Knopf. Unter solchen Umständen hätte der Löwenwirt, der auch mitprobierte, mit seiner Äußerung, »das Wasser scheine ihm aber stark nach Schwefel zu schmecken«, zurückhalten sollen. Denn der schlecht gelaunte Richter fuhr ihn an, »Mensch, wenn Sie Tag aus, Tag ein nicht anderes rauchen als Ihre eigenen Zigarren, muss Ihnen natürlich alles nach Schwefel schmecken.« Darauf einigte man sich endlich, »dieses Wasser schmecke wie jedes andere gewöhnliche Brunnenwasser und sei keinen Pfifferling wert.« Ganz kurze Zeit darauf gab es in Waltersburg eine neue Aufregung. Die Neustädter hatten sich für ihr Bad einen Propagandachef engagiert. Propagandachef. Dieses Wort war in Waltersburg seit Erschaffung der Welt noch nicht einmal ausgesprochen worden. Die Neustädter aber wussten nicht bloß, dass es so etwas gäbe. Sie engagierten es sogar. Und der Propagandachef war ein Jude. Als das bekannt wurde, sagte der Bäcker abends im Löwen? Die Kerle in Neustadt verlieren den letzten Rest von Schamgefühl. Aber da widersprach der Amtsgerichtsrat, hauptsächlich deswegen, weil er immer widersprach. Jude hin, Jude her. Es ist ein alter Witz, dass in den ganzen Antisemitismus nicht eher ein richtiger Schwung kommen wird, ehe ihn nicht die Juden selbst machen. Wenn die Neustädter ihre faule Sache deichseln wollen, mussten sie ihn Juden nehmen. Ein Christ ist viel zu dämlich dazu. Der Bäcker stand auf und ging. Wenn freigeistige Reden gehalten wurden, verließ er das Lokal. Nach etwa sechs Wochen erschien der erste Prospekt von dem Bade Neustadt. Es war ein entzückend ausgestattetes Heftchen von Kunstdruckpapier mit reizenden bunten und Lichtdruckbildern ausgestattet und das Werkchen Priess Neustadt in so berückender Form, dass eigentlich jeder Mensch zu bemitleiden war, der nicht augenblicklich seine Koffer packte und nach Neustadt abreiste. Die feindlichen Städte. Vielleicht, dass mir der lustige Hader die Zeit verkürzt. Von Zeit zu Zeit will ich etwas von ihm im Tagebuch vermerken. Joachim hat an die Mutter ein Telegramm gerichtet. Mit diesem Telegramm saß die Mutter am Tisch, als ich heute Abend nach Hause kam. Sie sprach nicht, sondern übergab mir nur wortlos die Depesche, aber sie sah mich stolz und verklärt an, als wollte sie sagen, sie, solch einen guten Sohn habe ich. Ich freue mich über Joachim, sagte ich und ließ sie allein. Von meinem Zimmer sah ich nach dem Johannesbrunnen hinunter, dessen Wasser einförmig ran. Die Seele des fernen Bruders war immer noch krank. Er vertrug keine Nachricht aus der Heimat. Heimat war ihm in Hölle gewandeltes Paradies. Es gab einmal ein Weib, das er mehr liebte als alles. Die Mutter mit einbegriffen. Es war einmal ein Freund, der ihm näher stand als der Bruder. Und es war eine schöne Stadt, die ihm lieber war als der Geburtsort. Das war Heidelberg. In Heidelberg hat ihn die Frau mit dem Freunde betrogen. Darüber kommt nun der Mann, der zwischen Rio und Montevideo hin und her fährt, nicht mehr hinweg. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Das Modebad Dieser 5. April war ein sehr merkwürdiger Tag. Ich war drüben in Neustadt und besah mir den neuen Badeort, denn ich war mir immer noch nicht ganz im Klaren, ob ich Badearzt in Neustadt werden oder lieber die Praxis des alten Sanitätsrats in Waltersburg übernehmen solle. Der Alte will sich zur Ruhe setzen. Um die Wahrheit zu sagen, er sitzt eigentlich schon sein ganzes Leben lang zur Ruhe. Den Waltersburgern fällt es niemals ein, krank zu werden. Der alte Pfarrer hier, der etwas derber Art ist, sagt, wenn einer nicht gerade unverschuldet verunglückt, ist es eine Schweinerei, krank zu werden. Denn wenn einer vernünftig lebt, wird er eben nicht krank, ebenso wie keiner ins Zuchthaus kommt, der nicht was ausfrisst. So erschien dem Pfarrer der Sanitätsrat immer höchst überflüssig, wie andererseits dem Sanitätsrat, der ein Freigeist ist, der Pfarrer überflüssig erscheint. Persönlich aber vertragen sie sich recht gut, spielen auch manchmal Karten miteinander, was ihrer lebenslangen gegenseitigen Abneigung keinen Eintrag tut. Der Dritte im Bunde ist der Amtsrichter, den Pfarrer und Sanitätsrat beide für überflüssig halten. Denn außer dem Schneider Hampel wird in Waltersburg niemals jemand eingesperrt und bei Hampel kommen in mageren Jahren auch höchstens drei Wochen heraus. Der Amtsrichter und der Schneider Hampel stehen auf dem Grüßfuß und der Sanitätsrat behauptet, dass der Richter seinem einzigen Kunden immer zu Neujahr gratuliere. Es ist also für einen, der keine Sinekure sucht, nicht verlockend, Arzt oder Richter in Waltersburg zu werden. Im Herzen wäre es mir aber immer noch lieber, mich in Waltersburg niederzulassen, als nach Neustadt zu gehen, dessen Wunderquellen ich nicht traue und mich also dort gewissermaßen mitschuldig zu machen, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Heute war ich drüben in Neustadt. Während der fünf Jahre meiner Abwesenheit ist der Ort um das Doppelte gewachsen. Er ist mit amerikanischer Rapidität emporgeschossen. Ich sah die Marmortempel über den Sprudeln, die Promenade mit ihren unendlich gepflegten, unendlich bunten und unendlich langweiligen Blumenanlagen, die Kapelle, die das polnische Lied, den Einzug der Gäste in die Warburg, das Frühlingslied von Mendelssohn, den neuesten Wiener Walzer und ein unendlich albernes Potpourri spielte, das von allen Darbietungen dem Publikum am besten zu gefallen schien. Sah auch, wie der erste Geiger und der Flötist an der Rampe des Musikpavillons, wie überall mit den vorbeiflanierenden Mägdelein liebäugelten. Ich sah auf den Estraden leerer Restaurants Kellner lauern, die wie Bräutigame gekleidet waren oder wie Leichenbitter, 35 Gerichte auf ihrer Speisekarte, von denen sicherlich nicht eines halb so gut schmeckte wie das, was Mutters alte Köchin bereitet. Ich sah eine Wandelhalle mit Schauläden, in denen die schönen und ach so preiswerten Broschen prangen, die man den Dienstmädchen als Mitbringe schenkt und deren Goldglanz mindestens anhält, bis das Mädchen am nächsten Quartal abzieht. Sah schreiend bunte Gläser mit der Aufschrift zum Andenken oder Souvenir de Neustadt, Holzarbeiten, vom geschnitzten Hirsch bis zu dem Kinderspielzeug, wo zwei Bären auf einen Amboss pinken oder ein Affe am Reck turnt und noch viele Kunstgegenstände, bis ich zum Theater gelangte, wo ein Zettel verkündete, dass ein vielversprechender Dichter, alle vielversprechenden Dichter debütieren in Badetheatern, sein Erstlingswerk Geheimnisse von Neustadt zur Aufführung bringe und Herr Georgio Calzulayo, zu Deutsch Georg Schuster, der viel beliebte erste Liebhaber der Bühne die Hauptrolle kreieren werde, auch an diesem Abend sein Benefiz habe. Darauf ging ich in ein Café und trank zwei Konjaks. Ein Zeitungsjunge erschien und schrie mir das neueste Berliner Mittagsblatt ins Ohr. Ein Herr am Nebentisch, der schon immer fort nervös hin und her zappelte, knurrte den Kellner an, wie lange er zum Donnerwetter noch auf die telefonische Verbindung mit Breslau warten solle. Ein Herr an einem anderen Tisch erzählte mit unerträglicher Weitschweifigkeit seinem Nachbar alle Erscheinungen seiner Krankheit, wofür sich dieser so interessierte, dass er während der Zeit des Zuhörens das ganze Mittagsblatt durchschmökerte. Drüben an der Wand stritten zwei rote Köpfe laut über Nietzsche. Eine vorübergehende Mutter machte ihrer bleichsüchtigen Tochter Vorwürfe, dass sie ihren Brunnen statt um fünf erst um fünfeinhalb Uhr getrunken habe, was natürlich furchtbar schaden könne. Gänz und noch mehr Pseudogänz tänzelten vorüber und in der Kapelle drüben blies der Waldhornist zum Herz und Stein erweichen. Das Meer erglänzte weit hinaus im lichten Abendscheine. Auch sie, Fräulein Trude, hörte ich einen vorbei wandelnden Primana zu seiner sechzehnjährigen Begleiterin sagen, haben mein Herz vergiftet, zwar nicht durch ihre Tränen, wohl aber durch ihr Lachen. Aber Herr Lempert, sagte sie und sie waren vorbei. Ich bekam Heimweh nach Waltersburg und ging. Draußen auf den Promenadengängen das gewohnte Publikum. Die galizische Jüdin mit etwas schmierigen Spitzen am Halsausschnitt und den großen Brillanten in den Ohren. Der Herr in dem hocheleganten weißen Flanellanzug, der 23 Mark gekostet hat. Der Künstler, dessen Kraft wie bei Samson in der Fülle der Locken sitzt und der sich vor dem Spiegel die wirkungsvollsten Gerhard-Hauptmannschen Mundwinkel eingeübt hat. Das knurrende Eheoberhaupt, das woanders hin strebt, weil man auf dem Kurplatz nicht rauchen darf. Warum weiß weder er noch sonst jemand? Denn der Platz ist weit und der Himmel ist hoch. Die flirtende Strohwitwe, der melancholisch und langsam schreitende Einsame, der keinen Anschluss findet. Das laute Mädchen, das immer zehn Verehrer um sich hat und nie einen Mann kriegt. Die Geschäftsfreunde, die auch hier über ihre Alltagssorgen nicht hinauskommen. Fachsimpelnde Oberlehrer und lebenslustige Backfische. Dazwischen die Patienten, die gewissenhaft aus geschliffenen Gläsern das Neustädter Wunderwasser schlürfen, als könnte es in vier Wochen gut machen, was in vielen, vielen Jahren krank ward. Ich war im Klaren. Ich wollte nicht Badearzt werden. So wollte ich nach Hause und wählte als Heimweg den Pfad über den Weihnachtsberg, der als Grenzscheide zwischen Waltersburg und Neustadt liegt. Auf dem Weihnachtsberg steht ein altehrwürdiges Gasthaus. Es sieht aus wie eine Burg, hat auch einen grauen, verwitterten Turm, eine Zugbrücke, Butzenscheiben und was so dazugehört. Das echteste von dem ganzen romantischen Nest war der Wirt, der Eberhard hieß, weil er einen langen Bart hatte oder der sich einen langen Bart hatte wachsen lassen, weil er Eberhard hieß. Die Waltersburger besuchten ihn an allen regenfreien Sonntagnachmittagen und er lebte auf seiner luftigen Höhe so gute Tage, dass ihm der Humor niemals ausging. Dieser Eberhard war für die Waltersburger Kinder der Knecht Ruprecht. Jeden Weihnachtsabend lugten sie ängstlich, sehnsüchtig und neugierig nach dem Gipfel des Weihnachtsbergs hinauf. Und wenn endlich die blaue Winternacht ihren Duftschleier um den Gipfel hüllte, flammte da oben ein mächtiges Bergfeuer zum Himmel und eine Trompete blies langsam und feierlich herab ins Tal. Vom Himmel hoch, da komm ich her. Er kommt, er kommt, stießen da die Kinder heraus und die Kleinsten zitterten in seliger Angst. Vom Berge herab aber kam mit silbernem Geläut der Knecht Ruprecht gefahren. Er thronte auf einem mit Tannenreis prachtvoll verzierten Schlitten und andere Schlitten folgten ihm, die wurden von seinen Knechten gelenkt und waren mit hunderten von Paketen und Paketchen beladen. Vom Stadttor an bildeten alle Kinder Spalier, die Reichen wie die Armen, die Großen wie die Kleinen. Die Eltern, Tanten und Großmütter standen hinter ihnen und wenn der Knecht Ruprecht ankam, winkten die Kinder mit den Händen, die Väter nahmen die Mützen ab und die Tanten und Großmütter machten tiefe, ehrfürchtige Knickse. Der Knecht Ruprecht aber saß da auf seinem tannenbegrenzten Thron wie ein König und nickte nach rechts und nickte nach links, winkte mit der rechten Hand und winkte mit der linken Hand, verteilte seine Gaben an die Armen und Reichen, an die gerechten und ungerechten. Nach der Feier bestieg der Knecht Ruprecht seinen Schlitten. Die Fackelträger, die Ehrenjungfrauen und alles Volk begleitete ihn bis ans Tor. Mit lustigem Klingeling fuhren die Schlitten den Weihnachtsberg hinauf und die Leute kehrten heim, alle im Herzen froh und reich. Das war der Weihnachtsberg bis vor acht Jahren. Da kamen die Neustädter und kauften Herrn Eberhard, der damals gerade ein wenig in Sorgen war, sein Gasthaus für einen guten Preis ab. Die Neustädter machten aus der alten edlen Burgherberge ein Etablissement mit Burgruine, Aussichtsturm und im Übrigen allem Komfort. Es wurden hölzerne Veranden mit großen Fenstern an das alte Mauerwerk geklebt, der ganze schablonenhafte öde Hotelbetrieb eingerichtet und die Badezeitung faselte vom Fortschritt der modernen Zeit. Das schweres, reines Altgold in dünnes Flitterblech gewalzt wurde, empfanden am meisten die Waltersburger Kinder, die am Weihnachtsabend vergebens ausspähten, nach dem leuchtenden Höhenfeuer und der süßen, verheißungsvollen Melodie »Vom Himmel hoch, da komm ich her«. In Gedanken an die alte, schöne Zeit stieg ich den Weihnachtsberg hinauf. So sentimental war ich aber nicht, um dem neuen Etablissement auszuweichen. Dazu war ich dann doch zu weit in der Welt herumgekommen und hatte zu viel Schifflein scheitern sehen, um so eine Unglückstelle feig zu umsegeln. Ich kehrte in dem Etablissement ein. In der großen Glasveranda waren drei Kellner und ein Gast anwesend. Dieser einzige Gast saß am Fenster und guckte nicht auf, als ich zur Tür hereintrat. Daraus erkannte ich, dass er kein Deutscher war. Im Übrigen genügte mir ein Blick zu meiner Orientierung. Ich erkenne den Nordamerikaner so leicht unter allen Nationen heraus, wie den Starr unter den bunten Finken. Soll ich hier das Bild wiederholen, dass deutsche Karikaturisten malen, wenn es gilt, einen Uncle Sam zu zeichnen? Das kurzgeschorene Haar, den glatt rasierten, rasiermesserdünnen Mund, die etwas schlottrige Figur mit den langen Beinen und fuchtelnden, mageren Armen, die Stummelpfeife, den karierten Anzug und diesen anderen Kram? Nein. Ich ging zweimal durch die Stube, stellte fest, dass 18 Tische unbesetzt und einer besetzt war und setzte mich dann an den Besetzten, dem Gaste gegenüber, ohne ihn zu grüßen. Der andere blickte auch jetzt nicht auf. Er sah gelangweilt ins Tal. Ich beachtete ihn auch nicht. Der Kellner kam und ich machte meine Bestellung. Darauf war es ganz still. Endlich blickte der Mann mir gegenüber auf und sagte, indem er nach Neustadt hinunterwies, das ist ein sehr albernes Nest da unten. Er sprach Englisch, aber ich entgegnete Deutsch. So kann man schon sagen, es gefällt mir auch nicht. Aber bei uns in Amerika werden Sie auch dumme Badeorte gefunden haben. Worausschließen Sie, dass ich in Amerika war? Ich denke es mir. So, so. Darauf schwiegen wir. Erst nach einem Weilchen nahm Uncle Sam das Gespräch wieder auf. Sie halten nichts von unseren modernen Kurorten? Ähm, nichts kann ich nicht sagen. Es gibt zehn gute Kurorte und 90 Unnütze. Das sage ich. Und wie denken Sie sich einen ganz guten Kurort? Ich zuckte die Achseln. Ich habe mir manchmal ein Bild ausgemalt, wenn ich als Schiffsarzt die nötige Muße zu solchen Träumen hatte. Sie sind Schiffsarzt. Ich war es. Ich fand es nun angemessen, mich vorzustellen. Darauf wippte auch er ein wenig vom Stuhle auf und sagte, Mr. Stevenson, Öl und Nafta, New York, Milwaukee, St. Louis und Trinidad. Nun, wie ist das mit Ihrem Kurort? Es ist gar nichts. Es ist ein Traum, eine verrückte Idee. Verrückte Idee ist schön. Deutschland ist ein gutes Land, aber es leidet einen sehr großen Mangel an verrückten Ideen. Es ist zu brav, es macht zu viel nach. Den deutschen Unternehmungen fehlt die überraschende Pointe. Der Amerikanismus ist besser. Das sagen Sie so. Es ist so. Ich war verstimmt und schwieg. Nun, fragte er ungeduldig. Mr. Stevenson, wenn ich Ihnen meine Idee entwickeln wollte, würden wir viel Zeit brauchen. Am Schluss würden Sie mich doch nicht verstehen. So was liegt Ihnen nicht. Wir haben Zeit. Ich werde Sie verstehen und es liegt mir, gab er zur Antwort. Da kam ich in Laune und sagte, ich will es Ihnen in ganz kurzen Linien umreißen. Ich will mal annehmen, meine Heilanstalt bestände schon und Mr. Stevenson käme zu mir als Churgast. Das ist gut, das ist instruktiv, rief er. Wie heißt Ihr Sanatorium? Ferien vom Ich. Wie? Ferien vom Ich. Das ist kein guter Name. Dabei kann man sich nichts denken, das zieht nicht. Mr. Stevenson, wenn Sie mir schon von vornherein widersprechen, werde ich Ihnen kein Wort über meine Heilanstalt sagen. Dass Sie den Namen nicht ohne weiteres begreifen, ist doch eben das Neue und Gute. Well, ich sage nichts mehr. Ich höre. Also, irgendwo auf der Welt, sagen wir auf dem Ostabhang dieses Weihnachtsberges bei Waltersburg, liegt die Heilanstalt Ferien vom Ich. Auch Mr. Stevenson, der schon in vielen Kuranstalten und nie ganz zufrieden gewesen war, hat von der Anstalt gehört und hauptsächlich darum, weil es etwas Neues war, beschlossen, sie aufzusuchen. Er reist nach Waltersburg. Mr. Stevenson kommt mit sieben Koffern und zwei Dienern an. Mein Gegenüber nickt. Stimmt, Sie sind Gedankenleser. Der Ankömmling findet in der Nähe von Waltersburg ein Gelände von Wald, Hügeln, Gärten, ganz von einer hohen Mauer umschlossen, über die kein Mensch hinwegsehen kann. Er merkt gleich, an dieser Mauer ist die Welt alle, hier ist eine Welt für sich. Die Mauer hat nur ein einziges Tor. Ferien vom Ich steht darüber. Mr. Stevenson, der mit drei Wagen ankommt, zieht die Schelle an der Pforte. Eine tiefe Glocke schlägt einmal an, da kommt von drinnen her ein Diener, der öffnet das Tor. Er ist nicht in der weltüblichen Tracht, er trägt Pluderhosen, Sandalen an den Füßen, eine weiter am Hals ausgeschnittene Bluse und ist barhäuptig. Vor Stevenson macht er keine Verneigung, sondern sagt, lieber Freund, Sie sind wohl wenig unterrichtet, sonst kämen Sie nicht mit solch unnötigem Kram hier an. Seien Sie so gut, lassen Sie Ihre Diener und Ihr Gepäck unten in Waltersburg oder sonst wo auf der Welt Unterkunft suchen und kommen Sie ganz allein, wie Sie hier stehen, mit mir. Mr. Stevenson ärgert sich nicht wenig über diese Ansprache des dienstbaren Geistes, aber er will hinter diesem Trick kommen. Deshalb winkt er seinen Gefolge ab und geht in das große Ferienheim des Lebens. Die Pforte fällt hinter ihm zu. Sein Begleiter führt ihn in eine Lindenallee bergan. Rechts und links sind Wiesen und einige bebaute Ackerstücke. Am Ende der Allee steht ein von Efeu umsponnenes Haus, so klein wie eine Einsiedlerhütte. Das Häuschen hat nur ein einziges Zimmer, aber das ist bequem hergerichtet, hat ein gutes Bett, einen Schreibtisch, schlichter, aber geschmackvolle Möbel und gute Bilder an den Wänden. In dieses Zimmer führt der Torwart den Mr. Stevenson und sagt, hier bleiben Sie, lieber Freund, zwei Tage und zwei Nächte. Lesen Sie die wenigen Blätter, die auf dem Schreibtisch liegen, gut durch und schreiben Sie Ihre eigene Lebens- und Leidensgeschichte auf. Schreiben Sie auf, was Ihnen an sich selbst nicht gefällt und warum Sie hierher gekommen sind. Nach zwei Tagen wird der Arzt zu Ihnen kommen und lesen, was Sie geschrieben haben und wird dem ganzen guten Mannes- und Freundeswillen haben, Ihnen zu dienen und zu helfen. Das Essen wird Ihnen inzwischen durch mich gebracht werden. Finden Sie sich mit den Blättern, die auf dem Schreibtisch liegen, nicht ab? Können Sie nicht den Willen aufbringen, Ferien vom Leben zu machen? So hängt hier am Nagel an der Tür ein Schlüssel, der die Pforte unten an der Allee aufsperrt. Lassen Sie den Schlüssel von innen stecken und schlagen Sie die Pforte von außen zu. Zu bezahlen haben Sie für das, was Sie inzwischen genossen haben, nichts. Wir freuen uns, dass Sie einmal da gewesen sind. So sagt der Torwart und dann lässt er den verwunderten Herrn Stevenson allein. Der setzt sich noch im Reisemantel an den Tisch und beginnt zu lesen. Ich kann hier nicht den ganzen Inhalt dieser Blätter aufsagen, sondern nur einige wenige Sätze hervorheben. Betrachte dein Leben mit allem, was es gebracht hat. Arbeiten, Erholungen, Genüssen, Sünden als eine Anstrengung, die dich müde gemacht hat und deine Kräfte zermürben wird. Mache dich los von diesen Anstrengungen, spanne aus, mache Ferien. Löse dich zunächst los von dem Götzen, dem du alle Tage opferst, von deinem von dir so zärtlich geliebten Ich. Entkleide diesen Götzen allen Tandes, den du ihm mit großen Entbehrungen verschafft hast, seines wohlklingenden Namens, seiner Genusssucht, seiner Herrschsucht über Geld und andere Machtmittel. Hier unterbrach mich mein Zuhörer. Bitte sagen Sie das nicht mit so phrasenhaften, abstrakten Worten. Sagen Sie es einfacher und instruktiver. Schön. Nehmen wir also an, dass jene Herr Stevenson die zwei Tage und zwei Nächte in dem Einsiedlerhäuslein ausgehalten hat, ohne fortzulaufen. Nach zwei Tagen kommt der Arzt. Herr Stevenson wird ihm entgegenrennen und ohne jede Einleitung sagen, ich habe Ihre Blätter gelesen und ich muss Ihnen sagen, Herr Doktor, dass mir die Sache zum Teil sehr abenteuerlich, zum Teil sehr langweilig vorkommt. Warum soll ich zum Beispiel hier in dem Ferienheim nicht mehr Stevenson heißen, sondern einen anderen Namen haben? Setzen Sie sich, wird der Arzt antworten und Herrn Stevenson auf die Bank neben der Haustür drücken. Holen Sie Ihre Lebensbeschreibung. Herr Stevenson gehorcht und der Doktor beginnt zu lesen, was Herr Stevenson in den Tagen einsamer Einkehr in sich selbst über sein Leben niedergeschrieben hat. Ich werde die Blätter mitnehmen, sagt der Doktor, und Sie zu Hause noch einmal lesen, dann bekommen Sie Ihr Manuskript zurück und können es selbst vernichten. Das ist so ähnlich wie bei Laman, sagt Stevenson. Ja, nickte der Doktor, ich habe vieles von Laman, der wieder vieles von Priestnitz und anderen hat. Wenn einer hochkommen will, muss er immer auf die Schultern anderer steigen. Der Arzt unterhält sich nun lange mit Mr. Stevenson und erklärt ihm auch, warum er im Ferienheim des Lebens seinen Namen ablegen soll. Sie sind hier nicht Mr. Stevenson, Sie sind irgendein Mensch, der, sagen wir, John heißt. Dieser John hat mit Herrn Stevenson gar nichts zu tun. Herr Stevenson ist irgendwo in New York, Milwaukee oder auf Trinidad, zermartert sich dort sein Hirn um neue Gewinne, wird gelobhudelt, befeindet, belogen, betrogen, arbeitet und amüsiert sich halb zu Tode, hat mancherlei Schwächen, die sein Leben und vor allen Dingen seine Freude am Leben verkürzen. Kurz, er ist trotz seiner Millionen ein armer, gehetzter Mensch, während dieser John hier keinen liebedienenden Tross, keinen vorteilsüchtigen Freund, aber auch keinen Feind hat, froh und sicher unter seinesgleichen lebt und, wenn er mit einem Genossen im Garten arbeitet, nicht weiß, ob dieser Mann draußen in der Welt ein Fürst oder Minister oder ein kleiner Beamter ist. Sehen Sie, John, das ist ein ganz köstlicher Humor, den wir hier betreiben. Wenn die Leute ihren Namen abgelegt haben und auch alle die gleiche Tracht haben, kennt man den Großen vom Kleinen nicht mehr heraus. Der Geist verrät sie nicht. Dass der Patient während der Dauer der Kur seinen Namen ablegt, ist für den Erfolg für uns eine große Hauptsache. Der Name ist meist die stärkste Kette, die mit der Last und Lust des Alltags verbindet. Sie muss in Ferientagen gelöst werden. Und wäre der Name auch ein Schmuck, wie ja der Name eines guten Kaufmanns gewiss ein kostbarer, schwer erworbener Schmuck ist? Wer richtig ruhen will, legt allen Schmuck ab. Weniger wichtig ist das Ablegen der gewohnten Tracht, aber doch wichtig genug, bei uns zur Bedingung gemacht zu werden. Und für uns hat es noch das eine Gute, es hält uns alle albernen Pfauen des Lebens vom Halse, vor allen Dingen eitles Weibervolk. Wer zu uns kommt und bei uns bleibt, der meint es ernst mit sich selbst. Im Übrigen hoffe ich, dass ihnen unsere bequeme, gesunde Tracht gefallen wird. Auch unsere Damen sind sehr zufrieden mit ihr. Wovon sie weiterhin erlöst werden müssen, ist das Geld. Sie haben während ihres ganzen hiesigen Aufenthalts mit Geld nichts zu tun. Was sie bei sich tragen, geben sie an der Kasse ab, es wird ihnen verwahrt und verzinst bis zu ihrem Austritt, abzüglich des Beitrages für ihren Kuraufenthalt. John, der Feriengast, besitzt nicht einen Pfennig. Er braucht auch keinen Pfennig und er ist schon nach kurzer Zeit glücklich, nicht den ganzen Tag über sich Hände entgegenstrecken zu sehen, auf die er Geld legen soll, wie es Herrn Stevenson geschieht, bei dem die Bewegung nach der Brieftasche schon automatisch geworden ist. John hat nur eine Tasche fürs Taschentuch. Geld hat er nicht, Schlüssel, Messer, Taschentoilette, Füllfederhalter, Notizbuch, Brieftasche, Taschenapotheke und aller anderer Ballast wird über Bord geworfen. Auch die Uhr. Es geht John gar nichts an, wie spät es ist. Es ist gänzlich ohne Interesse für ihn, ob es 13.17 Uhr oder 14.26 Uhr ist. Er braucht nicht zu hetzen, sich nicht zu ängstigen. Er hat Zeit, er kommt immer zurecht. Nur die Mahlzeiten darf er nicht versäumen, aber zu ihnen ruft eine Glocke. Oh, Mr. Stevenson, Sie werden sehen, wie wohltuend das ist, wenn man nicht am Tage 60 Mal nach der Uhr sehen muss. Die Uhr, die über dem Herzen schlägt, schlägt schneller als das Herz, als wolle sie wie ein Schrittmacher zu immer größerer Eile anspornen. Und der Weg führt doch ans Ende des Lebens. Warum sollten wir es so eilig haben, dorthin zu gelangen? Der Schrittmacher wird bei uns außer Tätigkeit gesetzt. Da nun John mit Mr. Stevenson rein gar nichts zu tun hat, geht es ihn auch rein gar nichts an, was diesen amerikanischen Großkaufmann von Weltereignissen aufregt und interessiert. Es geht John nichts an, ob Stevensons Kurse fallen, was in den Parlamenten gekohlt wird, was im Völkerbund für Schindluder getrieben wird. Ja, es geht ihm nicht einmal das Mindeste an, wer Weltmeister im Boxkampf geworden ist. Kurz, John liest keine Zeitungen. Auf dem Fragebogen, den Sie, Herr Stevenson, auszufüllen hatten, steht, wie lange lesen Sie durchschnittlich täglich über der Zeitung? Wie lange? Also im Jahre? Sie haben den täglichen Zeitverbrauch auf dreiviertel Stunden, den jährlichen also auf 274 Stunden berechnet. Wenn man den Tag mit neun Arbeitsstunden annimmt, verwenden Sie aufs Zeitunglesen 30 Tage, also einen ganzen Arbeitsmonat des Jahres. Und dann kam auf dem Fragebogen die Aufforderung, schreiben Sie kurz nieder, was Sie von Ihrer Zeitungslektüre aus dem vorigen und aus dem vorvorigen Jahre noch wissen. Was Sie vom vorigen Jahre noch wissen, steht auf fünf kleinen Blättern und Sie geben ehrlich an, dass es Ihnen schwere Mühe verursacht hat, diese fünf Blätter zu füllen. Vom vorvorigen Jahre wussten Sie fast nichts mehr, nur ein paar ganz große Ereignisse standen noch im Gedächtnis. Nun ist ja sicher, dass durch das Zeitunglesen viel latenter, nur im Augenblick nicht bereiter Besitz erworben wird. Aber Sie selbst müssen sich fragen, ob dieser Besitz die Aufwendung eines ganzen Arbeitsmonats des Jahres wert ist. Das Zeitökonomische geht uns übrigens hier nur in zweiter Linie an. Die Hauptsache ist uns, John darf sich nicht das Frühstück verderben lassen, weil Herr Stevenson in eben demselben Augenblicke aus der Zeitung einen giftigen Ärger über einen Deputierten saugen würde, der nach seiner Meinung eine idiotische Rede gehalten hat. John betrinkt sich nicht am Abend aus Freude darüber, dass einer Konkurrenz von Mr. Stevenson die Butter vom Brot gefallen ist. John disputiert nicht eine Stunde lang darüber, ob das Bündnis zwischen den Staaten so und so zustande kommen wird oder nicht. Er sagt sich so, für Herrn Stevenson aus Amerika mögen die nervenanstrengenden Dinge, die täglich in der Zeitung stehen, wichtig, ja unerlässlich sein, denn Herr Stevenson steht in der harten Schule des Lebens und kann sich um sein Pensum nicht drücken. Aber ich, oh ich, John, ich habe Ferien und die ganze Schule des Lebens geht mich rein gar nichts an. Es kommt noch eins hinzu, John erzieht sich. Herr Stevenson meint, ohne ihn ginge es nicht. Auch wenn er reist, auch wenn er in einem Bad ist, behält er die Hauptfäden seiner geschäftlichen Angelegenheiten immer in der Hand. Er lässt sich ellenlange Berichte schicken, er liest Zeitungen, er kabelt, er regt sich auf, er freut sich, wettert und ist eigentlich auch auf Reisen immerfort zu Hause, immer im Joch. John pfeift sich eins. John sagt, wenn er Stevenson tot wäre, ginge es auch. Folglich geht es auch, wenn er Stevenson verreist ist. Vielleicht geht es sogar besser, als wenn er zu Hause ist. Nur nicht zu eitel sein. Frisches Blut tut manchmal gut und vielleicht kann John Herrn Stevenson zu guter Letzt an der Hand nehmen und sagen, sei froh, dass du mal ausgeschieden warst. Du hast inzwischen glänzende Geschäfte gemacht, so wie ein Spieler meist gewinnt, wenn er einem Vertreter auf einige Minuten seine Karten überlässt. Im Ferienheim gibt es täglich einen Anschlag, auf dem in wenig Zeilen die Hauptereignisse des Tages mitgeteilt werden. Wer daraus schließt, dass er über einen Punkt unbedingt weitere Auskunft haben müsse, der geht in die Kanzlei. Dort liegen 30 Zeitungen. Kann sich der Betreffende bald beruhigen, dann ist es gut. Wenn das nicht der Fall ist, verlässt er die Ferien und geht in die Lebensschule zurück. Bis jetzt sind nur drei Prozent unserer Feriengäste nach der Kanzlei gekommen, um Zeitungen zu lesen. Die allermeisten lesen nicht einmal die Anschläge. Sie sind zu ernst, sie sind wie auf einem fremden Stern. Die Erdenereignisse gehen sie auf einige Zeit gar nichts an. Und so wie mit den Zeitungen ist es mit der Privatkorrespondenz. Sehen Sie sich an, Herr Stevenson, wie es die Leute in den modernen Kurorten treiben. Eine der allergrößten Hauptpersonen ist der Briefträger. Man kann sein Erscheinen nicht erwarten. Vor jeder Ausgabe der Post 20 Minuten Nerven vibrieren, innere Unruhe, gespannte Erwartung. Und der Erfolg? Ein paar freuen sich. Aber Herrn Mayer hat seine Frau geschrieben, dass sich der Hausmeister ruppig benommen habe. Und Herr Mayer ist auf Stunden in menschenfresserischer Laune. Das Töchterchen von Frau Ludwig ist vom Tisch gepurzelt und die Mutter telegrafiert, man solle gleich den Arzt befragen, was ohnehin natürlich schon geschehen ist. Baron Erwin zieht die Stirn in Falten, weil seine Isolde nicht geschrieben hat. Der Schriftsteller Niesen kriegt ein Romanmanuskript zurück und bricht fast in Tränen aus über die Idiotie der betreffenden Redaktion. Im Herzen der Blonden Else steckt eine Ansichtskarte ihres Referendars ein verzehrendes Feuer der Sehnsucht an. Der geheime Oberregierungsrat bekommt das Schreiben eines Freundes, das ihm suggeriert, seine Stellung sei erschüttert. Und der Frau von Putbus schreibt die Schneiderin ab. Die Ärzte können sicher rechnen, dass das, was sie in einer Woche aufbauen, manchmal der Briefträger in zehn Minuten einreißen kann. Und deshalb wünscht das Ferienheim sehnlichst den Briefträger zum Kuckuck, weil er die Ferienruhe stört, weil in seiner schwarzen Tasche meist nichts anderes steckt als ermüdende Aufgaben aus der Schule des Lebens. Deshalb bitten wir unsere Feriengäste. Sagt euren Verwandten, gerade weil wir euch lieb haben, wollen wir uns einmal auf einige Zeit trennen. Schreibt nur im Notfall an mich, alles Kleine lasst weg. Erzählt es mir, wenn ich heimkomme. Es wird mir dann lieb sein. Es wird sein, als ob wir uns neu gegeben wären. Bedenkt, dass mir von der Leitung des Ferienheims, wenn ich in zwei Wochen mehr als einen Brief erhalte, nahegelegt werden wird, das Heim zu verlassen. Ich kann nicht Ferien machen, ich kann nicht ausspannen, wenn mir die Papierner Last immer am Fuße sitzt. Das ist eine scheinbar harte Maßregel des Ferienheims, die viele gehindert hat, zu uns zu kommen, alle zu Sentimentalen, aber wir haben die Anordnung als richtig erkannt und halten an ihr fest. Wer einen großen Teil seines Erholungsaufenthaltes an ein Postbüro binden will, soll anderswo hingehen. Das ist, wenn ich so sagen darf, die negative Seite unseres Heilverfahrens, das, was wir ausscheiden, Namen, Rang, Titel, moderne Bekleidung, das Geld, die Uhr, die Zeitung, das unnütze Briefschreiben oder, wenn Sie es krasser sagen wollen, Verwandtschafts- und Bekanntschaftsfesseln. Sie merken schon, Mr. John, dass ich an alte Klosterideale angeknüpft habe, nur, dass es sich eben nicht wie beim Kloster um die Lebenseinrichtung überhaupt, sondern nur um eine Ferienpause des Lebens handelt und dass wir nicht aus religiösen, sondern aus sanitären Beweggründen handeln. Zur Seelsorge sind wir weder befähigt noch berufen. Aber, um auch diesen wichtigen Punkt zu berühren, wir empfehlen allen denen, die noch eine religiöse Anschauung haben, aus reinster Menschenfreundlichkeit aufgrund dieser Anschauung einen recht tiefen Herzensfrieden mit ihrem Herrgott zu machen. Das ist die allergrößte seelische, darum auch die allergrößte körperliche Wohltat. Ein Arzt, der gehetzten Menschen Erquickung bieten wollte und diesen Punkt außer Acht ließe, wäre ein Stümper. Deshalb wird all unseren Feriengästen Gelegenheit geboten sein, Gott zu dienen, wie sie es bedürfen. Dass wir uns dabei jeder Einmischung in dieses ureigenste Gebiet des Menschen enthalten, ist ganz selbstverständlich. Die ärztliche Behandlung wird natürlich für jeden Feriengast individuell sein. Für Schwerkranke ist das Ferienheim kaum, mehr für die Müden, für die, die das Leben in seiner Hast und Hohlheit nicht mehr freut, für die, die gern noch einmal mit frischen Kräften von vorn anfangen möchten. Für die Alkoholkranken, die Morphium- und Opiumsüchtigen, hat man jetzt draußen Entziehungskuren, die großen Segen bewirken? Wir wollen hier allen denen Entziehungskuren gewähren, die auf irgendeine Weise vom Leben vergiftet sind. Ganz generell werden alle erlöst von allem Eitlen und Hohlen ihres bisherigen Daseins, von der drückenden Last öffentlichen und privaten Lebens, von unnützen Bedürfnissen. Individuell sollen sie erlöst werden von ihren Krankheiten, Lebenssünden und Lebensschwächen, von unfruchtbarer Sorge, Angst und Reue, sollen Kraft im Frieden und die kostbare Fähigkeit zur Freude wiedergewinnen. Wir scheiden aus dem Ferienheim die üblichen Vergnügungen aus. Sie finden bei uns keine Rennen, Reunions, Tombolas, Früh-, Mittags- und Abendkonzerte, keine Spielsäle, Taubenschießen, Theater- und Varietévorstellungen, keine prunkhaften Umzüge und italienischen Nächte. Denn das alles ist nichts als anstrengende, hohe Schule des Lebens und betrügt alle die, die mit neuen Kräften nach Hause kommen wollen. Wir suchen die Freude. Das ist die Freude an gesunder Beschäftigung in frischer Luft. Sie, lieber John, werden wahrscheinlich einige Gartenbeete umgraben müssen. Auch werden sie sich gelegentlich am Fällen eines Baumes oder am Holzsägen beteiligen müssen. Es kann aber auch sein, dass sie mal einen Hecht angeln oder ein paar Körbe Äpfel pflücken müssen. Da sie, wie ihre Niederschrift ausweist, seit 20 Jahren kein schöngeistiges Buch gelesen haben, werden sie um das Quantum von drei Romanen, einem Epos und einem Bändchen Lyrik nicht herumkommen. Während wir bei sogenannten Leseratten Entziehungskuren machen, muss bei ihnen in diesem Falle eine Art Zwangsernährung einsetzen. Die körperliche Kost wird ganz ihrem Befinden angemessen sein und natürlich gut und schmackhaft sein. Alle Woche zweimal werden sie sich das Abendbrot selbst bereiten. Wie sie das anstellen, ist ihre Fantasie überlassen. Im großen Küchen- und Vorratshause finden sie alle Rohmaterialien. Wir haben gegenwärtig einen Feriengast, der draußen in der Welt eine Schar von Dienern hat. Auch er muss sich das Abendbrot zweimal in der Woche selbst bereiten. Anfangs wusste er nichts anderes, als dass er sich Brotstuhlen schnitt, die entsetzlich dick und krumm gerieten, die Stuhle mit Butter beklebte und starke Wurstscheiben mit der Pelle drauf legte. Das nächste Mal hatte er schon erluchst, wie man Kartoffeln an einem kleinen Feldfeuerchen kocht und hatte sich dazu einen Hering verschafft. Dann ergänzte er seine Mahlzeit, indem er Radieschen aus der Erde zupfte, Nüsse und Früchte von den Bäumen holte und am vierten Abend, den er sich selbst bereitete, lud er einen Freund und eine Freundin ein, war sehr stolz auf sein Mahl und aß mit Genugtuung und Appetit. Das sind Kleinigkeiten, die vielleicht wie Spielerei aussehen, aber doch einen Sinn haben. So werden sie sich zum Beispiel, wenn ein kühler Tag ist, das Feuer in ihrem Ofen selbst anzünden und unterhalten müssen. Hubelspäne und Reisig können sie sich leicht holen, das Holz müssen sie selber hacken. Sie werden sehen, Mr. John, wie warm und goldig solch ein selbst entzündetes Feuer brennt, viel wohliger, als wenn es ein Diener angefacht hätte. Ein volles Dutzend Mal werden sie die Kacheln abfühlen, wie sie nach und nach warm werden, mit einer heimlichen stillen Freude im Herzen. Und wenn am Abend sie ein paar andere Feriengäste besuchen, Leute, von denen sie nicht wissen, wie sie eigentlich heißen, wer und woher sie sind, von denen nichts anderes bekannt ist, als dass es eben auch ernsthafte Menschen sind, die sich zu einer Ferienpause des Lebens aufgerafft haben, wie schön wird es sein, mit ihnen zu plaudern oder sich etwas zu erzählen und selbst auf das Feuer zu achten. Gute Kammermusik werden sie manchmal zu hören bekommen, aber doch nicht oft und nicht viel. Aber zur Laute wird öfter gesungen werden und manchmal wird irgendwo ein Bläserchor stehen und es wird sein, als ob Soldaten in der Ferne marschierten oder ein Waldhorn wird ins Tal schallen, wie in alten, romantischen Tagen. Sport dürfen sie treiben, Reit- und Schwimmsport, Turnen im Luftbad, Tennis und Kegelspielen. Auch Karten spielen dürfen sie, aber ohne Geld. Denn John hat keinen Pfennig in der Tasche und wollte er sich mit seinen Gegnern verabreden, ein Kieselsteinchen bedeutete 10 Mark und eine Eichel 20 und würde alles hinterher in bare Münze sauber umgerechnet, so würde es wohl doch herauskommen und das Spielernest würde energisch ausgenommen werden. Tabak und Alkohol, worum sie sich in ihrem Selbstbericht zu bangen scheinen, ganz nach ärztlichem Befund. Wenn sie mich nun fragen, wie lange ein solcher Ferienaufenthalt wird, so muss ich ihnen sagen, dass die kürzeste Frist sechs Wochen beträgt, dass es aber sehr viel günstiger ist, wenn die Ferienpause drei Monate oder noch länger dauert. Die ersten 14 Tage werden sie ja doch innerlich gegen vieles revoltieren, vielleicht am Heimweh leiden nach der eben abgelegten alten Haut. Sie müssen erst heimisch werden, müssen das große Ferienglück erst ganz fühlen, müssen die unaussprechlich süße Freude empfinden, wie sie gesünder und fröhlicher werden, dann erst kommt das Heil. Aber wenn sie dann in die große, schwere Schule zurückgehen, werden sie mehr neue Kräfte, einen größeren Mut zum Leben mitnehmen, als wenn sie unterdessen Mineralwasser getrunken, Reunions besucht und hundert Zeitungen gelesen hätten. Mit einem Wort, sie werden an die Ferien denken, wie ein Kind an die freie Spielwiese denkt, wenn es wieder in der Etagenwohnung der Großstadt hinter seinen Aufgabenbüchern sitzt. Mit diesen Worten endete der Arzt, der mit seinem neuen Patienten vor der Tür des Einsiedlerhäuschens saß, seine Belehrung und damit ende auch ich, Mr. Stevenson, den Aufschluss über das Ferienheim des Lebens, das nur in meiner Fantasie lebt und wohl auch immer nur dort leben wird. Ich schwieg und der Mann, der mir gegenüber am Gasthaustisch saß, schwieg auch. Er hatte die ganze Zeit, während der ich sprach, mit halb abgewandtem Kopfe da gesessen und hinunter nach Neustadt gesehen. Endlich stand Stevenson auf, nickte kurz mit dem Kopf und sagte, danke sehr, guten Abend, nahm seinen Hut und ging aus der Stube, nachdem er den Kellner bezahlt hatte. Ich ließ ihn gehen. Am nächsten Tage ließ sich Mr. Stevenson bei mir in Waltersburg melden. Guten Morgen, sagte er. Ich muss Ihnen sagen, dass mir das gar nicht passt, dass ich John heißen soll. Wieso? fragte ich verwundert. Ja, das hat mich verdrossen. Ein Kerl namens John hat mich nämlich mal furchtbar geärgert. Er hat die Frau geheiratet, die ich heiraten wollte. Ich mag nicht John heißen. Ich habe mir ein Adressbuch geben lassen und nach einem einfachen, aber nicht zu häufigen Namen gesucht. Ich will Zuschke heißen. Sie wollen Zuschke heißen. Warum, wieso, wo wollen Sie Zuschke heißen? In Ihrem Sanatorium natürlich, in Ihrem Ferienheim. Aber Mr. Stevenson, es existiert doch nicht. Es ist doch ein Fantasiegebilde, eine Utopie. Da sah er mich fest an. Es wird existieren, denn wir werden es zusammen begründen. Ich schlug die Hände zusammen. Der seltsame Mann hat mich verlassen. Geschäftsmäßig, trocken, sogar ein wenig mürrisch hat er mir auseinandergesetzt, wie er sich die Verwirklichung der Idee meines Ferienheims denke. Als ich ihm abriet, dass viele Geld, vor dessen Summe ich erschrak, zu wagen, da vielleicht unsere Zeit, auch das Volk hierzulande nicht geeignet sei für romantische Sonderbarkeiten, wurde er zornig und sagte, wer eine Idee hat, soll an sie glauben oder er soll gar nicht von ihr sprechen. Er nahm mich in den Bann der großen Kühnheit und Sicherheit seiner Seele und ich willigte schließlich ein. Zuletzt sagte Stevenson, einen Kontrakt wollen wir nicht machen, ich gebe das Geld, sie geben die Idee und ihre Kraft. Erzielt unser Unternehmen einen Gewinn, so werden wir ihn gerechterweise teilen. Wenn nicht, dann sind sie ein schlechter Arzt und ich bin ein schlechter Geschäftsmann gewesen. Wir werden uns dann ohne gegenseitige Hochachtung, aber auch ohne feindselige Gesten voneinander trennen. Dann ging er. Ich saß an meinem Tisch, starrte die Platte an, lachte mal auf, trommelte mit den Händen, lief durchs Zimmer, legte mich aufs Sofa, rauchte Zigaretten und tat endlich was Vernünftiges. Ich ging an die frische Luft. So mag einem Feldherrn zumute sein, der zur Führung einer Kriegsarmee berufen wird, oder einem Dichter, dessen großes Stück über die Bühne gehen soll, oder einer jungen Mutter, die ihr erstes Kindlein geboren hat. Mit einem Mal das verwirklicht zu sehen, was bisher nur ein schöner Traum war, mit einem Mal vor die größte und liebste Aufgabe des Lebens gestellt sein. Wo wäre ein berauschenderes Glück? Mein trautes Waltersburg, wie warm liegt der Sonnenschein über deinen schrägen Dächern und den alten Giebeln, wie schön singen die Spatzen am Johannesbrunnen, wie freundlich und gesund schauen die Kinder aus. Warte nur, mein altes Waltersburg, für dich kommt, wie für das Dornröschen, ein selig Erwachen. Ich, dein Sohn, bin dein Ritter. Ich will dich küssen mit einem heißen, so lebensspendenden Kuss, dass alle Starrheit von dir fällt und du mitten in wonnigem Leben stehst. Ich bin nicht August Bunkert. Ich will dich, deutsche Maid, nicht zu einer weltmodisch aufgetakelten, kokottenhaften Dame machen. Der Träumerglanz soll in deinen Augen bleiben, der weiße Schimmer auf deiner Stirn, das schöne, stille Lächeln um deinen Mund. Und du sollst doch in allen Landen berühmt werden als eine Wohltäterin der Menschen. Ja, das will ich, das verspreche ich, das verspreche ich dir. Das, was wertvoll in mir ist, habe ich ja von dir, du meine teure Heimat. Draußen in der Welt, drüben in Neustadt kann ich nicht wirken. Ein Zuschauer nur, stehe ich vor der bunten Bühne, und weil ich so lange und so oft zuschaute, täuscht mich keine Kulisse mehr. Ich weiß, hinter den bemalten Wänden liegt unordentlich Gerümpel und geht raue Zugluft durch schlecht schließende Türen. Langsam wanderte ich zum Eulentore hinaus. Es geht da keine Chaussee. Eine alte Landstraße führt ins Grüne. Am Hasenhügel setzte ich mich auf einen Stein. Mir gegenüber lag der Ostabhang des Weihnachtsberges. Über den Fluss ging der Blick auf ein Hochplateau von Wiese, Feld und Wald und stieg dann den Berg hinan. Das wäre der rechte Ort für mein Ferienheim. Nur in Waltersburg kann ich den rechten Ort für mein Ferienheim finden, in dieser freundlichen, närrischen, gesunden Stadt. Wie Moses schaute ich in mein gelobtes Land. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Luise. Es ist ein Brief angekommen, der mir die überschäumende Freude des Tages genommen hat. Die Pflegeeltern der Tochter Joachims haben geschrieben. Bei dem Scheidungsprozess wurde die kleine Luise dem Bruder zugesprochen. Da er aber weltflüchtig wurde, geschah dem Kinde, was vielen solchen überzähligen armen Würmern geschieht. Es kam in Pflege. Ein kinderloses, aber sehr kinderliebes, in durchaus geordneten Verhältnissen lebendes Ehepaar in Berlin sucht Kind von besserer Abkunft gegen einmalige Erziehungsbeihilfe als eigen anzunehmen. Ich wusste, was für Tragödien sich hinter solchen Inseraten verbergen, wie oft sie der Deckmantel elendster Gaunerei, schamlosester Ausnutzung sind. Und damals war es das erste Mal, dass ich meine Mutter nicht verstand. Sie weigerte sich auf das Entschiedenste, das Kind zu sich zu nehmen und zu erziehen. Und da ich immer wieder in sie drang und die Unschuld des Kindes nicht verderben, seinen kleinen Leib nicht frieren und darben lassen wollte in der Fremde, wurde die Mutter hart wie Eisen und sagte, ich entehre sie mit meinen Vorstellungen und Bitten. Sie war zu tief gekränkt in ihrer Frauenseele. Sie hasste das Weib, dass dieses Unheil angerichtet, zu bitter, litt zu furchtbar unter dem Verlust des Lieblingssohnes, als dass ihre sonst so gute, freundliche Art auch diesmal den rechten Weg hätte finden können. Ja, sie sagte mir, dass sie die Bitte vom Vergeben aus ihrem Vaterunser gestrichen habe. Der Bruder war geflüchtet. Ich musste hinter ihm herziehen, ein abenteuerliches Leben beginnen, um ihn zu suchen und ihn schließlich nach fünf Jahren zu finden und zu einer ganz kurzen Aussprache zu bewegen. Ich konnte mich damals um die kleine Luise nicht weiter kümmern. Ich wusste nur, dass eine entfernte Verwandte das Mädchen zu dem kinderlieben Ehepaar nach Berlin gebracht, die geforderten 15.000 Mark Erziehungsbeihilfe als einmalige Abfindung bezahlt und berichtet hatte, es scheine sich um außerordentlich honnette und christliche Leute zu handeln. Als ich Joachim in der Schiffskajüte gegenüber saß, indes draußen die schwere See rollte, glaubte ich, der Augenblick sei so gewaltig, dass er an die tiefsten Tiefen des Männerherzens rühren, dass er eine der fest verschlossenen Türen öffnen und dass die Frage daraus hervortreten werde, lebt das Kind noch? Joachim stellte die Frage nicht. Und als ich nach Hause kam und nach etwa zehn Tagen es wagte, die Mutter zu fragen, ob die kleine Luise am Leben sei, wandte sie sich ab und sagte hart, das weiß ich nicht. Da fiel mir auf, dass die Mutter und Joachim sich sehr ähnlich seien. Ich bin mehr nach dem Vater geschlagen, der ist ein weicher Mann gewesen. Und ich selbst bin wohl auch als Mann viel zu weich, stoße mir überall leicht das Herz wund und werde wahrscheinlich einmal viel leichter unter die Räder kommen, als es Joachim passieren könnte. Nun haben die Pflegeeltern der kleinen Luise an Mutter einen Brief geschrieben. Sie hat ihn aber nicht geöffnet, wie sie die zehn oder mehr andere Briefe, die von derselben Stelle schon gekommen sind, auch nicht geöffnet, sondern ungelesen verbrannt hat. Diesen letzten Brief habe ich an mich genommen und sofort gelesen. Mir graut. Schlechtes, fettfleckiges Papier in elender Rechtschreibung und noch elenderem Stil, die Enthüllung niederster Schakalinstinkte, Geldgier, Erpressungsversuche, Frechheiten. Was sich wohl sogenannte feinere Leute einbildeten. Sie setzten Kinder in die Welt, kümmerten sich aber nicht um sie, sondern ließen sie anderen Leuten zur Last. Ob sich die feine Gesellschaft je klar geworden sei, was es heiße, ein Kind aufzuziehen. Zehntausend durchwachte Nächte und bei Tag keine ruhige Stunde. Ob das mit solchem Lumpengeld wie 15.000 Mark bezahlt sei, sie, die Pflegeeltern, seien brave, sehr christliche Leute, wie das ganze Stadtviertel bezeugen könnte, und niemand etwas schuldig. Aber die anderen, die zehn Briefe nicht beantworten, was seien die, das bisschen Geld, das bezahlt worden sei, sei längst weg. Das hätten allein Doktor und Apotheke verzehrt, denn wer weiß, was die Luise von ihren Eltern alles für Krankheiten geerbt habe. Wenn sie, die Pflegeeltern, nicht so kinderliebe Menschen wären, läge das Kind längst auf der Straße oder im Grabe. Sie müssten ihr letztes zusetzen, um das Mädchen zu erhalten. Aber nun habe das ein Ende. Sie würden den ganzen Skandal in die Zeitung bringen und sich auch an das Vormundschaftsgericht in Waltersburg wenden. Im Übrigen seien sie bereit, gegen Zahlung von weiteren 10.000 Mark das Mädchen in Pflege zu behalten, obwohl Luise ein Kind sei, das nur Ärger bereite. Solches und noch Ärgeres enthielt der Brief. Ich trug ihn zur Mutter. Lies den Brief, sagte ich. Sie schüttelte zornig den Kopf. Du musst ihn lesen, Mutter, sagte ich todernst und in hartem Befehlston. Sie starrte mich an und wurde blass. Ich legte den Brief auf den Tisch und verließ das Zimmer. Nach einer Stunde suchte ich die Mutter wieder auf. Sie lag auf dem Sofa und zuckte wie in Krämpfen. Liebe gute Mutter, sagte ich und streichelte ihren frühgebleichten Scheitel. Ändere es, Fritz, sagte sie mühsam. Ändere es. Tue, was du willst. Aber ändere es. Es ist entsetzlich. Schmerz und Grauen schüttelten sie. Ich küsste ihr die Hand und sagte, ich fahre mit dem nächsten Zuge nach Berlin. Der Zug rollte sein einförmiges Lied durch die ebene Landschaft. Es regnet fein, glitzernde Tröpfchen zittern an den Fensterscheiben und rinnen schließlich in schmalen Dächlein herab. Keiner meiner Fahrtgenossen spricht ein Wort. Mir ist das recht lieb. Ich bin in einer trostlosen Stimmung. Ferien vom Ich. Ein Erlösungswort für gequälte Menschen, eine Zufluchtstätte für müde Herzen, eine friedliche Insel im brandenden Ozean und ich, der Lotse der halb zerschellte Schiffe nach dem Hafen, geleitet. Bitterer Spott über mich selbst quillt mir im Herzen auf. Wenn nun einer meiner Kurgäste mich einmal befragt. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, solch ein Prophet des Friedens zu sein? Wer lieh dir den Talar? Bist du selber so ein harmonischer Mensch? Hast du gesiegt über die Unrast der Zeit und die Kämpfe deines eigenen Herzens? Hast du zunächst alle diejenigen, die dir durch verwandtschaftliche Banden nahestehen, so in den Frieden gerettet, dass du nun ausgehen kannst, um fremdem Volk zu helfen? Oh, seht ihn nur an, den Propheten, den Friedensapostel. Seht nur, wie er im Eisenbahnwagen sitzt und endlich versuchen will, ein Kind, das ihm durch die Bande des Blutes ganz nahe steht, vor völliger Verwahrlosung zu retten. Fragt ihn nur nach seiner Mutter, die in Tränen zu Hause sitzt? Fragt ihn nach dem einzigen Bruder, der in Gram und Hass verschollen ist? Fragt ihn nach all dem und wundert euch dann, dass dieser Mann einer großen Gemeinde freiwillig seine Bauhilfe anbieten will, während ihm der Regen und der Wind durch die Löcher seiner eigenen Giebel dringen. Wie ein Geistlicher ist er, der gegen die Sünde predigt und selbst ein arger Sünder ist. Wie ein Richter, der einen Verbrecher straft und den selber eine geheime Schuld drückt. Wie ein Arzt, der andere dem Tode entreißen will und der selber dem Tod geweiht ist. Berlin N. Eine der Proletarierstraßen, von denen jede einzelne mehr Einwohner hat als ganz Waltersburg. Fünfstöckige Häuser. Im Erdgeschoss, Geschäfte mit billigen Waren, in jedem zweiten oder dritten Hause eine Restauration, in deren Fenster Würste hängen und Schnapsflaschen stehen. Auf den Bürgersteigen und dem Fahrdamm ein Gewühl schreiender, blasser Kinder. Schlecht genährte Frauen, dicke Bierkutscher, schmale Schreiberlein, modisch aber windig gekleidete junge Mädchen, schwatzende Weiber, mit Lastkarren daherkeuchende Männer, hier und da ein Faulenzer, der zum Fenster herausliegt, die Arme auf ein Kissen stützt und den Stumpfsinn in Reinkultur zeigt, Köter von unbestimmbarer Rasse, wie wahnwitzig schellende Straßenbahnen, Autos, Droschken, Lastwagen, Radler, dicke, stauberfüllte Luft, an jeder Straßenecke ein bärbeißiger Schutzmann. Berlin N. Das war das Milieu, in dem meine Nichte Luise bisher aufgewachsen war. Ich ging vom Stettiner Bahnhof aus auf die Suche nach ihrer Wohnung. An einer Straßenecke bot mir ein Kind Schnürbänder zum Kaufer an. Ein kleines, blasses Mädchen war es. Ich sah sie an und trat einen Schritt zurück. Wie heißt du denn? Das Kind erschrak und sagte ängstlich, Luise. Wie heißt du noch? Was ist dein anderer Name? Noch ein verängstigter Blick und das Mädchen rannte so schnell es nur konnte davon. Ich fühlte es wie Lähmung in meinen Gliedern, aber ich eilte dem Kinde nach. Bei einer Turnische holte ich es ein und fasste es am Arm. Fürchte dich nicht, Luise, ich tue dir nichts. Das Mädchen brach in Tränen aus. Sperren Sie mich nicht ein! Warum soll ich dich denn einsperren? Weil ich, weil ich die Schuhbänder, sie sind ein Geheimer. Das Kind weinte noch lauter. Hallo, seht nur da, was hat denn der mit dem Mädel? Warum weint denn das Mädel? Haut den! Das ist so einer! Wird der gleich das Kind in Ruhe lassen? Im Nu war ich von einer Rotte Menschen umstellt. Einige Rowdies nahmen eine drohende Haltung an. Männer murrten, ein Weib kreischte mich an. Fui über so ein Spitzeln, armes Mädchen, was sich ein paar Jeroschen verdient, Feste zu nehmen. Ist ja ja kein Geheimer, ist ja ein solcher. Haut ihn! Die kleine Luise entschlüpfte mir. Ein Schutzmann kam breit wie ein Hilfskreuzer auf die Gruppe zugesegelt, die alsbald um ihn und mich einen mehrfachen Belagerungsring schloss. Was ist los? fragte der Gesetzeshüter. Er hat ein kleines Jö belästigt. Er hat ein Kind hier misshandelt. Er hat ihr blutig geschlagen. Er hatte ihr gesagt, er ist in ihr Heimer, aber er ist ein Lump. Der Schutzmann stand wie ein Fels. Wer sind Sie? Ich zog eine Legitimationskarte heraus. Was ist geschehen, Herr Doktor? fragte der Schutzmann, nachdem er die Karte gelesen. Doktor, Doktor ist er. Amputieren will er ihr. Versuchskarnickel braucht er, der Schwein. Ruhe, donnerte der Schutzmann. Was ist geschehen? Ich will es gern sagen, antwortete ich, aber nicht vor diesen Leuten, die die Sache nichts angeht. Ein wüstes Geschrei, antwortete mir. Immer mehr Volk sammelte sich an. Kommen Sie in Ihrem eigenen Interesse mit mir, riet der Sicherheitsmann. Jawohl, sagte ich und wir durchbrachen die Kette. Niemand konnte mich schützen, dass ich ein paar Püffe und Stöße erhielt. Ein Trupp johlte hinter uns her, wurde aber durch ein Pferd, das auf der Straße gefallen, in seinem Interesse abgelenkt und ich war mit dem Schutzmann allein. Wir traten in einen Hauseingang und ich gab ihm eine kurze Aufklärung. Als er den Namen der Pflegeeltern Luises gehört hatte, sagte der Schutzmann, Der Mann ist ein Tagedieb und die Frau eine Schlampe. Da sehen sie man, dass sie der Wurm da abgrähen. Ich dankte ihm und wir trennten uns. Einen Augenblick überlegte ich noch, ob ich zuvor einen Rechtsanwalt zurate ziehen solle, aber dann ging ich direkt nach Luises Wohnung. Ein Hinterhaus von vielen Stockwerken. Auf dem Hofe spielten Kinder im Staub der Stubendecken, die geklopft wurden. Die Treppe war dunkel und schmutzig. Im dritten Stockwerk las ich den Namen von Luises Pflegeeltern. Ich läutete zweimal, dann kam ein zaghafter Kindertritt, die Tür wurde geöffnet, ein entsetzter Schrei, die Tür flog wieder zu. Ich läutete abermals. Ein großer, starker Mann erschien. Er trug einen Christusbart, ziemlich lange Haare und stag in einen schwarzen, wenig sauberen Rock. Später erfuhr ich, dass der Mann Prediger bei irgendeiner neuen Sekte war. Er wollte mich erst mit einer hochmütigen Miene mustern, aber plötzlich wurde sein Gesicht scheinheilig, freundlich und mit ölglatter Stimme, sagte er. Ah, Herr Oberkommissar, ich habe schon gehört, ich weiß schon. Der Herr Polizeiinspektor haben meine Pflegetochter beim Handel erwischt. Aber ich kann Ihnen bei meiner Ehre versichern. Herr Inspektor, ich bin unschuldig. Ich verbiete dem Mädel aufs Strengste. Haben es ja auch Gottlob nicht nötig. Aber sehen Sie, Herr Inspektor, so ein hergelaufenes Kind von schlechter Abkunft, dass man so aus purem Mitleid, ich bin Oberprediger bei der Gemeinde der Jünger von Kapernaum, dass man so aus christlicher Barmherzigkeit aufzieht und das dann doch nicht gerät, weil der Feind sein Unkraut unter den Weizen sät. Das stiehlt sich nun Joschen, kauft sich Schuhbänder oder Streichhölzer oder was weiß ich und verkauft sie, um zu naschen. Natürlich nur, um zu naschen. Das Geschwafel erstarb an meiner wortlosen Ruhe. Was wünschen der Herr Inspektor? Ich würde den Herrn Inspektor gern in die Wohnung bitten, aber meine Frau ist zufällig heute noch nicht mit dem Aufräumen fertig. Da sprach ich endlich. Sie irren. Ich bin kein Polizeimann. Ich bin der Onkel der kleinen Luise. Sie sind, Sie sind, ach so, ach so. Der sind Sie. Er brach in ein meckeriges Lachen aus. Ich will Sie zur Rechenschaft ziehen, Sie schlechter Kerl, rief ich außer mir. Sie wollen mich. Was wollen Sie? Sein Gesicht veränderte sich. Eine zynische Frechheit machte sich auf seinen Zügen breit. Was wollen Sie, brüllte er. So ein Balk, so ein unsauberer Balk und Sie wollen noch, ach, wenn Sie mir was zu sagen haben, schreiben Sie es mir. Ich bin für Sie nicht zu sprechen, verstehen Sie? Für Sie nicht zu sprechen, denn ich bin ein anständiger Mensch. Die Tür fiel ins Schloss. Ich blieb allein stehen. Ich fürchtete, nun würde die kleine Luise drinnen zu schreien anfangen. Aber es blieb still. Nur eine Tür krachte noch zu. Da eilte ich die schmutzige Stiege hinab. Samariter-Dienste. So lebte das einzige Kind meines Bruders. In einer Umgebung von Schmutz, Heuchelei, Armseligkeit, Rohheit. Ein Glück, dass dem Weltverbesserer doch noch das Kehren vor der eigenen Tür einfiel, ehe er an die große Mission ging, anderen zu helfen. Fast in jeder Familie gibt es einen, auf den sich die anderen ganz besonders verlassen, zu dem sie in ihren Kümmernissen und Nöten kommen, dem sie es überlassen zu ordnen, was sie selbst schlecht gemacht haben, der Geld borgen muss, wenn die anderen nichts haben, der immer schieben, immer unterstützen, immer aushelfen muss. Den Starken als Stütze der Schwachen kann man ihn nennen, wenn man es ideal ausdrücken will. Sonst kann man auch kurz sagen, der Lastesel. Nachgerade kam es mir vor, als ob ich in unserer Familie diesen Ehrenposten bekleidete. Ich kann nicht behaupten, dass ich mit Freundlichkeit an meinen Bruder dachte, als ich durch den Staub des Hofes nach der Straße zurückflüchtete. Was an diesem Kinde geschah, war jahrelange Sünde. Auch an die Mutter dachte ich nicht ohne Bitterkeit. Sie war in diesem Augenblick nicht mein silbernes Mütterchen. Sie war eine reine, aber selbstgerechte Frau, die nicht stark genug war, der Schuld mit Herzenstapferkeit ins Auge zu sehen und auf dem Schlachtfeld der Sünde Samariterdienste zu tun, sondern eine, die sich ängstlich in ihrer wohlumhüteten Sauberkeit hielt, mehr bekümmert um sich selbst, als um das, was draußen zugrunde ging. Jawohl, ich hatte nicht Lust, das alles so hinzunehmen. Ich wollte meine Meinung sagen. Was sollte ich denn tun, ich, einzeln stehender Mann? Es würde schwer genug halten, das Kind loszubekommen. Der ekle Kerl von Pflegevater war zum gesetzlichen Vormund und Pfleger bestellt, die Erziehungsrechte waren an ihn abgetreten. Um ihm das Kind in Güte gewissermaßen abzukaufen, dazu fehlte mir das Geld. Mit gesetzlichen Mitteln aber so einem abgefeimten Schuft an den Leib zu gehen, würde schwer genug sein. Das nächste war, einen Anwalt zu befragen. In meinem Hotel suchte ich das Lesezimmer auf, setzte mich in eine Ecke und grübelte. Ich mochte wohl schon lange so gesessen haben, da tippte mich jemand auf die Schulter. Sie sollten mal Ferien vom Ich machen. Sie haben es nötig. Es war Mr. Stevenson, der also zu mir sprach. Ich war ganz erstaunt, ihn so plötzlich hier in Berlin zu sehen. Ferien vom Ich sollten Sie machen, wiederholte er. Von wem erfuhren Sie denn, dass ich hier bin? Von meiner Mutter? Von wem anders sollte ich es wissen? Sie sind in Familienangelegenheiten hier wegen einer kleinen Nichte, wollen Sie in eine andere Pension bringen. Ja, lieber Doktor, das gefällt mir nicht. Was gefällt Ihnen nicht? Dass Sie Ihre Zeit mit solchen Familienkrimskrams vergeuden. Erlauben Sie, das ist doch wohl meine Sache. Ihre Sache ist jetzt meine Sache. Sie haben jetzt keine Zeit für solche Dinge. Es passt nicht in unser Programm. Sie haben selber gesagt, zu unserem Ferienheim gehöre vor allen Dingen die Erlösung von drückenden, familiären Fesseln. Ist das keine Fessel, die Sie am Fuß schleppen? Jetzt, wo wir in der allerschwersten Gedankenarbeit stehen müssten, fahren Sie einem kleinen Mädel nach. Was liegt der Welt an dem kleinen Mädel? An Ihrem Ferienheim soll er etwas liegen. Ich glaube, Herr Stevenson, so eng sind wir denn doch noch nicht miteinander verbunden, dass Sie in dieser Weise mit mir reden dürfen. Ich darf, sagte er phlegmatisch. Ich habe in Ihnen so etwas wie einen Propheten gesehen. Die Propheten gehen aber in die Wüste, ehe sie öffentlich auftreten. Nicht nach Berlin. Die Apostel verlassen Weib und Kind. Der Soldat, der in den Krieg zieht, darf nicht rückwärts schauen. Er sagt, was schert mich Weib, was schert mich Kind. Der Familiensimpel bleibt immer ein mittelmäßiger Kerl. Ich erhob mich und wollte ihm grob kommen. Aber ich setzte mich wieder, sah auf einen Augenblick in seine ehrlichen, quellklaren Augen und sagte dann, Sie haben vielleicht in manchem Recht, Mr. Stevenson, aber im Ganzen sind Sie doch im Unrecht. Wenn ein Soldat in den Kampf ziehen soll und am Fuß eine Beule hat, wird er danach trachten, dass ihm erst ein Arzt die Beule öffnet und die Wunde säubert und verbindet, ehe er marschiert. Sonst bleibt er eben am Wege liegen. So geht es mir auch. Ich muss mir erst diese Angelegenheit mit meiner kleinen Nichte vom Halse schaffen, ehe ich an unsere Aufgabe gehen kann. Gut, so schaffen Sie sich die Angelegenheit vom Halse, morgen Vormittag zwischen neun und elf. Um elfeinhalb können wir dann unsere Beratung haben. So rasch geht das nicht. Wie lange kann es denn dauern? Wohl einige Wochen oder auch Monate. Herr Stevenson lächelte sanftmütig. Das ist ja sehr schön. Ja, dann sind Sie wohl so freundlich, mich nach einigen Monaten gelegentlich wissen zu lassen, mit wem Sie schließlich Ihr Sanatorium begründet haben. Ich bin gar nicht abgeneigt, mir dann einen Prospekt schicken zu lassen. Für jetzt guten Abend. Er verließ mich. Ich sah ihm nach, als er aus dem Zimmer ging und wusste, dass es aus war mit meinem Lebenstraume. Ich saß ganz still und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich damals alles dachte. Ich wusste in jener Stunde nur, es war aus, um eines kleinen Mädchens willen, das ich kaum auf zwei Minuten lang gesehen hatte. Aus. Dieser Mann, der vor zwei Tagen so viel Geld auf eine Idee von mir setzen wollte, hielt mich nun für einen Schwachkopf. Aber auf so elende Weise durften wir uns nicht trennen. Rasch warf ich einige Zeilen auf eine Karte, ich müsse Herrn Stevenson noch einmal sprechen, nicht um ihn umzustimmen, daran dächte ich nicht, sondern um nicht ganz ungerechtfertig zu scheiden. Ich schickte Stevenson durch einen Kellner die Karte und er kam auch bald persönlich. Mr. Stevenson, es ist nichts Geschäftliches mehr, nur etwas rein Menschliches. Es ist darum, dass wir uns jetzt ohne gegenseitige Hochachtung, aber doch auch ohne beleidigende Gesten trennen wollen, wie Sie selbst einmal gesagt haben. Haben Sie noch zehn Minuten Zeit für mich? Er nickte und ich erzählte ihm ohne alle Umschweife die Tragödie Joachims und seines Kindes und wie ich das Mädchen heute draußen auf der Ackerstraße getroffen hatte. Mir wurde das Herz warm beim Erzählen, aber Stevenson blieb ganz gleichgültig. Zuletzt sagte er, es ist eine traurige Geschichte, die Sie da erzählt haben, aber sie kommt alle Tage vor. Es ist gar nichts Neues. Ich habe die Geschichte auch erlebt. Aber etwas Interessantes ist dabei. Sind Sie wirklich fünf Jahre lang hinter Ihrem Bruder hier gewesen? Ja, ich fand ihn nicht er. Hm. Sagen Sie, wollen wir den Abend noch zusammenbleiben? Ich möchte den Sommernachtstraum in der deutschen Aufführung ansehen. Kommen Sie mit? Sie haben es doch wohl nicht so eilig nach Hause. Ich wusste, dass ich bei diesem Manne verspielt hatte, aber ich nahm die Einladung an. Er sagte, er habe nun noch Geschäfte, wir würden uns im Theater treffen. Damit händigte er mir eine Theaterkarte ein und verließ mich. Mendelssohns Overtüre zum Sommernachtstraum huschte und zwitscherte an mir vorüber. Shakespeare's unsterbliches Werk reinster Fröhlichkeit trat sich in glänzender Darstellung vor mir auf, aber ich saß wie ein Geistesabwesender auf meinem Platze. Der Stuhl neben mir war leer geblieben. Stevenson war nicht erschienen. Der Märchenwald, durch den die Elfen huschten, blaute vor meinen Augen, aber ich dachte an den Wald, an dem Abhang des Waltersburger Weihnachtsberges. Pyramus und Tiss betrieben ihren grotesken Spaß. Da dröhnte von meiner Logentür her tiefes Gelächter. Stevenson stand dort. Er beachtete mich nicht, er schaute nur vergnügt nach der Bühne und lachte so laut, dass er die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zog. Die nächste Pause kam. Da setzte sich Stevenson neben mich und sagte zur Entschuldigung seines späten Kommens, Manche Geschäfte wickeln sich in Berlin sehr langsam ab. Nach dem Theater fuhren wir nach einem Restaurant. Nachdem wir gegessen hatten, sagte Stevenson ganz unvermittelt, Die Luise habe ich flott gemacht. Zu viele Schwierigkeiten habe ich mit dem alten Gauner nicht gehabt. Der Hauswirt war gerade bei ihm und drängte um die Miete. Da machte es der Kerl um 300 Mark. Er gab alles schriftlich, was ich wünschte. Mit Anwälten ist das nichts. Das ist teuer und umständlich. Mit 300 Mark war alles in 20 Minuten gemacht und ich hatte das Kind. Dann war ich um eine Pflegeschwester aus. Das hat länger gedauert. Das hat unsinnig lange gedauert. Die ganze schöne Eselszene habe ich im Theater verpasst. Die Pflegeschwester ist nun mit der Luise in unserem Hotel. Nummer 187 wohnen sie. Bald fahren sie nach einem Erziehungsinstitut in Thüringen. Es ist mir empfohlen worden. Da wird ja wohl die Luise körperlich und selig zurechtgestutzt werden. Ich schlug wieder einmal die Hände zusammen. Guter Herr Stevenson, das haben Sie getan. Ich bitte, exaltieren Sie sich nicht. Eine Zeit lang wird die Luise in dem Institut bleiben und dann kann sie zu uns in das Ferienheim kommen, so als eine Art, als eine Art Einweihungsengel. Mich wirkte es in der Kehle. Sie wollen das Heim doch mit mir gründen? Ja, sagte er ganz ruhig. Ich will. Es hat mir was an Ihrer Geschichte gefallen. Natürlich nicht das Sentimentale, aber dass Sie fünf Jahre lang die Jagd machten, das zeugt schon von einer gewissen Ausdauer. Und Ausdauer ist zu gebrauchen. Ich bin wieder im stillen Waltersburg. Berlin N. liegt hinter mir wie ein wüster Traum. Welch Gegensatz. Die kleine Luise ist gut untergebracht. Stevenson hat mir gestern schriftlich mitgeteilt, dass er mich für keinen Philosophen halte, auch nicht für das, was man einen lebensklugen Menschen nenne und was ich als Arzt tauge, könne er nicht beurteilen. Er halte mich für einen Dichter. Meine ganze Idee sei weniger ärztliches Problem als vielmehr eine Dichtung. Aber Dichtung sei besser als Problem. Dichtung ist etwas Gezeugtes. Probleme sind etwas Konstruiertes. Dichtung ist Lebewesen, Problem ist Mechanik. Und so solle ich nur jetzt meine Dichtung ganz ausgestalten und ihm vertrauensvoll übergeben. Was ausführbar sei, werde ausgeführt werden. Das andere werde als blauer Dampf in die Höhe ziehen und auch als Wölklein am Himmel noch schön sein. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. In den Tagen des Werdens. Beschaulichen und nachdenksamen Charakters ist Herr Stevenson nicht. Es geht alles so verblüffend schnell bei ihm, dass er, wenn ein anderer noch bei den ersten Erwägungen und Bedenkenstände schon am Ende ist. Freilich kommt dazu, dass er Glück hat. Das Gelände am Ostabhang des Weihnachtsberges steht zum Verkauf. Es gehört einem Manne, der wie Hans im Glück ständig seinen Besitz vertauschte. Dieses Gut hat er gegen große, sehr ertragreiche Steinbrüche umgetauscht, die Steinbrüche gegen eine Fabrik, die noch besser war. Und so ist es langsam bergab gegangen und Herr Stevenson mit seinem großen Geldbeutel hat wenig Schwierigkeiten gefunden. 48 Stunden haben die Verhandlungen gedauert. Dann war das Gut, das mit Wiese und Wald 2500 Hektar groß ist, von Stevenson gekauft. Um einen Preis, bei dessen Nennung einem früheren Schiffsarzt die Gänsehaut ankommt. Nun ist das Gelände da, nun muss die Gemeinde errichtet werden, sagte Stevenson sehr einfach. In einem Jahre müssen sämtliche Häuser stehen. In einem Jahre? Ja, die Deutschen brauchen, wenn sie einen Dom bauen wollen, 400 Jahre. Der Amerikaner braucht, wenn er eine Stadt baut, sechs Monate. Es ist dann aber auch danach. Ob es danach ist oder nicht, ist gleich, erwiderte Stevenson verdrossen. Jedenfalls habe ich für die ganze Schose nicht mehr Zeit. Ich muss nach New York, nach Milwaukee, nach Trinidad. Sehen Sie sich das Gelände an und machen Sie Ihren Plan. Ich werde auch einen Plan machen. Ich brauche drei Tage Zeit dazu. Ich würde drei Jahre dazu brauchen, aber um ihretwillen werde ich in sechs Wochen mit meinem Plane fertig sein. Er wandte sich finster ab. Drei Tage lang lief er auf dem erworbenen Gelände umher, zeichnete, machte Notizen und ging mir aus dem Wege. Am vierten Tage teilte er mir auf einer Postkarte mit, er habe einen kleinen Abstecher nach Sizilien unternommen. Ich war froh darüber und ging nun daran, mein Ferienheim im Plane zu entwerfen. Das Gelände kannte ich genau. Die meisten meiner Bubenstreiche hatten in jenem Walde gespielt. Auf jenen Wiesenreinen war ich als Student ein Tausendmal gegangen. Eines war zu vermeiden. Alle Gleichförmigkeit. Eine Villa neben die andere zu bauen, ein Logierhaus wie das andere. Alles in zimperlich geordneten Gärten, wo man kaum einen Fuß hineinzusetzen wagt, wie in die gute Stube einer peinlich eitlen Hausfrau. Das sollte uns gewiss nicht einfallen. Ganz abgesehen von Bazaren, Hotels, Restaurants, Plätzen und Straßen großstädtischer Art. Im Mittelpunkt der Ferienheimat soll das Rathaus liegen. Es soll ein großer, geräumiger Bau altdeutschen Stils sein. Der Bürgermeister wird darin wohnen, denn einen solchen wird uns wohl das Gesetz auferlegen. Aber auch die Sprechzimmer der Ärzte sollen im Rathaus untergebracht sein, ebenso die Verwaltungsräume, die Kasse, die Nachtwächterstuben. Auch einen großen, ehrwürdigen Saal soll das Rathaus haben, in dem die Feriengäste manchmal zu einer Feierstunde nationaler, künstlerischer oder geselliger Art geladen werden. In diesem Rathaus wird auch das verbotene Zimmer mit den Zeitungen sein. Ein Posten wird davor Wache halten und nur diejenigen einlassen, die eine Karte vorzeigen. Und eine solche Karte wird jedem während der Dauer des Ferienaufenthaltes nur zweimal gewährt werden. Das Rathaus wird am Lindenplatz liegen, dort, wo die große Linde mitten auf der Wiese steht. So oft auch die Dichter vom Platz unter der Linde und vom Tanz mit dem schönen Kinder und dem Traum im Abendwinde gesungen haben, mir ist die alte Weise nicht zu abgeleiert. Ich will das fröhliche Glück vergangener Tage neu entstehen lassen. Am Lindenplatz, dem Rathaus gegenüber, soll die Lindenherberge liegen, unser größtes Gasthaus. Das Modell muss man in schönen deutschen Städten suchen, etwa in Rotenburg, Goslar, Wernigerode oder Hildesheim. Und dann ist es für unsere Zwecke auszugestalten. Eine Bauernschenke, denke ich mir, ein Herrenstübchen, einen Poetenwinkel mit Butzenscheiben, wo Lieder zur Laute gesungen werden. Öfter als einmal in der Woche darf sich niemand in einer der drei Stuben sehen lassen, denn dreimal in der Woche ins Gasthaus zu gehen, ist für wahr genug für einen Kurgast. Es darf sich auch keiner einbilden, dass er etwa nur Bauer oder ein Herr oder nur Sänger zur Klampfe sei. Er muss alles sein wollen und sein können und wenn er dreimal in der Woche ausgehen will, dann muss er eben jedes Mal in eine andere Abteilung und das Braunbier, das in der Bauernschenke ein biederer Wirt mit seiner Gattin ausschenkt, muss ihm ebenso munden wie der Wein, den ein schönes Mädchen im Poetenwinkel kredenzt. Ein Kaffeehaus werden wir auch haben, denn sonst bekämen wir keinen österreichischen Kurgast. In diesem Kaffeehaus wird alles zu haben sein, was ein Wiener Kaffeehaus auszeichnet, von der drangvollen Fülle bis zum Zigarettendampf, nur keine Zeitungen. Vielleicht wird mir mancher ob meiner großen Toleranz gegen Tabak und selbst gegen Alkohol zürnen, aber ich sorge dafür, dass alles im Lot bleibt. Da in den Wirtschaftsräumen umsonst nichts geschenkt wird, da aber auch keiner der Gäste einen Pfennig Geld in der Tasche hat, sind alle genötigt, ihre Zeche recht schön und breit an die schwarze Tafel ankreiden zu lassen und das gibt nicht nur eine gute Selbstkontrolle, sondern garantiert auch eine gewisse öffentliche Aufsicht. Alle aber, denen der ärztliche Befund solche Genüsse verbietet, können sich unten am Fluss in der Fischerklause, dem zweiten Gasthaus, bei alkoholfreiem Getränk des Lebens freuen und es stehen auch verschiedene Selter und Milchhäuslein im Gelände, alle bedient von dazu verordneten Damen aus der Kurgesellschaft. Denn das ist eine wesentliche Seite meines Gesundungsheims, dass alle Kurgäste, soweit es ihr Zustand erlaubt und wünschenswert erscheinen lässt, arbeiten müssen. Aus faulem Nichtstun sprost noch in den allerseltensten Fällen ein Heil. Nein, es werden alle Mitglieder unserer Gemeinde tätig sein und dadurch werden sich auch die Kosten vermindern, zu denen der Einzelne beizutragen hat. Dass ein guter Bestand geübten Personals immer da sein muss, ist selbstverständlich. Aber wenn ich zum Beispiel für den Poetenwinkel drei Kellnerinnen brauche, wird eine, die Aufsichtsführende und Bestimmende, eine Berufskellnerin? Die zwei Helferinnen werden Damen aus der Kurgesellschaft sein und es wird mich gar nicht beirren, einer jungen Gräfin solchen Schankdienst auf eine Woche aufzuerlegen. Wem es nicht passt, der geht. Wir werden alle unsere Gäste mit Liebe und Hochachtung behandeln, aber keinen umdienern und keinen anzulocken oder zu halten suchen. Wir werden mit dem Phlegma des Starken allen Widerständen begegnen. Jeder Kurgast wird sich wöchentlich mindestens einmal dem Arzt vorstellen und neben sonstiger Kurverordnung die Arbeit vorgeschrieben erhalten, die er in nächster Woche zu leisten hat. Die Verwaltung wird dem Ärzte-Kollegium rechtzeitig etwa mitteilen, wir brauchen für nächste Woche 45 landwirtschaftliche Arbeiter und Arbeiterinnen, 16 Forstarbeiter, 9 Gärtnergehilfen, 4 Angler, 2 Jäger, 9 Obstpflücker, 14 Erbsenleser, 16 Mann für Wegebesserung, 7 Viehhüter, 1 Streichquartett, 14 Kellnerinnen und Milchverschleißerinnen, 6 Kegelaufsetzer, 10 Hilfskutscher, 12 Wäschebleicherinnen, 3 Nachtwächter, 8 Frauen zum Spielen mit Kindern von 4 Jahren aufwärts, ad libitum Künstler und Artisten, Dichter, Rezitatoren, Musiker, Sänger, Schnellmaler, Toner, Zauberkünstler und ähnliches, 168 Küchengehilfen für je 3 Stunden täglich, 20 Mann für Haushälterarbeiten, 4 Stunden, 5 Booten, Radler, einen Mann für die Festrede am Sonntag, dazu einen gemischten Festchorus von beliebiger Stärke, 2 Laternenanzünder, 10 Frauen oder Männer für die Vorbereitung des nächsten Waldfestes, 10 Hilfsbriefträger, 20 Hilfsarbeiter und Hilfsarbeiterinnen für die Anlegung und Bepflanzung des neuen Philosophenplatzes, 6 Damen, die das Kühe melken und Käse bereiten erlernen wollen, einen Vorsitzenden und 4 Beisitzer, 2 männliche und 2 weibliche, für unser privates Friedensgericht. Solches etwa wird die Kurverwaltung beantragen. Was davon in Erfüllung geht, hängt natürlich nicht von den Bedürfnissen der Kurverwaltung, sondern von dem Befund des Ärzte-Kollegiums ab und der schönste Erfolg wird es sein, wenn alle Aufgaben durch freiwillige Meldung der Feriengäste gedeckt werden. Dass die Arbeit immer nur im Rahmen der eigentlichen Kur immer nur stundenweise geleistet werden darf, ist selbstverständlich. Das Ferienheim ist ein Arbeitshaus idealster Art. Es macht die Arbeit zur Lust und Quelle der Genesung und wirkt den alten Drachen ab, dessen Pestatem die Welt vergiftet, dass körperliche Arbeit das Mahl der Minderwertigkeit trage. Das Ferienheim wird das Gegenteil lehren und beweisen, indem es gerade durch körperliche Tätigkeit gesunde, glückliche Menschen schafft. So wird alle Verwaltungs- und Büroarbeit als viel zu anstrengend unseren Gästen niemals zugemutet werden. Hinter dem Rathause, von ihm durch einen kleinen Schlag schöner Tannen getrennt, beginnt die Bäderstraße. Es werden da in gesonderten Häusern die Wannen und Schwimmbäder, die elektrischen und die Dampfbäder eingerichtet. An sie reihen sich in dichtem Kiefernwald die Luft- und Sonnenbäder und die Planschwiesen. Parallel mit der Bäderstraße geht der stille Weg. Es stehen da freundliche Häuslein für solche Gäste, die einer größeren ärztlichen Beaufsichtigung und vermehrter Pflege bedürfen, die ihnen von Berufspflegerinnen zuteil wird. Alle anderen Gäste wohnen draußen. Es wird nicht zu viel auf Pülverlein und übermäßiges Wasser gepanscht, auch nicht arg viel auf Handeltonen und Massage gegeben werden, sondern auf tüchtige, körperliche Arbeit und frohen Sinn. Daher werden die meisten Kurgäste in den Bauernwirtschaften wohnen. Wenn wir von diesem Riesengelände nur zwei Drittteile zur Feldbebauung anwenden, können wir 60 große Bauernwirtschaften zu je 100 Morgen Land einrichten. Auf jeder Besitzung können vier Pferde, 30 Stück Rindvieh, Hühner, Gänse, Enten, Tauben, Kaninchen, Hunde, Katzen, Bienen sein. Und alle diese Tiere sollen von den Feriengästen gepflegt werden, immer unter der Leitung sachverständiger Personen. Denn der Herr und König des ganzen Hofes wird der Bauer sein. Möge es uns gelingen, tüchtige Bauern zu finden, die nicht nur den Pflug zu führen wissen, sondern die kernige Menschen sind, voll Biederkeit und froher Laune, derber Herzlichkeit und aufrechten Sinnes. Wer nicht anderweitig abkommandiert ist, arbeitet auf dem Hofe, wo er wohnt, nach Anweisung des Bauern oder der Bäuerin, immer nur pflichtmäßig zwei bis vier Stunden am Tage. Wer etwas darüber tun will und darf, soll es tun. Oh, wie werden die Leute am stillen Weg, die ihr Zustand vom Glück der Arbeit ausschließt, sich sehnen, hinauszuziehen in die gesunde, frische, befreiende Tätigkeit. Wie glücklich werden sie sein, wenn ihnen der Arzt eines Tages sagt, mein Lieber, du bist nun so weit, als schwacher Hilfskämpe mitzutun, darfst auf einen Bauernhof, darfst zunächst mal die Tauben füttern, den Hühnerstall nach Eiern absuchen und den Hund prügeln, wenn er eine Wurst gestohlen hat und wenn auch das zu schwer ist, aufpassen, ob in den Nistkästen Sperlinge oder Stare wohnen. An die Bauernhöfe knüpfe ich meine größte Hoffnung. Ich möchte die in glitzernde, entnervende Ferne Gewanderten zum Erdduft und zur Einfachheit wenigstens in Ferienwochen heimführen. Es soll und es muss gelingen. Alle, die einmal Ferien vom Ich machen, die als Neue, als ganz andere Menschen, losgelöst von allem, was sie drückte und knickte, auf einige selige Wochen zum Ausgangspunkte, zum Mutterschoß unseres Kulturlebens zurückkehrten, zum Bauern-, Hirten- und Fischerleben, sie müssen mit gesünderem Herzblut in ihr Leben zurückkehren, sie müssen mehr gewinnen als durch Mineralwasser und Bäderzerstreuung. Die Hirten, Fischer und Jäger vergesse ich neben den Bauern nicht. Wenn da einer kommt, der vor dem Revolver stand, weil er überreizt war, der soll oben an der Ginsterheide die Kühe hüten. Den ganzen Tag wird er aufmerksam sein müssen, dass die Bullen sich nicht bekämpfen und dass glücksduselige Muttertiere mit ihren mutwilligen Kälbern nicht den nahen Klee zerstampfen, und abends wird der Mann einsam vor einem wohlig ausgestatteten Hirtenhäuslein sitzen, die wiederkeulenden Tiere werden um ihn sein, und die Sterne werden über ihm wandern und ewige Worte zu ihm reden. Es wird aus Verlassenheit und Gram ganz mählich Ruhe und Frieden werden, und in den Menschenhass wird sich die Sehnsucht einschleichen. Nächsten Sonnabend, wenn ich Urlaub habe, gehe ich in die Lindenherberge und sehe lustigen Menschen zu. Oh, wie ich nach guten Bauern, so werde ich nach guten Ärzten suchen müssen. Nicht ihr ärztliches Wissen ist für mich in der Hauptsache maßgebend. Ob sie gute Psychologen, ob sie tiefe Menschenfreunde sind, danach werde ich fragen. Die Jäger, ach, die Jäger wird es wohl heißen, sind sowieso gesund. Gut, die zu uns kommen, sind es nicht. Nur die Stubenhocker werde ich auf die Pürsche schicken, und nur die Zappeligen und Unruhigen auf den Rehbock, mit dem bestimmten Geheiß einen zu erlegen. Wie sie da ruhig sitzen werden, heute drei, morgen fünf Stunden lang, immer vergebens. Und die Mücken werden stechen, und der Tau wird fallen, und sie werden nicht schimpfen dürfen, wie sie es sonst tun. So auch mit den Fischern. Die Aufgeregten werden so lange angeln, bis sie befriedigende Beute bringen. Wessen Aufmerksamkeit wochenlang auf eine Federspule gerichtet gewesen ist, der hat sich ausgeruht und singt abends im Poetenwinkel sein Lied als einer der andächtigsten der Lebensfreude. Bauernhäuser, Fischerhütten, Jäger- und Hirtenhäuslein, das werden in der Hauptsache die Wohnstätten meines Ferienheims sein. Das ist eigentlich mein ganzes Programm. Ich kann es keiner hochmögenden Kommission einreichen, aber eben darum hoffe ich, dass es gut ist. Im Übrigen bekenne ich frei, dass ich mich auf Architektenkunststücke nicht verstehe. Ich habe trotzdem auf einer großen Karte unser ganzes Gelände aufgezeichnet und überall vermerkt, wo ein Bauernhof stehen soll, auch die Grenzen seines Bezirks bestimmt, Ich habe die Hirtenhäuslein, die Milchstuben, die Fischerbuden angegeben und zwischen all dem hin und her führen Stege und Landstraßen, die krumm und winkelig, aber angemessen dem, was an Hebung und Senkung des Terrains und was an Baumschlägen, Hecken, Bächlein, Wald und Wiesenland da ist. Eine Umwallung werden wir kaum brauchen. Das Plateau hebt sich gen Waltersburg natürlich ab, nur an der einen Stelle, wo das Gelände nach der Stadt eben übergeht, wollen wir eine Mauer und eine Pforte errichten. Neben der Pforte soll unser Zeughaus stehen. Dort wird der Ankömmling, der entschlossen hat, unsere Ferien zu üben, in seiner Zivilkleidung hineingehen, Kleider, Uhr, Geld, alles, was er bei sich trägt, auch seinen Namen ablegen und als neuer Mensch, neu gekleideter Feriengast, ein neues Leben beginnen. Das ist mein Plan. Ich weiß nicht, ob er so ausgeführt werden kann. Ich weiß nur, dass er so ausgeführt werden sollte. Das Kind Mitten in der Arbeit taucht viel öfter, als mir lieb ist, das Bild der kleinen Luise vor mir auf. Am Morgen nach dem Theaterabend, als ich das Kind im Hotel fand, war es ganz verängstigt, zitterte und weinte. Auf alle Fragen sagte es immer nur, ich will heim. Zu den Schindern ins Elend wollte es zurück, weil es dort zu Hause war. Vor Stevenson und mir fürchtete sich die Kleine und auch vor der fremden Schwester scheute sie sich. Ich wollte sie streicheln, aber sie wich mir aus und duckte sich. Das arme Ding hat wohl in seinem Leben schon viel Prügel bekommen. Ich sagte freundlich zu ihr, Luise, fürchte dich doch nicht. Sieh mal, ich meine es gut mit dir. Ich bin ja mit dir verwandt. Ich bin dein Onkel. Sie sah scheu an dem fremden Manne empor, der ihr wohl zu vornehm erschien, um mit ihr verwandt zu sein. Ob sie einen Vater oder eine Mutter oder eine Großmutter habe, wie andere Kinder, danach fragte sie nicht. Es war auch besser, denn ich hätte ihr sagen müssen, nein, das hast du alles nicht. Du hast nur einen Onkel. Während ich mir noch vergeblich Mühe gab, ein klein wenig das Zutrauen von Luise zu gewinnen, erschien Stevenson mit einem Diener, der ein großes Paket schleppte. Das Paket legte der Amerikaner vor dem Kinder auf den Tisch und sagte, So, da habe ich dir ein bisschen Spielkram gekauft. Es war eine kleine Weihnachtsausstellung von allerhand Spielzeug. Puppen, eine kleine Wiege, Hampelmänner, Kreisel, Schachtel, Schachteln mit geschnitzten Tieren, Baukasten und viele Kleinigkeiten. Sogar eine Knallpistole war dabei. Dem Kinder entfuhr ein kleiner Schrei seligen Erschreckens. Es erhob die Händchen, tastete schüchtern nach einer Puppe, zuckte aber zurück. Da fuhr sie Stevenson an. Nun, du kleine Gans, so greif doch zu, das ist alles dein. Das musst du nehmen. Damit musst du spielen, sonst setzt es was ab. Auf diesen rauen Ton war Luise offenbar gut eingerichtet. Sie fing gehorsam an zu spielen. Nach fünf Minuten kam ein leises Lachen, das Gesichtchen erhellte sich und ich sah noch deutlicher als gestern beim ersten schreckhaften Begegnern in Joachims Züge, sah in Joachims Augen. Ich erinnere mich nicht, je ein kleines Mädchen gesehen zu haben, das so auffallend mit dem Bilde ihres Vaters glich, wie Luise meinem Bruder ähnlich ist. Wir hatten vielerlei in Berlin zu tun und blieben acht Tage dort. Am fünften Tage kam Stevenson in mein Zimmer und sagte, jetzt hat mich das bald gefragt, wenn sie ihr Onkel wären, ob ich vielleicht ihr Vater sei. Nun, nee, du kleine Gans, das fällt mir gar nicht ein, dein Vater zu sein. Na, holte sie gleich los? Da hab ich denn gesagt, ich bin ihr Stiefvater. Damit war sie ganz zufrieden. Ich wusste schon, dass Luise in großer Liebe und Dankbarkeit an Stevenson häng. Seine raue, kurze Art schreckte sie nicht und seine Fürsorge tat ihr wohl. So war der Abschied nach acht Tagen, als Luise nach Thüringen fahren und wir nach Waltersburg zurückkehren mussten, schmerzlich für das Kind. Nur der Abschied von Stevenson, nicht der von mir, obwohl sich Luise inzwischen auch zu mir ganz freundlich gestellt hatte. Als wir im Eisenbahnwagen saßen, sagte Stevenson, die Gefühlsduselei mit dem Kind hört nun auf, dazu haben wir keine Zeit. Ich nickte ihm zu und schwieg. Als ich nach Hause kam, trab mir die Mutter mit fragenden Augen entgegen. Ich habe das Kind in saubere Verhältnisse gebracht, sagte ich ihr und ging in mein Zimmer. Die Mutter fragte nicht mehr und ich erzählte nichts. Wir fühlten beide, wie sich eine eiskalte Wand zwischen uns aufrichtete. Nach drei Tagen sagte die Mutter, Joachim habe geschrieben, es gehe ihm gut. Mir war dabei, als ob sie von einem fremden Menschen erzählte, dessen Schicksal mich nichts anginge. Die Zeichnungen, der Aufbau meines großen Ferienheims, nahmen mich fortan ganz in Anspruch. Ich kann sagen, es waren reine Glückstage, Tage voll Fruchtbarkeit, Hoffnung, Kraftgefühl und doch stahl sich Luises Bild bei Tag und Nacht in meine Seele. So sagte ich mir eines Morgens, an drei verlorenen Arbeitstagen läge nicht viel, Stevenson säße sicher weit unten in Palermo oder Syrakus und sehr bald nach diesen Erwägungen saß ich in einem Schnellzuge nach Thüringen. Ich hatte die Freude, dass mir Luise vertrauensvoll und dankbar entgegenkam und dass sie sich schüchtern an mich schmiegte, als ich sie auf die Stirn küsste. Die würdige Vorsteherin des Pensionats sagte, es sei ja wohl noch zu kurze Zeit, als dass das Kind sich schon in ihm völlig fremde Kultur ganz hätte fügen können, aber Luise zeige so gute körperliche und geistige Anlagen, dass sie hoffe, das Kind würde mir recht bald Freude bereiten. Die Anstalt lag an der Promenade der hübschen thüringischen Stadt. Als ich das Haus verließ, saß gegenüber dem Eingang auf einer Ruhrbank Mr. Stevenson. Es blieb mir gar keine Zeit, mich groß zu erstaunen, sondern er trat mir gleich entgegen und sagte mürrisch, ich finde das sehr merkwürdig von Ihnen, dass Sie auch jetzt noch Zeit zu solchen Exkursionen haben. Ach, Mr. Stevenson, entgegnete ich heiter, ich dachte, Sie wären Ihrerseits noch auf Ihrer Exkursion nach Sizilien. Sticheln Sie nicht, entgegnete er finster. Ich bin nicht nach Sizilien gefahren, zum Amüsement oder um einem kleinen Gänschen nachzureisen, sondern um in aller Ruhe die Pläne für unser Ferienheim machen zu können. Wenn ich nun Pech gehabt habe mit den drei Plänen, die ich gemacht habe, weil ich den ersten in Palermo zerrissen, den zweiten in Modena verbrannt und den dritten in Luzern überhaupt nicht erst angefangen habe, so hatte ich doch gehofft, Sie würden inzwischen Gewissen genug haben, zu Hause zu bleiben und zu arbeiten. Hab ich auch, Mr. Stevenson, mein Plan ist fertig. Ah, das ist gut. Wie viel kostet er? Wie balanciert er? Was er kostet, wie er balanciert, weiß ich nicht. Das ist nicht meine Sache. Ich bin kein Kaufmann. Wofür sind Sie da? Fürs Geld geben. Er schüttelte melancholisch den Kopf. Ihr Plan ist unrentabel, sagte er düster. Mr. Stevenson, ich will Ihnen einen alten deutschen Witz erzählen. Ein Schlechter kam in eine kleine Wirtschaft, um eine Kuh zu kaufen. Der Bauer führte ihn nach dem Stalle. Sie kamen in einen ganz dunklen Raum. Da sagte der Schlechter, aber Mensch, wie kann ich Ihnen für so ein elendes Tier so viel Geld geben, wie Sie verlangen? Sachte, sagte der Bauer, das hier ist nur der Rübenraum. Die Kuh steht erst hinter der nächsten Tür. Was gehen mich ihre gottverdammten deutschen Witze an, grollte Stevenson. Fahren wir erst nach Hause, entgegnete ich, und vorher können Sie ja mal die kleine Luise besuchen. Sie macht sich heraus. Das fällt mir nicht ein, sagte Stevenson kalt. Ich hasse diese deutsche Sentimentalität. So fuhren wir nach Hause. Ich übergab Stevenson meine Zeichnungen und schriftlichen Ausführungen. Er nahm sie mit nach Neustadt, wo er immer noch in einem Hotel wohnte. Nach fünf Tagen suchte ich ihn zu sprechen. Es hieß, Mr. Stevenson sei verreist. Eine Viertelstunde etwa dachte ich darüber nach, wohin Stevenson wohl sein könnte. Dann telegrafierte ich an die Vorsteherin des Instituts in Thüringen. Ist Mr. Stevenson noch dort? Am Abend kam die Antwort. Stevenson war hier, ist aber eben zurückgereist. Darauf machte ich mir das Vergnügen, zum Neustädter Bahnhof zu gehen und den Zug zu belauern, von dem ich vermutete, dass er Herrn Stevenson mitführen würde. Ich hatte den Zeitpunkt ganz richtig aus dem Kursbuch festgestellt. Als Stevenson die Bahnsperre passierte, trat ich ihm plötzlich entgegen und er war nicht weniger erschrocken als ich, da ich ihn plötzlich auf der Promenadenbank in Thüringen traf. Guten Abend, Herr Stevenson, sagte ich. Wie geht es der kleine Luise? Wieso? Wieso? Luise? Was geht mich das Gänzchen an? Versuchte er, sich herauszulügen. Ich blickte ihn freundlich an und sagte, die Frau Vorsteherin, die ich telegrafisch anfragte, sagte mir, dass sie dort waren. Da hustete er. Wissen Sie was? sagte er zornig. Es ist nicht schön, dass Sie mir nachspionieren. Was geht mich das Gänzchen an? Aber, da Sie schon mal so ein Spion sind, will ich Ihnen sagen, ich kann für diese Schwäche nichts. Meine Mutter war eine Deutsche. Vorarbeiten Es ist ein halbes Jahr her, seit ich die letzte Eintragung in mein Tagebuch machte. Im Mai war es, als Stevenson erschnoben hatte, dass ich ein Tagebuch führe und darin manches über den Ausbau unseres Ferienheims, aber auch über seine eigene Person niedergeschrieben habe. Seit der Zeit quälte er mich, ihm das Tagebuch einmal zur Lektüre zu überlassen. Er war neugierig wie ein Backfisch und es nützten mich alle Versuche, nichts ihm klarzumachen, dass es, gelinde gesagt, sehr indiskret sei, Einblick in ein fremdes Tagebuch zu verlangen. Es dauerte so lange, bis er die Aufzeichnungen in Händen hatte. Dieser Mensch ist ein ganz wunderliches Gemisch von Kindlichkeit und halsstarriger Energie. Nach drei Tagen gab mir Stevenson das Tagebuch zurück und sagte, indem er ein saursüßes Lächeln zwischen seinen dünnen Lippen zerquetschte, Sie haben mich sehr schlecht charakterisiert. Dieses Urteil sah ich voraus, Mr. Stevenson. Die Fortsetzung des Tagebuchs werden Sie auch nicht zu sehen bekommen. Er machte eine Handbewegung, die bedeuten sollte, daran liege ihm auch nichts und ging wieder nach seinem Büro. Dieses bestand aus einer Holzbude, in der ein langer, roher Tisch, einige Brettstühle, ein Kleiderhaken und der Telefonapparat die ganze Ausrüstung bilden. Der Tisch ist mit Papieren aller Art bedeckt. Hier liegen die kostbaren Pläne unserer Ferienhäuser, sind Aktenstöße, Stehenmodelle. In einem Nebenraume klappern ein paar Schreibmaschinen. Stevenson sagte mir einmal, Schreibmaschinen klappern und Telefongeschelle sei ihm die schönste Musik. In dem Büro sind unsere Beratungen. Dorthin müssen Architekten, Maurermeister, Lieferanten aller Art, Verwaltungsbeamte, Stellungssuchende zum Vortrag kommen. Anfangs hatte Stevenson die Absicht, mich von den Hauptkonferenzen mit den Bauleuten auszuschließen oder mir doch eine rein zuhörende Rolle zuzuweisen. Als ich ihm aber energisch sagte, er scheine vorzuhaben, ein schleudriges Klein-Chicago zu errichten, das ich ganz gut für en gros Schweineschlechterei, aber nicht für mein romantisches Ferienheim eignen möge, wurde er immer stiller und ließ mich nach und nach mit den Architekten selbstständig wirken. Nur das Tempo der Arbeit bestimmte er und das stand immer auf Volldampf. Der Mann arbeitet selbst von morgens fünf Uhr bis nachts um elf ohne irgendwelche Ermüdung zu zeigen. Stevenson leitet seine Verhandlungen meisterhaft. Keine Kleinigkeit entgeht ihm. Sobald ein Thema angeschlagen ist, wird es Schritt für Schritt erledigt. Kein Abweichen vom Wege ist erlaubt. Das Dazwischenwerfen einer aufblitzenden, abseitsliegenden Idee ist streng verpönt, kein unfruchtbares Durcheinandergerede gestattet, sondern planmäßige, geordnete Arbeit wird geleistet, für und wieder werden kurz beleuchtet, Nebensächlichkeiten unter den Tisch fallen gelassen, der Beschluss knapp und fast immer schriftlich gefasst, dann wird aber auch im Verlauf der weiteren Verhandlung auf den erledigten Punkt nie wieder zurückgegriffen. So wusste man am Schluss solcher Verhandlungen immer, das Stand zur Beratung, das ist beschlossen, so und so und dann und dann muss es ausgeführt werden. Stevensons Gehirn hat eine wohlgeordnete Registratur und etwas schwärmerisch angelegte Leute wie ich, denen leicht die Gedanken durcheinander purzeln, können viel von einem solchen Manne lernen. Nur darf Stevenson meine romantische und philanthropische Idee nicht aus dem Auge lassen und das tut er auch nicht. Stevenson und ich sind in vielen Dingen die reinsten Antipoden, aber ich schätze es als Glück, mit einem so klaren Kopf zusammenzuarbeiten, wenn ich auch manchmal einen wilden Zorn über seine Kaltschnäuzigkeit habe. So ist der Mann. Wir vertragen uns und haben Händel miteinander, je nachdem. Ich glaube, ich werde gut fahren, wenn ich mit Stevenson gleichen Kurs halte. Es gibt kaum ein größeres Unglück auf der Welt, als sich mit dummen oder schwachen Menschen zu verbinden und kaum einen größeren Vorteil als einen klugen Freund. Als unsere Idee bekannt wurde, war die Physiognomie der Waltersburger ungefähr die eines Kalbes, das zum ersten Mal donnern hört. Die Leute wunderten sich rasend. Sie steckten die Köpfe zusammen, redeten viel auf den Bierbänken und kamen doch, da sie immer nur Gerüchtsbrocken sammeln konnten, zu keinem klaren Bilde. Den Ausschlag soll der Amtsrichter gegeben haben, der sich dahin geäußert hat, es scheine sich um eine Art verrückten Anstalt im Grußen zu handeln, den nötigen Spleen scheine ich von der Weltreise mit heimgebracht zu haben und was etwa viele habe Mr. Stevenson aus seinem reichen Vorrat an Tollheit ergänzt. Günstig war uns von Anfang an die Stimmung der Waltersburger gar nicht. Zu dem neidischen und verärgerten Gefühl, das einem unerwarteten Werk von lieben Publikum immer gespendet wird, gesellte sich ein ganz besonderer Verdruss. Stevenson hatte erklärt, dass er eine ganz neue Gemeinde begründen werde, mit einem eigenen Bürgermeister und einer Verwaltung, die alles im Umkreise Bekannte in den tiefsten Schatten stellen werde. Darüber waren die Waltersburger wütend. Nachdem ihnen schon die Neustädter untreu geworden und der Mutterstadt gewaltig über den Kopf gewachsen waren, sollte sich hier auf ehemaligem Waltersburger Grund und Boden abermals ein neues Gemeinwesen auftun, das den Bestand Waltersburgs verkürzte und die eigene Stadt in immer kümmerlichere Unberühmtheit drängte? Waltersburg war wie eine Mutter von mittelmäßigen Anlagen, die sich ärgert, wenn ihre Töchter in der Gesellschaft Glück haben. Eitel waren die Waltersburger immer. In der Pfarrkirche ist ein Altarbild, das angeblich von Tintoretto stammt. Ein begüterter Graf, der ehemals hier residierte, soll es von einer Pilgerfahrt mitgebracht haben. Die Echtheit des Bildes ist zweifelhaft, nur nicht für die Waltersburger, die das Gemälde zu den Meisterwerken Tintoretto's rechnen. Tintoretto, das Färberchen, hat bekanntlich neben ausgezeichneten Stücken viel mittelmäßiges, ja, schleudriges geleistet. Als ein großes neues Reisehandbuch erschien, waren die Waltersburger neugierig, ob ihr Tintoretto zwei Sterne oder nur einen haben werde. Die Enttäuschung war groß, denn ganz Waltersburg mitsamt seinem Tintoretto wurde in dem Handbuche überhaupt nicht erwähnt. Der Schrei der Empörung, den damals der gebildete Teil der Stadt ausstieß, hat noch heute ein Echo in vielen Herzen. Für uns kam bald ein Umschwung. Stevenson berief eine Versammlung nach dem Saale des größten Waltersburger Hotels, den drei Raben. Er lud zu dieser freien Zusammenkunft, in der er Aufschlüsse über seine Neugründung geben werde, nicht nur den Magistrat und alle Honoratioren mit ihren Damen, sondern auch je einen Schuster, Schneider, Bäcker, wie alle anderen Handwerkszweige mit ihren Frauen. Es muss wie bei der Arche Noas sein, sagte er gut gelaunt, von jeder Art ein Pärchen. Der Erfolg war schwach. Einzelne zwar priesen Herrn Stevenson wegen seiner gerechten, unparteiischen Art, aber andere rümpften außerordentlich stark die Nasen und als die Versammlung begann, zeigte sich, dass fast gar keine Frauen da waren. Die Frau Proviso und die Frau Kanzleirat hatten entrüstet erklärt, man könne sich doch nicht mit Kreti und Pleti zusammensetzen und fast alle anderen Damen der Gesellschaft hatten sich dieser Auffassung angeschlossen. Die Weiber der Handwerksleute aber hatten sich geniert zu kommen. Aber auch die Männer waren nur in schwacher Anzahl erschienen. Der Magistrat ließ sich durch einen Beisitzer vertreten. Am meisten freute es mich, dass der Lehrer Herder da war. Er wurde auch zum Leiter der Versammlung gewählt. Stevenson hielt eine Rede. Er spricht die deutsche Sprache ohne jeden fremden Akzent. Denn nicht nur seine Mutter ist eine Deutsche gewesen. Ich habe unter des herausgekriegt, dass Stevensons Vater zwar ein Stock Amerikaner von reinster Monroe Doktrin war, dass aber sein Großvater bis zu seinem 30. Lebensjahre in Hamburg gelebt und bis dahin Georg Stephan hieß. Stevenson hat rein deutsches Blut in sich. Der Mister sprach. Er sagte über die Idee seiner geplanten Kuranstalt wolle er nicht reden. Diese sei ein so unerhörtes geniales Problem. Dabei trat er mich grob auf den Fuß, dass er es im Rahmen einer so kurzen Aussprache nicht erläutern könne. Waltersburg habe zwar keine hervorragend günstige Lage und werde von vielen anderen Orten auch durch den Reiz der Umgebung wesentlich übertroffen, Gebrumm sei ja, wie alle wüssten, ein Waltersburger Kind und so habe er dem Freund zuliebe dieses Gelände für die Ausführung seiner Idee gewählt. Er gehöre zu den Leuten, die sich eher das eigene Hemd ausziehen, als dass sie zugeben, dass der Freund friere. Frau Postschaffner Hempel verließ entrüstet das Lokal. Kommen Sie gut nach Hause, Frau chen, ruft ihr Stevenson nach. Abermaliges Gebrumm. Postschaffner Hempel erhebt sich, sagt in halblauter Entrüstung, das ist ja kolossal und stampft seiner Ehehälfte nach. Also fährt Stevenson ruhig fort, was mir eine Hauptsache zu sein scheint, ich beabsichtige nicht, eine neue politische Gemeinde zu gründen. Ich werde meine Siedelung unter den amtlichen Schutz des Magistrats von Walters Buch stellen. Freudige Verblüffung, der Beisitzer horcht auf und trommelt erregt mit den Fingern auf den Tisch. Ja, geht Stevenson's Rede weiter, wir werden unserem Sanatorium, das seinesgleichen in der Welt nicht hat, den Namen Kuranstalt Waltersburg, Ferien vom Ich geben und der Schnickschnack vom sogenannten modernen Badeort, wie es Neustadt ist, wird in Dunst zerstieben vor der glorreichen Waltersburger Neugründung. Der Beisitzer springt auf, beurlaubt stürmt aus dem Saal. Mitbürger von Waltersburg, Damen und Herren, von den Damen ist nur noch die phlegmatische Gärtnersfrau Bechel anwesend. Es macht mich glücklich, dass sie in solcher Anzahl erschienen sind. Etwas Erfreuliches kann ich Ihnen mitteilen. Ich erwarte, dass binnen zwei Jahren unsere Kuranstalt etwa zwei Dritteile ihrer gesamten Gemeindesteuern tragen wird, sodass ihre bisherigen 120% auf 40% herabsinken werden. Erschrecktes Aufatmen, dann lautet Bravo. Bäckermeister Schibulke und Klempner Geldermann stürzen im Geschwindschritt von Siegesboten auf die Straße. Ja, aber, meine sehr teuren Mitbürger, auch Opfer werde ich von ihnen verlangen müssen. Kunstpause des Redners, bedrücktes Schweigen der Zuhörer. Wir haben nicht Zeit, der Verwirklichung unserer Idee sehr viel Zeit zu widmen. Wir müssen die Aufgabe im Sturm nehmen. Binnen Jahresfrist muss alles fix und fertig sein. Sie werden begreifen, dass dafür ein Heer von Architekten, Bauleitern, Maurern, Zimmerleuten, Tapezierern, Töpfern, Tischlern, Glasern, Klempnern, Schmieden, Schlossern, Stubenmalern, Gärtnern und Hilfsarbeitern aller Art nötig sein wird. Nicht zu rechnen die Legion derer, die diese Schar versorgt mit Nahrungsmitteln, mit Kleidern, Schuhen, Mützen und Wäsche. Ja, liebe Waltersburger Mitbürger, Ihre ganze prächtige Kaufmannschaft, alle Ihre Handwerkerkreise muss ich mobil machen, um meiner Aufgabe gerecht zu werden, alle werden ihren Betrieb verzehnfachen müssen. Der Redner hielt inne, denn die Zuhörerschaft keuchte zu laut. Die Erregung stieg aufs Höchste. Da kam die von Stevenson ganz leicht hingesagte, aber bis ins marktreffende Schlussbemerkung. Ich möchte mit den Waltersburger Bürgern Abkommen treffen. Was das Finanzielle angelangt, so wird nichts auf Ziel entnommen, sondern alles immer sofort bar bezahlt werden. Da war es aus. Alles erhob sich, selbst die dicke Gärtnersfrau wackelte sich empor und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ein Handwerker stieg auf einen Stuhl. Das ist gut, rief er. Das ist famos. Herr Stevenson, lebe hoch. Hoch, schrien die paar Männlein, die noch da waren. Im selben Augenblick stürzte der Beisitzer in den Saal. Der Herr Bürgermeister, keuchte er. Der Herr Bürgermeister, der bis jetzt leider verhindert war, kommt selbst. Stevenson nickte ihm lächelnd zu. Da wurde es lebhaft auf der Treppe. Männer und Frauen aller Gesellschaftsschichten entfüllten den Saal. Eine halbe Stunde lang stand Stevenson steif und still und als alle da waren, auch der Bürgermeister, sagte er, ich habe dem, was ich vor Ihnen, sehr geehrte Herrschaften, über meine Neugründung heute ausgeführt habe, nun nichts mehr hinzuzufügen. Worauf sich der Leiter der Versammlung, Lehrer Herder, erhob und in einer glänzenden Erfassung der Situation sagte, ich schließe die Sitzung. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 von Ferien vom Ich von Paul Keller Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Neustädter Umschau In Neustadt erscheint ein Blättchen die Neustädter Umschau. Es kommt wöchentlich zweimal heraus in einem Umfang, dass eine einzige Nummer genügt, ein Butterbrot gut zu verpacken. Als der Verleger einen neuen Redakteur suchte, versprach er einen Monatsgehalt von 60 Mark. Es meldeten sich drei Doktoren, sechs Referendare, 20 Studenten, sieben ehemalige Lehrer, ein sehr gebildeter Schlossermeister, davongejagte Seminaristen, freie Schriftsteller und ein paar schwankende Gestalten. Der Verleger wählte von der ganzen Rotte den Unfähigsten, einen herabgekommenen, versoffenen Kerl, der aber Dr. Joris war, was in der Umschau mit Fettdruck angezeigt wurde. Dieser Mensch macht die Umschau in der Art, dass er in seiner nüchternen Tagesstunde, die vormittags nach seinem jeweiligen Aufstehen liegt, im Lesesaal des Neustädter Kurhauses den Stoff für die nächste Nummer aus großstädtischen Zeitungen abschreibt. Einen lokalen Teil hat die Umschau kaum, jedenfalls war er stets äußerst jämmerlich. Desto mehr fiel es auf, als das Blatt auf einmal recht flotte, wenn auch dreist geschriebene Artikel gegen unser Waltersburger Ferienheim brachte. Der erste Artikel beschäftigte sich mit mir. Es wurde darin ausgeführt, dass ich nach meiner Promovierung, die, wie man erfahre, nicht ohne gewisse Schwierigkeiten vor sich gegangen sei, eiligst das Vaterland verlassen habe, um auf allen Meeren und unter allen Breitengraden der leidenden Menschheit meine ärztliche Kunst angedeihen zu lassen. Das einzige Leiden, mit dem ich zu tun gehabt hätte, wäre die Seekrankheit gewesen und da sich gegen diese bekanntlich überhaupt nichts tun lasse, so sei ich ja ganz sicher am Platze gewesen. Mein Geist habe so ungeheuer viel Zeit zum Ausruhen gehabt, dass ich wahrscheinlich unter dem verheerenden Einfluss der Tropensonne auf die Idee meiner Anstalt Ferien vom Ich gekommen sei. Neustadt solle jubeln und mir eine Dankadresse schicken, mir auch sonst alle mögliche Förderung angedeihen lassen, denn das moderne Weltbad spare sich durch meine Anstalt ein Hans-Wurst-Theater und es wäre nur zu bedauern, wenn sich die Neugründung nicht bis zum nächsten Fasching hielte. In dem jederzeit reichhaltigen Vergnügungsprogramm von Neustadt würde es sich jedenfalls ganz gut ausnehmen, wenn es um die Faschingszeit hieße Morgen Besichtigung der Waltersburger Kuranstalt Ferien vom Ich Ängstliche seien versichert, dass ein Ausbruch von Irrsinn nicht zu befürchten ist, da sich dieser in der Waltersburger Anstalt nur ganz harmlos und kindlich äußere. Das war der Begrüßungsartikel, der meiner Gründung von dem freunden nachbarlichen Neustadt zuteil wurde. Stevenson brachte ihn mir persönlich. Er beobachtete mich, als ich ihn las. Niedlich, sagte ich, ich hätte das den Kerlen gar nicht zugetraut. Na sehen sie, atmete Stevenson auf, es freut mich, dass sie nicht entrüstet sind oder diesen braven Zeilenschinder etwa gar verklagen wollen. Der Artikel ist wirklich nett. Eine der nächsten Nummern der Umschau beschäftigte sich mit Mr. Stevenson. Es hieß darin, nach authentischen Auskünften aus Amerika sei Mr. Stevenson, der bekanntlich das einer der merkwürdigsten Geschäftsleute aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten. Seine geschäftliche Laufbahn habe Stevenson als Küchenboy in einem Hotel vierten Grades begonnen. Als aber der einzige silberne Löffel, über den jenes Hotel verfügte, eines Tages verschwand und ganz zufällig in der Pappschachtel, die des jungen Stevenson Kleiderschrank darstellte, aufgefunden wurde, wohin er auf eine Herrn Stevenson auch jetzt noch ganz unerklärliche Art gekommen wäre, sei der vielversprechende junge Mann nach Texas ausgewandert. Aber auch dort sei er vom Unglück verfolgt worden. Denn obwohl der Strick, an den die Bewohner einer Farm den Jüngling wegen angeblichen Pferdediebstahls hingen, riss und also gewissermaßen ein Zeichen vom Himmel für die Unschuld des Gerichteten vorlag, hätten die barbarischen Urwaldgesellen den Gast aus dem Norden so fürchterlich geprügelt, dass Stevenson zwei künstliche Rippen als Andenken an jenes Abenteuer behalten habe. Das weitere Leben des Mannes, den die Waltersburger im Begriff ständen, zu ihrem Ehrenbürger zu machen, sei ebenfalls recht bewegt und reich an Zwischenfällen gewesen. Stevenson sei einmal als Kutscher bei einem großen Petroleum Transport engagiert gewesen. Dieser Transport sei von Indianern überfallen, die ganze Begleitmannschaft tot und sämtliche Petroleumfässer in zwei geschlagen worden. Nur Stevenson sei am Leben geblieben, da er so vorsichtig war, bei der herannahenden Gefahr als Erster zu fliehen. Es habe sich nun so gefügt, dass Stevenson am nächsten Tage zwei abenteuernde, reiche, aber recht dumme Kerls in einer benachbarten Stadt getroffen und diese vertraulich auf ein Gelände aufmerksam gemacht habe, wo ohne Zweifel starke Petroleumquellen vorhanden seien. Diese beiden Burschen habe Stevenson, nachdem er die Spuren des Überfalls gründlich beseitigt hatte, auf das Gelände geführt, allwo noch ein penetranter Petroleumgeruch war und die beiden Gimpelchen hätten sich bereit erklärt, an Stevenson zunächst mal 500 Pfund zu zahlen, damit er alles Nötige für die Erschließung der Quellen in die Wege leite. Als ich aber Stevenson die Sache weiter bei sich selbst überlegt habe, hätte er sich gesagt, wenn er ehrlich sein wolle, müsse er an der Ergiebigkeit des Unternehmens zweifeln. Er wolle also seinen Geldgebern lieber weitere unnötige Kosten ersparen und, ohne sich erst durch Gebei und andere Abschiedsförmlichkeiten aufzuhalten, sofort nach Chicago verschwinden. Die 500 Pfund, das seien nach deutschem Gelde 10.000 Mark, die Stevenson mitgenommen habe, hätten die Basis für seine weiteren geschäftlichen Unternehmungen gebildet, für Unternehmungen, die nicht weniger originell als die Petroleum-Geschichte gewesen seien. So sei Stevenson nach und nach zu einem gewissen Vermögen gekommen. Da aber die engherzigen amerikanischen Richter öfters an Herrn Stevensons geschäftsusancen Anstoß genommen und es dem sonst ganz anspruchslosen Manne, trotz der geradezu luxuriösen Ausstattung der amerikanischen Gefängnisse in diesen gar nicht gefallen habe, so sei er auf den Einfall gekommen, sein Wirkungsfeld vorübergehend mal nach Deutschland zu verlegen und seine Wahl sei auf Waltersburg gefallen, die Stadt, die das weiße Lamm im grünen Felde in ihrem Wappen führe. Als ich diesen Artikel gelesen hatte, geriet ich in große Aufregung. Stevenson verstand mich nicht. Es ist wahr, sagte er, der Artikel könnte farbenreicher gehalten sein, die Geschehnisse sind etwas nüchtern gegeben, aber, mein Lieber, der heutige Geschmack verpönt das allzu krasse. Ich finde den Artikel ausgezeichnet, viel, viel besser als den, der neulich über Sie Stevenson schrie ich ihn an. Sehen Sie denn nicht, dass uns dieser Zeilenschmierer dieser Süffling unmöglich macht? Jetzt bleibt nichts anderes mehr übrig. Jetzt müssen Sie den Mann verklagen. Ja, glauben Sie, dass ich toll bin, entgegnete Stevenson. Ich erzählte ihm, was schon der Artikel über mich für allerhand Unheil angerichtet habe. Nicht bloß, dass ich Stevenson, unseren guten Ruf müssen wir behalten, sonst sind wir ruiniert. Guten Ruf? verwunderte er sich. Wie kann man seinen guten Ruf behalten, wenn man Geschäfte macht? Das ist doch unmöglich. Er wird einem doch selbstverständlich kaputt gemacht. Wenigstens äußerlich, in der gegnerischen Presse, das ist ja unausbleiblich. Darüber regt man sich doch nicht auf. Ein Grüllen tönte von der Straße herauf. Der Löffelstehler, der Petroleumstänker, raus, raus. Stevenson lugte durch die Gardine. Sechs oder sieben junge Burschen. Sie benehmen sich ganz weltstädtisch. Petroleumstänker ist bei der Kürze der Zeit schon ein ganz gut geprägter Zuf. Stevenson, es geht nicht. Sie werden sehen, es geht bei uns nicht. Sie sind hier nicht in Amerika. Die ganze Stadt wird uns boykottieren. desto besser. Die Geschäftsleute werden nicht mehr liefern. Gegen bar werden sie bestimmt liefern. Nein, unser ganzes Unternehmen wird scheitern, wenn sie den infamen Artikel nicht Zeile für Zeile in öffentlichem Gerichts ger mit lachen. Das soll nicht einfallen, lachte er. Es war in meiner Wohnung am Johannesplatz, wo diese Unterredung stattfand. Das Lärmen auf der Straße wurde indessen lauter, die demonstrierende Schar wurde größer. Da verließ mich Stevenson. Den Kopf mit seinem grauen Zylinderhut bedeckt, schritt er seelenruhig durch die Menge. Diese schwieg betroffen und gab eine Gasse frei, dann lärmten die Leute hinter Stevenson her. Ich war so verbittert, dass ich wohl eine Stunde lang planlos vor der Stadt am Bache hin und her ging, ehe ich Stevenson's Büro raufsuchte. Wissen Sie, was unser erster Architekt gemacht hat? fragte er gleich bei meinem Ich weiß einen tüchtigeren und billigeren Mann als er ist und ich bin froh, dass ich ihn los wurde. Glück muss man haben. Er rieb sich die Hände. Mr. Stevenson, sagte ich ernst, wir werden wohl unsere Kontrakte alle lösen müssen. Denn obwohl ich natürlich von dem Schundartikel eines verkommenen Subjekts nicht ein Wort glaube, so sehe ich doch ganz klar, dass unsere Situation hier unhaltbar wird, wenn sie sich nicht von dem Schmutz, der auf sie geworfen wurde, reinigen. Wir vermögen nicht, ohne die Achtung unserer Mitbürger zu bestehen. Wir werden unmöglich. Stevenson ging mit großen Schritten auf und ab. Er kaute an seiner pechschwarzen Zigarre. Ganz milde sagte er dann, ja sehen sie lieber Freund, ihr Volk in Ehren, meine Mutter war ja auch ne aus Hamburg, wollte ich dazwischen werfen, verschluckte es aber. Ja, also die Deutschen, fuhr Stevenson fort, bilden sich was ein auf den Humor, den sie haben und den andere, zum Beispiel die romanischen Völker gar nicht haben. Schön, ich gebe zu, sie haben Dichter, die ausgezeichneten Humor haben und auch deutsche Geisteszivilisten sind vielfach mit einer beträchtlichen Dosis von Humor begabt. Aber das ist alles sparsam, so auf kleinen Betrieb, auf Hausbedarf berechnet. Der Humor, der ins große geht, der fehlt ihren Leuten. Himmel, ist das nicht grandioser Humor, wenn ein anständiger Mann sein Geld und seine Zeit auf eine große, aber sehr wackelige Sache setzt und es kommt so ein Pressäffchen und kläfft was von Pferdedieb und Petroleum Stänker? Das nenne ich Humor. Das liest sich doch nett. Da hat doch der Abonnent was von seinem Blatt. An die Geschichte glauben? Wenn der Leser nur ein bisschen Hirnschmalz hat, fällt es ihm nicht ein, ein Wort zu glauben. Aber er tut so, als ob er glaubte. Er mimt mit in der Maskerade und amüsiert sich dabei königlich. Und der, dem der Feldzug gilt, wird ein bekannter, ein berühmter, ein reicher Mann. So sind alle zufrieden, die Zeitung, die den Schwindel aufgebracht hat, die Leser, die eine amüsante Frühstückslektüre gehabt haben, und der Mann, der angegriffen worden ist und seinen Profit hat. Ich sage Ihnen, in Amerika ist es leichter, zehn Verbrechen wirklich zu begehen, als eines zu erfinden, das originell genug ist, einem Manne der Öffentlichkeit angehangen zu werden. Und auch in Amerika lebt trotzdem jeder nur auf dem Grunde des Vertrauens seiner Mitbürger. Aber der Humor, Mensch, der Humor darf nicht fehlen. Wir in Deutschland haben einen anderen Humor, sagte ich und war froh, dass es so ist. Da kam einer unserer Bauführer und meldete kleinlaut, dass wahrscheinlich fast alle unsere Arbeiter kündigen würden. Als er gegangen war, saß Stevenson gesenkten Hauptes am Tisch. Werden sie nun begreifen, fragte ich, dass sie die gerichtliche Klage anstrengen müssen, dass es absolut Zwang für uns ist? Ich kann die Leute nicht verklagen, sagte Stevenson schwermütig. Sie können nicht, fragte ich betroffen. Warum können sie nicht? Weil ich den Artikel über sie und über mich selbst geschrieben habe. Ich sprang auf. Stevenson winkte sacht mit der Hand. Ja, sehen sie, das ist so gekommen. Ich dachte, wenn ich die Artikel in das Neustädter Blatt lanciere, gibt es Aufsehen in der Gegend und es ist billig. Mit 100 Mark war der Redakteur zufrieden, mit 300 der Verleger, so dass sie mir die Erlaubnis gaben, mich und meine Sache in ihrem Blatt recht kräftig zu beschimpfen. Na, ich wollte die Geschichte so durch zwei, drei Wochen fortsetzen, dann wollte ich das Waltersburger Stadtblatt ebenfalls gewinnen und darin Artikel gegen die Neustädter Umschau loslassen. Das sollte so hübsch hinüber und herüber gehen, bis zuerst die Provinz und dann die Hauptstädtische Presse davon Notiz nahm und im bunten Teil Auszüge brächte, etwa unter der Überschrift der Sturm im Wasserglase oder Krieg der Zaunkönige oder ein Mordskandal in Dingsda oder so ähnlich. Da hätte nun das große Publikum auf einmal etwas von uns gehört, hätte die bittere Pille unserer Idee in der Verzuckerung sensationellen Humors geschluckt und überall hätte man von uns und unserer originellen Kuranstalt gesprochen und wir wären durch gewesen. Diese ganze schöne Propaganda-Idee hätte mich etwa lumpige 1000 Mark gekostet und nun fällt sie durch die Humorlosigkeit dieser Leute zusammen. Ich kam aus der Verblüffung zuerst nicht heraus, dann aber begriff ich, was zu tun sei. Es stellte sich heraus, dass Stevenson nach seiner Art mit dem schmierigen Zeitungsleiter von Neustadt alles schriftlich vereinbart hatte, dass also Beleg und Beweismaterial da war. Das freute mich und ich entwarf in Eile einen kurzen Artikel für unser Waltersburger Tageblatt. Er lautete »Einen fürchterlichen Rheinfall haben die Neustädter erlebt. Ihre weit verbreitete Umschau hat ihren sieben Lesern »Bitte, sieben ist kein Druckfehler« »Schauermehren über die Unternehmer der in Waltersburg zur begründenden großen Kuranstalt aufgebunden »Geschichten von geradezu grotesker Dummheit« »Während das gebildete Waltersburger Publikum diese klatschfetten Zeitungsenten als solche natürlich sofort erkannt hat, sollen sie gewissen Neustädter Kreisen über die Maßen gemundet haben. Denn der Hass gegen das aufblühende Waltersburg ist zu groß, als dass nicht auch die eselhafteste Lüge, wenn sie nur gegen die Nachbargemeinde gerichtet ist, in Neustadt glauben fände. Wie schwer der Rheinfall ist, möge folgender Aufschluss bekunden. Mr. Stevenson hat der von ihm hochgeachteten Gemeinde Waltersburg, der vielgeschmähten Stadt mit dem weißen Lamm als Wappentier, eine Genugtuung geben wollen, indem er die Neustädter Bevölkerung durch ihre eigene Zeitung aufsitzen ließ. Mr. Stevenson hat, wie vorliegende Dokumente beweisen, die beiden aufsehenerregenden Artikel, die natürlich von A bis Z erfunden sind, nämlich selbst geschrieben und gegen Zahlung von 100 Mark an den Herrn Redakteur und Zahlung von 300 Mark an den Verleger in der Neustädter Umschau veröffentlicht. So viel war ihm der Spaß wert. Die Neustädter aber mögen nun die Zoologie nach einem für sie passenden Wappentier gefälligst selbst durchforschen. Als Stevenson dieses kleine Manuskript gelesen hatte, drückte er mir die Hand. Ich danke Ihnen, sagte er anerkennend, Sie sind gar nicht so unamerikanisch. Und ich bin doch ganz und gar unamerikanisch. Ich kann nicht einmal sagen, dass ich ein reines Glück im Herzen fühlte, als ich unser Ferienheim so fabelhaft schnell wachsen sah. Die Riesenscharen von Arbeitern bedrückten mich mich oft und wenn ich sie abends in ihren großen Baracken lachen und lärmen hörte, dachte ich daran, wie schön es war, als noch die stillen Reine durch die grünen Felder liefen. Überall Ziegel fuhren, aufgerissene Wege, Kalk, Staub, Steine, Unordnung. Ich fühlte mich auf diesen Bauplätzen außerordentlich unbehaglich und wenn ein schöner Baum zum Opfer fallen muss, bereitet es mir Schmerz, als ob einem unschuldigen Freund ein großes Unrecht geschehe. Für den Architektenberuf bin ich verloren. Ich sehe nach dem Planer ein Haus immer ganz anders, als es vor mir steht, wenn es fertig ist. Ich glaube, ich sehe alles zu schön. Es kann in Wirklichkeit nicht so werden, wie ich es träume. Ich sehe einen Bauplatz wie ein unordentliches Zimmer. Erst wenn aufgeräumt sein wird, wird es hoffentlich anfangen, mir zu gefallen. Die meisten Baulichkeiten sind unter Dach. Das Herbstwetter war heiter. Im Winter wird mit unverminderter Kraft an dem Innenausbau weitergeschafft werden. Joachim Anfang des Monats bekam ich folgende Depesche. Treffe 3.50 Uhr nachmittags Bahnhof Neustadt ein, Bruder Joachim. Das Telegramm war frühmorgens in Berlin aufgegeben. Erst langsam begriff ich, dass da etwas Wunderliches geschah, dass mein verschollener Bruder plötzlich heimkehrte. Da quoll es mir heiß durchs Herz und ich wollte zur Mutter gehen und ihr das Wunder erzählen. Aber ich ging zuerst zu Stevenson. Er las das Telegramm und sagte gleichgültig, Na also, holen Sie nur Ihren Bruder von der Bahn ab. Ich weiß nicht, wie ich es mit der Mutter machen soll. Der Mutter würde ich vorläufig nichts sagen. Sie wissen ja noch nicht, warum Ihr Bruder heimkommt. Also sprechen Sie erst mit ihm. Diesem Rate folgte ich. Schon kurz nach drei Uhr war ich auf dem Bahnhof. Ich verbrachte qualvolle Minuten des Wartens. Als aber der Zug einlief, war ich ganz ruhig. Ich sah Joachim an einem Fenster stehen und winkte ihm zu. Als er ausgestiegen war, sagte ich. Willkommen, Joachim. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Sein Gesicht war bleich und die Hand, die er mir gab, war feucht. Weiß es die Mutter? Nein, ich wollte erst mit dir sprechen. Das ist gut. Ich kann wohl am besten hier in einem Hotel unterkommen. Ich heiße Harton, verstehst du? Dr. Harton aus Baltimore. Er sprach mit einem Gepäckträger, dann fuhren wir nach einem Hotel. Unterwegs fragte ich ihn. Bist du gesund? Ja, oder auch nein. Ach Gott, ich weiß es selbst nicht. Ich wollte Joachim erst Zeit lassen, sich zu waschen und ein wenig auszuruhen, aber er nötigte mich bald mit auf sein Zimmer. Auf seinem Reisekoffer saß er, den Mantel noch um die Schultern und sprach mit gepresster, etwas stoßender Stimme. Da bin ich nun doch hierher gekommen. Ich hätte es nie für möglich gehalten. Aber als wir anfingen, Briefe zu wechseln, verlor ich meine Sicherheit. Das Heimweh, das quälende Heimweh. Ich trat ans Fenster und sah auf die Straße. Fritz. Ich wandte mich wieder ihm zu. Fritz, warum habt ihr eigentlich dieses Attentat? Nun ja, ich muss schon Attentat sagen, es hat mich ja ganz wehrlos gemacht. Warum habt ihr eigentlich diese Geschichte mit dem Tagebuch gemacht? Was für eine Geschichte mit dem Tagebuch? Nun, dass du mir durch diesen Mr. Stevenson, der ja wohl mit dir geschäftlich verbunden ist, dein Tagebuch über Waltersburg hast schicken lassen. Ich dir mein... Hast du denn mein Tagebuch geschickt erhalten? Ja, natürlich, nicht das Original, aber eine Maschinenabschrift. Oh, dieser Mensch, dieser Stevenson. Weißt du gar nichts darum? Nichts, gar nichts. Stevenson hat sich zwar mal meine kleinen Aufzeichnungen entliehen, aber ich habe geglaubt, das geschehe nur aus purer Neugier. Nun hat er eine Abschrift machen lassen und sie dir geschickt. Ja, ich bekam die Blätter im Juli. Ein Vierteljahr lang habe ich es ausgehalten, sie ungelesen in einer Schublade zu verwahren. Ich habe sie manchmal verbrennen wollen, aber nicht den Mut dazu aufgebracht. Und ich habe sie endlich doch gelesen, täglich wieder gelesen, bis meine Kraft alle war, so dass ich notdürftig meine Angelegenheiten ordnete und nun eben da bin. Das haben meine wenigen Aufzeichnungen zu Wege gebracht, fragte ich verwundert. Ja, du weißt nicht, was das heißt, keine Heimat mehr zu haben. Die anderen Auswanderer finden ja doch mehr oder weniger alle eine neue Heimat, neue Freunde, neue Kreise, in denen sie sich wohlfühlen. Ich habe nichts von alledem gesucht und bin ganz losgelöst von aller Wurzelerde gewesen. Da ertrug ich dein Tagebuch nicht, nicht die Schilderungen von dem alten Nest Waltersburg, nicht die Berichte über die Mutter, selbst die Geschichten über das Spießertum in der Heimat haben eine, nun ja, ich gestehe es, eine rasende Sehnsucht nach Hause in mir angefacht und dann auch das, auch das, aber lassen wir das. Er hatte sagen wollen, das von dem Kinde und brachte es nun nicht über die Lippen. Vielleicht war das Kind die Hauptsache gewesen, aber ich sah, in wie schwerer Erregung der Mann schon war und hütete mich, dieses ernste Thema nun zur Sprache zu bringen. Joachim stand auf, ging ein paar Mal schweigend durch die Stube, riss dann plötzlich den Mantel von den Schultern, warf ihn auf das Bett, dehnte sich mit hoch emporgestreckten Armen und sagte tief aufatmend, Ach Gott, ich bin doch froh, dass ich hier bin. Wir reichten uns stumm die Hände. Dann sagte ich, Nun, Joachim, wollen wir uns aber freuen und als Männer beraten, was zu tun ist. Er sah mich von der Seite an. Du weißt wohl natürlich auch nicht, dass mich Mr. Stevenson als zweiten Arzt für dein Sanatorium berufen hat? Hat er das? Ja, allerdings nur unter der Bedingung, dass mir deine Idee von den Ferien vom Ich eingeht. Und sie geht mir ein, mein Junge, sie ist vernünftig und fruchtbar. Ich gratuliere dir dazu. Eine rote Welle schlug mir ins Gesicht. Schönen Dank, Joachim, du weißt, wie sehr ich dich immer für mir überlegen gehalten habe. Er winkte schwermütig den Kopf schüttelnd ab. Dann setzte er sich mir gegenüber und ergriff wieder meine Hand. Sieh mal, Junge, dass du mich nun fünf Jahre lang gesucht hast, dass, nun ja, es gibt eben Schulden, die sich nicht bezahlen lassen. Was nun aus mir wird, weiß ich nicht. Ich will allen Starrsinn ablegen, ich will mich mal ganz wieder von den Wellen der Heimat treiben lassen. Ich will auch gutem Rat zugänglich sein, aber ich möchte nicht erkannt werden. Ich möchte nicht, dass all der Schwatz und Klatsch, ach, lass uns die heilige Stunde nicht durch schmutzige Erinnerung verderben. Wenn es möglich wäre, dass ich als Dr. Harton aus Baltimore vor den Leuten gelte, sähe ich mir gern auf einige Zeit das Leben in der Heimat an. Da kam mir der Vorschlag dieses kuriosen Mr. Stevenson als Arzt in eurer Anstalt einzutreten, ganz gelegen. Jeder legt dort seinen Namen ab, jeder lebt unerkannt seinen Tag, jeder ist fern von dem glücksfeindlichen Schwarm, der einem aus der Vergangenheit nachdringt. Kurz, lieber Fritz, ich möchte der Erste sein, der in deiner Zufluchtsstätte Ferien macht von seinem Ich. Beide Hände streckte ich dem Bruder entgegen. Wie ein offenbares Zeichen himmlischen Segens für meine Gründung stand der langvermisste Bruder vor mir als erster und willkommenster Gast meines Ferienheims. Wie konnte sich ein Glück herrlicher fügen? In dem überströmenden Gefühl des Augenblicks sagte ich, Joachim, du hast diese Stunde eine Heilige genannt. Zürne mir nicht, wenn ich dich nun auch noch bitte, sprich auch ein einziges gutes Wort von der kleinen Luise. Da wurde sein Gesicht finster. Ich kann noch nicht, lass mir Zeit. Und ich schwieg. Es wurde still in der Stube. Der Abend dunkelte durch die Fenster. Allmählich aber kam die Unterhaltung wieder auf. Wir entwarfen Pläne für die nächste Zukunft. Als wir nach mehreren Stunden nach dem Speisesaal des Hotels kamen, saß dort Mr. Stevenson. Ich ging sofort auf ihn zu und sagte, Mr. Stevenson, das ist sicher, Sie sind einer der größten Prachtkerle der Welt. Da ist er, mein Bruder Joachim, den Sie heimgezaubert haben. Stevenson antwortete mir nicht, schüttelte aber dem Bruder herzlich die Hand. Das ist schön, dass Sie gekommen sind. Hergezaubert habe ich Sie zwar nicht, denn ein Mann wie Sie lässt sich nicht herzaubern. Aber dass Sie gekommen sind und bei unserem Bau helfen wollen, ist ein Glück, denn Ihr Bruder hat zwar Fantasie und auch sonst brauchbare Eigenschaften, aber im Ganzen ist er ein Schwärmer. Danke, Mr. Stevenson. Oh, bitte. Wir setzten uns zusammen. Stevenson kam sofort aufs Geschäftliche. Sehen Sie, Dr. Harton, den ganzen Bau, wo wir die elektrischen Bäder, überhaupt alle klinischen und medizinischen Einrichtungen unterbringen wollen, habe ich trotz des Widerspruchs meines geehrten Kompagnons bis jetzt nur in den Außenumrissen fertiggestellt. Die endgültige innere Einrichtung sollte bleiben, bis Sie kämen, denn Sie haben in solchen Dingen große Erfahrung, da Sie sich schon zweimal organisatorisch sehr bewährt haben. Woher wissen Sie das? Na, ich habe mich doch selbstverständlich in mehreren guten Auskunftsbüros über Sie erkundigt. Wenn Sie nichts getaugt hätten, hätte ich mich doch auch nicht um Sie bemüht. Aber wir brauchen Sie. Deshalb schickte ich Ihnen das Tagebuch. Verärgert fuhr ich den Krämer an. Sie haben also wieder nur ans Geschäftliche gedacht? Na, selbstverständlich, Sie verwundert es Unschuldslamm. Woran soll man denken als nicht gar zu schlechter Kaufmann ist? Joachim lächelte, mir aber stürzte wieder einmal ein gläsernes Tempelchen ein, das ich meinem Götzen Stevenson gesetzt hatte. Stevenson nahm nun meinen Bruder ganz in Anspruch. Er fragte über tausend Dinge aus Amerika. Ich schwieg. Vielleicht war es ganz gut, dass der durch die Heimkehr äußerst aufgeregte Bruder zunächst durch die trostlos nüchternen Schwadronaden dieses Kaufmanns Stevenson abgelenkt wurde. Wir hatten schon Abendbrot gegessen, als sich Stevenson verabschiedete. Er erzählte, er habe einen kleinen Neffen. Der Vater sei tot, die Mutter an einen gefühllosen Mann wieder verheiratet, der dem sechsjährigen Knaben ein Stiefvater sei. Der Junge sei jetzt bei entfernten Verwandten in Hamburg. Er wolle den Knaben, der Georg heiße, mal die Gründung einer so neuen Gemeinde mit allem ihrem Drum und Dran müsse ja auf einen jungen tiefen Eindruck machen und ihm fürs ganze Leben einige stählerne Gerüstschienen in die Seele spannen. Nun wolle er also mit dem Nachtzug reisen und er hätte es gern, wenn ich ihn zum Bahnhof begleitete, da er wegen der Vertretung manches Geschäftliche mit mir noch zu erledigen habe, womit er den Bruder nicht langweilen wolle. Als wir auf der Straße waren, sagte Stevenson, nun will ich ihnen was anvertrauen, damit sie mir nicht hinterher wieder aus dem Häuschen fallen und alles verderben. Also, mein kleiner Neffe, der Georg, ist nämlich gar kein Junge, sondern ein Mädchen. Es ist die kleine Luise. Stevenson, sie sind toll. Nein, ich bin vernünftig. Die kleine Luise muss Ferien von ihrem Ich machen. Als Mädel ist es ihr Hund miserabel gegangen, ausgenommen die letzten Dreiviertel Jahr, wo sie in dem Institut war, aber auch dort mehr Strenge als Liebe, mehr Dressur als Erziehung genossen hat. Heraus soll sie aus ihrer Haut, ein Junge werden, Courage kriegen, dieses Ducken abgewöhnen, wenn eine Hand nach ihr fasst, nein, sich selbst rumhauen mit Buben und Straßen Bösewichten und immer bei mir sein und da eine gerechte Behandlung haben. Ich ging neben dem sonderbaren Manne her, der so seltsames und Großes an meinem Leben getan hatte und versuchte nur, ihn wenigstens zum Aufschieben seiner Idee zu bewegen. Er schlug es rund ab. Keine Gewalt der Erde, sagte er, werde ihn hindern, das Kind, das es in dem Thüringer Institut viel zu schlecht habe, von dort zu entfernen und es in der Tracht eines Knaben erst einmal zur Lebensfreude und zum Bewusstsein seiner Kraft und seines eigenen Wertes zu erziehen. Ich wusste, dass Mr. Stevenson in die kleine Luise vernarrter war, als je ein Vater oder Großvater in ein Kind war. Allmonatlich war er unter irgendeinem Vorwand einmal nach Thüringen verschwunden. Das Mädchen hatte sich an den Mann, den sie als ihren liebevollsten Freund erkannte, jedenfalls dankbar angeschlossen und dem alten Seehund, den wahrscheinlich nie eine zärtliche Hand gestreichelt hatte. Tat diese Kindesliebe so wohl, dass er diesmal auf allen kaufmännischen Vorteil vergaß und wie ein Verliebter nahe handelte. Mochte er es tun. Stevenson reiste ab. Wie hatte er gesagt? Keine Gewalt der Erde wird mich hindern, das Kind zunächst mal in die Tracht eines Knaben zu erziehen. Drei Tage nach Stevenson's Abreise bekam ich einen Brief von ihm. Mein Lieber, die Idee Luise als Knaben zu kleiden habe ich aufgegeben, denn sie will nicht. Sie reult, dass sie ein Junge werden soll. Auch die Haare mag sie nicht abgeschnitten kriegen. Da ist nichts zu machen. Luise bleibt ein Mädel. Hier lasse ich sie aber nicht. Sie hat es viel zu schlecht. Ich will mal sehen, dass ich das Kind zunächst in Neustadt unterbringen kann. Ich weiß da eine gute Familie, die mir den Gefallen gegen Entschädigung tun wird. Und ich kann dann die Erziehung täglich beaufsichtigen. Diskretion Ehrensache namentlich gegen ihren Bruder, der mir für die Erziehung des nur außerordentlich geschickt zu behandelnden Kindes nicht geeignet erscheint. Wir kommen Montag mit irgendeinem Zug. Am Bahnhof zu erwarten brauchen sie uns nicht. Stevenson Am nächsten Tag sollte ich Joachim zum Heimweg abholen und hatte versprochen vorher die Mutter zu unterrichten. Wir saßen beim Frühstück zusammen. Ich versuchte ein paar Anläufe brachte aber die Botschaft nicht heraus. Die Mutter verwunderte sich sehr. Dann machte ich einen Spaziergang durch die Stadt. Als ich zurückkam stand die Mutter am Fenster und schaute wie so oft dem Sprudeln des Johannesbrunnens zu. Die ersten Schneeflocken flogen durch die Luft und hüllten den Platz in traulichen weißen Schimmer, aber die Sehnsucht dieser Frau ging wieder in die Weite und sie sah nichts von der silbernen Pracht um sich her. Auch Auch ich war jahrelang in der Fremde doch ich war überzeugt die Mutter hatte kaum einmal an mich gedacht wenn sie an Joachim siebenmal dachte Ich ging an ihrer Tür vorbei nach meinem Zimmer Da saß ich bis es hohe Zeit war nach Neustadt aufzubrechen um zur verabredeten Stunde dort zu sein Endlich sagte ich mir dass ich ein Geselle von kindischer Eifersucht sei und ging in das Zimmer der Mutter Ich habe dir etwas mit zu teilen Mutter erschrick nicht sagte ich und die nervöse Frau erschrak natürlich aufs schwerste Es handelt sich um Joachim Um Gottes Willen ist ihm etwas passiert Ist er in Not Willst du zu ihm fahren Ich musste lächeln Zu ihm fahren Dass ich damit mein Lebenswerk aufgegeben hätte daran dachte die Mutter nicht Es ist nichts Schlimmes Mutter Es ist etwas Gutes was ich dir von Joachim zu sagen habe Sage es mir Fritz Will er will er nach Hause kommen Ja er kommt schon heute Da stieß sie einen Schrei aus dann weinte sie laut schlug in die Händchen rannte durchs Zimmer und sprach laute Dankes Worte zu Gott der ihr das größte Glück beschieden habe dass es für sie gebe Als sie etwas ruhiger wurde fragte sie Und ist er ganz von selbst gekommen oder hast du ihm noch einmal geschrieben dass er kommen soll Ich schüttelte den Kopf Ganz von selbst gekommen sagte sie selig Der treue Sohn In trockenem Tone entgegnete ich Mutter es wird lange dauern ehe ich mit Joachim eintreffe den ich in Neustadt abhole Erst in der Dämmerung kommen wir In Zwischen rege dich nicht allzu sehr auf und vergiss nicht deinen Baldrian Tee zu trinken Das nahm sie ungnädig auf Baldrian Tee Wie kannst du jetzt von so etwas reden Ich werde natürlich mit nach Neustadt fahren Nein Mutter Joachim wird nur unter der Bedingung hier leben dass er von den Leuten nicht erkannt wird Deshalb wird er als Arzt in meine Kur Anstalt eintreten Und nicht bei mir wohnen Nein er wird im Ferienheim wohnen Oh du nimmst ihn mir Ich nehme ihn dir nicht entgegnete ich unwillig Mache mit Joachim selbst ab wie ihr es halten wollt ich werde mich da nicht ein mischen Ich ging verdrossen meines Weges Aber draußen im Winterwalde wurde mein Herz wieder warm Ich war glücklich Immer wenn ich mich glücklich fühle habe ich Lust etwas Gutes zu tun Heute fiel mir nichts anderes ein als dass ich bald eine Anzahl von Futterplätzen und Nistkästen für die Vögel in meinem Ferienheim anbringen würde auch auf die Gefahr hin als Gäste lauter Sperlinge zu mir zu ziehen Die Mutter Nun würde sie wohl das Haus von unterst zu oberst kehren und alle Leckerbissen bereiten die sie auftreiben konnte Wahrscheinlich würde sie meine beiden geräumigen Zimmer für Joachim einrichten und mich nach der Giebelstube umquartieren Ich war schon wieder eifersüchtig und voll hässlichen Misstrauens und es fiel mir ein dass es besser wäre sich auf Mutter und Bruder zu besinnen wenn man was Gutes tun will als auf die Spatzen Es lag dichter Nebel auf der Chaussee als ich mit Joachim heimging Nicht einmal die Kuppe des Weihnachtsberges war zu erkennen Die Heimat hatte ihr Haupt verhüllt wie eine schmollende Frau und Joachim ging stumm und betreten neben mir her fast wie ein Sünder Er war auch ein solcher denn er hatte sein Herz verhärtet und alle Herzensverhärtung ist Sünde Ein Wanderbursch mit dem Stab in der Hand kommt wieder heim aus fernem Land Sein Haar ist bestaubt sein Antlitz verbrannt Von wem wird der Bursch wohl zuerst erkannt Es war ganz wie es Vogel in seinem alten hübschen Gedichte schildert Die Leute kannten Joachim nicht mehr Er war schon in seinen letzten Studentenjahren selten zu Hause gewesen als verheirateter Mann fast gar nicht und dann kamen die Auslandsjahre da sein Kopf hart dünn und sein Bart dicht wurde und die Zeit die große Retusche an seinem Gesicht vollzog Er war ein anderer geworden In sieben Jahren soll sich der Körper des Menschen ganz erneuern So wanderte jetzt kein Atom dessen mehr nach der Heimat zurück was vor sieben Jahren auszog Hätte Joachim keine Seele gehabt so wäre wirklich ein ganz fremder ein ganz anderer Mensch nach Hause gekommen Dem Bäcker Schibulke begegneten wir Er war Joachims Angel Kamerad gewesen Jetzt fühlte er sich geehrt dass ich ihn auf der Straße anhielt und eilte gewiss als bald ins nächste Gasthaus mit der Kunde dass ein Dr. Harton aus New York angekommen sei als zweiter Arzt für das Ferienheim und es müssten doch schon massenhaft Kurgäste angemeldet sein wenn man schon einen zweiten Arzt brauche Auch der alte Sanitätsrat lief uns in den Weg Er war zwar nicht gut auf mich zu sprechen aber er ging doch nicht an uns vorbei und begrüßte Provisor von der erzählt wurde sie hätte als sich Joachim verlobte mit negativem Erfolg zwei schachteln schwedische Streichhölzer abgelutscht um ihr gebrochenes Herz zum Schweigen zu bringen sah den ehemals heißbegehrten jetzt nur neugierig an und ging vorüber so näherten wir uns dem Johannesplatz Joachims Schritte wurden kleiner und langsamer sein Stock stampfte hart auf das Pflaster irgendwo stand wohl jetzt der Mond denn der Nebel über dem Johannesplatz war durchsichtig und silberhell der alte Brunnen sagte Joachim leise es ist merkwürdig dass meine Gedanken meist um den alten Brunnen gingen wenn ich an die Heimat dachte nun näherten wir uns dem Vaterhause und standen am Brunnenrand da blickte wirklich wie in alten Kindertagen die Mutter auf uns herab Joachim stützte sich auf das Gemäuer und weiße Tropfen aus der Schale Baptistas besprengten seine Hand wie mit einem Weihwasser ehe er in das Heiligtum seines Vaterhauses eintrat ich stieg mit ihm die Treppe hinauf und öffnete nach leisem Klopfen die Tür zur Mutter ich sah noch wie beide mit leisem Aufschluchzen die Arme ausbreiteten schloss die Tür und blieb draußen Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von Ferien vom Ich von Paul Keller Diese Liquivox Aufnahme ist in der Public Domain Weihnachten Stevenson ist an dem von ihm angegebenen Tage nach Hause gekommen Auf meine Frage nach der kleinen Luise entgegnete er grob ich solle mich nicht in seine Privatangelegenheiten mischen hätte ich mich früher nicht um das Kind gekümmert wo es das Mädel nötig gehabt hätte so sei meine Anteilnahme jetzt völlig überflüssig das gleiche könne er auch nur mit Bezug auf meinen Bruder sagen er hätte sich jetzt schon Vorwürfe da könnten bloß Schwierigkeiten entstehen Mr. Stevenson sagte ich sie benehmen sich wie ein Drache der die verwunschene Jungfrau behütet Drache hin Drache her ich gebe sie nicht heraus knurrte er das sollen sie ja gar nicht wir überlassen ihnen ja das Kind wirklich wirklich na dann ist es gut Stevenson hat die Waltersburger zu einem Festabend im großen Theatersaal des neuen Rathauses berufen der Name Rathaus ist beibehalten worden obwohl wir keinen eigenen Bürgermeister haben werden dieser Theatersaal ist Hals über Kopf fertiggestellt worden er könnte schöner sein aber er ist geräumig und die Akustik ist gut auch ist eine hübsche Liebhaber Bühne da sonst sieht es im Rathaus noch sehr wild aus und es gehörte viel tannenreisig dazu um die unfertigen Wände Kalkkübel und Schutthaufen zu maskieren die in der Nähe des Treppenhauses einen unschönen Anblick bieten Der Lehre Herder hat ein Melodram geschaffen Der Mann dichtet komponiert und malt Über braven Dilettantismus geht es bei Herder nirgends hinaus aber er schafft für den Hausbedarf brauchbare gefällige Sächelchen Die Einladung ist wieder an alle Volkskreise ergangen nach dem Noah-Rezept von jeder Art zwei Pärchen Dazu sind alle Kinder geladen die zum großen Teil bei dem Melodram mitspielen Die Tatsache dass die Kleinen auf Stevensons Kosten die Gewänder geliefert erhielten die zu ihren Rollen gehörten hat dem Spender vollends die Sympathie der Stadt verschafft Der Festsaal war dann auch beängstigend voll zugleich für Joachim die große Probe ob erkannt werden würde oder nicht Er wurde nicht erkannt Die Leute betrachteten ihn mit der Neugier die dem überseeschen Arzt galt von dessen Ankunft sie alsbald mit der gläubigen deutschen Ausländer Verehrung gesagt hatten Nun müsse es wirklich eine gute Kur Anstalt werden da sogar ein amerikanischer Arzt mit tue Von der Zeit an schienen den Waltersburgern die Neustädter geschlagen denn Neustadt hatte nur deutsche Ärzte Ich besuchte diese harmlose Weihnachtsfeier mit erregtem Herzen Einige Tage vor dem Festabend war mir Herder begegnet und hatte mir mitgeteilt dass nun in seinem Melodram sogar die eigene Nichte von Herrn Stevenson eine Hauptrolle übernehmen und ein kleines Liedchen singen würde Ich verbarg mühsam meinen Schrecken Herder erzählte weiter Ich habe mit der Kleinen die Leute sagen es sei die Tochter des amerikanischen Petroleumkönigs eine Probe gemacht Sie hat eine allerliebste Stimme aber sie erscheint etwas schüchtern Ich verabschiedete mich und ging sofort zu Mr. Stevenson Es ist unerhört Er wusste augenblicklich was ich meinte Gar nichts ist unerhört unterbrach er mich rau Die Nichte von Mr. Stevenson kann auftreten und singen wo sie will Sie muss auftreten Sie muss ihre Schüchternheit überwinden Hey Sie scheinen mir ein schöner Psychologe zu sein wenn Sie solche Momente außer Acht lassen wollen Was hatte es für Zweck sich mit diesem Manne zu zanken Nun musste eben durchgehalten werden Die Mutter saß mit Joachim mir und Stevenson in einer Seitenloge nahe an der Bühne Ich sah und hörte kaum etwas von dem Melodram von dem Gewimmel von Zwergen Kobolden Nussknackern Pfefferkuchen Männlein Tiergestalten Besenbinder Buben und all den Mannschaften die zum üblichen Weihnachtsstück gehören Ich wartete mit Herzklopfen auf den Weihnachtsengel als dessen Darstellerin Miss Stevenson aus Chicago auf dem riesigen roten Theaterzettel angegeben war Nun war nur noch das letzte Bild übrig Nun musste Luise auftreten und damit die Entscheidung kommen Der Vorhang hob sich Eine Bethlehems Grotte Die heilige Mutter mit ihrem Kind Josef die Hirten die drei Könige rings in Anbetung versunken knieten Zwerge Besenbinder Pfefferkuchen Männlein Es war alles in halber Nacht nur von einem mattroten Schein erhellt Da erschien plötzlich ein Licht über der Grotte Ein wunderschönes Engelein trat in den hellen Schein und sang mit zittrigem Silberstimmchen Vom Himmel hoch Da komm ich her Und bring euch allen frohe Meer Geboren ist in Davids Stadt er Der des Lebens Füller hat Die Mutter saß wie starr Einmal tastete ihre Hand nach der Meinen und drückte sie in kurzem heftigem Erschrecken Dann war sie regungslos Die ganze Gemeinde saß in Andacht Joachim war ganz gleichmütig Als der Vorhang gefallen war sagte er Mr. Stevenson Ihre Nichte ist ein reizendes Kind Die Mutter wollte sofort nach Hause Ich begleitete sie Wir gingen stumm in den Menschenstrom Erst als wir daheim angelangt waren und die Lampe angezündet hatten sah mich die Mutter voller Angst an Fritz das Kind dieses Kind Ich sah ihr ernst in die Augen und schwieg Fritz sage mir ist es ist es Ja es ist Luise Da sank sie auf das Sofa und verbarg den Kopf Ich trat zu ihr Nicht ohne Bitterkeit sagte ich Mutter du brauchst dich nicht zu ängstigen Das Kind wird dir nie Ungelegenheiten machen Es ist in Mr. Stephensons Pflege gut aufgehoben So wollte ich gehen Aber ich brachte es doch nicht fertig Ich blieb am Tische sitzen Nach langer Zeit in der nichts zu hören war als das leise Singen der Lampe und der Schlag unserer Stand Uhr stützte die Mutter den Kopf auf den Tisch und sagte müde Das Kind ist Joachim ähnlicher als er sich jetzt selbst ist Nach einem Weilchen meinte sie Es wird wohl keine Möglichkeit geben dass ich das Kind zu mir nehme Nein Mutter Es gibt keine solche Möglichkeit mehr Damit ging ich nach meinem Zimmer Fügung Joachim wohnt jetzt in der Lindenherberge wo schon einige Zimmer fertiggestellt sind und auch der Küchenbetrieb schon im Gange ist Im Rathaus gegenüber haust Stevenson Er hat seine Arbeitstätigkeit noch vermehrt und wie er mir sagte keine Zeit mehr Luises Willen täglich nach Neustadt zu fahren und sich um das Gänzchen zu kümmern So wolle er das Mädel lieber zu sich nehmen Das sei ihm zwar sehr störend aber was wolle er machen Er hätte auch gefunden dass die Pflegeeltern in Neustadt die Sache mit Luise nicht recht verständen Ich grunzte Sonst sagte ich nichts Die weitere Ausgestaltung unserer Riesenanstalt schritt mit größter Schnelligkeit vor sich Da sagte Mr. Stevenson eines Tages zu mir Und nun mein Lieber ist es die allerhöchste Zeit dass wir an die Bauern requirierung gehen Zehn Höfe sind fast fertig Das Vieh ist rasch zu beschaffen Ebenso die Haus- und Ackergeräte Aber das Bauernvolk das uns einpasst Das will gesucht sein Ich hatte anfangs an Agenten gedacht aber das ist nichts Die gehen bloß auf ihre Provision aus und schicken uns Schinder und Plunder auf den Hals Haben sie also die Freundlichkeit sich in einen Vieh oder Getreidehändler oder wenn ihnen das besser liegt in einen Gütermakler zu verwandeln und mich morgen auf der Bauernsuche zu begleiten Nun diese Aufgabe passte mir zumal ich Stevenson bereit Ich bestimmte die Ausrüstung Schaftstiefel englische Lederhosen eine Joppe aus grauem Tuch mit Hirschhornknöpfen und grüner Tascheneinfassung ein Vorhemd ohne Schlips ein seidenes Tüchlein um den Hals eine Lodenmütze das war meine Ausrüstung solcher Kleidung bringen die Bauern Zutrauen entgegen da vermuten sie keine verkniffenen Städter keine Juden oder Winkeladvokaten die sie übers Ohr hauen wollen Es wäre alles gut gewesen wenn nicht Stevenson am nächsten Morgen als die Reise losgehen sollte die kleine Luise mitgebracht hätte Ich schlug Skandal Was er sich ein Bilde ein so kleines Kind auf so lange Reise mit zu schleppen Ob er nicht bedächte dass uns das Mädel nur stören und aufhalten würde Es war alles umsonst Luise fuhr mit Papa hat mit einem Anflug von schnippischem Ton Sie macht sich heraus Sie fängt an Courage zu kriegen sagte der Papa anerkennend Auf einer größeren Station stiegen wir während des Zugaufenthaltes aus um dem Kind Orangen zu kaufen Noch als wir am Stande des Obsthändlers waren näherte sich uns eiligen Schrittes eine Frau Sie starrte erst mich an dann das Kind fasste es blitzschnell an der Hand riss es an sich und küsste es wie rasend das Mädel schrie erschrocken auf Stevenson sagte betroffen aber Madame was tun Kind es ist mein Kind lasst mich zu meinem Kind Luise Luise die Leute hielten die Frau die sich verzweifelt wehrte an den Armen fest der aufsicht führende Beamte eilte an unser Abteil und begehrte Auskunft ich stieg aus stellte mich vor und sprach einige aufklärende Sätze zuletzt sagte ich Herr Vorsteher fragen Sie diese Frau ob sie gesetzlichen Anspruch auf dieses Kind habe er entfernte sich ging zu der Frau wies alle Leute beiseite und sprach leise auf sie ein sie stand tief gesenkten Hauptes mit herabhängenden Armen heftig schluchzend vor ihm nun tat er wohl die Frage haben sie einen gesetzlichen Anspruch auf jenes Mädchen da schüttelte sie den Kopf ein Blick voll wehes traf noch unser Wagenfenster dann verließ die Frau den Bahnhof wer war die böse Frau fragte Luise verängstigt eine verrückte sagte Stevenson rau wird sie nie wieder zu mir kommen nein nie wieder wie lange doch der Aufenthalt noch wehrte die Leute spazierten draußen und gafften neugierig nach unserem Fenster ich zog den Vorhang vor endlich setzte sich der Zug langsam wieder in Bewegung aber kaum hatte er den Bahnhof verlassen und fuhr noch nicht mit voller Geschwindigkeit da gab es einen gewaltigen Ruck und Stoß und der Zug stand ich riss das Fenster auf von der Lokomotive sprang der Heizer ab Schaffner eilten den Bahnsteig entlang ein Schaffner kam zurück und gab uns Auskunft über das Feld rannte jene Frau das Weib hatte sich dicht hinter dem Bahnhof auf die Schienen geworfen und der Lokomotivführer hatte den Zug noch rechtzeitig zum Stehen gebracht Luise war auf die Sitzbank geklettert und schaute durchs Fenster da rennt sie da rennt die böse Frau rief das Kind lass das verrückte Weib knirschte Stevenson wir fuhren weiter grauer Nebel saßen auf den Telegrafen drähten alles was draußen war fror die Bäume und die Berge die Tiere und die Menschen die eine irrte nun allein mit dem aufgeschreckten weh verschmähter Mutterliebe im Herzen durch die kalte Flur das Kind hatte sich vor ihr entsetzt und selbst der Tod hatte sie verschmäht Stevenson saß finster in seiner Ecke das Kind begann wieder zu sprechen alle verrückten Menschen sind sehr böse da brummte sich Stevenson an das kann man nicht sagen du Gänschen manche Menschen können nicht mal richtig dafür dass sie verrückt sind wieso nicht das verstehst du nicht das versteht selbst unter den großen Menschen von tausenden kaum einer richtig du hast aber gesagt sie ist verrückt und du hast es böse gesagt verharrte das Kind dann habe ich eben eine Dummheit gesagt denn ich kenne die Frau nicht und kann daher auch nicht wissen ob sie verrückt oder böse ist böse ist sie wiederholte Luise denn sie hat mich sehr gequetscht und mich auch in die Wange gebissen sie soll nicht wiederkommen grau ran der Regen über das Wagenfenster all unsere frohe Laune war dahin schwache gedrückte Menschen saßen wir da im Zuge der uns schnell davon führte und eine große Strecke zwischen uns und die Sünderin legte die uns gestört hatte in unserer Behaglichkeit und die wir daher nicht rasch und rau genug abschütteln konnten der göttliche Freund Mariens von Magdala fiel mir ein wie hätte er wohl gehandelt in meinem Falle hätte er die Arme beiseite gestoßen sich einen Beamten kommen lassen und sich hinter gesetzliches Recht verschanzt wäre er dann weiter gefahren fast hinweg über den zuckenden Leib und hätte er der flehenden nachgeschaut vom sicheren Fenster aus mit hochmütigem Abscheu in der Seele oder wäre ihr der Meister nachgegangen hätte sie an der Hand genommen und ihr wenn sie guten Willens war ein Zweiglein vom verlorenen Mutterkranz wieder versprochen ihr ein klein wenig goldene Kindesliebe für die Zukunft verheißen Ferien vom Ich Ich werde mich vor allen Dingen erlösen müssen von allem kalten Hochmut des Herzens und allem auch noch so gesetzesmäßigen Zurückstoßen der Schwachen und Schuldigen Bauernanwerbung In S mieteten wir einen Wagen und Pferd und machten ein paar ergebnislose Besucher auf den umliegenden Dörfern Wie die Werber für eine freiwilligen Legion kamen wir uns vor Auf der Landstraße trafen wir aber eines Tages ein Bäuerlein das in einem großen bunten Taschentuch allerhand Waren eingepackt trug die es wohl auf dem Markte erstanden hatte Ich schaute den Bauern prüfend an Er hatte ein offenes nicht unkluges Gesicht und der Mann ging zu Fuß und trug sein kleines Paket Das war einer für uns An die reichen schlesischen Bauern konnten wir uns nicht wenden die hätten uns ausgelacht mit unserem Pacht Angebote Kleine Landwirte mussten es sein die auf ihrer engen Scholle ein kümmerliches Leben führten und froh waren in eine gute Pachtung zu kommen Stevenson hielt das Pferd an Wollen Sie mit fahren Nee antwortete der Bauer Warum denn nicht Das Bäuerlein wies auf unseren lahmen Mietsgaul Der Schimmel zieht mich nicht Ich wiege einen Zentner Sie haben wohl schönere Pferde Nee Ich hab bloß drei Zugkühe Aber so schnell wie der Schimmel traben sie auch Hören Sie mal Gevatter sagte ich Sie foppen uns Das Pferd hat viel Geld gekostet Na da muss der schöne dumme Kerle sein Lachen ging er neben unserem Wagen her und wir fragten ihn ein wenig über die Gegend aus Bald kam ein Straßengasthaus und ich lud den Bauern ein mit uns ein zu kehren und ein Glas mit uns zu trinken Nun sagte er das kann ich schon aber ich sag es Ihnen gleich ehrlich zu holen ist bei mir nicht Würfeln tu ich nicht und billig zu verkaufen hab ich auch nicht keine Kuh keine Schwein keine Getreide und auch keine alten Schränke und zinnernen Teller Warum vermuten Sie denn dass wir Ihnen was abschachern wollen Na da müsst man doch euch Stadtjuden nicht kennen umsonst gibt er doch einem fremden Bauer keinen Schnaps zum Besten Da haben Sie wollen alles von Ihnen Ihre Wirtschaft Ihre Kühe Schweine und Hühner und sogar Sie selber und Ihre Frau und Ihre Kinder Der Bauer brach in helles Gelächter aus Hatte ich mir es doch gleich gedacht dass Sie der Menschenfresser sind Also den nehmen wir bestimmt sagte Stevenson zu mir wie wenn eine Ware zum Verkauf stände Mich nehmen Sie vergnügte sich der Bauer Sie seien ja der Ulkigste Kerle von der Welt Stevenson zog die Stirne kraus drinnen setzte er sich dem Bäuerlein an dem rohen Tisch der Schankstube gegenüber nahm ein Notizbuch heraus und sagte Wie heißen Sie Ich mit dem Familiennamen sowie mein Vater und mit dem Vornamen wie Napoleon Mensch wie heißen Sie ich muss das wissen es handelt sich um eine Angelegenheit die für Sie wichtiger ist Sie werden schon alles erfahren also wie heißen Sie Wie heißen Sie denn fragte der Bauer zurück Stevenson wurde ungeduldig Wenn Sie es denn wissen müssen ich bin Mr. Stevenson aus Amerika ein sehr reicher Mann Da können Sie lachen Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch so ein schönes Pferd Dummer Kerl sagte Stevenson verdrossen und stand auf Der Bauer lachte Nun hat er sich erst richtig vorgestellt und nun steht er auf Es war Zeit dass ich mich ins Mittel legte Der Mann musste wissen um was es sich handelte sonst war mit ihm nicht zu reden Freilich war es nicht leicht so an naiven Haut die Idee von den Ferien vom Ich klar zu machen Ich versuchte das auf folgende Weise Hey lieber Freund Haben Sie schon Irgendmal einen Städter kennengelernt der richtig arbeitet Nee die Städter seien alles faule Luder Sie können Heringe oder Leinwand oder Pillen verkaufen oder in der Stube sitzen und kritzeln aber arbeiten können sie nicht Sie schlafen ja Olle bis um sieben Da haben Sie recht Und glauben Sie dass so ein Leben wie es die Städter führen gesund ist Miserablich ungesund ist es Sie sehen ihr Olle aus wie Quark Schnitten und Kräfte haben sie nicht die Spur Sie verfaulen Rehne weg Bravo Was Arbeit ist und was Gesundheit ist weiß nur der Bauer Nun wissen sie aber es gibt Bade Orte Kur Anstalten Jawohl da gehen die aller faulsten Luderschen Die Kranken pflegen sich lieber zu Hause Schön Sie sind ein heller Kopf Sie begreifen mich vollständig Wenn man nun aber einen Kur Ort machte wo keine feinen Villen und Hotels sind Nein wo lauter Bauernhöfe wären und wo die Städter die eine Kur machen wollen mal auf dem Hofe oder auf dem Felde feste zugreifen und arbeiten müssten Das würde doch den Schlingeln gesund sein nicht war gesund schon aber das faule Kroppzeug wird sich schön hüten und arbeiten wenn sie aufs Dorf kommen saufen sie einem bloß die gute Milch weg und fressen die schönsten Birnen von der Bäumen Sonst tun sie nicht Doch doch Herr Nachbar es wird schon Leute geben die das Leben in der Stadt mal satt haben und durch die Arbeit auf dem Felde gesünder werden wollen Das ist eine gute Idee die hat ein Doktor ausgeknobelt Die Doktors verstehen alle nicht Die Schäfer sind klüger Das mag wohl sein aber der Doktor der das ausgeknobelt hat der versteht schon seine Sache Sehen Es soll eine Kuranstalt gemacht werden die hat 40 Bauernhöfe und auf allen Höfen sollen die Kurgäste arbeiten und der Mann der jene Anstalt gründet ist eben jener Herr dort der 40 Bauernhöfe sie sind wohl nicht recht bei sich doch doch ich werde sie doch nicht belügen wie heißt er Mister Mister aus Mister er lachte über seinen Witz Mister bedeutet Herr weil er eben Amerikaner ist Da erhob sich der Bauer Er rief Stevenson an der an einem anderen Tisch der kleinen Luise eine Schinkenstulle zerteilte Sie Herr Mister kommen Sie mal her zeigen Sie mal Ihr Portemonnaie Ich zwinkerte Stevenson zu den Wunsch zu erfüllen Stevenson warf schweigend seine dicke Brieftasche auf den Tisch Bitte sagte er phlegmatisch Der Bauer rührte sich nicht Na nu gucken Sie mal nach was drin ist ermunterte ich ihn Ich werd mich schön hüten nachher sagen Sie es fehlt was Misstrauisch wie ein alter fuchs fuchs vor der falle so saß der bauer vor der brieftasche da schlug ich die tasche auf und entnahm ihr blaue und braune schätze der bauer schaute wie in ein wunderland von reichtum aber er rückte beiseite wenn Sie so reiche Herren sind warum setzen Sie sich da zu mir armen schlucker zum ausstoppen bin ich mir viel zu schade ich gab die brieftasche was wir mit ihm vor hätten wie er als pächter auf einen unserer höfe ziehen solle wie wir ihm die günstigsten bedingungen einräumen und ihm seine eigene wirtschaft zu gutem preise abkaufen würden falls er sie nicht anderweit günstig los würde wie ein könig soll er auf seinem gute hausen die kurgäste sollten unter seiner leitung arbeiten und sich an seiner guten laune erfreuen ich jahre alt war ein gesundes eheweib namens susanne sowie zwei kräftige söhne und zwei töchter besaß das von den vier kindern aber drei auswärts in dienst standen da er sie auf seiner kleinen wirtschaft nicht beschäftigen und ernähren konnte na sehen sie bartel es wäre doch schön wenn sie alle ihre kinder bei sich haben und ganz für sich arbeiten könnten da wäre doch auch was zurückzulegen er saß nachdenklich da stoppen sie mich wirklich nicht aus ich denke nicht daran wie kommen sie denn gerade auf mich na wir haben sie eben getroffen und sie gefallen uns dabei bin ich doch dem herrn mister grob gekommen das schadet nichts den kurgästen werden sie auch manchmal grob kommen müssen das gehört zur kur sind sie auch so der dort bauer wird nein ich bin Doktor der das alles ausgetiftelt hat ein Doktor sind sie so sehen sie aber nicht aus nun so ein Doktor wie die anderen bin ich auch nicht mehr so ein halber Schäfer oh das wäre nicht schlecht aber ich glaub es nicht ich kann es nicht glauben ich zog einen Umschlag mit Fotografien aus der Tasche und jetzt werde ich Ihnen mal Bilder von unseren Höfen zeigen da das das ist ja ein Schloss ja wir haben sehr schöne Wohnhäuser sie sollen ja mit ihrer Familie nicht allein in dem Hause wohnen es sollen ja auch noch 20 Kurgäste drin Platz haben Donnerwetter und das ist die große Wohnstube und so sieht der Kuhstall aus und so die Scheuer er atmete schwer wie groß ist denn die Wirtschaft 100 Morgen da verdüsterte sich warum halten sie mich denn zum Affen so ne große Sache kann ich doch nicht pachten da gehört doch Geld dazu gar kein Geld nur daß sie fleißig sind und alles gut in Ordnung halten wir wir werden werden ebenso auf unsere Rechnung kommen wie sie denn sehen sie die äcker rentieren sich doch und was die Wirtschaft nicht bringt bringen die Kurgäste nur ja die werden ja überall behumst der Mann betrachtete mich wie einen Zauberer der Märchendinge vor ihm ausbreitete zuletzt erklärte er sich bereit mit uns nach seinem Dorfe zu fahren und mit seiner Susanne Rücksprache zu nehmen unterwegs sprach ich noch viel auf Emil Bartel ein er antwortete fast nicht mehr vor seiner kleinen Wirtschaft hielten wir das wohnhaus hatte nur ein erdgeschoss mit hohem dach stall und scheuer waren klein aber es war ein blumengärtlein vor dem hause und alles sauber und freundlich ein behäbiges Weib in blauer Schürze trat vor die Tür als Bartel vom Wagen kletterte ne Emil sagte sie da hast du sogar vor gelegenheit gehabt und kommst so spät dabei soll er die medizin fürs kranke mädel holen mutter meinte Emil wenn du mit solchen kerlen fährst bleibst du kleben sieh dir bloß den schimmel an der hat zwei eingeleimte hulst bähne aber es sind amerikanische millionäre die haben 40 power güter und lauter schlösser susanne lachte gutmütig hat den sitzen meinte sie na komm auch rein frau barthel rief ich ihr zu ihr mann wird ihnen viel zu erzählen haben glauben sie nur es ist kein spaß es ist ernst wir fahren jetzt ins gasthaus und in etwa zwei stunden werden wir mal zu ihnen kommen wir müssen mit ihnen ein ernstes wort reden und es wird sie nicht reuen die schüttelte verwundert den kopf ihr gatte emil aber tippte erst ihr dann sich an den kopf nahm sie am arme und zog sie ins haus im dorf gasthause wurde uns ein schlichtes aber schmackhaftes mittags mal bereitet und nach einiger zeit brachen wir auf zu einem besuch bei emil bartel nee kommen sie wirklich fragte er ich hatte gedacht es wäre alles bloß großes buntes tuch gebreitet emil bartel bewirtete uns er bot uns in einer papiertüte zigarren an von denen ich vermutete dass sie aus dem dorfkramladen zu 5 pfennig das stück gekauft seien mit schadenfreude sah ich zu wie stevenson der von früh bis in die nacht einer havanna nach der anderen schmauchte sich mit todesverachtung an dieses rauchzeug heranmachte nun mein lieber bartel möchte ich zunächst etwas feststellen es handelt sich in unserer angelegenheit weder um einen spaß zu dem wir uns wahrhaftig nicht so viel zeit nehmen würden noch um einen betrug also ist es tatsächlich wahr sagte bartel und trommelte auf den tisch sein gesicht wurde ernst und er holte aus zu einer rede sehen sie meine herren wenn sie nun wirklich so was komisches vorhaben man kann ja nie wissen was den stadtleuten einfällt nun so muss ich ihnen ehrlich sagen das ding gefällt mir nicht denn warum die stadtleute werden nicht kommen die sind viel zu faul wenn sie ins bad machen wollen wollen sie sich amüsieren da wollen sie doch nicht kühe melken und ackern meine herren sie haben keine ahnung was das für schwere Arbeit ist vor solcher Arbeit haben sich die stadtleute immer gedrückt aber gesetzt den fall sie kämen doch da wäre es noch viel schlechter denn warum die stadtleute verstehen nicht denken sie dass die mir auf dem hofe was helfen könnten die kragelten mir doch bloß im wege rum die quatschten und quasselten doch bloß die fielen einem jahr in die puttermilch lachte frau susanne die täten ja alles bloß mit glace handschuhen machen wollen ergänzte der man donner schrie da stevenson jäh zornig und hieb die faust auf den tisch das aus seiner fünf pfennig dampfrolle ein feuerwerk stiebte nun ist es aber genug wer nicht will will nicht haben sie das risiko zu tragen müssen sie sich unsere köpfe zerbrechen ob unsere gründung eine pleite ist oder nicht haben sie nicht bloß zu gewinnen das allerbeste ist das allerbeste ist sie gehen wieder sagte Bartel seelenruhig und nun wären wirklich all unsere beziehungen zu dem hause Bartel abgebrochen worden wenn es nicht im selben augenblick an die tür geklopft hätte und zwei damen über die schwelle getreten wären eine kleine zartgliedrige braune und eine große blondine beide mit feinen gesichtern so gut man das in dem dämmerlichte der niederen Bauernstube feststellen konnte die kleinere sagte dass sie von der erkrankung des bartelschen kindes gehört habe und mal nachfragen wolle sie sehe aber dass gerade besuch da sei und wolle nicht stören ach erwiderte die frau von störung sei gar keine rede denn das seien zwei ganz fremde herren mit denen sie weiter nichts ernsthaftes zu besprechen hätten und die auch gleich gingen trotzdem fühlte sich die gute mutter bartel bemüßigt uns die kleine sprecherin vorzustellen das ist nämlich unsere lehrerin fräulein annelies von grill anneliese von grill ein prüfender blick in die großen braunen augen und ich hatte die identität mit dem kleinen majors töchterlein festgestellt das manchmal in waltersburg zu besuch gewesen war und dass ich da ich acht jahre älter war immer etwas onkelhaft begönnert hatte nun stand ich ihr lachen gegenüber und fragte sie ob sie nicht mehr wisse wer ich sei da erkannte sie auch mich und es gab ein fröhliches wiedersehen und große verwunderung über die umstände unter denen es geschah ihre lebensgeschichte war kurz der vater früh gestorben die mutter auf eine kleine pension angewiesen und knapp imstande aus ihr eine lehrerin zu machen die nun vertretungsweise in diesem dorfe angestellt war auf einmal fragte die sehr wohllautende altstimme der blondine das ist doch nicht etwa der doktor von dem waltersburger sanatorium ferien vom ich allerdings meine gnädigste dieser doktor bin ich das mädchen brach in klingendes lautes gelächter aus also das sag ich ihnen wenn mir die wahl gelassen worden wäre wen ich sehen wollte sie oder den kaiser von hinter indien in all seiner pracht und herrlichkeit ich hätte mich für sie entschieden ich freue mich dass ich ihnen so interessant bin sagte ich oh interessant ist gar kein ausdruck wir stehen kopf über sie jetzt fehlte bloß noch dass jene Herr dort der Mr. Stevenson aus Amerika wäre das ist er mischte sich Emil Bartel ein es ist der Herr Mr. aus Amerika Stevenson verneigte sich phlegmatisch also Herrschaften dann müssen sie schon erlauben dass wir uns etwas zusammensetzen und diese kostbare Begegnung genießen dieses Mädchen hatte einen burschikosen Ton an sich und ich bat Anneliese von Grill uns zunächst mal mit ihr bekannt zu machen die Blondine aber stellte sich von selbst vor ich bin eine außerordentlich begabte Opernsängerin ohne Engagement gegenwärtig zu Besuch bei meiner Freundin Anneliese um in der paradiesischen Einsamkeit dieses winterlichen Dorfes Ferien vom Ich zu machen mit Künstlernamen bin ich Irmingard Schwarzenegg genannt bürgerlich höre ich auf den Namen Eva Bunkert und ich bin die Tochter des Baumeisters August Bunkert in Neustadt wir sahen der Tochter unseres grimmigsten Konkurrenten aus der feindlichen Nachbarstadt verdutzt in das strahlende Gesicht und das Mädchen brach wieder in fröhliches Lachen aus Es scheint dass wir sie sehr belustigen mein gnädiges Fräulein Außerordentlich ist es nicht immer lustig wenn Waltersburg und Neustadt aufeinander platzen Wir nahmen Platz und saßen alle um den runden Bauerntisch Emil Bachtel sagte Siehste Mutter du hast gesagt es sind Schwindler und ich hab gesagt höchst wahrscheinlich aber man kann ja nicht wissen und da hab ich wieder mal recht gehabt Und nun Herrschaften rief Fräulein Bunkert Es mag so indiskret sein wie es wolle Ich muss wissen was sie hier bei Vater und Mutter Bartel zu tun haben Ich sterbe sonst vor Neugier Und Stevenson Ach Stevenson betrachtete das Mädel mit unverhohlenem Wohlgefallen Er sagte mir hinterher sie sei sein Typ Groß schlank blond übermütig Da gehe er halt auch mal aus sich raus Er ging sehr aus sich heraus Diese Eva Bunkert war eine Eva in des Wortes wahrster Bedeutung mit allen Künsten Listen und Teufeleien des Weibervolks ausgestattet Sie machte die tollsten Anstürmer auf den biederen Stevenson Damals sagte sie als er die Neustädter mit den Zeitungsartikeln hineingelegt habe habe sie auf die Gefahr hin in ihrer Vaterstadt gelünscht zu werden gesagt dieser Mann sei zum Küssen Bei diesen Worten schlug Stevenson die Augen nieder und zog seinen dünnen Mund gewaltig in die Breite Dass er Stevenson in einer so öden Spießergegend wie Waltersburg und Neustadt einen so grandiosen Ulg wie dieses Ferienheim inszeniere sei vielleicht der beste Witz der Weltgeschichte Sie denke sich unser Heim als eine immerwährende Maskerade als einen Bauernball ohne Ende als einen Fasching ad infinitum und diese schweren Beleidigungen unserer großen erhabenen Idee ließ Stevenson über sich ergehen zuckte kaum manchmal die Schultern und er lächelte der Verräter Meine Gnädige warf ich dazwischen Sie dürften über unser Ferienheim denn doch nicht genug informiert sein Wir meinen es ernst Ja gerade dass sie es ernst meinen ist ja das Gute erwiderte sie ein Witz der nicht ernst gemeint ist ist gar kein Witz das ist eine sehr kluge Sentenz stimmte der verräterische Stevenson bei ich war empört so ein Mann der pfiffiger war als der pfiffigste blieb an der Leimrute eines blonden Zopfes sofort kleben als der Herrgott das Weib erschuf hat sich der Teufel sicher gefreut aber neben mir die kleine braune Anneliese gefiel mir doch sehr gut sie war freundlich es lag viel Güte auf ihrem Gesicht und es blinkerte auch in ihren großen Augen das schöne Lichtlein harmlosen Schalks während Stevenson und Eva bunkert eine lärmende von vielem gelächter unterbrochene unterhaltung führten sprach ich leise mit Anneliese von ihrem und meinem Leben und es kam ein stilles behagen über mich in der schlichten Bauernstube sie meinen es wohl gut mit diesem ehepaar Bartel fragte ich es sind sehr ehrliche und auch ganz lustige leute glauben sie dass es recht wäre wenn wir sie für uns gewinnen ich werde ihnen gut zureden dass sie ihr angebot annehmen es wird gewiss beide teile nicht reuen ich danke ihnen also hören sie herr mr bartel lachte unter des eva bunkert wenn sie das angebot von mr stefenson abweisen wollen wären sie mit respekt gesagt ein riesen ochse so ein glück schneit ihnen nie wieder ins hause emil bartel zuckte verlegen die schultern ich möchte ja aber die mutter sagt gar nicht sagt sie fuhr frau bartel dazwischen aber er er hat die herren ehe die fräuleins kamen direkt rausschmeißen wollen emil bartel schwur dass das nie in seiner absicht gelegen habe und es gab einen ehelichen streit mitten in den auseinandersetzungen erschien ein altes weib jes jes jammerte sie die emma war die zwölfjährige tochter bartels ich erfuhr dass das kind über halsschmerzen geklagt habe und der schäfer ein heilkundiger mann hoffmannstropfen heringslauge und speckpflaster verordnet hatte die hoffmannstropfen hatte bartel heute aus der stadt geholt ich bitte sie sehen sie mal nach dem kinde bat mich anneliese es sind bereits drei diphteriefälle im dorfe vorgekommen und einen arzt haben wir hier nicht so ging ich mit ihr und den bartel leuten nach einem oberstüblein wo das kind in hohem fieber lag diphterie keine zeit mehr zu verlieren ich gab ein paar vorläufige verhaltungsmaßregeln und schrieb einige worte an einen kollegen im nächsten orte da ich die behandlung ja nicht selbst übernehmen konnte ein radler fuhr mit der botschaft los das mädel ist dann auch gerettet worden und bartel hat nachträglich drei mark strafe zahlen müssen weil er dem schäfer der die heringslauge und das speckpflaster verordnete einige ohrfeigen als honorar ausgezahlt hat als wir damals nach der bartelschen wohnstube zurückkehrten fanden wir stefenson und die schöne eva in angeregtester unterhaltung für das erkrankte kind hatte sie einige bedauernde worte dann lachte sie schon nach der eröffnung unserer kur anstalt im mai als ferien gast bei uns einziehen wollte annelises vertretungsweise schulmeisterei sagte sie gehe bloß bis ersten april und dass sie selbst kein engagement an einer oper kriege sei vorläufig sicher also könnten sie beide kommen und ihr vater fragte ich ach mein vater darf natürlich davon nichts wissen der ist ja wütend auf sie dem schicke ich durch mittels personen briefe von irgendwo her dass er meint ich sei wer weiß wo und bei ihnen werde ich die grünzeug frau emilie knautschke sein ich beschloss dieses mädchen das in die ernste männerfreundschaft zwischen stevenson und mir einen so lauten lachton mischte und unsere große idee zur hans wust jade herab stimmte unschädlich zu machen wie ich das tun sollte dünnes stimmchen zirpte herein papa wie lange bleibst du denn ich muss immerfort allein in dem dummen gasthaus sitzen luise war es die wir im wirtshaus zurückgelassen hatten stevenson sprang auf und eilte nach der tür kindchen auf dich hatte ich ja ganz vergessen aber geh hier hinaus in diesem haus ist diphterie er schob luise besorgt auf die straße eva bunkerts gesicht wurde etwas ernster ach her stevenson ist verheiratet ich war so boshaft zweimal mit dem kopf zu nicken da räusperte sich eva bunkert und sagte es sei wohl jetzt zeit nach hause zu gehen ich hielt sie nicht auf es kam zum allgemeinen aufbruch draußen auf der straße schmickte sich die kleine luise dicht und zärtlich an stevenson an und schmollte mit ihrem lieben papa der sie im stich gelassen hatte und stevenson ob er auch nach eva bunkert hinschielte trat nicht zu ihr und sagte vor den ohren des kindes ich bin nicht ihr vater nein er hielt stand dem vater namen gegenüber den er sich selbst gegeben hatte er verleugnete das kind nicht da hatte ich ihn wieder gern als wir allein waren sagte stevenson das hätte nun alles so gut in unser programm gepasst und nun ist nichts zum abschluss gekommen ich erwiderte diese eva bunkert ist eine ganz gute erscheinung aber ich fürchte sie würde unserer sache schaden schaden fuhr er auf nützen glauben sie mit sentimentalität alten rückständigkeiten und mit duckmäusertum noch was auszurichten glauben sie dass ein schönes gesicht eine gute figur ein beweglicher geist des deibels sind oh ich sage ihnen wenn wir die moderne welt und ihre schädlichkeiten besiegen wollen müssen wir verflucht modern sein mit noch so ehrwürdigen armbrustpfeilen geht keiner mehr gegen die schnellfeuergeschütze der neuen zeit an wir blieben noch einen tag in diesem dorfe und trafen die mädchen wieder beide waren gleichmäßig freundlich stevenson widmete sich ganz der schönen eva und sprach mit mir oder anneliese kaum ein wort ende von abschnitt 6 abschnitt 7 von ferien vom ich von paul keller diese librivox aufnahme ist in der public domain der journalist nun ist es ein jahr her seit die verwirklichung meiner idee von dem großen ferienheim keimte unwuchs jetzt nähert sie sich der reife anfang februar gab es eine sensation stevenson reiste nach amerika zurück da höhnten die neustädter dem sei wohl im letzten augenblick doch angst und bange geworden vor seiner übergenialen neugründung und nun käme der zusammenbruch ich blieb ganz ruhig denn ich wusste dass alles gut vorgesorgt war und stevenson nur nach hause fuhr um seine dortigen dringendsten geschäfte in ordnung zu bringen die kleine luise wollte der amerikaner mit auf die reise nehmen erst nach den ernstesten vorhaltungen die beinahe in feindseligkeiten ausarteten ließ er das kind zu hause aber neid und zorn war in seinem herzen und zwar nicht nur wegen des kindes ich bin begierig wie sie sich gegen fräulein eva bunkert benehmen werden wenn sie nun kommen wird um unser heim zu beschauen ich fürchte sie werden den rechten ton nicht treffen ich lächelte fürchten sie dass ich zu abweisend oder zu entgegenkommend sein könnte eva bunkert ist ein sehr schönes mädchen ich bitte sie sprach er herb dass sie sich mit fräulein bunkert weder in der einen noch in der anderen art zu viel beschäftigen sondern mir diese ausgezeichnete akquisition für unsere kuranstalt persönlich überlassen ich überlasse ihnen diese akquisition sagte ich großmütig und feierlich darauf knurrte er vor mitte mai könne er keinesfalls zurück sein als ich ihn zum zuge begleitete wünschte ich aufrichtig er möge bald zurückkommen vor drei tagen ist nun unser freund emil bartel mit seiner susanne und seinen kindern bei uns eingezogen er hat den forellenhof dicht unten am bach übernommen des staunens seiner leute war gar kein ende sie gingen bedrückt durch die großen neuen so behaglich ausgestatteten räume wie fremde die ein merkwürdiges prächtiges haus betrachten aber sie werden in diese räume hinein wachsen der bauer hat uns schon wesentliche dienste erwiesen er bezeichnete uns kameraden und bekannte die sich als pächter unserer höfe eignen würden und ob wir auch kaum den dritten teil davon gebrauchen konnten so gaben uns die ausgewählten leute wieder die adressen neuer kandidaten so dass unsere 20 höfe besiedelt sind der andere teil des geländes wird von den alten früheren dominalgebäuden aus bewirtschaftet es geht alles schnell ruhig und sicher wo ein zielbewusster wille und wo geld da ist manche unserer höfe haben herkömmliche poetische namen wie forellenhof erlenhof grundhof hof am hange berghof sonnenhof aber es gibt auch eine waldschölzerei eine heimwehflue eine steinmühle eine genovevenklause eine große und eine kleine einsiedelei ein haus über den sieben bergen ein old nigger home nach stevensons wunsch eine heideheimat eine juxherberge eine meierei zum gelben kakadu ein knusperhäuschen eine kassubenhütte ein zigeunerlager und eine räuberhöhle mit romantik ist nicht gespart tradition fehlt ja leider allen diesen dingen aber sie wird sich bald finden wir haben pfiffiges bauernvolk ausgewählt und das dichtet in seiner kräftigen seele so viel zusammen dass sich alsbald allerlei geschichtlein um unsere siedlungen spinnen werden schneller als der efeu wächst den wir an mancher wand einpflanzten oder als das moos wuchert das wir auf schräge dächer legten das größte glück ist die freude am gelungenen werk ein abglanz des erschütternden titanen jubels der gottes brust durch lot hat als er im glanz von millionen sonnen die schöpfung vor sich sah auch ich bin nie so glücklich gewesen wie in dieser zeit der gründung unseres heims nie so selig gläubig und am leben hängend nicht einmal in der kinderzeit die doch alle tage schöpfer jubel bringt und sei die veranlassung auch nur eine gelungene kleine schanze im bach oder die zum ersten mal geglückte schleife des schuhbandes die mädchen sind gekommen gestern sie kamen am vormittag und wollten schon mit dem ersten abend zuge wieder abreisen trotz der einladung ein paar tage da zu bleiben und bei frau susanne im forellenhof zu wohnen eva bunkert war zurückhaltender als bei unserer ersten begegnung sie konnte es sich zwar nicht versagen nach betrachtung des baches der an bartelshof vorbeifließt zu behaupten in diesem gewässer lebe keine einzige forelle weshalb der daran liegende hof wahrscheinlich forellenhof heiße aber es sei ja bekannt dass namen fast immer täuschen wie zum beispiel körperlich etwas zurückgebliebenem männlein mit vorliebe siegfried heißen oder oft keifende xan tippen mit den holden namen mariechen oder trautchen begabt seien nach dieser abschweifung ins schnippische wurde das mädchen ernster sie betrachtete den großen forellenhof von innen und außen und sagte mit einem seufzer es ist schön hier ich glaube man kann in einem solch einfachen hofe glücklicher sein als in einem prunkenden hotel wenn ich es einrichten kann werde ich wirklich einmal hier ferien vom ich machen ich möchte es wohl auch sagte die kleine anneliese aber für mich ist so etwas viel zu teuer du meine liebe lachte eva bunkert du müsstest ganz andere ferien vom ich haben weltstadt leben theater bälle autofahrten man muss das haben was einem fehlt mir würde nichts fehlen in einem solchen frieden sagte die kleine braune ich ging mit den mädchen durch unser gelände führte sie nach dem rathaus nach der lindenherberge den stillen weg hinab über die genovevenklause und als ich nach der waldschölzerei weiter wollte passierten wir das zeughaus und das große eingangstor dort gab es eine auseinandersetzung zwischen einem fremden herrn und dem türschließer der herr der im reiseanzug war und eine kleine handtasche trug verlangte in ungestümer weise mich zu sprechen während der diener entgegnete der herr doktor sei aufs dringendste und unabkömmlichste beschäftigt und unsere anstalt würde überhaupt erst am ersten mai eröffnet der fremde ließ sich nicht abweisen und als er mich erblickte rief er ich möchte wetten dass jener herr der doktor ist damit schob er den diener beiseite und kam auf mich zu gestatten sie mein herr eine kurze viertelstunde sie sehen ich habe besuch jawohl es tut mir auch leid sie stören zu müssen aber ich habe nur eine viertelstunde zeit wenn ich mich vorstellen darf george brown mitarbeiter der staatsbürgerzeitung in new york ihr geschäftsfreund mr stevenson hat mich persönlich gebeten sie zu besuchen und ihnen dieses schreiben zu überreichen er übergab mir einen brief den ich mit erlaubnis der damen öffnete und stellenweise vorlas new york den 25 märz mein lieber sie wollten nie recht zugeben dass ich sie genau kenne aber mein spürsinn ist was sie anlangt so groß dass ich hier viel tausend meilen von ihnen prophezeie ohne besorgt zu sein einen irrtum zu begehen wenn sie diesen brief durch mr brown erhalten werden werden sie gerade mit den damen eva bunkert und annelies von grill einen sehr vergnügten spaziergang durch unser heim machen ich beglückwünsche sie dazu und bitte mich den herrschaften zu empfehlen was mr brown anlangt so empfehle ich ihnen diesen herrn recht rücksichtsvoll zu behandeln ihm nicht etwa zu sagen sie hätten gerade besuch und daher keine zeit für ihn denn mr brown ist einer der einflussreichsten journalisten in den staaten und wir werden den zuzug aus amerika für unsere nach deutschen normal begriffen immerhin etwas merkwürdige anstalt recht nötig haben grüßen sie luise von ihrem papa der sich sehr nach seinem gänzchen sehend aber noch nicht weiß wann er zurückkehren kann stevenson ich schaute verwundert auf brown den überbringer dieser seltsamen epistel brown war ein fünfziger der kotlettbart und der schnobart sowie die gescheitelten haare waren stark angegraut der anzug etwas geschniegelt modern die wangen wie mir schien wohl ein wenig geschminkt irgendetwas an dem mann kam mir bekannt vor auch in seiner heiser klingenden stimme vielleicht war ich ihm mal drüben begegnet ich fragte ihn ob er auf dem letzten großen pressekongress in baltimore den ich besucht hatte gewesen sei und er erwiderte dass er da selbst eine rede gehalten hätte daher die matte erinnerung die mädchen verwunderten sich nicht weniger über die seltsame prophezeiung in dem stevensonschen briefe als ich ich sagte ich könne mir das überraschende eintreffen einer solchen voraussage nur dadurch erklären dass stevenson vermutet habe die damen befänden sich für längere zeit in unserem heim ich mache mir wahrscheinlich öfters das vergnügen sie auszuführen und es könne sich wohl so fügen dass uns mr brown zusammen antreffe daraufhin weiß sage ein mann wie stevenson eben darauf los treffe es nicht ein schade es nicht treffe es aber infolge seines glückes ein sei es ein guter bluff brown schüttelte den kopf mr stevenson ist kein bluffer er weiß immer was er sagt sie kennen mr stevenson persönlich fragte eva bunkert mit unverhohlenem interesse mein gnädiges fräulein erwiderte brown ich kenne alles was man in new york und den staaten kennen muss und mr stevenson gehört zu dem was man in amerika kennen muss ja er gehört dazu der journalist schloss sich unserem rundgang an meist verhielt er sich schweigend sprach über das was er sah weder lob noch tadel aus bat nur sich von zeit zu zeit eine notiz machen zu dürfen und stellte außerordentlich sachverständige fragen fragen die ich sobald sie sich in technische einzelheiten verliefen oft gar nicht beantworten konnte das nigger home gefiel dem amerikaner es war düster in der niederen stube wir zündeten ein paar matt brennende petroleum lampen die an den wänden hingen an um die illusion zu verbessern nun müsste jemand einen nigger sang anstimmen sagte brown da stand auch schon eva bunkert an die wand gelehnt schränkte die arme über der brust und begann mit wohllautender stimme zu singen way down upon swaney river far far away there's where's my heart is turning ever there's where the old folks stay sie sang dieses schwermütigste aller heimatlieder mit tiefer innerer bewegung und mr brown summte mit näselndem tone die begleitung dazu so wie es die neger tun wenn fern der heimat einer der ihrigen an der wand lehnt und das innerste weh der weltverschlagenen geknechteten seele im lieder ausströmen lässt dann summen sie alle mit die körper werden regungslos und die großen heißen augen starren ins gelbe licht der matten lampen wir gingen weiter und kamen an den hof am hange dort steht eine große buche um die eine bank läuft von hier aus kann man unsere ganze siedlung überschauen warmes frühlingslicht spielte durch laue luft die zweige trugen alle die kurzen grünen kinderkleidchen erster jugend die vögel waren heimgekommen und übten in abgerissenen trillern und läufen das große lebens- und liebeslied des maien ein da wurde mir das herz weit unsere siedlung war schön keine langweilige linie in ihr kein stein koloss keine erinnerung an geschniegeltes ödes geputzt sein sondern heimatlichkeit wärme frieden wenn man das sieht sagte die kleine analyse meint man hier werden immer nur gute menschen wohnen können es ist alles rein und gut schlechten leuten würde hier das herz springen ich war ihr dankbar und sagte aber es soll doch eine zufluchtsstätte werden für solche die nicht glücklich sind auch wenn sie durch ihre eigene schuld unglücklich geworden sind ich finde sagte eva bunkert in dem ganzen ist ungeheuer viel kindliches das ist ein hohes lob mein fräulein was sie da sprechen meinte mr brown genialität ist nie etwas anderes als das ursprüngliche das kindhafte sie glauben gar nicht wie kindlich unsere guten amerikanischen humoristen sind ganz im ernst sehen sie deren tier und kinder bilder an es ist alles geschaut mit den abgeklärten augen des ernsten mannes und alles gefühlt mit dem herzen des kleinen bugen stefenson ist ein genie sagte eva bunkert warm das will ich nicht sagen entgegnete brown er ist nur das werkzeug der schöpfer der ganzen idee ist wenn ich recht unterrichtet bin der herr doktor der mit uns auf dieser bank sitzt ich wehrte das lob ab und eva bunkert sagte wohl der doktor hatte die idee hatte den traum in der seele aber stefenson hatte den mut den traum in wirklichkeit zu verwandeln ich möchte sagen der doktor hat ein schönes motiv in die welt gesungen und stefenson hat ein herrliches lied daraus geschaffen sie sprechen sehr gut und lieb von meinem landsmann sagte mr brown gerührt oh rief eva bunkert ich schwärme für stefenson es hat mir noch nie ein mann solchen eindruck gemacht wie er obwohl er der konkurrent meines vaters ist erst recht deshalb ich mag die leute nicht leiden die sich nur für die freunde und gönner ihrer eigenen sippschaft begeistern können da wurde auch die kleine braune munter ja seufzte sie es ist schade dass mr stefenson verheiratet ist er wäre der erste der bei der stolzen eva bunkert wirklich glück hätte du plapper mal zürnte eva reckte aber den kopf hoch nun ich leugne es nicht der mann gefällt mir weil er eben ein so ganzer mann ist vom heiraten wollen ist aber keine rede er wäre keine schlechte partie meinte ich eben deshalb sagte eva trotzig ich will mal keine gute partie ich will einen mann heiraten ich wusste gar nicht dass stefenson verheiratet ist warf mr brown ein wie und sie wollen ihn so genau kennen oh ich als anständiger journalist kümmere mich um das was stefenson für das land und die welt bedeutet nicht um seine privatverhältnisse ich habe nie gehört dass stefenson verheiratet sei es ist mir auch ganz gleichgültig der herr doktor hat es uns gesagt erwiderte das mädchen da grunzte mr brown so tief und absonderlich dass ich erschrocken aufschaute und ihn ansah und ich blickte in stefensons augen so klar in so deutlichem zorn blickten diese augen mich an wie ich sie von hundert gelegenheiten her kannte wenn dem jähzornigen manne die galle überlief was oft genug geschah ein wüster verdacht erwachte in mir dieser mr brown war gar kein amerikanischer journalist es war stefenson selbst der uns in einer vorzüglichen maske getäuscht hatte noch einmal blickte ich ihn an ich sah wieder in ein fremdes gesicht aber ich wurde den verdacht nicht mehr los jedenfalls alter freund so dachte ich bist du es wirklich so entlarve ich dich bilde dir nicht ein mit einem bisschen detektivschlauheit deutsche gimpel zu fangen ich fing an auf stefenson zu schimpfen der mann mag seine vorzüge haben sagte ich aber wo viel licht ist ist auch viel schatten so ist stefenson ich sage das ruhig obwohl er mein freund ist ungeheuer eitel das ist kein schade fiel eva ein viele große männer sind eitel viele staatsmänner viele geistliche alle dichter selbst solche denen man es gar nicht zutraute wie kriegsleute flieger polizisten sind eitel was heißt überhaupt eitel sein wer umzirkelt den begriff auf sich halten auch in kleineren äußerlichkeiten nicht verpowern ist eine gesunde eitelkeit eine andere kann mr stefenson gar nicht haben da lachte mr brown oh sagte er was das anlangt so ist stefenson so eitel dass er wenn er sich im rasierspiegel sieht erst immer seinem schönen bild eine kleine verneigung macht ehe er sich einseift ich denke sie kümmern sich nicht um herrn stefensons privatleben rief eva verärgert gewiss nicht sagte der journalist aber manches fliegt einem halt so zu wenn es spaß macht ich kenne noch ganz andere schwächen ihres geschäftsfreundes danke wehrte eva ab es macht gar keinen spaß ich dankte auch wenn dieser mann wirklich stefenson war so war es das dümmste auf stefenson zu schimpfen denn er würde dann noch weit heftiger auf sich selbst schimpfen das musste ich doch von seinen artikeln her wissen auf solche weise konnte ich dem alten fuchs den bart sicher nicht scheren da kam mir eine bemerkung von anneliese zu hilfe damals hatte doch herr stefenson seine tochter mit sich hieß sie nicht luise ich jubelte innerlich und die schlechtigkeit einem menschen aus seiner edlen eigenschaft heraus eine falle zu stellen kam mir gar nicht zum bewusstsein ja ich beging eine neue schlechtigkeit ich schwindelte so stark war das verlangen diesen journalisten wenn er wirklich stefenson war als stefenson zu entlarven allerdings entgegnete ich meiner nachbarin stefensons tochter heißt luise das kind hängt sehr am vater und er an ihr er wollte sie durchaus mit auf die reise nehmen aber das gaben wir anderen nicht so und es war wohl auch sehr gut denn das kind ist nicht wohl wieso nicht wohl fragte mr brown und das in einer solch erschreckten weise dass ich jetzt meiner sache völlig sicher war ach so so entgegnete ich gleichmütig bei kindern findet sich leicht mal etwas das ist nicht so tragisch zu nehmen ich finde sagte mr brown scharf wenn ein mann wie stefenson ein einziges kind hat ist es pflicht ihm sofort telegrafisch mitteilung zu machen wenn dieses kind ärztlich erkrankt von ernstlicher erkrankung habe ich nicht gesprochen entgegnete ich ruhig und diese bemerkung war auch sehr angebracht denn im selben augenblick stürmte die kleine luise mit zwei bauernbängeln unter großem hallo aus dem nahen walde das mädel hat sich bei uns inzwischen völlig eingerichtet und von schüchternheit ist gar keine rede mehr jetzt kam sie auf mich zugestürmt ach onkel ich wusste gar nicht dass du hier oben bist wir spielen gerade haschen aneliese liebkoste das kind und eva bunkert kniff es in die wangen dass es quiekte aufmerksam betrachtete eva die züge luisens von ihrem vater hat sie gar nichts sagte sie sie muss ganz nach der mutter sein im gegenteil entgegnete ich das kind ist das ganze abbild des vaters dann habe ich auf ihn vergessen sagte eva mit fast trauriger stimme mr brown atmete schwer ein so schwefelgelb giftiger blick schoss um den buchenstamm herum auf mich zu dass ich meiner sache immer gewisser wurde und was hatte dieser journalist gesagt er habe es sehr eilig nur eine viertelstunde zeit zum besuch jetzt war er schon über zwei stunden da und es wurde abend wahrscheinlich würde dieser mr brown plötzlich entdecken dass er zeit habe einen ganzen monat bei uns zu verweilen nun wandte er sich luise zu aber es kam nicht so wie ich dachte mr brown legte ohne jede wärmere gefühlsbewegung dem kinde die hand auf den kopf und sagte mit der üblichen kinderfreundlichkeit luise ich kenne deinen papa ich fahre wieder zu ihm ich werde ihm von dir erzählen bist du sehr krank gewesen papa soll bald wieder kommen antwortete die kleine ja ja aber ich frage ob du sehr krank gewesen bist wieso ich bin nie krank aber hast wohl müssen im bettchen liegen oder im zimmer bleiben nein ich bin alle tage draußen herumgerannt ich war nicht eine einzige stunde krank mr brown grunzte voll behagens und ich fühlte mich in der rolle des blamierten europäers nicht recht wohl so mahnte ich zum aufbruch die mädchen schlenderten mit dem kinde voraus und ich folgte mit mr brown in einiger entfernung jetzt wollte ich dem fuchs an den kragen ich finde eine merkwürdige ähnlichkeit zwischen ihnen mr brown und meinem freunde stefenson sie haben dieselben augen dieselbe nase dasselbe kinn und dieselbe sprache ja sogar dieselbe art sich zu räuspern ist das nicht merkwürdig sehr merkwürdig entgegnete brown ein schnorrer drüben hat mir mal gesagt ich sehe kaiser wilhelm ähnlich dem habe ich es noch halb und halb geglaubt und ihm fünf prozent dessen geschenkt um was er mich anpumpen wollte aber eine ähnlichkeit zwischen mir und stefenson hat noch niemand herausgefunden ich bin ihnen übrigens für die gute absicht mir etwas angenehmes sagen zu wollen sehr verbunden er schaute mich an und ich blickte in ein stockfremdes gesicht auch glaubte ich trotz des abend dämmerns genau feststellen zu können dass dieser bart nicht angeklebt dass diese haare keine perücke seien so wurde ich an meiner entdeckung irre und da ich einen zweiten hineinfall nicht erleben wollte sagte ich Gott man kann sich täuschen da blieb er stehen sah mich an und sagte sie haben mich wohl gar für stefenson selbst gehalten der ihnen an einer ferienmaske was vormimt dem alten knaben wäre ein solcher streich zuzumuten aber nein aber nein so ähnlich sind sie ihm nun doch nicht nun möglich ist alles auf der welt hauptsächlich bei ferien vom ich sagte brown vergnügt und er lachte es war ein fremdes lachen unterwegs begegnete uns ein telegrafenbote er überreichte mir ein kabeltelegramm das aus milwaukee kam und lautete verbindung mit x bankverein gelöst weitere zahlungen durch dresdner bank stefenson die verhandlungen von dem bankverein mit dem wir bis jetzt gearbeitet hatten zur dresdner bank überzugehen schwebten schon einige zeit und dieses telegramm belehrte mich nun dass stefenson in milwaukee und nicht in waltersburg war meine fantasie hatte mir wieder einmal einen streich gespielt während ich den telegrafenboten abfertigte und das telegramm las war mr brown den mädchen nachgegangen hatte die kleine luise an den händen gefasst und tanzte mit ihr ringel ringel rein die lange schlottergestalt nahm sich dabei merkwürdig genug aus das kind jauchzte und kam fast außer atem schlug zum schluss entzückt in die händchen und sagte er tanzt genauso schön wie papa alle amerikaner tanzen so schön mein mäuschen sagte brown und küsste das kind auf die stirn dann zog er die uhr und sagte der zug mit dem ich zurückfahren wollte ist ja nun längst fort sie waren so liebenswürdig mich sehr lange da zu behalten den nächsten zug aber darf ich nicht versäumen ich muss morgen in berlin und übermorgen in hamburg sein mein diesmaliges europäisches gastspiel ist aus sie haben nur den kleinsten teil unserer siedlung gesehen mr brown oh ich habe genug gesehen den geist den kern ich bitte sie mir ihren ausführlichen prospekt mitzugeben daraus werde ich mich informieren und sie werden sehen dass ich am treffendsten das kritisieren werde was ich nicht gesehen habe am rathausplatz trennte er sich von uns ein angestellter geleitete ihn zur pforte wo sein wagen hielt eva bunkert sah ihm lange nach es ist merkwürdig sagte sie er hat mich ungeheuer an stefenson erinnert oh nein meinte die kleine harmlose anneliese mr stefenson ist doch ganz anders viel jünger und auch viel hübscher trotzdem was meinen sie doktor ich zuckte die achseln die amerikaner haben alle dieselbe art sich zu geben das trifft es nicht sagte eva nachdenklich und auch ich geriet wieder ins grübeln ich glaube es ist immer etwas unheimlich wenn man nicht weiß mit wem man spricht aber das wird ja in ihrem heim immer so sein die leute werden nie wissen mit wem sie sprechen werden sie da nicht vorsichtig ängstlich unsicher werden gewiss nicht gesetzt den fall dieser mr brown sei der verkappte mr stefenson gewesen wie es ja tatsächlich den anschein hatte um gottes willen sie glauben das doch nicht etwa rief eva erschreckt und ich hätte dann so so von stefenson gesprochen aber nein stefenson ist in milwaukee hier ist ein telegramm das er heute früh dort an mich aufgab gott sei dank ich wollte nur unsere idee des unerkannt seins in unserem ferienheim verteidigen sehen sie wenn mr brown der maskierte stefenson gewesen wäre wäre die partie unehrlich gewesen wir hätten ihn nicht erkannt wohl aber er uns in unserem heim wird das ganz anders sein keiner wird den anderen kennen da wird keine befangenheit keine ängstlichkeit sondern ein mut zur offenherzigkeit sein der unerhört ist in der welt die menschen werden wahrheiten hören die sie niemals vernehmen wenn sie ihren namen und stand sagten und sie werden aber auch ihre meinung sagen dürfen in einer weise die niemals möglich wäre wenn sie ihre wirkliche persönlichkeit dafür einsetzen müssten ach ja seufzte eva bunkert die gröbsten und rücksichtslosesten rezensenden sind die anonymen oder pseudonymen der friede dieses ortes wird alle schärfe mildern wird aus der rücksichtslosigkeit wohltuende offenheit aus ätzender grobheit klare wahrheit werden lassen sie meinen es gut mit den menschen sagte gerührt die kleine analyse und sah mich mit ihren großen braunen augen dankbar an ich aber ich weiß nicht warum schaute nach der schönen blonden hin ich glaube ich erwartete eine neue bemerkung von ihr aber sie schwieg die mädchen blieben im forellen hofe ich habe vor monatsfrist im rathausquartier bezogen lange schaute ich auf den lindenplatz hinab der mondschein spielte um den alten baum ich dachte an vielerlei viel an eva bunkert aber noch mehr grübelte ich über der frage war er es war er es nicht am übernächsten morgen erhielt ich zwei briefe die ganz dieselbe handschrift aufwiesen der eine brief war von stevenson und kam aus milwaukee er enthielt allerhand geschäftliche weisungen sowie die mitteilung dass er stevenson wahrscheinlich erst im sommer nach europa zurückkehren könne der andere brief war von mr brown trug den poststempel hamburg und meldete dass der journalist im begriff stehe nach amerika zurückzukehren sich noch einmal für die freundliche aufnahme bedanke und inzwischen unseren prospekt mit interesse gelesen habe ich verglich die beiden briefe wieder und wieder die schriftzeichen glichen sich außerordentlich hätte man je einen der großen geschwungenen buchstaben aus den briefen ausgeschnitten man hätte eine konkurrenz feststellen können da sagte ich der erfinder der idee von den ferien vom ich zu mir selbst ach es ist doch gut wenn man weiß mit wem man es zu tun hat ende von abschnitt 7 abschnitt 8 von ferien vom ich von paul keller diese librivox aufnahme ist in der public domain die ersten kurgäste am ersten mai ist unsere heilanstalt eröffnet worden die feier war schlicht lehrer herder hatte es sich nicht nehmen lassen wieder ein melodram zu dichten zu komponieren und zu inszenieren das publikum bestand aus waltersburgern unseren bauern deren dienstleuten unserem personal und 15 kurgästen von diesen 15 kurgästen genießen zehn freikur und von diesen zehn sind sieben schauspieler ohne sommerengagement stevenson sandte ein längeres glückwunsch telegramm aus st louis 15 kurgäste das war ein magerer anfang nach der starken reklame die wir gemacht hatten ich telegrafierte das klägliche ergebnis nach amerika und erhielt von stevenson die antwort hatte ich mir gedacht wir beschlossen die leute nicht einzeln über die höfe zu verstreuen sondern einen teil in den forellenhof einen anderen in die waldschölzerei zu geben die schauspieler aber schwärmten nicht für feld und waldarbeit sie wünschten mehr dekorative posten fünf von den sieben wollten nachtwächter sein einer bot sich als hilfsbriefträger an wobei seine tätigkeit gleich null gewesen wäre und einer sagte mit mildem augenaufschlag er könne sich nur als krankenpfleger glücklich fühlen wir hatten aber keine kranken da stellte der bauer emil bachtel vom forellenhof neben dem großknecht den er bereits hatte dem langen ignaz noch einen zweiten knecht ein und sagte zu mir ich hab's ihnen gesagt herr doktor de stadtleute seien olle faule luder mit denen ist nicht anzufangen geduld bachtel geduld der anfang war wirklich kläglich zwar sang egin harold der als nachtwächter bestellt worden und der in seinem privatberuf opernsänger war das hört ihr herrn und lasst euch sagen die uhr hat eben zehn geschlagen mit tremulierender empfindsamkeit aber um mitternacht sang er noch viel empfindsamer vor dem hofe des sonnenbauern der eine hübsche blonde magd hatte gute nacht du mein herziges kindel um ein uhr droben am hange ihr lichten sterne habt gebracht so manchem herzen schon hinieden um zwei uhr steh ich in finsterer mitternacht und von drei uhr an morgen licht leuchtend im rosigen schein die benachbarten hof hunde wurden ob dieser gesänge so tief ergriffen dass sie alle mit sangen und alsbald lag auf dem rathaus eine beschwerde über den nachtwächter wegen nächtlicher rohestörung als nun egin harold von dem unmusikalischen sonnenhof bauern noch gar angedroht bekam er werde den hof hund loslassen wenn der wächter sein gesinge vor dem kammerfenster der markt nicht einstelle quittierte der beleidigte künstler seinen posten und übergab die abzeichen seiner würde an seinen berufsgenossen den bassisten hagen korund wobei er mit einiger abänderung des lohen green textes sang den spieß dies horn den pelz will ich dir geben das horn soll in gefahr dir hilfe schenken der spieß im wilden kampf dir mut verleiht doch in dem pelze sollst du mein gedenken der jetzt auch dich aus schmach und not befreit die schmach und not aus der hagen korund befreit wurde bestand darin dass er der ein starker mann war ein paar stunden am tag dem waldschölzer hatte helfen müssen bäume zu fällen jetzt war er als nachtwächter vom tagesdienst befreit abends um zehn uhr bestieg hagen einen großen granitblock den er den faffner stein getauft hatte stand malerisch dort oben in seinem wilden zottel pelz mit seinem langen spieße und seinem funkelnden horn sang mit dröhnendem bass die stunde kletterte dann vom pfaffner stein wieder herab und ging schlafen die kur bekam herrn hagen korund sehr gut er erzählte mir in der sprechstunde dass er früher an einem chronischen hungergefühl das wahrscheinlich auf nervöser grundlage beruhte gelitten hatte seit er aber bei uns sei sei er aller beschwerden ledig als ich daraufhin der köchin in der waldschölzerei ein lob erteilte sagte das weiblein nur zwei worte er frisst es ist ein schauspieler da der mit seinem wirklichen namen eduard käsernapf heißt als künstler nennt er sich guido janello bei uns aber da er doch nicht erkannt sein darf knut waterstream dieser knut waterstream ist dünner als ein regengerinnsel ich schickte ihn zur arbeit in die gärtnerei einiges erzählte mir der gärtner einiges beobachtete ich selbst wie knut arbeitete er sollte dürres laub zusammenrechen und flüsterte den braunen blättern zu so wie ein blatt vom wipfel fällt so geht ein leben aus der welt die vögel singen weiter stützte sich auf den rechenstil und stand eine viertelstunde lang in melancholischer betrachtung über die verwelkbarkeit des laubes und anderer irdischer dinge darauf übergab er dem gärtner den rechen und sagte tun sie dieses totengräber geschäft ich vermag es nicht ein andermal sollte knut ein beet ausjäten er ging siebenmal mit düsterem antlitz um das beet herum spreizte dann alle zehn finger über dies neue verruchte arbeitsfeld und deklamierte giftiges kraut gesät mitten unter den weizen oh du teuflische saat wie bist du vom feinde gestreut satanas hat sich dein korn in höllischen scheuern gestapelt hat mit beklauten fingern diese aussaat verrichtet dass du nun wucherst und wächst dem güldenen weizen zum schaden dass du die sonne ihm stielst den nächtlichen tau der gestirne weiche du teuflische brut verkrieche dich tief in den boden krieche zur hölle zurück zum satan von dem du gekommen nie mehr soll dich erblicken mein schwer beleidigtes auge einzig soll es sich freuen am goldenen schimmer des weizens daraufhin hat der gärtner knut waterstream belehrt dass das was er als weizen anspreche in wirklichkeit junger kopf salat sei und dass sich gegen das unkraut mit beschwörungen nichts ausrichten lasse man müsse das zeug stück für stück mit der wurzel aus der erde heraus ziehen anders gehe es nicht lieber freund hat da knut waterstream mit melancholischer stimme erwidert wir verstehen uns nicht dann ist der gesenkten hauptes nach hause gegangen es soll der sänger mit dem könig gehen sänger hatten wir von anfang an genug am zehnten mai kam der könig an ein wirklicher könig war es zwar nicht aber immerhin der bruder eines regierenden fürsten eine hoheit um diese zeit versandte unser propagandachef herr lewison folgende notiz an 300 zeitungen der andrang nach der kuranstalt ferien vom ich zu waltersburg der besten und originellsten heilstätte der welt ist enorm die ermüdete intelligenz flüchtet in unseren frieden die heimatlosen kinder der welt kommen auf ein weilchen zurück ins grün belaubte mutterhaus der natur künstler von weltruf mitglieder europäischer regentenhäuser sind bei uns eingekehrt wie romantisch wenn ein helden tenor der vergötterte liebling allen volkes bei uns als schlichter nachtwachmann mit funkelndem speer und silbernem horn durch die im sternenschein liegenden gassen schreitet die stunden singen wie es in alten tagen geschah oder wenn er einer heimlich geliebten schlummernden dame sein troubadour lied singt wie rührend wenn ein gefeierter schauspieler voll lust und mit nie ermüdender emsigkeit seine gärtnerarbeit verrichtet wie ergreifend wenn der aller höchst geborene herr dessen wink das ganze land gehorcht auf dessen stimmungen die welt achtet im demütigen bauernkleide von niemand erkannt seiner ländlichen tätigkeit nachgeht wahrlich die kuranstalt ferien vom ich ist ein triumph der menschheit ist der sieg über das unglück ist ein paradies auf erden als ich diesen erguss in den zeitungen las wusste ich auch unser lewison war ein dichter einer von blühender fantasie hoheit kam zu mir und fragte sagen sie mal doktor ist denn unter den paar männchen die hier bei ihnen rumkrauchen etwa der könig von england oder italien drunter gewiss nicht hoheit ja wer ist denn da mit dem aller höchst geborenen herrn gemeint auf dessen stimmungen die welt achtet euer hoheit selbst hoheit pusteten los und kriegten einen hustenanfall nachher sagten hoheit verfluchter kerl der lewison er macht was aus seinem der erfolg der lewison schon reklame notiz war riesenhaft es wurden 80.000 prospekte von uns eingefordert und es meldeten sich über 3000 kurgäste an ob der nachtwächternde helden tenor oder der ackerbauende fürst die größere anziehung ausübte war nicht zu entscheiden flugs erschien in hunderten von zeitungen die folgende notiz kuranstalt ferien vom ich waltersburg in einer woche 83.000 menschen die an die pforten unseres heims anklopften auf absehbare zeit können wir trotz unserer riesigen anlagen neue gäste nicht aufnehmen da jeder unserer feriengäste ganz individuell behandelt werden muss vornotierungen aber zulässig diese hochmütige kürze taten noch größere wunder unser büro konnte die berge von zuschriften nicht im geringsten mehr bewältigen ich telegrafierte unsere fabelhaften erfolge nach amerika und wieder traf die antwort ein hatte ich mir gedacht hoheit ist ein recht liebenswürdiger kurgast hoheit ist überhaupt einer der seiner zu großen nachsicht gegen sich selbst die erschlaffung seiner nerven verdankt wir ärzte drücken das höflich aus er hat zu konzentriert gelebt es ist schön dass wir unsere fachmännischen ausdrucksformen haben denn es würde sich stilistisch nicht gut ausnehmen wenn man sagte hoheit ist vielleicht eine ganz gute haut aber ein bisschen schweinekerl und lieder jahren also hoheit haben zu konzentriert gelebt und sind vielleicht nur zu uns gekommen weil sie hier ein feld für originelle extravaganzen wittert rares wittert alles andere liegt hinter diesem mann schwere familienratsbeschlüsse unfreiwillige reise um die erde zeitweilige verwendung in den kolonien aussöhnung mit dem familienchef abermaliges fallen in ungnade morganatische ehe scheidung schulden zeitungsskandale und was so zum bilde des tollen prinzen gehört drei tage hat hoheit in der besinnungseinsiedelei zugebracht und mir einen lebensbericht eingereicht über dem mir die haare zu berge gestanden haben obwohl ich als arzt und weltumsegler ja gerade nicht unerfahren und prüde bin am schluss stand er habe sich eigentlich erschießen wollen aber er könne ja noch mal diese neue schose probieren ob ihm noch ein bisschen geschmack am leben beizubringen sein das leben komme ihm so eklig und wertlos vor wie ein alter schmutziger kupfer dreier für den man keine zwiebel mehr zu kaufen kriegt er gebe sich ganz in meine hand wolle alle arbeit tun und bitte mit ihm recht rau zu verfahren es sei ihm immer am wohlsten gewesen wenn ihm gelegentlich mal sein hoher bruder landesherr und familien oberhaupt ein paar ohrfeigen angeboten habe dann habe er auf sekunden das gefühl gehabt dass er und sein leben noch ernst genommen werden können heißen wolle er max pieseke also lieber pieseke sagte ich in der sprechstunde zu ihm dass sie ein großer lumpenkerl sind wissen sie und brauche ich ihnen nicht erst zu sagen höchst wahrscheinlich lässt sich mit ihnen nichts mehr anfangen erschießen werden sie sich nicht dazu fehlt ihnen die courage aber miserabel zugrunde gehen werden sie es wird wehtun pieseke sie werden die wände auskratzen ehe sie hin sind aber pieseke sehen sie ich glaube ungefällig sind sie nicht sie haben auch noch sinn für humor nun pieseke es wäre doch ein kolossaler witz wenn aus ihnen noch mal ein brauchbarer kerl würde hey sie müssen selbst darüber lachen und für mich wäre es gut wegen ihrer familie also versuchen wir's halt gelingt's freue ich mich gelingt's nicht schmeiß ich sie raus wahrscheinlich werden sie mich rausschmeißen sagte pieseke nachdenklich sie sind ein schlechter pessimist pieseke sehen sie wenn sie ein bisschen philosophie im leibe hätten müssten sie wissen es gibt keinen grimmigeren spaß als ein pessimist zu sein und über den pessimismus zu lachen wie bitte schreiben sie mir den satz auf gern ich schrieb den satz auf einen zettel übergab ihn pieseke und sagte stecken sie sich dieses wertpapier in ihre jackentasche und verlieren sie es nicht und nun werde ich ihnen noch etwas sagen pieseke sie werden höchstwahrscheinlich nach acht tagen bei uns ausreißen wollen sie sind gar nicht imstande bei uns zu bleiben und das gesundungsleben durchzuführen dazu fehlt ihnen die willenskraft und um nicht unnützerweise acht tage lang meine zeit mit ihnen zu vergeuden werden wir einen notariell aufgenommenen kontrakt machen er wird kurz sein und lauten falls ich nicht ein jahr lang im waltersburger kurheim ferien vom ich aushalte oder mich den anordnungen des dirigierenden arztes nicht füge zahle ich eine millionen mark reugeld was schrie max pieseke wenn ich so etwas tue und mein bruder erfährt es schlägt er mich tot schön dann habe ich nicht mehr nötig sie zu kurieren pieseke sank in sich zusammen ich bin immer erpressern in die hände gefallen jammerte er morgen nachmittag halb fünf wird der notar hier sein entgegnete ich ruhig sie werden dann entweder das von mir aufgesetzte abkommen unterzeichnen oder ihre wege gehen ferien vom ich stöhnte pieseke ich habe gar keinen willen mehr am nächsten tage um vier uhr fünfunddreißig unterschrieb vor dem notar meinem vertrauten max pieseke das von mir gewünschte abkommen mit seinem hochfürstlichen namen nun passen sie mal auf pieseke sagte ich jetzt wird noch was aus ihnen all unsere höfe sind mit kurgästen besetzt wir haben so viel anmeldungen dass wir die wahl hätten wen wir aufnehmen wollen aber wir gehen der reihenfolge der anmeldungen nach ich habe von früh bis spät arbeit obwohl unser ärztekollegium immer größer wird es lastet zu viel geschäftliches auf mir das drückt auf die seele denn ich bin kein kaufmann was tut mir doch dieser stefenson an dass er gerade jetzt wo er hier am nötigsten wäre in amerika sitzen bleibt so viel ich auch schon an ihn schrieb und telegrafierte er kommt nicht zurück immer die gleiche antwort ich bin hier noch unabkömmlich unser unser direktor ein früherer offizier ist zum glück ein tüchtiger mann es ist schwung in seinem gedanken er hat initiative und spürsinn wie ein guter jagdhund ist er er hat's in der nase wenn er über das weite gelände unseres arbeitsfeldes schnuppert wo irgendwo in einer geheimen furche ein verborgener erfolg aufzustöbern ist er ist aus dem holz aus dem die guten feldherren diplomaten kaufleute geschnitzt sind die leitet alle ein unfassbarer instinkt eine art sechster sinn den andere leute nicht haben der direktor heißt von brüsen und wird wegen seines würdevollen auftretens von den kurgästen der herr präsident von den angestellten aber der direkts genannt oft habe ich bei seinen maßnahmen das gefühl genauso würde stefenson gehandelt haben brüsen ist auch von stefenson angestellt worden mein geschäftsfreund hat den offizier ade mal irgendwo kennengelernt sich mit ihm etwa zwei stunden unterhalten dabei wie er schrieb gefunden dass sich dieser mann zwei verschiedene dinge auf einmal vorstellen könne was nur sehr wenig menschen vermöchten dass er ferner zu klug sei um die alltagsklugheit zu haben dass er nicht in den doppelsohlen stiefeln ängstlicher vorsicht einherstampfe in denen man von hundert schnell füßlern überholt werde und dass er von guter zäher geistesmuskulatur sei so hat sich stefenson die adresse dieses herrn gemerkt und ihn für uns an den tag gezogen es ist ein glück dass dieser direktor da ist was täte ich ohne ihn einen entscheid fällt er fast nie sofort er will wenn es sich um wichtigere angelegenheiten handelt immer immer einen tag oder doch einige stunden bedenkt zeit dann steht aber auch seine meinung felsenfest und er entscheidet immer so wie ich annehmen möchte dass stefenson entschieden haben würde auch manchmal in dingen die viel geld kosten so waghalsig so wurstig so ohne skrupe wie es eben nur ein reicher mann kann der so fest steht dass er weiß ich kann nicht fallen komme was wolle ein paar mal sah ich den direktor scheu von der seite an war er etwa gar das war krasser unfug dieser kleine schwarz bark mit dem runden bäuchlein war bestimmt nicht der große hagere stefenson auch in dem journalisten brown hätte ich nichts anderes vermuten sollen als eben mister brown ich muss mich wahrhaftig erst in die ausführung meiner eigenen idee von der unpersönlichkeit meiner kurgäste gewöhnen es wird mir schwer in dem nachtwächter korund nicht den opernsänger zu sehen ja es wird mir sogar schwer unsere verbummelte hoheit mit piesicke anzureden dabei ist doch der mann wirklich mehr piesicke als hoheit ich bekümmere mich absichtlich nicht um die personalien der kurgäste die ich nicht selbst behandle sehe keine unserer geheimlisten ein soweit ich es nicht als leitender arzt tun muss so begegne ich menschen auf unseren wegen sehe leute in unseren gärten und auf unseren feldern arbeiten von denen ich nicht weiß wer sie sind woher sie kommen wohin sie gehen von denen mir nur bekannt ist dass sie aus einer drückenden enge entflohen sind in das reich unserer grünen gesundheit der sekretär der unsere statistik macht sagte mir dass 90 prozent unserer kurgäste aus großstädten kommen ich glaube das gern die großstadt ist keine gute mutter dazu sind ihre arme und hände zu steinern hart ist ihre sprache zu hart und liebe leer sind ihre sinne zu flunkerig sind ihre wünsche ohne heimlichkeitssinn zu sehr auf den en gros ramsch der genüsse gerichtet ist ihr aufputz zu sehr abgespart den wahren bedürfnissen ihrer kinder von den palasträumen ihrer verwaltung aus regiert diese stiefmutter großstadt ihrer familie die zum größten teil in dumpfen winkeln hockt und in engen kammern schläft in ihren glänzenden parkanlagen dürfen barfüßige jungen und zerlumpte mädchen spazieren gehen wie die niederträchtigste amme die ihren unruhigen zögling mit schnaps betäubt errichtet sie in all ihren vorstädten destille neben destille und wenn die kinder gar zu viel darben und zu murren beginnen schenkt ihnen diese mutter großstadt einige bonbons öffentlicher fürsorge oder billiger lustbarkeit bonbons die nicht satt stark und gesund machen können sondern nur den magen ansäuern und die zähne des willens und charakters verderben wann endlich wird die menschheit des trügerischen schimmers müde sein in scharen ausziehen aus dem ungesunden hause der stiefmutter großstadt und im großen ferien machen von diesem jammervollen ich heute ist ein unglück passiert eine ließ von grill und eva bunkert wollten als kur gäste zu uns kommen und beim forellenbauer wohnen der bauer hatte seinen spazierwagen nach dem bahnhof geschickt zur abholung sein knecht der lange ignaz spielte den kutscher aber auch piesicke fuhr mit hoheit will sich in die geheimnisse der kunst einweihen lassen ein bauerngefährt auf einem etwas holprigen feldweg mit geschickt zu leiten auf dem rückwege ist dann das unheil geschehen piesicke hat kutschiert und gerade dort wo der weg eine steile böschung hat umgeworfen die damen sind den abhang hinuntergekugelt die beiden kutscher des gleichen und die scheu gewordenen pferde haben den umgekippten wagen hinter sich her geschleift und gräulich zugerichtet von den vier abgepurzelten personen hat sich der knecht ignaz zuerst erhoben er hat sich erst die glieder zurecht geschlenkert dann die wahlstadt überschaut und daraufhin zunächst mal dem unglücklichen piesicke ein paar ungeheure ohrfeigen versetzt darauf ist ignaz den pferden nachgerannt hat sie zum stehen gebracht sich überzeugt dass mit dem wagen nicht weiter zu fahren sei und ist dann zu den damen zurückgekehrt annelies ist außer dem schreck nichts passiert die schöne eva hat sich einen fuß verstaucht ignaz hat die holde blonde auf seinen kräftigen buckelladen und nach hause tragen wollen doch das hat sie abgelehnt piesicke hat nichts zu sagen gewusst als pardon pardon es ist mir dieses alles sehr fatal schließlich hat eva dem knechte befohlen ein pferd auszuspannen sie hinaufzuheben und ist so halb lachend halb weinend bei uns eingeritten am selben tage noch kam hoheit zu mir um wegen der erhaltenen ohrfeigen beschwerde zu führen er sei so sagte er immerhin ein kurgast und ignaz sei ein gemieteter knecht er müsse gegen solche behandlung protest einlegen ich aber sagte piesicke ich habe so viel wichtiges zu tun dass ich mich wirklich nicht darum kümmern kann wenn sich mal zwei unserer kutscher prügeln darauf erhellte sich piesicke's gesicht und er sagte jawohl ich sehe es ein wenn ich mich körperlich werde gekräftigt haben werde ich ihm die ohrfeigen zurückgeben das müssen sie erwiderte ich das gebe ich ihnen auf das werde ich ihnen direkt in die kurverordnung schreiben lieber piesicke ende von abschnitt acht abschnitt neun von ferien vom ich von paul keller diese librivox aufnahme ist in der public domain sommerabend die arbeit war getan ich war frei eigentlich wollte ich ja hinauf zum hirtenhaus aber ehe ich mich versah schlenderte ich doch wieder zum forellenbauer hinab ich redete mir ein ich müsse mich um mein sorgenkind piesicke bekümmern und so nebenbei könnte ich ja nach eva fragen deren kranker fuß allerdings von einem kollegen behandelt wird sie heißt hier einfach hanne einen familiennamen führt sie nicht ebenso wenig wie anneliese die sich in bärbel umgetauft hat am hoftor blieb ich stehen ein liebliches bild abendsonne bestrahlte das schöne mädchen eine weiße taube saß auf der rückenlehne der bank ein goldgefiederter hahn blinzelte mit seinen äuglein zu dem mädchen empor wartend ob für ihn etwas abfalle dann kam der große zottelhund widelte mit seinem buschigen schwanz den hahn gutmütig aber bestimmt zur seite nahm dessen platz ein und saß in stummer bewunderung vor der schönen frau und noch ein anderer schaute verliebt zu dem mädchen hin das war piesicke der an der stalltür lehnte und eine sense in der hand hielt oh den armen piesicke scheint es ganz arg erwischt zu haben er verdrehte die augen und seufzte einmal so laut dass man es über den hof hinweg hörte ich ärgerte mich über den menschen gleich wurde mir eine genugtuung eine derbe faust kam aus der stalltür heraus gab dem träumenden piesicke einen stoß in den rücken dass er samt seiner sense in den hof taumelte und eine raue stimme rief schlaf nicht du döskop mach dass du aufs kleefeld kommst die schöne hanne blickte auf und lachte piesicke geriet in wut fuchtelte mit seiner sense ein wenig vor der inzwischen geschlossenen stalltür herum und ging dann niedergeschlagen über den hof am tor traf er mich das ist eine gemeinheit sagte er und hatte tränen in den augen piesicke tröstete ich ihn ich bin zeuge dessen gewesen was jetzt vorfiel das ist gegen jede ordnung ist gegen den sinn unseres ferienheims der knecht ignaz hat sich gegen einen kurgast solche frechheiten nicht herauszunehmen ich werde energisch mit dem bauern reden oder soll ich sie auf einem anderen hofe unterbringen um gottes willen nicht rief piesicke erschrocken ich ich da hielt ich es ja gar nicht aus auf einem anderen hofe ich ich habe mich ja schon so so an den grobian gewöhnt und er ging gesenkten hauptes mit seiner sense davon ich begrüßte eben die blonde hanne da trat auch schon der bauer bartel aus der haustür das war mir nicht lieb und so sagte ich ein bisschen unwirsch bartel das geht aber nicht dass sie knechte mieten die unsere kurgäste verprügeln denken sie mal wenn das in der öffentlichkeit bekannt würde da käme niemand mehr zu uns den langen ignaz müssen sie entlassen ich kann nicht doch da erwiderte bachtel achselzuckend man kriegt so schweren guten knecht kurgäste kriegt man zehnmal leichter wie ein knecht und der ignaz den kenn ich vor jugend auf das ist ein ganzer kerle der schafft was soll ich machen jetzt wo die ernte kommt ich kann doch nicht die ernte mit dem piesicke machen sie sollten mal zusehen herr dukte wenn der piesicke grass haut bloß die spitzen schneider ab die sense fuchtelt immer in der luft rum oder sie blieb in den maulwurfshaufen stecken es ist jämmerlich wie lange wird denn herr piesicke hier bleiben fragte hanne das dürfte ich eigentlich nicht sagen erwiderte ich aber ich glaube ein ganzes jahr um gottes willen stöhnte bachtel jahr lang da hat mir der kerl ganzen hof ruiniert was soll auch so ein sargfabrikant von der bauernwirtschaft verstehen wieso sargfabrikant bachtel lächelte überlegen einer vom grundhofe kennt ihn piesicke ist sargfabrikant in hannover und er ist eigentlich robert ebbing ich habe das vom sargfabrikanten gleich geglaubt denn sehr traurigen eindruck macht er doch aber ich habe mir gesagt da muss doch da was von der tischlerei verstehen da sollte er mir vorgestern eine kiste zunageln das hätten sie sehen müssen alle nägel krumm oder in die luft gekloppt das weiß ich in den sarg den der piesicke gemacht hat leg ich mich ja mal nicht eh da die sänger mit es ist bestimmt in gottes rat fertig wären brech der boden und ich leg draußen also das alles glaub ich nicht warf die blonde hanne lachend ein piesicke stammt aus einer besseren familie das merkt man ihm schon an ich zuckte die achseln es darf hier ein jeder vermuten was er will meinetwegen mag er sein was er lust hat sagte bachtel brummig hauptsache ich wäre ihn los geduld bachtel geduld 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 braucht man mächtig viel mit den städtern also fünfundzwanzig stück kurgäste habe ich jetzt außer mit der kleinen bärbel habe ich mit allen schererei na ich brumm nicht etwa herr dukter für die ärgerei mit der städter bin ich ja da und ich habe mein feines auskommen ich sag bloß ärger machen sie alle aber doch nicht ich rief hanne sie auch sagte bachtel melancholisch meine alte ist auf sie eifersüchtig bachtel dem mädchen blieb der hübsche mund offen stehen ja ja ich habe ihr zwar gut zugereht und gesagt alte schraube es passt sich nicht dass du auf deine alten tage eifersüchtig wirst aber sie sagt es passt sich nicht dass ich so oft mit ihnen plaudere und ich tät augen machen was täten sie machen augen nun ja ich kann doch nicht als blinde kuh vor ihnen stehen das mädchen machte ein erheuchelt ernstes gesicht also bachtel diese augen lasse ich nicht auf mir sitzen ich werde ihre frau gemahlen zur rechenschaft ziehen um gottes willen nicht wenn das rumkommt schreien ja die leute feuer da trat frau susanne bachtel aus der haustür hat ich mir nicht gedacht steht da nicht schon wieder sagte sie ja frau bachtel rief eva und er macht augen auf mich nicht wahr fräulein hanne sie haben orion spaß an dem alten esel das weiblein fing an zu lachen dass ihr die augen tränten also wenn der augen macht schluchzte sie unter lachen da kommt kein gestochenes kalb dagegen auf weib schrie bachtel erbost du bist eifersüchtig du hast kein grund dazu nee nee schlenkerte die dicke susanne prustend mit den händen du kannst um die ganze welt rum augen machen es fällt keiner drauf rein und sie ging vergnügt ins haus zurück bachtel stopfte ob des vernichtenden urteils über seine männliche anziehungskraft die hände in die hosentaschen und sagte das ist eine gemeinheit immer lacht sie schon wie sie noch meine braut war lacht sie mich immer aus seien sie doch froh bachtel dass sie eine so lustige frau haben nee nee herr duktor alles mit respekt gesagt aber das verstehen sie nicht sie sind nicht verheiratet sehen sie wenn er weib schimpft oder wenn sie flennt oder wenn sie mit tellern schmeißt oder wenn sie fortloft können sie sich immer noch ihren kopf aufsetzen aber wenn sie lacht sind sie geliefert nach dieser bemerkung hob der philosoph aus dem volke den kopf und lachte selber und ich benutzte die gelegenheit und bat bachtel mir seine meinung über seine kurgäste mitzuteilen so wenig ich mich sonst um den stand der von mir persönlich nicht behandelten kurgäste kümmere wer auf dem forellenhof lebt weiß ich ach ich wollte es mir ja immer noch nicht zugestehen aber ich glaube oft dass ich selbst augen auf die schöne eva bunkert mache die hier hannah heißt und wenn ich ehrlich sein will ist das auch der grund warum ich gerade die besucherliste des forellenhofes kenne jetzt sagte ich nicht gut gelaunt also bachtel schießen sie mal los mit ihrem ärger über unsere kurgäste ich hatte mich inzwischen zu hannah auf die bank gesetzt bachtel hockte auf einem umgekehrten kartoffelkorbe uns gegenüber er machte sein philosophisches gesicht und sagte ärger kann man es eigentlich nicht nennen man muss mehr sagen kein richtigen respekt nicht also vom piesicke will ich nicht reden der ärgert mich wirklich das ist ein huhn wahrscheinlich hat er zu viel särge gemacht zu viel geld eingenommen und da ist es halt so geworden aber zum beispiel der lempert also in dessen kurverordnung der mir als im hausherrn doch abgeben muss steht aufstehen halb sechs um halb sechs geht der ignaz wecken lempert brummt nicht einmal um drei viertel weg ignaz wieder lempert schreit also die schnauze halten um sechse gehe ich selber und hau an die tür lempert schmeißt seine stiefel dagegen und schreit ich so mich zum teufel scheren um viertel sieben trommeln wir beide so an die tür dass das ganze haus wackelt es rührt sich nicht um halb sieben drohen wir die tür einzuhauen da kommt lempert hinter uns die treppe rauf und fragt seelenvergnügt warum wir eigentlich vor seiner tür so in skandal machen er wäre doch schon lange munter ist der kerl heimlich aufgestanden und hat die tür von außen verschlossen am nächsten tag dieselbe schose um halb sechs ignaz lempert brummt um drei viertel sechs ignaz schnauze halten um sechs ich er schmeißt mit stiefeln jetzt ignaz sag ich ist schluss jetzt steht er heimlich auf um neune ist ein bote vom rathaus zu mir gekommen warum der lempert nicht zur kur gekommen sei schläft der wagerbund noch da soll man sich nicht ärgern lempert war ein rechtsanwalt aus leipzig fahren sie fort bartel schildern sie mir noch einige ihrer kur gäste also da ist der emmerich der komponiert mir den ganzen hof voll auf dem neu behobelten kartoffelwagen hat er ein ganzes brett voll komponiert er komponiert die hausflurwände voll er komponiert ans butterfass er komponiert auf die tischtücher er hat sogar entschuldigen sie fräulein hanne auf den klosettdeckel einen rundgesang komponiert so ein verrücktes huhn ist das ich hab ihn gefragt ob er kapellmeister oder kantor war da hat er gesagt nee er wäre gesanglehrer in einer taubstummenanstalt von seinen schülern ließe er seine kompositionen aufführen das nennte sich primitive kunst und gerade so ein schmierfinke wie der emmerich ist der maler methusalem das ist erst eine nummer der behauptet er wäre neunhundert neunzig jahre alt in zwei jahren zu pfingsten feiert er seinen tausendsten geburtstag da will er uns alle einladen den nächsten tag täter dann sterben da könnten wir gleich zum begräbnis dableiben die sache hätte sich so zugetragen daß er vor etwa tausend jahren mächtiger könig gewesen wäre aber er hätten verbrechen begangen und da hätten ihn sehr kräftiger fluch getroffen und er hätte gleich nach seinem tode sich immer wieder aus dem grabe raus buddeln und in anderer gestalten neues leben beginnen müssen und es sei immer sehr bergab gegangen mit seinen diversen leben bis er zuletzt hätte als deutscher maler auf die welt gemusst da sei das maß seiner buße voll geworden und er dürfte jetzt definitiv sterben also was hat dieser methusalem gemacht ich habe ein neues schaf gekauft das erste mal kommt es in gebrauch schneeweißes buchenholz da schüttet meine frau rüben in das schaf pfing methusalem und sagt methusalem stampfen sie mal die rüben hübsch klein was macht er er beguckt sich das schöne weiße schaf dreht um schüttet die rüben aufs pflaster und malt auf den auswendigen boden vom schaf meine alte die ist nun immer wieder hergelaufen gekommen hat gelacht und geschimpft auf den methusalem und er hat sie immer angeguckt und drauf losgestrichelt da ist er ausgerückt und er ist schaf sich übern kopf gestülpt und immer hinter der susanne her und wo er sie erwischte schnell ihr ins gesicht geguckt und ein paar striche gemacht und dann ging die jacht von neuem an das nennt sich nun landwirtschaftlicher betrieb bei uns hat denn der methusalem die zeichnung fertig gestellt freilich fünf tage tagelang ist er mit seinem schaf auf dem kopf hinter der susanne wie wahnsinnig her gewesen sie ist ganz außer atem gekommen und hat gesagt er ist wirklich ein sehr schwerer verbrecher sein aber das bild ist nun fertig ich sag ihnen so eine alte eule haben sie ihre lebtage noch nicht gesehen kann man das bild nicht mal sehen sie haben dieses schaf hoffentlich nicht wieder als schaft benutzt meine alte hat das bild abscheuern wollen aber da haben alle kurgäste lärm gemacht die zeichnung ist köstlich warf eva ein wo ist denn das schaf oben in seiner stube hat's der methusalem eingeschlossen aber ich habe ja einen zweiten schlüssel holen sie's mal wenn mich die susanne erwischt kommt sie gleich mit der schmierseife und der scheuerbürste hinter mir her gesaust holen sie's wir stehen posten ich wusste dass dieser methusalem ein bekannter ausgezeichneter karikaturist war als bartel mit dem schaf ankam und ich die zeichnung sah war ich entzückt ich sah ein meisterwerk diese ganze pfiffige durchtriebene lachlustige dicke susanne lebte atmete schimpfte lachte kommandierte pfiff auf der zeichnung es ist herrlich rief ich es ist zum küssen schön weib schrie da bachtel begeistert weib komm raus der doktor will den kuss geben susanne kam heraus sah das schaff kreischte versuchte einen wilden angriff auf ihr bildnis und erstarrte als ich ihr sagte wenn herr stefenson die zeichnung sähe würde er wahrscheinlich ein oder 2000 mark dafür zahlen die erblaste susanne rief ich kann doch keine so scheußliche alte schachtel sein wie die da das ist keine scheußliche alte schachtel sagte eva freundlich das ist eine sehr liebe lustige muttel siehste alte höhnte bachtel wenn du um die ganze welt reist ist es könnte dich kein maler schöner aufmalen als du eben bist aber ich bin nicht eifersüchtig wenn auch der methusalem fünf tage hinter dir hergerast ist wie verrückt mit dieser rachsüchtigen bemerkung schlug bachtel seine gattin aus dem felde holdri ho 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 judelte einer draußen vor dem tore um himmels willen rief bachtel das ist der methusalem wenn der spürt dass ich in seiner stube gewesen bin der tausendjährige kerl hat kräfte wie ein bär und bachtel nahm das scharf auf den kopf und verschwand eilends im hause eva hanne sagte ich habe immer gern in meinem leben gelacht aber so viel wie in den drei wochen da ich hier bin noch nie lachen ist gesund ganz gewiss ich sehe wie alle um mich her täglich gesünder und heiterer werden heiterer kann man es zwar nicht nennen mehr ausgelassen ja sehen sie eva die ausgelassenheit ist nur ein ansteigender talweg zu den bergen der gesundheit und des glückes die heiterkeit ist der letzte klare gipfel zu ihm gelangen wir spät erst wenn wir lange und mühevoll gestiegen sind erst wenn es still und einsam um uns geworden ist erst wenn unsere augen weithin sehen können über alle tiefen die unter uns und alle höhen die über uns waren sind sie selbst schon auf der höhe ich gewiss nicht ich bin nichts als ein wegzeiger der im tale steht die hand ausstreckt und sagt da geht es hinauf vielleicht ist gut so meinte eva nachdenklich wenn sie selbst schon oben ständen könnten sie nichts anderes als winken und da würde sich mancher sagen was will der winkende mann auf dem steilen gipfel er ist wohl in not und fürchtet sich allein dort oben ich finde fräulein eva dass wir uns gut verstehen ich sah ihr heiß in die augen ihr blick begegnete mir freundlich aber kühl dann senkte sie das haupt und sah vor sich hin der lange ignaz schlurfte vorbei er brummte einen gruß und rückte kaum am hut ein unfreundlicher mensch sagte ich nur um etwas zu reden wenn er nur nicht mal unheil anrichtet der bauer braucht ihn aber er ist mir auch manchmal unheimlich holdri ho 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 judelte es nun dicht vor dem tore ein starker kerl erschien der brachte eine dicke weibsperson auf einem schiebkarren gefahren das ist methusalem belehrte mich eva er bringt die dicke zensi vom felderheim zensi war wie ich wusste die gattin eines berliner bankiers in ihrem dirndl kostüm sah sie ein wenig schnurrig aus methusalem fuhr seine holde last bis in die mitte des hofes kommandierte alles aussteigen und kippte den schubkarren um zensi quiekte überkugelte sich zweimal kam dann jauchzend auf uns zu in einer merkwürdigen gangart die etwa so aussah wie wenn eine ente den trippelschritt einer taube versucht und sagte denken sie der schlechte mensch auf dem schubkarren fährt er mich aber zeichnen mag er mich nicht methusalem schnitt ein gesicht hinter ihr das deutlich ausdrückte lohnt nicht den fassboden dann sagte er ich bin kein zeichner ich bin ein feldarbeiter und das schubkarren fahren ist wichtiger für sie zensi als das geporträtiert werden sie haben drei heukappen auf einen platz zusammengetragen und waren daher mit recht so erschöpft dass sie per achse nach hause gebracht werden mussten er ist über so viele steine hinweg gefahren klagte zensi ich bin buchstäblich wie gerädert das wird besser werden zensi tröstete mit husalem wenn unser vater bachtel erst einen schubkarren mit federung und gummirat angeschafft hat es ist ein skandal dass er noch keinen solchen besitzt er ist ein rückständiger landwirt oh sie spötter flötete zensi aber passen sie auf morgen habe ich wieder drei pfund abgenommen denken sie herr doktor neun pfund habe ich bei ihnen in zwei wochen abgenommen und das ohne jede medizin sie setzte sich zu mir und wollte mich in den zauber eines gesprächs über ihren gesundheitszustand verwickeln ich aber sagte sie möge das alles ihrem arzt in der sprechstunde mitteilen da war sie dann auch zufrieden ein hilfsbriefträger erschien er übergab eva einen brief den brief hatte die reichspost mit der richtigen adresse im rathaus abgegeben dort war der brief in einen neuen umschlag gesteckt und mit hanne forellenhof adressiert wurden so hatte ihn der hilfsbriefträger überbracht er blieb nach dieser amtshandlung warten stehen nanu briefträger sagte mit husalem sie warten wohl auf ein trinkgeld sie wissen doch dass wir alle in diesen gesegneten landen nichten roten heller in der tasche haben eine zigarre möchte ich gern sagte der briefträger gibt's nicht schimpfte bachtel aus der haustür heraus drei stück soll er bloß am tag rochen und die kriegt er auch täglich geliefert nur ist er extra briefträger geworden dass er in den höfen um tabak rum schnurren kann der briefträger er war im zivilleben fabrikbesitzer im westfälischen industriebezirk machte einen niedergeschlagenen eindruck drei stück so leichte zigarchen ist ja nichts für einen der ein starker raucher gewesen ist sagte er die drei dingerchen hole ich mir früh um sieben ab verrauch sie alle drei nach dem frühstück und dann habe ich den ganzen tag nichts trösten sie sich sagte bachtel grob vielleicht werden sie auch noch gescheit um kopf nur die dicke zens sie war mitleidig sie hatte sich eben eine zigarette angesteckt und sagte briefträger ich krieg bloß zwei stück am tag aber sie dürfen einmal dran ziehen sie steckte den briefträger ihre zigarette in den mund und der so sich gierig daran fest ließ den rauch durch die nase so so fest dass er binnen sekunden die ganze zigarette aufgefressen hätte wenn zens sie ihm nicht entrissen hätte den lasse ich nie wieder ziehen sagte sie empört eva hielt ihren brief in der hand sie war ein wenig unruhig geworden er ist von meinem vater sagte sie leise zu mir begleiten sie mich bis zum tor also fuhr sie fort während wir langsam gingen und sie sich auf mich stützte hat er meinen aufenthaltsort erfahren ich mag den brief jetzt nicht lesen ich weiß dass er nichts erfreuliches enthält und ich will mir den schönen abend nicht verderben so war der alte streit zwischen waltersburg und neustadt in einer ganz neuen form wieder ausgebrochen die tochter des konkurrenten war bei uns zur kur und der vater protestierte anders konnte es nicht sein es wäre sehr sehr schade wenn sie unser heim verlassen müssten sagte ich und fühlte dass eine heiße angst in mir aufstieg sie sah finster zu boden dann riss sie den brief auf ich will nicht feig sein sie las las staunte dann reichte sie mir den brief oh das hätte ich nicht gedacht lesen sie liebes kind es ist ja nicht nett von dir dass du hinter meinem rücken ins lager unseres sogenannten feindes übergegangen bist aber die sache kann sich noch gut zurechtschieben die neustädter deren ganze sache ich auf die beine geholfen habe machen mir schon seit langem das leben sauer und möchten mich nach und übrig machen nun erhielt ich gestern von mr stevenson aus amerika einen brief in dem er mich anfragt ob ich geneigt sei den bau der noch fehlenden 20 höfe in der waltersburger kuranstalt zu übernehmen und auch fernerhin die baulichen unternehmen und dort zu leiten in diesem falle möge ich mit der waltersburger direktion die verständigt sei in verbindung treten ich bin nach lage der verhältnisse gar nicht abgeneigt der sache näher zu treten und freue mich jetzt dass du bereits dein interesse für das jedenfalls sehr aussichtsreiche waltersburger unternehmen bekundet hast in den nächsten tagen werden wir uns sehen ich gab eva den brief zurück sie werden nicht glauben dass ich eine ahnung von diesen geschäftlichen dingen gehabt habe sagte sie ängstlich gewiss nicht ich habe selbst auch davon nichts gewusst ihre stirn war finster es ist schwer für mich das zu sagen aber sie sollen mich nicht falsch beurteilen es gefällt mir nicht von meinem vater dass er von den neustädtern zu den waltersburgern übergeht er hätte drüben stange halten müssen jetzt erst recht braves liebes mädel dachte ich doch ich sagte um sie zu beruhigen sie sind ja auch zu uns gekommen das ist etwas anderes ich bin nicht eva bunkert ich bin hanne vom forellenhof ich schade den neustädtern nichts aber mein vater der gründer von alledem wenn der übertritt vorlein eva ihr vater ist wohl längst da drüben nicht mehr ganz mit dem herzen dabei seine ursprünglichen wald heime sind dem öden hotelbetrieb gewichen ich glaube er mag darunter gelitten haben kaltherziger geschäftskonzern spricht allein in neustadt wenn sich nun ihrem vater ein feld neuer tätigkeit bietet das ihn mehr befriedigt ist es recht von ihm wenn er zusagt sie sind ein lieber mensch sagte sie dankbar und meine augen flammten auf und auf einen augenblick war es mir als flöge meine seele einem seligen lande zu das herz stockte der atem setzte auf sekunden aus ein seliger taumel fasste mich draußen an der tür erhob sich ein singen abend wird es wieder über wald und feld säuselt frieden nieder und es ruht die welt das alte abendlied wurde von vierstimmigem chor gesungen da öffnete der lange ignaz das tor er er hatte in der nische gelehnt und ich hatte ihn vorher gar nicht gesehen vielleicht hatte er alles gehört was wir besprochen hatten jetzt blickte er mich mit finsterem gesicht an aber ich beachtete ihn gar nicht ich sah auf die sänger die durchs tor zogen sensen und rächen trugen sie über den schultern alle mit feldblumen geschmückt voran schritt emmerich der chormeister mit einem mit kornblumen geschmückten kontaktstock nur der bach ergieße sich am felsen dort und er braust und fließe immer immer fort so in deinem streben bist mein herz auch du gott nur kann dir geben wahre abendroh als letzte in der reihe kamen die kleine luise und eine frau die das kind an der hand führte diese frau war wohl noch jung sie war von hoher schöner figur das gesicht konnte ich nicht sehen weil das bunte kopftuch das sie trug weit vorgeschoben war luise die jetzt sehr häufig auf dem forellen hofe war schmiede sich dicht an ihre begleiterin wie heißt die frau mit der luise geht fragte ich eva sie nennt sich magdalena ist sehr still und bleibt fast immer für sich allein aber das kind hängt an ihr behutsam zog ich mein notizbuch dort hatte ich die kurgäste des forellenhofes verzeichnet magdalena geschiedene frau kaufmann agnes blassing aus aachen behandelnder arzt dr michael stand dort verzeichnet das abendlied verklangen die leute zerstreuten sich an der brunnenröhre oder am bach die meisten aber zogen doch vor ihre abentoilette auf dem zimmer zu besorgen draußen auf der straße knarrte noch ein wagen trotzdem schloss der lange ignaz das tor das war eine neue heimtücke von ihm denn vor dem tor stand pieseke mit einem fuder klee und wusste nicht wie er es anstellen solle die zügel der pferde von denen eines sehr unruhig war nicht loszulassen und doch an das tor zu klopfen so schrie er es ist zu es ist zu bitte machen sie gefälligst auf und es klang wie ein jammernder hilferuf die leute die noch im hofe waren lachten und niemand dachte daran pieseke in seiner not beizustehen da eilte die kleine braune anneliese über den hof und versuchte das schwere tor zu öffnen ich half ihr dabei und ich sah zum ersten mal wie reizend dieses mädchen war wie eine süße junge rote rose ihre sternenaugen grüßten mich wieder so freundlich und ich glaubte zu ihrem herzen würde ich den weg wohl leichter finden als zum herzen dieser stolzen eva und sah doch wieder zu dieser eva hin nun sollte zur abendmahlzeit gerufen werden in anderen höfen geschah das durch eine glocke hier im forellenhof trat emmerich mit seiner leibgarde auf vier mann zwei mit becken einer mit einer trommel einer mit einer pauke dieser tischruf war so gewaltig dass die leute drinnen in waltersburg wussten wann im forellenhof gegessen wurde damit aber auch der lyrische teil dieser emmerichsen kunstleistung nicht fehlte wurde ein kanon gesungen den emmerich gedichtet und komponiert hatte lobet den herrn hat's zu bedeuten wenn zur ruhe die glocken läuten doch dabei nicht zu vergessen kommt zum essen kommt kommt die vier sänger sangen diesen kanon mit tiefem gefühl bald sammelten sich die abend gäste an der großen tafel im garten emil bachtel saß an der spitze und präsidierte es gab bratkartoffeln milch weiß käse butter und brot grünen salat frische kirschen und haselnüsse dieses abendmenü habe ich glatt vom lahmann im weißen hirsch übernommen weil es kein besseres gibt piesicke behauptete wenn er milch kirschen grünen kopfsalat und weiß käse zusammen äße bekäme er auch zusammen die ruhe den typhus und die cholera er war deshalb noch mit einem anderen kurgast an einen extra tisch gesetzt und bekam besondere kost nach 14 tagen als piesicke sah dass die gäste am normal tisch sich sehr wohl fühlten wurde er seiner einsamkeit überdrüssig und verlangte zu den anderen ich aß an diesem abend mit im forellenhof und ich hatte große freude zu sehen wie herrlich es den leuten schmeckte auch die tisch gespräche die geführt wurden gefielen mir weit weg war alles gespreizte verlogene getur weit weg aller phrasen klüngel alles ästhetisierende jongleurtum alle pseudophilosophische geistreiche lei jede noch so versteckte prallerei mit wirklichen oder vermeintlichen werten aus dem früheren leben der dicke franzl erzählte den dürren heinrich einem zoologen aus münchen dass er drei maulwürfe erlegt habe woraufhin heinrich entrüstet erklärte das sei eine ungeheure dummheit da der maulwurf als insekten vertilger und nachweislicher nicht pflanzenfresser niemals ein würzelchen der wiese dagegen aber täglich so viel schädliche engerlinge verschweiste wie er selbst schwer sei vater bachtel zum schiedsrichter angerufen entschied den büchern nach ist der maulwurf sehr nützlich aber dem bauernverstande nach schlagen wir ihn tot von wegen seiner haufen heinrich zuckte die schultern und sagte es werde wohl auch in diesen finsteren aberglauben noch einmal licht kommen vom ausroden zweier weiden erzählte einer vom pflanzen von sellerie ein mädchen von der aussaat von winterrettich und wirsing eine andere die meisten sprachen von der lustigen heuernte von dem rotblühenden kleefeld oder von dem wiesen wässerlein über das eine neue schmale brücke mit einem birkenden geländer gelegt worden war bäuerliche themen manchmal mehr altklug behandelt wie kinder schwätzen als wirklich erfahren wie vater bachtel war der aber sehr wohlwollend alles anhörte weil es an st barnabas geregnet habe erklärte ein rheinländer würden die trauben dieses jahr von selbst ins fass schwimmen und wie das wetter am johannistag sei so würde es bis michaeli sein behauptete ein anderer ich sah mir die leute an die so sprachen sie gehörten alle zu den gebildeten schichten der bevölkerung würden sie je in ihrem eigenen leben eine solche unterhaltung führen so wären sie sonderlinge als komische kreuze vielleicht als albern gebrandmarkt hier wären sie lächerlich wenn sie von hoher politik von gesellschaftlichen ereignissen und beziehungen von künstlerischen oder philosophischen streitfragen zu reden beginnen diese leute haben wirklich alle ferien vom ich gemacht und ich sehe dass ich meine idee nicht bis in die einzelheiten selber auszudenken brauche hier dichten alle mit an dem großen sturm lied dass wir gegen den jammer unseres modernen lebens anstimmen wollen hier hilft jeder bauen an der brücke die über den strudel der zeit zu dem stillen eiland des friedens führt hier stützt einer den anderen betrachtet den soldaten der schwer beladen sein junges leben in täglich vielstündigem mühseligem marsch gegen die feuerschlünde der feinde schleppt er würde auf seiner furchtbaren reise erlahmen liegen bleiben verzweifeln nach der dritten oder vierten stunde wenn er allein wäre aber der rhythmus der masse hält seine glieder im gang am klingenden bewusstsein der gegenwart von tausend anderen hält er sich aufrecht so ist es hier auch nimm den einzelnen kultur menschen setze ihn in eine bauernstube heiße ihn leben und arbeiten wie es ein bauer tut und das heimweh packt ihn am achten tage und treibt ihn davon mit hunderten ja mit tausenden seinesgleichen aber ist er glücklich legt er alle tage strecken auf dem wege der gesundheit zurück deren er sonst nie fähig wäre kommt er trotz aller anfeindung durch sein bequemes verzerfeltes tyrannisches ich zum siege ende von abschnitt 9 abschnitt 10 von ferien vom ich von paul keller diese librivox aufnahme ist in der public domain lorelei mein bruder joachim guckte über den gartenzaun und als sich die gesellschaft auflöste zum abendspaziergang fügte es sich leicht dass eva und annelies joachim und ich uns zusammenschlossen im poetenwinkel der lindenherberge standen die fenster offen da sangen zwei junge männer zur laute rosenbusch holder blüh wenn ii mein mädel gsee wir blieben stehen und hörten zu die sänger reichten zwei volle gläser zum fenster heraus und unsere mädchen nippten daran und lachten annelies hatte meinem bruder zu getrunken und es war mir schon aufgefallen wie seine sonst so ernsten augen aufleuchteten dann als der fröhliche singsang überging in draus ist alles so prächtig und es ist mir so wohl bemerkte ich dass joachim heimlich nach annelies hand fasste die ihm das mädchen traum verloren überließ eva stand ans fenster gelehnt der duft der wiese schlug mir schwer in die sinne glühwürmchen funkelten durchs gras droben im einsamen hirtenhaus blies auf seinem waldhorn der freiwillig verbannte dessen liebesleiden ich kenne eichendorfs traurige weise sie hat einen anderen genommen ich war draußen in schlacht und sieg nun ist alles anders gekommen ich wollte es wäre wieder krieg über die wiese gingen zwei langsam dahin die frau vom forellenhof die sich magdalena nannte und die kleine luise das kind erkannte mich und eilte auf mich zu die frau blieb abgewandt stehen da rief die kleine magdalena magdalena kommen sie doch her hier wird so schön gesungen die frau schüttelte den kopf und wandte sich aber doch langsam um und ob es auch schon dämmerig war der abend hatte mich scharf sehend gemacht ich sah dass das weib das dort einsam auf der wiese stand joachims erste frau luises mutter war der bruder aber sah sie nicht und seine augen waren gehalten und er erkannte auch sein kind noch immer nicht langsam tastete wieder seine welt müde und doch immer noch glücksuchende rechte nach der kleinen analyse keuscher hand magdalena kommen sie hierher rief das kind abermals und dringend die aber schüttelte den kopf und ging davon das kind schmickte sich an mich vom berge her klang noch immer die melodie des eichendorfliedes und ich sah den bruder an und hörte aus dem klange des hornes die worte ich aber war weit schon gegangen jetzt sieht sie mich nimmermehr die nacht war schwüler als der abend es war als ob von irgendwoher heiße gewitter luft über unsere häupter getragen würde ich saß wach am fenster als ich heimgekommen war hatte ich einen brief von stefenson gefunden er machte mir mitteilung dass er an den baumeister bunkert geschrieben habe und ihm die leitung unserer ferneren baulichen unternehmungen übertragen wolle dann kam der inhaltsschwere satz des briefes ich verhehle ihnen nicht lieber freund dass meine tiefe neigung für fräulein eva bunkert deren ich mir inzwischen ganz klar geworden bin mich zu dem angebot an ihren vater geleitet hat dieser neigung werden sie dessen versichert mich ihre ehrliche freundschaft immer rechnung tragen wie schwül die nacht war wie unruhevoll die seele schmerzlicher wünsche heißer angst tiefer niedergeschlagenheit voll da das schöne traumbild von liebe und glück von drohendem wetterleuchten überstrahlt an meinem himmel stand da bäumte sich der wille im jungen herzen auf und ich sagte mir oh mein freund wie kommst du dazu mir den verzicht auf meine junge liebe zu befehlen steht dieses recht in unserem kontrakt ist lieber ein schacher in dem du mich überbieten kannst bist du mein herr und ich dann sklave dem du befehlen kannst lass ab von jenem mädchen das ich für mich will oder wenn du es auf die freundschaft hinaus spielen willst wo war je in der welt freundschaft stärker als liebe wo wäre sie im kampf mit ihr nicht unterlegen komm nur zurück alter geschäftemacher und kämpfe um die braut wenn du zu lange aus bleibst wirst du sie als die meine finden und sie mir gewiss nicht mehr entreißen so wollte ich das recht auf mein lebensglück wahren aber neben dem willen saß der zweifel ich wusste dass evas herz viel mehr zu stefenson neigte als zu mir ich war wohl für das glück der liebe nicht bestimmt niemals im leben hatte es mir ernsthaft gewinkt vielleicht war ich zu scheu zu verträumt meinen lebenspfad gegangen auch die kleine anneliese die junge rote rose hatte ich übersehen nun streckte der bruder die hand nach ihr und auf der wiese stand des bruders weib und sah mit verlorenen augen nach ihm hin auch da fühlte ich böses wetter aufsteigen das ist doch ein kostbares geschenk dass der herrgott seinen erdenkindern machte die arbeit hast du ein leid im herzen das nicht heilen will dass sie den tag grau färbt und deine nächte qualvoll macht geht zur arbeit zu der herben tüchtigen frau sie wird dich mit so klaren augen anschauen mit so morgen heller stimme zu dir sprechen dass du das haupt hochheben und tief atmend einen frischen luftstrom des lebens einsaugen wirst bist du einem irrlicht nachgegangen und auf sumpfigem pfad von schlinkpflanzen tiefer verzagtheit umschlungen worden rufe die arbeit die tüchtige frau sie wird dich mit derber hand herausziehen aus deiner bedrängnis und dich wieder auf eine feste straße stellen hast du güter verloren welche art es immer sei wende dich an die arbeit die reiche frau die leere taschen und leere herzen immer neu zu füllen vermag sind dir alle unterhalterinnen des lebens überdrüssig geworden lass die arbeit an deinem tisch sitzen bis zum letzten tage deiner kraft denn sie ist deine beste freundin sie schützt deine gesundheit sie stärkt deine muskeln sie würzt dir das mal und salzt es dass es nicht faule sie spricht dir alle tage aufmunternde worte über deinen wert ins ohr und hütet dich doch vor übermut durch kleine oder große misserfolge sie gibt dir für deine feste das rechte lachen mit sie schenkt dir zu deinem becher den rechten lust und schließt dir alle abende mit leisem finger die leder so bin ich durch die arbeit über meine zweifel und leiden hinweg gekommen so sind meine eigenwünsche still geworden und wie kleine heimatbächlein hinein gerieselt in den großen strom des willens zum dienst der allgemeinheit von dem lasse ich mich tragen manchmal gluckst noch ein silbernes stimmlein alter sehnsucht auf aber es verklingt und ich freue mich der starken alltagswelle die mein schiff trägt von den patienten die zu mir kommen und ihre lebensberichte vor mir ausbreiten haben die meisten an der liebe gelitten männer wie frauen denn nicht immer sitzt auf dem felsen am fluss die lorelei und in dem scheiternden kahn unten der mann oft schwimmt die lore unten und der mann sitzt oben wenn er auch nicht sein golden haar kämmt sondern vielleicht nur einen schwarzen bart streicht die tragik ist immer die gleiche der kahn kippt um steht man dann als leibes und seelenarzt am ufer und wirft seinen rettungsring aus so ist das ein aufregendes aber schönes geschäft und ich denke nach und nach wird sich bei mir die aufregung in eine milde seelenheiterkeit umwandeln habe ich so ein pudelnasses menschenkind das im romantischen reinstrom der liebe verunglückte an land gezogen so lasse ich es erst ein wenig zu atem kommen und dann forsche ich es langsam aus ob die oder der so auf dem felsen gedudelt hat nicht auch mancherlei schwächen haben möge und wird die frage ein wenig zähne klappern bejaht so frage ich langsam weiter bis sich ergibt dass die oder der so auf dem felsen gedudelt hat eigentlich minderwertig hingegen der oder die so in dem kahn umkippte wesentlich wertvoller sei weshalb die ganze unglücksfahrt eine torheit gewesen nach welcher man klüger geworden und gottlob ans feste land und in trockene kleider gekommen sei in den meisten fällen hilft meine methode sie führt durch das türlein es ist nicht wert dass ich mich opfere in den garten der gesundung einige fälle sind hoffnungslos oder doch so schwerer art dass immer nur auf die zeit gerechnet werden kann die ihren langen geduld faden spinnt die stehen dann wie verloren und verzörnt in dem lustigen ferienheim vom ich und werden zuerst auf einsame posten geschickt wo ihnen kein lauter ton wehe tut aber wo eine kleine feste pflicht sie aufrecht hält und steigen wenn die lebenssehnsucht wieder erwacht stufe um stufe ins tal zurück die krummbeinige medizin meine kurmittel sind nicht ganz gewöhnlicher art es gibt ärzte die den sitz alles übels im magen suchen andere begeistern sich für die leber wieder andere schwören auf warme füße ganz alte bequeme knaben geben immer zum schwitzen ein oder verordnen laxiermittel wieder andere sagen außer mit chenien digitales und quecksilber sei überhaupt nichts anzufangen diese werden von den wasserdoktoren giftmischer genannt und alle werden von den homöopathen verachtet ich mich da nicht ein ich sage ihr habt alle recht und der der am wenigsten tut tut am meisten meine kuranstalt ferien vom ich ist etwas neues und es sind auch meine kurverordnungen teilweise sehr neu so habe ich in der kurzen zeit meiner hiesigen praxis meinen patienten in 51 fällen die anschaffung eines dackels verordnet der dackelhund als heilmittel ist in der medizinischen wissenschaft gewisslich ein novum aber er ist gleicher zeit das kühne bild ist in tagebuchaufzeichnungen erlaubt nichts anderes als ein ei des kolumbus ich habe selbst seit jahren einen dackelhund in amerika drüben nennen sie ihn german dog er heißt spezi weil er mir in der tat ein spezialfreund geworden ist und ich kenne die gesundheitsfördernden und erziehlichen werte seiner gegenwart zu gut als dass ich in meiner nächsten liebe nicht auch anderen das glück eines solchen besitzes gönnen sollte eine wissenschaftliche arbeit schreibe ich ja hier nicht nur eine tagebuchplauderei aber ich will eine erweiterte abschrift dieses kapitels meinen kollegen geben die ein wenig die nase über den chef rümpfen der so viele krummbeinige medizin verordnet dass neulich 26 dackel auf dem lindenplatzer eine art generalversammlung abhielten und gräulichen unfug verübten dr fristen hat mir damals gekündigt mit der begründung dass er ein ernst zu nehmender arzt sei und ich habe ihn ohne trauer ziehen lassen hol der fuchs alle spießer die nur ihr schuleinmal eins ableihen können einen dackel verordne ich zunächst demjenigen bei dem ich als pfahlwurzel seiner leiden zu großer eigenliebe erkenne die gewöhnt ihm der hund als bald gründlich ab kein noch so eingefleischte nitschianer behauptet auf die dauer seinem dackel gegenüber die herrchen natur das herrchen ist der dackel da kann einer dagegen tun was er will es nutzt alles nichts zum beispiel der philosoph in schwere gedanken versunken strebt auf seinem abendspaziergang gen westen der begleitende dackel einen igel erschnuppernd biegt gen süden ab der philosoph wird sich anfangs um den kläffenden köter ganz und gar nicht kümmern aber dann wird er pfeifen einmal zweimal dreimal leise dann laut immer lauter rufen drohen die fäuste ballen toben aus seiner schweren gedankenbahn geschleudert werden umkehren gehen süden wallen und betrachtungen darüber anstellen ob nun ein dachshund oder ein igel das wieder borstigere tier sei der notgedrungene gleitflug aus der luftarmen höhe eisigen denkens ist durch einen dackel ertrotzt gut so in den ferien vom ich oder ein misantrop sitzt er da in dem ganzen katzenjammer seines elenden weltschmerzes und sein dachshund setzt sich ihm gegen über mit der ungeheuerlichen leidensmine seiner durchtriebenen vieh visage die stirn in hundert runzeln die ohren hängend den schwanz melancholisch eingeklemmt die augen verdreht und die stimme leise jaulend wimmern stöhnend so wird der misantrop dieses jammerbild nicht lange ertragen mit dem vieh auf die straße flüchten und sich nicht schlecht wundern dass der scheinheilige jämmerling plötzlich wie ein berserker der lebenslust umher rast etwas abfärben wird es schon das nächste mal wenn er und der dachs so trübselig einander gegenüber sitzen wird sich der misantrop selbst nicht recht trauen und auf die straße gehen der alten jungfer die sich ihr leben lang nach einem manne gesehnt und keinen bekommen hat verorten ich einen dackel dann hat sie endlich den ersehnten tyrannen den sie pflegen und füttern kann die kleinliche ordnungswütige hausfrau die ihrem mann wegen eines zigaretten stäubchens eine szene machte und kinder und dienstboten teufelte bis sie zu uns abgeschoben wurde bekommt einen dackel und erhält als antwort auf ihre entrüstete klage dass ihr das entsetzliche vieh die hausschuhe verschleppe und in eine gute gestickte decke ein loch geknabbert habe die antwort die welt sei weit der himmel sei hoch die hausschuhe und gestickten decken seien im universum von nur nebensächlicher bedeutung und ohne dackel könne sie nicht gesund werden die ganz unheilbar musikalische donna eleonora von der mir ihr hausarzt im verschlossenen briefe mitteilte sie brächte ihre nachbarschaft durch ihr ewiges klavier spielen zur verzweiflung erhielt ein klavier und einen dachshund verordnet das klavier hat sie aufgegeben der dackel hat es so verbellt und verheult dass ihr die drahtkommode zur unmöglichkeit wurde allen den sehr nervösen herren die zu mir kommen und von denen ich weiß dass sie trotz ihrer krankhaften gereiztheit draußen in der welt als richter oder examinatoren auf arme opferlämmer losgelassen werden verordne ich einen dackel und bitte sie sich seiner künftig hin auch vor ihren amtshandlungen zu bedienen ich denke dabei an die wirkung milde ableitender mittel eine der einen hund gestreichelt hat kann keinen menschen ohne äußerste not zu boden schlagen auch wenn seine nerven noch so ruiniert sind ferien vom ich das ist so die fieberstillende wirkung der krummbeinigen medizin aber der dachs wird auch stärkend und aufbauend einer der an keine treue auf der welt mehr glaubte bekam einen dachshund nach acht tagen sagte er mir der dackel sei wie alle kreaturen ein untreues luder er gehe ihm stets durch die lappen immer seinem tierischen instinkt nach gerade so wie es die menschen täten vier vier wochen darauf war der mann bekehrt er sagte mir bis ich am hang am berge bin ist der dackel in alle winde aber wenn ich zwei stunden dort oben gesessen habe kommt der hund zu mir mit schmutzigen pfoten und lehniger schnauze und es ist mir als ob er treuherzig sagte liebes herrchen es gibt zwar noch tausend mauselöcher in die ich schnuppern möchte aber es ist doch am schönsten bei dir das ist immerhin eine gewisse treue das ist immerhin eine gewisse treue endlich verordne ich einen dackel allen denen die ein gespreiztes hofffertiges gebaren haben denen die sich tun wie die leute sagen es sind ihrer sehr viele wer tut sich heutzutage nicht der dichterling der reiche kaufmann der herr beamte das ganze weibsvolk bindet ihnen nur einen dackel ans bein der sie an den hosen oder am humpelrock zerrt gleich ist ihre hoheit dahin man kann nicht geziert nicht unnatürlich tun und sein wenn man mit einem dackel geht das rustikale viehzeug verdirbt allen aufgeblasenen stil zerrt einen widerwillig in die natürlichkeit zurück gewiss der dackel ist ein stubiger philister ein teppischer biedermeier ein kleinbürger aber auch ein nihilist gegen alle gespreiztheit ein genialer spötter ich wüsste nicht warum ich ihn nicht als ein heilmittel gegen mancherlei gebrechen unserer zeit in unserem kurplan einsetzen sollte in der genovevenklause die genovevenklause ist frei geworden den sommer über wohnte eine witwe mit ihrem söhnchen darin eine vornehme dame die nach dem untergang ihres eheglücks aus ihrer bunten gesellschaft in die einsamkeit der klause flüchtete das häuslein ist halb in den berg hineingebaut ein kreuz ist über dem felsen der bach fließt vorbei ein zahmes reh grast vor seiner tür es vertritt die hirschkuh der legende dort bei der genovevenklause ist meist tiefe stille nur ein schmaler fußweg führt zu ihr hin und es ist dort recht einsam nur die heimweh flue mit dem hirtenhaus ist ebenso still nun ist die frau fortgezogen sie musste in die welt zurück und hatte tränen in den augen als sie abschied nahm wenn das grab meines gatten hier wäre möchte ich nie mehr ausziehen aus der lieben klause sagte sie sie müssen es wegen ihres sohnes entgegnete ich ihr sie dürfen keinen schmerzensreich keinen parsival aus ihm machen sie müssen ihn vorbereiten für das leben mir graut vor dem leben sagte die frau herzeleide und zog davon heute war ich in der direktion der direktor war nicht anwesend und ich musste ein wenig warten da kam sie zur tür herein magdalena vom forellenhof die frau meines bruders joachim als sie mich sah erschrak sie und strebte zur tür wieder hinaus ich hielt sie zurück was wünschen sie magdalena der herr direktor wird gleich hier sein warten sie nur einige minuten sie war äußerst verwirrt ich wollte ich möchte ich wollte nur anfragen ob es vielleicht möglich sei dass ich in die genoveven klause ziehen könnte da sie frei geworden ist gefällt es ihnen nicht mehr auf dem forellenhof sie wich aus ich möchte sehr gern in tiefere einsamkeit ist ihr arzt damit einverstanden ja irgendein angestellter kam und meldete der direktor sei zur bahn gefahren nun dann warten wir jetzt vergebens auf ihn magdalena wenn es ihnen recht ist gehen wir zusammen nach der klause und sehen wie es dort steht ich werde schon dafür sorgen dass sie die klause bekommen ich bin ihnen sehr dankbar herr doktor aber ich möchte ihnen meinetwegen den weg nicht zumuten nicht der rede wert ich gehe jetzt sowieso spazieren kommen sie ich merkte wie ungern sie mir folgte ihr gesicht war sehr blass und ihre lippen zuckten das ehemals so prachtvolle rot blonde haar war schwarz gefärbt das veränderte sie am meisten aber auch der frühe so rosige teint war verloren die haut schimmerte blass und feucht die kinderaugen die so übermütig blitzten und lachen konnten hatten wohl ihre wunderbare schönheit noch aber sie blickten müde und traurig während wir so gingen sprach ich über harmlose dinge über die ernte über vater bachtel sie gab kurze antworten blieb immer einen schritt hinter mir und vermied es mir ins gesicht zu schauen als wir an den schmalen pfad kamen atmete sie ersichtlich auf jetzt konnten wir nicht mehr nebeneinander gehen sie bestand darauf dass ich voranschritt so kamen wir zur klause hoch ragte das bild des erlösers und ich dachte an jenen kalten wintertag da ich grausam zu dieser frau gewesen war und mir nachher der milde freund mariens von magdala einfiel heute wollte ich nicht grausam sein diese frau war so müde so geschlagen sie brauchte keine strafe mehr magdalena sagte ich ich habe gehört dass sie gern mit unserer kleinen luise gespielt haben das kind ist viel auf dem forellenhof wird es ihnen hier nicht fehlen sie seufzte schwer ja es wird mir fehlen aber auf dem forellenhof nimmt es jetzt meist das junge fräulein die bärbel und mir hat luise versprochen dass sie mich alle tage besuchen will sie spielt gern mit dem reh und sie haben dem kinder auch viele geschichten erzählt ja sie hört gerne märchen haben sie auch mit ihr gelesen geschrieben und gerechnet ja das tue ich sehr gern ich machte eine pause dann sagte ich das kind ist ja bald hier bald dort und es soll sich auch weiterhin austoben aber als ständiges unterkommen hätte ich für die kleine gern ein stilles heim wenn es ihnen recht ist magdalena gebe ich luise zu ihnen in pflege da schrie sie kurz und jäh auf herr doktor wenn sie das tun erweisen sie mir eine große gnade ich sah ihr in die flammenden augen und sagte ich werde es tun nun fasste sie mich an den händen ihr ganzer körper biete eine gnade wiederholte sie ich bin so verlassen und ich habe das kind so lieb sie ließ mich los legte einen arm über die augen und trat ein wenig zurück und stand so ein weilchen still da plötzlich begann sie bitterlich zu weinen was ist ihnen magdalena es geht nicht es geht nicht schluchzte sie wenn sie wenn sie wüssten wer ich bin würden sie mir das kind nicht übergeben ich bin eine eine schlechte frau ich ging zu der unglücklichen legte einen arm um ihre schultern und sagte erschüttert du bekommst das kind doch obwohl ich weiß wer du bist sie prallte zurück sie wissen wer ich ja käthe ich hab dich erkannt da war sie die arme in die luft stieß einen schrei aus und verschwand um den felsen in den wald ich eilte ihr nach und holte sie mit mühe ein wenn joachim mich erkennt schlägt er mich tot wimmerte sie er erkennt dich nicht niemand kennt dich außer mir und ich werde dich schützen sie musste sich an mir festhalten als ich sie zur klause zurückführte dort setzte ich sie auf eine bank vor der haustür und streichelte ihren scheitel jetzt sind sie wieder magdalena und ich bin wieder der herr doktor wir kennen uns nicht das was jetzt hier geschah ist nicht gewesen morgen früh bringe ich das kind beruhigen sie sich magdalena fürchten sie nichts ängstigen sie sich nicht das kind darf sich ja nicht wundern es soll ja eine heitere zufriedene pflegerin haben auf wiedersehen ich ich ließ sie allein meine mutter hat sich um luise wenig mehr gekümmert sie hat wohl sicher tag und nacht an das kind gedacht aber nicht nach ihm gefragt sie hat keine freude an dem mädchen sie liebt es nicht sein dasein aber regt sie auf lässt sie leiden die mutter kommt kaum alle zwei oder drei wochen einmal zu mir heraus ich glaube nicht dass sie an meiner schöpfung viel freude hat sie ist von stock konservativer natur alles neue erscheint ihr verdächtig ein oder zweimal hat die mutter aber doch luise flüchtig wieder gesehen sie ist dann in schwere aufregung geraten und eines september tags kurz nachdem das kind in der genoveven klausel untergebracht worden war sagte die mutter zu mir ich quäle mich mit dem gedanken ob es nicht unrecht ist joachim die anwesenheit seines kindes zu verheimlichen quäle dich nicht mutter joachim hat bis jetzt dem kinde seine anwesenheit auch verheimlicht ja das kind nicht einmal wissen lassen dass er überhaupt existiert du sprichst immer recht lieblos von deinem bruder ich spreche so wie ich nach seinem verhalten sprechen muss sie wandte sich beiseite und ihre feine gestalt zitterte in zorn und trotz ich werde joachim aufklären sagte sie bestimmt das wirst du nicht tun liebe mutter du wirst mit mir warten bis joachim menschlich wieder so weit ist sich von ferne wenigstens seiner vaterpflicht zu erinnern und sich einmal zu erkundigen was aus seiner tochter geworden ist lass ihn er macht jetzt ferien von seinem völlig verfehlten ich leben er ist schuldlos an seinem unglück nein er ist nicht ohne schuld fritz er ist nicht ohne schuld gegen sich selbst denn er hat sich durch seinen maßlosen hass viel tiefer ins unglück gebracht als ein kluger mensch der sich beherrschen kann nötig hatte und er hat sich gegen sein kind schäbig benommen das ist unerhört was du zu behaupten wagst nun werde ich joachim bestimmt aufklären tue es nicht mutter ich rate dir gut joachim wird jetzt noch nicht mit dem kind zusammen leben wollen nun so müsste man eben das mädchen vorläufig noch nach einer guten pension bringen das würde nicht geschehen sondern wenn eine trennung nötig wäre würde luise hier bleiben und joachim würde von mir entlassen werden entlassen ja es hat sich so gefügt dass joachim gegenwärtig mein angestellter ist er hat einen sehr kurzfristigen vertrag du bist maßlos hochmütig und lieblos ich handle so wie es mir mein herz und meine vernunft vorschreiben berufe dich nicht auf dein herz sagte sie du hast keines und sie ging ich habe in den folgenden tagen seelisch gelitten nicht nur der mutter wegen die ich liebe und mit der ich mich so wenig verstehe sondern auch weil ich rund um leute sehe die sich von der last ihres alltags leben befreit in ferienruhe des daseins erfreuen und ich selbst mittendrin stehe im ich leben im familienjammer und da dämmerte mir dass es gut sei wenn ich selbst der liebe fernbliebe dass ich in freiem ungestörtem zölibat meiner großen idee am besten dienen könne herz und sinne zwar leer von manchem glück bleiben würden aber arm und fuß frei von jeder noch so goldenen kette frei zum vorwärts schreiten und handeln zur mutter ging ich nach drei tagen ich sprach freundlich zu ihr und sagte ihr dass ich ihre natur und ihr handeln ja begriffe und verstände sie schüttelte zwar das schöne köpfchen aber sie ließ sich von mir küssen und ich stieg fröhlich den berg wieder hinan ich kann nicht lange traurig sein mein herz wendet sich ab vom kummer wie eine pflanze sich abwendet vom sonnenleeren nord himmel ende von abschnitt 10 abschnitt 11 von ferien vom ich von paul keller diese librivox aufnahme ist in der public domain die schlacht bei waltersburg jeder deutsche kurort hat seine sensation der saison sowie jedes affentheater seine größte attraktion der gegenwart hat auch unser ferienheim hatte seine sensation anton der älteste sohn des wald schulzen will pauline die älteste tochter des forellenbauern heiraten und es hat sich darum eine heiße schlacht entsponnen die sache hat eine romantische vorgeschichte gehabt das jungfräuliche herz paulinens pendelte es pendelte zwischen unserem schulzensohne und einem jungen gastwirt aus neustadt hin und her und so gerieten die beiden kavaliere in die übliche rivalen wut und vergerbten sich bei guter gelegenheit die beiderseitigen fälle bis dahin wäre alles in ordnung gewesen aber nun mischte sich piesicke ein und brachte romantischen schwung in die geschichte piesicke war eines sommertags in neustadt gewesen und hatte sein rösslein in der kleinen anspannung des dortigen paulinen verehrers untergestellt von ungefähr hatte er dann vor der sommerlaube im gärtchen aus das gespräch zweier neustädter burschen belauscht die sich verschworen mit ihrem freund dem gast wird und noch zwei anderen am nächsten mittwoch gehen waltersburg zu ziehen und falls sie in der dämmerung am gartenzaun des forellenbauern den schulzensohn im traulichen gespräch mit pauline erwischten diesen gräulich zu verbläuen auch sonst an umherschweifendem burschenvolk des verhassten waltersburg ihr müdchen zu kühlen als piesicke solches hörte kam sein fürstliches blut in wallung piesicke stammt aus einer heldenfamilie sein urgroßvater hatte als general in fünf treffen gegen napoleon den ersten nicht gesiegt während er nun gehen waltersburg heimfuhr entwarf piesicke einen feldzugsplan wie dem anschlag der neustädter siegreich zu begegnen und die ehre waltersburgs zu retten sei er war zunächst einher in dasselbe traten mit großer begeisterung außer dem schulzensohn der komponist emmerich sowie der maler methusalem vom forellenhof auch der sänger hagen korund der immer noch bei uns nachtwächterte und die gegenwärtigen insassen unserer räuberhöhle diese letzteren waren vier fragwürdige gestalten die sich schinderhannes karasek jaromir und mohr nannten ein faules unordentliches leben führten und nun froh waren dass sie einmal etwas rechtes zu tun bekamen acht mann und er piesicke als anführer gegen fünf neustädter mit dieser beträchtlichen übermacht hauptsächlich aber durch seine überlegene strategie hoffte der nachkomme des napoleon bekämpfers den sieg zu erringen in der räuberhöhle hat piesicke seinen plan entwickelt die schlacht sollte nicht am gartenzaune stattfinden denn erstens überlasse ein guter feldherr die wahl des schlachtfeldes nie seinem gegner sondern bestimme selbst wo er sich schlagen wolle und zweitens könnte am gartenzaun vater bachtel oder frau susanne dazu kommen und dann gäbe es ein malheur anton sollte vielmehr im abendscheine mit seiner braut weiter den wiesenweg gehen waltersburg hinab wandeln bis 200 schritt hinter die nächste waldecke und da selbst dicht am bach abwarten bis er von den lauernden neustädtern angefallen würde alsbald würde er ihm mit noch sechs mann zu hilfe eilen die überraschten neustädter würden die übermacht erkennend und bedrückt durch ihr schlechtes gewissen die flucht hinab gehen waltersburg ergreifen wollen aber da würden mohr und schinderhannes die weiter unten in den hinterhalt gelegt würden hervorbrechen den neustädtern den weg verlegen und die ganze rasselbande sei gefangen er wolle ein für die neustädter sehr demütigendes dokument aufsetzen das die gefangenen unterzeichnen und indem sie ihre völlige niederlage zu geben müssten und dieses dokument solle in der räuberhöhle unter glas und rahmen aufgewahrt werden als ein zeichen dass der langjährige kampf zwischen waltersburg und neustadt mit dem endgültigen sieg der waltersburger geendet habe dem unbequemen mitbewerber um pauline aber werde man zu einem sehr unfreiwilligen bad im bach verhelfen wodurch alle wärmeren gefühle die die jungfrau etwa in ihrem herzen noch für den gastwirt hegen sollte abgekühlt würden denn er pisicke wisse aus seinem eigenen bewegten leben aus vielen fällen dass nichts so sicher die liebe des weibes tötet als wenn der geliebte vor ihr lächerlich wird während dieser ausführungen hatte emmerich bereits auf dem tisch einen siegesmarsch komponiert und mit husalem auf der einen weiß getünchten wand die umrisse zu einem triptychon großen umfangs entworfen die seitenteile des bildes sollten die tücke und der kampf heißen das mittelstück aber der sieg die tücke würde anton und pauline im dämmerlicht dahin wandelnd und von den neustädter unholden belauert zeigen der kampf eine besonders dramatische szene aus der waldschlacht darstellen und das mittelstück den sieg waltersburgs in großer apotheose feiern das mittelstück war schon etwas ausgeführt im hintergrund der forellenhof auf einem ross pisica als triumphator voranreitend ihm folgend anton und pauline mit kränzen im haar als nächstes paar die vertreter der künste emmerich mit der harfe und mit husalem selbst mit einem farbentopf und pinsel zuletzt die bären heutigen kriegsgenossen und nun musste die ganze kriegsgenossenschaft stundenlang still sitzen da der maler sie zeichnete emmerich benutzte die zeit ihnen seinen siegesmarsch zu dem er rasch eine textunterlage geschaffen hatte einzuüben so sagte nach einer stunde mit husalem der sieg ist ganz und die tücke teilweise gesichert fehlt bloß der kampf der wird gigantisch rief pisica die sache verlief nicht ganz programm mäßig zwar gingen die neustädter wirklich in die falle und überfielen anton 200 meter jenseits der waldecke aber die kerle rissen nicht wie vorausgesehen durch die übermacht erschreckt und ihr böses gewissen beunruhigt aus sondern blieben da und da sie sehr handfeste burschen waren verheben sie die waltersburger jämmerlich das kam aber daher dass sich die in anrechnung gebrachte übermacht waltersburgs als bald in eine faktische minorität verwandelte denn der feldherr piesicke wurde gleich zu beginn der schlacht dadurch kampfunfähig gemacht dass ihn ein riesenhafter neustädter bräuknecht in die höhe hob und in den bach warf methusalem konnte sich an dem ringen auch nicht beteiligen da er etwas abseits stehen und die szene mit dem bleistift in rasender geschwindigkeit in seinem skizzenbuch verewigen musste und der musiker emmerich fühlte sich dazu berufen ebenfalls abseits zu stehen und den mut seiner kameraden durch absingung seiner siegeshymne anzufeuern so kämpften nur der sänger hagen korund der bräutigam anton und die raubgesellen karasek und jaromir die aber da sie in ihrem privat beruf wiener gigas waren gegen die ruhr gewalt der neustädter rauffahrt nicht ankamen es gab fürchterliche prügel und der maler methusalem rettete waltersburgs ruhm nur dadurch dass er nachträglich seine schlachtskizze umkehrte wodurch alle die unten lagen nach oben kamen und umgekehrt mohr und schinderhannes die hundert meter weiter unten im hinterhalt lagen um den neustädtern den rückzug abzuschneiden hörten den skandal lugten um die baumstämme kamen aber nicht zu hilfe da sie doch eben im hinterhalt zu liegen hatten wer weiß wie schrecklich diese schlacht bei waltersburg noch ausgelaufen wäre wenn nicht eine starke auswärtige macht sich eingemischt hätte durch den wald erscheu plötzlich eine scharfe stimme pauline pauline hatte bis jetzt an einer birke gelehnt und zu einem vierteil mit entsetzen zu drei vierteilen aber mit stolz zugesehen welch grausames männerwerk da für sie und um sie getan wurde als sie nun aber die rufende stimme hörte schrie sie um himmels willen die mutter macht das ihr fort kommt darauf rissen erst die beiden bräutigamme aus und mit ihnen verlor sich rasch der anhang paulina eilte nach hause zu und bekam von ihrer energischen mama ein paar ohrfeigen weil sie sich herumgetrieben habe alles mannes volk aber flüchtete gegen waltersburg und da hat es sich begeben dass der neustädter gast wird der den rückzug der anderen deckte als er sich außer frau susannes ruf und seeweite fühlte doch noch in die hände der waltersburger fiel sechs mann haben ihn gefangen genommen und ihn nochmals verprügeln wollen aber methusalem hat gesagt man darf sich an einem geschlagenen tapferen feinde nicht versündigen man soll ihn vielmehr ehren deshalb werde ich dem feinde jetzt mit der schönen grünen farbe die ich in diesem fläschchen habe einen lorbeer zweig auf die stirne malen der gastwirt hat mit händen und füßen geschlagen aber sechs kerle haben ihn gehalten und methusalem hat ihm einen lorbeer zweig auf die stirn gemalt mit öl farbe der gastwirt hat sich in neustadt nicht mehr sehen lassen können und nach drei tagen selbstmordgedanken gehabt da hat ihm methusalem ein mittel geschickt durch das er die unerwünschte ehrung ab waschen konnte aus dem tryptichon ist nichts geworden nur eine schöne bleistiftskizze von methusalem auf der alle waltersburger oben liegen ist in unseren sammlungen einverleibt und zeugt von der schlacht auf unseren gemarkungen die sich gegen den erbfeind neustadt abgespielt hat pesicke hat an jenem abend grollend am bachrand gesessen triefen von näße und alle schwachheit und feigheit der kämpfenden sowie die niedertracht der nicht in den kampf eingreifenden teile seines heeres mit einem einzigen aus seinem hoch fürstlichen mund hervorzischenden wort charakterisiert herbst das erste halbjahr da das ferienheim in betrieb ist geht zu ende wenn ich es überschaue erfüllt mein herz rechte befriedigung nicht nur der äußeren erfolge wegen unser unternehmen steht glänzend da wir haben lange nicht alle aufnehmen können die zu uns kommen wollten die ernte auf den feldern und in den gärten war gut unsere bauern sind zufrieden und unsere kassen und kasten sind gefüllt vieles ja das meiste verdankt dieser äußere erfolg der glänzenden organisation die stevenson dem ganzen gegeben hat und die er von amerika ausgeleitet und weiter ausgebaut hat wenn auch der sonderling noch immer nicht nach europa zurückgekehrt ist was mich als arzt und mensch am meisten freut ist der umstand dass kaum einer unserer kurgäste ohne großen gesundheitlichen gewinn von uns fortgezogen ist das bestätigt meine erfahrung das bestätigen meine kollegen das sagen vor allem unsere kurgäste selbst die schweren herzens abschied nehmen wenn ihre zeit abgelaufen ist wenn sie nach dem rathaus kommen ihre uhr ihr geld zurück erhalten liegen diese dinge kalt und fremd in ihren händen und wenn sie im zeughaus ihre eigenen kleider wieder anlegen und ohne noch einmal umkehren zu dürfen durch die große hinterpforte auf die straße gelassen werden wo der wagen wartet stehen die meisten befangen da wie ängstliches volk das zum ersten male in die welt sieht so sicher so geborgen und heimisch haben sie sich in ihren ferien vom ich gefühlt sie schreiben alle freundliche briefe des dankes und guten erinnerns und sagen dass sie draußen unsere anstalt preisen und wenn sie dem oft gehörten einwand begegnen es sei wohl doch eine etwas kindliche theatralische sache so beklagten sie alle diejenigen die nicht wüssten wie herzstärkend und verjüngend die rückkehr zu kindlicher schlichtheit sei und wie sie gerade vom theatralischen erlöse von der bösen so raffiniert eingeübten und so schwer zu spielenden immer aber im tiefsten grund der erfolglosen theaterei unseres lebens auch diejenigen die organisch leidend waren haben durch gewissenhafte ärztliche kunst sowie durch die gemütsruhe und herzens heiterkeit die sie umfing die besten erfolge gehabt der sommer war gut es mag herbst werden die fröhlichkeit stirbt deswegen nicht aus diese großen kinder der welt fühlen hier alle die tiefe schönheit des herbstes von dem sie früher nichts wussten als dass mit seiner ankunft neu anschaffungen nötig seien die gasrechnungen höher wurden und die theater und konzertsaison beginne nach andeutungen und schilderungen eines unserer kurgäste will ich schildern wie ein herbst morgen im ferienheim verläuft der herbst wind hat gesungen die ganze nacht und wie er an den fenstern rüttelt und welkes laub und dürre zweige an die scheiben warf hat sich das menschlein fest in die decke gehüllt und mit großen augen ins dunkle gestarrt langsam ist seine fantasie an bord eines schwarzen wolkenschiffes gegangen das durch das kalte meer des himmels fuhr zu einem unbekannten ziele ein schwarzer mann stand am steuer des schiffes müde schweigende seelen lehnten oder saßen an seinen bord wänden lautlos glitt das schiff nur der sturm sang seine melodie und wilde gänse schrien ihr sehnsuchts lied in den wind sie folgten dem schiff wie große möwen und ihr weißes gefieder zuckte gespenstisch durch die nacht unter dem wolkenschiff war der große ozean der luft menschenhäuser lagen wie muscheln auf dem meeresgrund die wälder standen wie seltsames wirres gewächs wilder schling pflanzen manchmal ragte ein berg auf wie eine insel um die das wolkenschiff herum schwimmen musste von der insel glimmte das licht einer berghütte her wie der schimmer einer lampe aus einsamem strandhaus ein felsen ragte auf wie eine klippe an der ein unvorsichtiges schiff zerschellen kann das luftmeer rollte grollte stampfte es schleuderte die schwarze flotte der nacht hin und her die wilde fahrt war voll grausen aber auch voll schönheit immerzu ging es vorwärts da drang ein läuten aus der tiefe irgendein veneta lag drunten auf dem grund da gingen die glocken nun wurde ein lichter schimmer am horizont sichtbar dort lagen die weißen berge des morgens und im morgenlande lag die heimat da fielen dem träumer die augen zu er stieg hinab von dem dunklen schiff stieg ans lichte land und war zu hause weib und kind waren bei ihm und die guten freunde kamen und schüttelten ihm die hände er erzählte ihnen wo er gewesen sei da klopfte es an die tür gottfried stehen sie auf es ist halb sieben uhr gottfried rieb sich die augen und besann sich richtig er war nicht auf einem wolkenschiffe er war auch nicht zu hause er war kurgast im ferienheim richtiger gesagt bauernknecht auf dem forellenhofe sechseinhalb es war noch ganz dunkel in der stube und kalt war es ein feiner regen spritzte ans fenster jetzt wäre es wohlig noch eine oder zwei stunden zu schlafen ach bloß noch ein paar minuten sagt beginnt gottfried wieder einzuschlafen aber in dem augenblick da sich das bewusstsein vom letzten faden lösen will schrickt er auf und springt mit beiden beinen aus dem bett er wird sich doch nicht von dem bartel dem bauern einen meldezettel an den arzt schreiben lassen wie ein schuljunge der was pexiert hat von seinem lehrer dieser bartel ist ein ganz netter kerl aber er klemmt einen sofort falls man über die hausordnung hinweg geht und es ist so blöd sich dann beim doktor entschuldigen zu müssen unglaublich wie leicht ein mensch in die alten penäler ängste zurück sinken kann also aufstehen beim anziehen hält man sich hier nicht lange auf es ist zu kalt in der bude auch das waschwasser ist kalt warmes müsste extra verordnet werden und man schämt sich hier unglaublich wenn man so etwas wie verfeinerte bedürfnisse erkennen lassen will es passt nicht zu einem wenn man gottfried stumpe heißt eigentlich war es doch schön im traume so plötzlich zu hause zu sein wie sie alle zärtlich und besorgt waren und nach den augen schauten ob da ein wunsch abzulesen sei hier war das anders hier hieß es nicht wünschen sondern gehorchen ein wunder war es ja nicht wenn man manchmal ein bisschen heimweh hatte zumal man fast gar nichts von zu hause erfuhr gestern war eine postkarte gekommen nach sechs wochen die erste nachricht liebermann bei uns sind alle wohl und es ist alles in guter ordnung wir denken deiner in liebe und haben nur den einen wunsch dass du dich völlig erholst mit treuen grüßen dein weib und deine kinder das war alles es war ja eigentlich genug es war ganz nach dem herzen der kurdirektion aber details fehlten gänzlich ob nun fritzchen im griechischen auf das volle genügend gekommen war ob lenchen während der ferien zum großvater reiste ob der kollege neumann sich wirklich den adlerorden erschlichen hatte wer stadtverordneten vorsteher geworden war wie die elektrizitätsaktien standen kein wort das ging ihn wahrscheinlich nichts an ihn den knecht gottfried stumpe auf die gewohnte anrede herr amtsgerichtsrat hatte er beinahe völlig vergessen sie war ihm wie ein klang aus sagenhafter zeit er war einfach gottfried gottfried hatte gestern die dicke susanne gesagt helfen sie mir mal meine brille suchen ich habe sie mir verlegt und muss die butterrechnung schreiben so wurde man sogar zu persönlichen dienstleistungen herangezogen man der herr amtsgerichtsrat wie oft überhaupt dieses weib die susanne die brille verlegt ist unglaublich mit husalem hat ihr jetzt eine art soldaten gut gestiftet daran hängt wie eine kleine säbelscheide das brillenfutteral da soll sie ihre augenwaffe immer bei sich haben aber sie trägt das koppel nicht sie hat es dem mit husalem um die ohren schlagen wollen dieser mit husalem ist ein ganz netter kerl nur er erlaubt sich zu viel frechheiten ihn den amtsgerichtsrat hat er gezeichnet aber nur von hinten er sagt er hätte einen interessanten rücken das waschwasser ist abscheulich kalt und der spiegel ist klein von ordentlichem frisieren ist keine rede den nackenscheitel hat er längst aufgegeben richtig jetzt kommt noch das schandvieh der vom doktor verordnete dackel verbeißt sich in die herabhängenden hosenträger und zieht und zerrt daran man macht eine bewegung wie pferde die nach hinten ausschlagen wollen verliert dabei seinen pantoffel und bemerkt dass der dackel die hosenträger jählings loslässt sich auf den pantoffel stürzt und mit ihm unter dem bett verschwindet marke marke ihn zerfressen der pantoffel gehört der kurverwaltung und der dackel ist ihm oktroyiert einfach oktroyiert er hat hunde nie leiden mögen schon gar nicht als schlafkumpane er hat sie immer als wandelnde flohfabriken verabscheut methusalem hat neulich einen wissenschaftlichen vortrag im rathaussaal gehalten und vorher durch öffentlichen anschlag angekündigt das thema lautete kann der mensch homo sapiens von dem hunde canis familiaris einen floh pulex irritans erhalten er amtsgerichtsrat doktor nein gottfried stumpe hat den blödsinn nicht mitmachen wollen zuletzt hat er gerade an dem vortragsabend rein gar nichts vor gehabt und um die zeit tot zu schlagen hingehen wollen aber da hat es geheißen der saal sei überfüllt die polizei lasse niemand mehr zu tags darauf hat am rathaus eine rezension des methusalemischen vortrags ausgehangen isidor karfunkelstein vom grundhof hat sie geschrieben natürlich blech am schluss hat es da geheißen so wies der vortragende in seiner lichtvollen hinreißenden art aufs überzeugendste nach dass hunde und menschen floh zwei ganz verschiedene spezien sind dass es einem hunde floh niemals einfalle die schön beharrten jagdgründe seiner tierischen pfründe freiwillig zu verlassen um auf dem glatten parkett der menschenhaut unglücklich zu debittieren dass dem hunde floh das tierische blut viel besser munde als das menschliche dass ein bei einem menschen gefundener hunde floh eine außerordentliche ausnahme einen armen verirrten darstelle der höllisch an heimweh leide kurz dass wohl ein dackel von einem menschen einen floh bekommen könne aber nicht umgekehrt eine resolution die darauf hinaus ging die mitglieder der versammlung als angehörige der kulturwelt seien fest entschlossen den alten aber glauben dass ein pulex irritans vom canis familiare freiwillig zum homo sapiens übergehe auszurotten wurde mit überwältigender mehrheit angenommen die ohnmächtige geringe opposition wurde ausgelacht das war also ein wissenschaftlicher vortrag in diesen ferien vom ich verrückt aber alles volk lief hin herren und damen rauften um die plätze nun hat das best der dackel den pantoffel wirklich zerfetzt er guckt mit elenden plüsch überresten in der schnauze höchst durchtrieben unter dem bett hervor und seine weit aufgerissenen augen fragten gibt es nun keile oder nicht er schlägt ihn nicht mag vater bachtel neue pantoffeln besorgen er regt sich nicht auf dazu ist er nicht da früher würde er gekollert haben jetzt nicht mehr er ist gottfried stumpe dem solche kleinigkeiten egal sind der dackel versteckt inzwischen die zeichen seiner schandtat weit unter dem bett dann kommt er näher macht ein äußerst treuherziges gesicht wedelt mit dem schwanze und bietet das bild unverdächtigste harmlosigkeit gottfried sieht ihn an beschließt die abscheuliche heuchelei zu übersehen und sagt einfach und gelassen du bist ein schweinekerl der dackel blinzelt nach dem fuße auf dem sein herrchen in bloßen socken steht nimmt den schweinekerl als etwas ganz selbstverständliches hin und springt dann zärtlich an dem von ihm liebreich geneckten manne in die höhe und der schab ihm freundlich den nacken dort wo das fell so lose sitzt wie ein viel zu weiter anzug gottfried mehren sie nicht wieder so lange beim anziehen sie erkälten sich das war vater bartel mehren hatte er gesagt der mann war nicht satisfaktionsfähig wenn ihm früher einer mehren sie nicht so lange gesagt hätte zum beispiel als er in sachen pimpel kontra karsucke wegen eines objektes von drei mark und fünfzig pfennig neun termine ansetzte von dem der letzte drei stunden dauerte tja ferien vom ich der treppenflur ist durch den gelbroten schein von petroleum lampen erleuchtet petroleum ist ein licht das aus der erde gequollen ist darum ist es wahrscheinlich so warm leute die um eine petroleum lampe sitzen sehen alle aus wie bergvolk das im innern der erde haust halb beleuchtete höhlengesichter die sich an den dunkel bleibenden wänden doch hell abheben alles im zauberschein stillen trauten zusammen hockens ein wissen und bekennen draußen ist nacht alles andere grellere licht lügt den tag vor im hausflur unten sagt die hübsche magd emilie hoppla weil er gottfried an ihre milchkanne stößt und dann tritt er in die große bauernstube da umfängt ihn das ganze große behagen des zu früh erwachten der in eine warme stube tritt alle glieder dehnen sich in wohligkeit um den tisch sitzen schon die genossen und genossinnen viele trinken kakao andere löffeln milch suppe er sucht susanne muss ihm den hübschen wahrhaft künstlerisch geformten napf zweimal füllen die frühstücks unterhaltung ist spärlich und nüchtern wie überall zu hause würde er jetzt kaffee trinken und die zeitung dazu lesen das bisschen koffein würde ihm wahrscheinlich nicht schaden aber dass er die zeitung wieder mal auf den tisch hauen oder zerknüllt an die wand schmeißen würde das wäre schlimmer hier gibt's keine zeitung es geht auch so sollten amerika und japan inzwischen krieg bekommen haben ist ihm völlig egal wer dabei zugrunde geht gleichgültiger als der vom dackel zernagte latschen der regen spritzt noch immer an die scheiben ein sauwetter würde er zu hause sagen die gummischuhe anziehen den mantelkragen hochschlagen und auf dem schnellsten wege zur straßenbahn trachten um zum gericht zu fahren hier gottfried stumpe oh weh gestern war das wetter nicht viel besser und er hat dünger fahren müssen die arbeit verteilt vater bachtel gottfried glaubt der bauer habe etwas gegen ihn jedenfalls das steht fest dieser methusalem wird immer bevorzugt ist schön und warm dass er auf dem kartoffelfelde allotria mit dem weibsvolk treiben kann geht er hinaus regnet es und bläst der wind wird er zu häuslichen arbeiten verwandt alles protektion auf der welt her amtsgerichtsrat doktor nein gottfried stumpe hätte nie gedacht es nötig zu haben sich um das besondere wohlwollen eines bauern wachtel oder einer frau susanne bemühen zu müssen er verschmäht auch alle liebe dienerei um sich vergünstigungen zu verschaffen dieser methusalem er ist ja sonst ein netter kerl ist schon fünf monate hier aber eigentlich ein kriecher denn er soll frau susanne auf einem schaftboden in einer fabelhaften geschmeichelten weise porträtiert haben dass er trotz gelegentlicher anrempelung liebkind im hause ist und bleibt denn susannes bild hängt jetzt in einer münchner ausstellung das schmeichelt natürlich solch alter schachtel gewaltig die dicke lene drüben am nachbartisch gottfried müsste sich furchtbar täuschen wenn er in ihr nicht die gattin des juweliers rosenbaum erkannt hätte sagt eben vater bachtel eine plumpe schmeichelei über seine uhrkette die ein klobiges ding ist und vielleicht einen taler gekostet hat aber bachtel der ein geriebener patron ist merkt den braten und sagt ja ja lene meine uhrkette ist zwar sehr schön aber rüben abkloppen müssen sie heute trotzdem das ist so furchtbar kalt stöhnt die dicke lene belehrte sie vater bachtel wohlwollend es ist kalt das ist wahr aber sie sind hier um dünner zu werden und kälte zieht die körper zusammen sämtliche frühstücksleute grinsen auch gottfried freut sich gestern als er dünger fahren musste hat er sich bloß damit getröstet dass es die arbeiter auf dem rübenstande noch schlimmer hatten als er die rüben aus dem nasskalten manschigen acker zu nehmen sie aneinander zu klopfen damit die überflüssige erde abfällt und sie für den wagen zu sammeln ist an solchen regentagen keine schöne arbeit und nichts weniger als maniküre die finger werden blau rot nur pulswärmer helfen etwas scheußlich er gottfried freut sich auf seine dünger fuhre da pendelt er so langsam neben seinen beiden nachdenklichen rösslein einher und der ammoniak geruch den seine ladung ausströmt stört ihn nicht der soll sogar ausgezeichnet gesund für die lungen sein mit husalem sie werden heute holzacken hört er vater bachtel weiterreden richtig es regnete folglich blieb mit husalem im trockenen gottfried hasste in diesem augenblick den mit husalem wie er zu hause den kollegen gehasst hatte der den adler orden erschleichen wollte solche leute verstehen es eben immer nach oben zu schielen oben das waren hier vater bachtel und frau susanne bachtel tat so als ob er unparteiisch sei das sage ich ihnen aber mit husalem gravieren sie mir heute wieder ein bild auf die axt haben sie das letzte mal holz gehackt mit husalem gelobte keine bachtelsche holzackst mehr zu verunzieren sondern fleißig holz zu hacken in diesem augenblick trat der briefträger in die stube er hatte eine riesige tasche umgehängt und in dieser tasche steckte ein einziger brief herrn mit husalem auf dem forellenhof mit husalem öffnete den brief las und sank mit einem seufzer wie ohnmächtig auf die ofenbank die weiber quiekten am lautesten susanne bachtel hob den auf den fußboden gefallenen brief auf und las ihn ohne weiteres vor sehr geehrter herr ihre von der gesamten fachkritik glänzend beurteilte zeichnung bäuerin auf dem schaffboden ist heute für den preis von 5000 mark verkauft worden die ausstellungsleitung große allgemeine verwundernis frau susanne wurde knallrot dann hielt sie sich die leinwand schürze vors gesicht bachtel aber klopfte sie auf die schulter und sagte mutter schäm dich nicht was kannst du dafür dass du so eine interessante frau bist mit husalem erhob sich stand auf und bot ein bild des jammers kinder sprach er mit zerknirschter stimme ihr alle kennt mich und werde daher mitleid mit mir haben 998 ein halbes jahr bin ich alt eineinhalb jahr habe ich bloß noch zu leben und nun werde ich plötzlich ein krösus dass ich in der kurzen spanne zeit meines irdischen wallens nicht die riesen summe von 5000 mark ausgeben kann werdet ihr einsehen und doch muss sie mangels jeglicher leibeserben weggeschafft werden ihr könnt glauben dass dieser fall mein gemüt hart bedrückt doch werden wir mittel und wege finden hier so lange feste zu feiern bis ich von dem alb des geldes erlöst bin gegen diese auffassung hielt nun bachtel eine zorn sprühende rede über sparsamkeit mäßigkeit und unvernunft manche stimmten ihm zu andere widersprachen ihm es gab ein erhebliches durcheinander inzwischen ging frau susanne immer fort mit roten wangen und schämig flimmernden augen hin und her denken sie doch frau susanne 5000 mark in münchen auf der ausstellung für ihr bild ruhe kommandierte bachtel wir müssen wieder an ernste dinge denken ecke hart sie nehmen einen schubkarren fahren runter nach waltersburg zum kaufmann scholz und holen das fässchen heringe ab das ich bestellt habe lassen sie sich aber recht fest binden dass es nicht runter kugelt jawohl tusnelder emilie carlotti strunzel und eva helfen beim butter machen vierstimmiger piepsiger frauenchor jawohl knusperhase friedrich schiller li hung chang mussolini und fuhrmann henschel werden apple pflücken bärbel und die lustige witwe werden die apple nach der apple kammer tragen septet jawohl der alte dessauer hat jagdurlaub bis zum abendbrot das feilchen im winkel wird helfen die heringe ein marinieren die eckhard bringt pesicke kommt zwei stunden lang an die jauchenpumpe andreas hofer moritz arndt fitzli butzli der knecht eliezer alibaba und jeremias gotthelf gehen zum ackern aufs land lene und joachim hans von zieten helfen beim rüben abkloppen fehlt noch jemand her amtsgerichtsrat doktor nein gottfried stumpe erhob sich ich ach so sie gottfried gottfried nun sie helfen auch beim rüben abkloppen gottfried erblasste zu widersprechen wagte er nicht er hörte nur noch mit beißendem ingrim dass bachtel den methusalem aus anlass seines briefes einen tag beurlauben wolle methusalem aber wies die ehre zurück nimmermehr rief er pathetisch denn sehen sie vater bachtel eine ungeheure lebenslust ein kraftüberschuss durchströmt plötzlich meinen fast tausendjährigen leib ich komme mir vor wie ein fünfunddreißiger wo soll ich hin mit der freud austoben muss ich mich und das kann ich nur wenn ich holz hacke ich will keinen urlaub ich hacke holz punkt ein viertel nach sieben uhr erklärte bachtel das frühstück für aufgehoben nun gingen alle ihre wege die meisten hinauf nach den badehäusern um ihre anwendungen zu machen auch gottfried stumpe schritt hinaus in den fein sprühenden regen er war sehr schlechter laune auf seinem kurz zettel stand heute ein zehn minuten langes bedampfen des magens er litt an magen nerven dann ein bürstbart mit nachfolgendem kühlen abguss was so die nervösen bekommen früher war er auch massiert worden und hatte im gymnastiksaale turnen müssen jetzt fiel das weg wahrscheinlich war er schon zu gesund zu solch anständiger behandlung jetzt musste er einfach arbeiten rüben abkloppen mit mägden und alten weibern zusammen scheußlich es war ein reines wunder wie man sich das als kultur mensch gefallen ließ dass man nicht einfach sagte rutscht mir den buckel lang ich reise ab solche schweinerei wie rüben die im dreck liegen abzukloppen mache ich nicht mit man reiste aber nicht ab man wusste dass sich die kurverwaltung aus einer abreiserein gar nichts machte weil schon immer hunderte darauf warteten neu eingereiht zu werden alle widerstandskraft verliert man bei dem gedanken sie brauchen dich nicht aber du brauchst sie denn es war absolut nicht zu leugnen dass man hier absolut von grund auf gesünder wurde also bis 8 uhr war er mit seinen anwendungen fertig dann musste er sich nach der kühlen abgießung eine halbe stunde lang warm laufen dann durfte er eine halbe stunde lang in irgendeinem bequemen lehnstuhl des kurhauses verpusten dann aber musste er unwiderruflich aufs feld rüben abkloppen wenn nur inzwischen der elende sprühregen aufhörte ein einziger trost war dass bei solchem wetter das äpfel pflücken vom nassen baum auch kein heidenspaß war wie kämen sonst gerade friedrich schiller mussolini und fuhrmann henschel dazu dass sie neid und missgunst plagten ihn immer noch etwas auch war er noch reichlich oft schlechter laune das kam wahrscheinlich vom magen aber es war doch schon zehnmal besser mit ihm als zu hause wie hatte er da oft getobt und gekollert und mit dem gerichtsdiener mit den angeklagten mit den zeugen ja mit weib und kind die fliege an der wand ärgerte ihn das klopfen des regens ans fenster regte ihn auf jetzt wird diesen dackel und diesen vater bachtel vertrug ohne tobsüchtig zu werden musste schon sehr gesund sein bei seinem spaziergange traf gottfried seinen freund emmanuel geibel vom sonnenhof das war der mann mit dem er sich am besten verstand mit dem er wirklich befreundet war sie hatten sich eines tages beim pilzesuchen an einem waldrande getroffen jeder mit einem körbchen und einem messer bewaffnet hatten einander gegenüber gestanden und gelacht dann hatten sie sich einander vorgestellt emmanuel geibel vom sonnenhof gottfried stumpe vom forellenhof freut mich freut mich und am sonnigen waldrande gesessen und geschwatzt allmählich aber waren sie in zivilisiertes gespräch gekommen auf hygiene im allgemeinen auf volkswirtschaftliches auf hohe schließlich auf ganz hohe politik dann noch höher hinauf auf die kunst haben sogar einen etwas torkeligen aufstieg in metaphysische gebiete versucht sich in die firnen zonen der philosophie und religion verklettert und sind dann mit einem waghalsigen sprung auf die letzte gipfelhöhe der menschheit gesetzt auf den im blau schnee glitzernden aller gewöhnlichen sterblichkeit ewig unerreichbaren gauris anker der heiligen jurisprudenz da ist dem amtsgerichtsrat etwas schwindelig geworden emmanuel geibel entpuppte sich als ein hervorragender jurist als eiskalter verstandes mensch als einer der nicht nur über den hanswurst den jetzigen justizminister spottete der mit seinem geistigen zwergenmaß die riesen schleppe des minister talars gar zu posierlich schleifte sondern der auch an die dogmen der anerkanntesten juristischen größen mit geradezu souveräner überlegenheit die sonde legte wie er allein über list urteilte dem amtsgerichtsrat wurde klar dass der mann der sich unter dem namen emanuel geibel versteckte eine eminente größe der rechtswissenschaft war hoffentlich der künftige minister dann würde vieles an den unhaltbaren verrotteten zuständen der heutigen rechtspflege gebessert werden so beschloss der amtsrichter dreierlei erstens lieber gar keine als eine dumme bemerkung zu machen sondern zumeist den anderen reden zu lassen und ihm zuzustimmen zweitens ganz leise durchschimmern zu lassen dass er durch ein ungerechtes schicksal vielmehr durch eine widrige gegenströmung ins dunkle gestellt worden sei und gewissermaßen auch etwas mit der jurisprudenz zu tun habe drittens privatem sich als gottfried stumpe treuherzig die sympathie emmanuel geibels zu erwerben das alles ist gelungen eines tages hat geibel sogar mit ihm bruderschaft gemacht denn emmanuel hatte bei allem messerscharfen verstand ein poetisches gemüt und der mann der eben noch worte gesprochen hatte von denen jedes mit schwefelsäure getränkt war konnte plötzlich traumversunken stehen bleiben und seufzen darum ist der lens so schön mit duft und strahl und lied weil singend über tal und höhen sobald er weiter zieht oder weil ihm eben einfiel das gar nicht frühlingszeit sei herbstlich sonnige tage mir beschieden zur lust euch mit leiserem schlage grüßt die atmende brust oh wie waltet die stunde nun in seliger ruh jede schmerzende wunde schließet leise sich zu der eiskalt schließende jurist hatte sich ganz in die süßen goldenen melodien geibelscher lyrik eingesponnen und darum wohl hatte er des dichters namen für seine ferien vom ich gewählt die gegensätze berührten sich auch hier diesem emmanuel geibel begegnete nun gottfried stumper als er sich an jenem feucht kalten herbstmorgen nach der abgießung trocken lief die begegnung war nicht ganz zufällig gottfried wusste dass emmanuel abreiste er habe nur sechs wochen urlaub hatte geibel ihm gesagt er könne nicht länger abkommen natürlich es gab eben im justizdienst unersetzliche kräfte wortkarg stiegen die beiden freunde miteinander zum zeughaus hinunter nun gehe ich da hinein sagte emmanuel traurig und komme nicht mehr durch diese tür in unser liebesheim zurück sondern trete auf der anderen seite in meinem weltanzug auf die straße hinaus die ins kalte leben zurückführt ach mein freund mir ist sehr schwer ums herz ich wollte wir wären jetzt oben im walde und suchten pilze ich hab dich gern gehabt gottfried stumpe wandte sich zur seite emmanuel seele aber wurde wieder vom geiste seines meisters umfangen und er sagte mit leisem beben wenn sich zwei herzen scheiden die sich der einst geliebt das ist ein großes leiden wie es größeres nimmer gibt es klingt das wort so traurig gar fahr wohl fahr wohl auf immer da wenn sich zwei herzen scheiden die sich der einst geliebt wohl verwunderte sich gottfried über diese große zartheit aber sie packte ihn und die augen wurden ihm feucht der freund ging hinein ins zeughaus auf der anderen seite würde er nun hinaus auf die straße treten die aus diesen friedlichen ferien zurückführt in die harte schule des lebens gottfried ging um das zeughaus herum und gelangte durch ein seiten pförtlein ebenfalls hinaus auf die straße er wollte den freund noch einmal sehen mochte er zu spät auf bartelsfeld kommen es war ihm einerlei nach einer viertelstunde kam emmanuel fast hätte ihn gottfried in dem nüchternen reiseanzug nicht erkannt da bist du noch ja ich wollte dich noch einmal sehen das ist lieb von dir emmanuel zog die uhr eine einfache silberne taschenuhr ganz fremd mutet mich das ding an es ist so grausam pedantisch es zählt minuten und sekunden drinnen in der heimat ist es besser da dürfen einem nur eine glocke oder der großknecht oder mond und sterne sagen wie spät es ist und dann das geld das bedrückt mich am meisten was soll ich mit den paar kröten tun mir eine burg des glücks davon bauen lieber gott du wirst noch hoch hinauf kommen tröstete ihn gottfried nein sagte emmanuel bitter da drinnen da ist es ja geboten über das eigene ich zu schweigen aber hier draußen auf der landstraße will ich mich dir gegenüber nicht verbergen ich habe pech gehabt hätte gern studiert aber wie ich in der unterprima war starb mein vater da musste ich abgehen von der schule wurde ein subaltern beamter ich bin sekretär am amtsgericht zu haar im manuel gottfried rang die hände ineinander ein subaltern beamter dieser ministerstürzer dieser listkritiker dieser gewaltige umstürzler von oben ein sub sein duzbruder wenn das sein akademischer stammtisch wüsste emmanuel gottfried stand so verdattert da dass in die weichen züge emmanuel geibels wieder die essigsäure schärfe trat die aber doch nur zu den resignierten worten führte gottfried sie waren da drinnen gottfried und ich emmanuel wer wir draußen sind braucht uns nicht mehr zu kümmern braucht sie nicht zu genieren ich bin amtsgerichtsrat dr stein sagte gottfried noch ganz benommen dann erlaube ich mir dem herrn amtsgerichtsrat eine weitere erfolgreiche kur zu wünschen sagte emmanuel höflich verneigte sich ergriff seine kleine handtasche und wollte gehen da aber hatte ihn gottfried am arm nein lieber emmanuel wir bleiben freunde auch draußen verstehst du von dem blödsinnigen kasten geist bin ich im ferienheim befreit worden emmanuel setzte die handtasche auf die straße ich danke dir sagte er schlicht aber in tiefer freude sie schieden voneinander der amtsgerichtsrat ging mit beklommen herzen dass jeder hat der von einem freunde abschied nahm nach dem rübenfelde da waren die leute fleißig an der arbeit nur joachim hans von zieten der auch zum rüben abkloppen kommandiert war sprang in kühnen husaren sprüngen über ein lustig brennendes feldfeuerchen hinweg um sich warm zu machen in wirklichkeit aber wie der amtsgerichtsrat mit neidischem grimm bei sich feststellte um sich vor der arbeit zu drücken zehn minuten später sprang er mit über das feuer bis von ferne die gestalt bachtels auftauchte da begaben sich die beiden drückeberger schleunigst an die arbeit ende von abschnitt elf abschnitt zwölf von ferien vom ich von paul keller diese librivox aufnahme ist in der public domain von der weiblichen putzsucht und herrn piesiges leiden gestern vormittag traf ich die kleine luise die sich eben von einem haufen spielender kinder trennte willst du schon aufhören zu spielen luise die sonne scheint doch so schön ich will zu meiner mama zu deiner mama ja nach hause sagst du zu magdalena jetzt mama ja alle kinder haben eine mama ich will auch eine haben meine mama soll magdalena sein hast du deine mama lieb lieber wie dich das klang nicht frech nur tief überzeugt so lieber wie mich das glaube ich gern ihr spielt wohl schön zusammen nein wir schneidern wir machen ein kleid für mich aber es passt immer nicht richtig weil mama das schneider nicht gelernt hat und da will uns jetzt die selma kein neues zeug mehr geben selma ist die beherrscherin unserer weiblichen schneiderei eine etwas schwierige alte das mädchen ging neben mir her mit großer munterkeit sagte sie wenn papa stefenson da wäre würde er die selma mächtig ausschimpfen weil sie sagt es ist zu teuer wenn man für ein kinderkleid 40 mark verbuttert und nichts zustande kriegt ach es wird doch so schön wir nähen alle tage neue schleifen dran ich werde mit der selma sprechen ja wirst du wirklich fürchtest du dich nicht dann sage ihr wir müssen ein meter schottische seide haben und unten ein bisschen pelz besatz ich hab's mir so ausgedacht oben an dem kleide will ich einen matrosenkragen in der mitte will ich schottische seide und unten pelz besatz das wird sehr fein ja das glaube ich will das deine mama auch so mama will so wie ich will das war das mädel das vor einem jahr in der berliner ackerstraße schnürbänder verkaufte die erinnerung an diese elende vergangenheit ist in ihr völlig erloschen gut so und auch ihre kleiderwünsche verstand ich die kinder hupfen bei uns alle in einer gesunden einfachen tracht umher aber ein mädchen hatte geprahlt es hätte zu hause ein matrosenkleid ein anderes hatte sich mit einem kleide mit schottischer seide großgetan ein drittes sogar von pelz besatz gefabelt so war in luise der wunsch entstanden alle diese herrlichkeit in einem einzigen kleid zu vereinigen die die weiber mode setzt über die höchsten mauern die man um ein ferienheim ziehen kann dagegen lässt sich nichts tun auch unsere weibliche ferienkleidung wird mit tausend spitzfindigkeiten modernisiert und stilisiert was man allein mit einer heimlich angebrachten sicherheitsnadel alles raffen kann wie viel schick man durch solch einfache mittel in die vorgeschriebene gewandung bringen kann grenzt ans wunderbare wenn in meinem ferienheim überhaupt mal ein aufstand entstehen sollte wird es eine frauenrevolution sein anfangs wollte ich für alle weiblichen feriengäste ein und dieselbe tracht aber selbst selma die eine ascetin an einfachheit und an grobheit einem preußischen kammerunteroffizier der helme und stiefel anprobiert weit überlegen ist kam mir schließlich mit dem vorschlag vier verschiedene modelle müssten eingeführt werden eines für die dicken eines für die dünnen eines für die kleinen damit habe ich mich einverstanden erklärt inzwischen ist bereits noch durchgesetzt worden dass die blonden blaue die schwarzen rote blusen bekommen für die kühlen abende werden farbige umschlagtücher geliefert wie groß sind die wunder der schöpfung manche unserer damen drapieren das tuch vom gürtel abwärts um den kleiderrock die meisten tragen das tuch rechts oder links über die schulter malerisch geworfen andere machen sich eine ungarische schürze daraus wieder andere einen muff turbane um den kopf werden ebenso geschickt aus dem tuch hergestellt wie schlichte nonnen schleier einige tragen das zusammengelegte tuch nur über dem arm und einige wenige greifen auf den ursprünglichen zweck zurück und schlagen das tuch um die schultern dr michael hat die putzsucht der frauen für eine unheilbare krankheit erklärt ich bin nicht seiner meinung diese putzsucht ist keine krankheit sondern eine naturnotwendigkeit das weib muss sich putzen so wie sich das kätzchen beschlecken muss neulich kam piesicke zu mir außerhalb der sprechstunde er war noch erregter als er sonst oft ist und sprach zunächst eine menge wirres zeug durcheinander aus dem hervorgehen sollte dass er der unglücklichste mensch der welt sei ich unterbrach ihn piesicke ich glaube jedes wort was sie sagen aber sprechen sie langsamer sprechen sie recht gelassen sagen sie mir ohne alle umschweife was los ist er rang die hände ineinander und jammerte ach gott ich liebe sie ich liebe sie wen mich ach doch nicht sie sondern sie also hanne vom forellenhof woher wissen sie ich weiß es sie haben sich oft genug auffällig benommen und sie wissen auch dass sie fortzieht ja morgen nachmittag sie hat ein gutes engagement an ein stadttheater bekommen ich ertrag es nicht oh ich ertrag es nicht sehen sie herr doktor sie können machen mit mir was sie wollen sie können der beste arzt der welt sein sie können hundert sanatorien für mich bauen wenn mich dieses mädchen verlässt bin ich verloren gruselig was sagten sie gruselig herr doktor spotten sie nicht diesen verlust ertrage ich wirklich nicht das bedeutet mein ende dann wird in ihrer landeszeitung ein schöner nekrolog über sie erscheinen er war empört sie haben kein herz für mich aber es ist gut dass sie von unserer landeszeitung gesprochen haben schließlich bin ich doch ein prinz hier nicht hier sind sie piesicke das weiß ich aber ich vergesse nicht was ich draußen bin oh nein sehen sie und das habe ich ihr gesagt was wem der hanner habe ich gesagt dass ich ein prinz bin sie sind wohl verrückt geworden piesicke auf solche indiskretionen steht die strafe der entlassung aus unserer anstalt schimpfen sie nicht herr doktor ich bin heute schon genug ausgeschimpft worden was hat denn fräulein hanne zu ihrer quasselei gesagt ausgelacht hat sie mich sie hält mich für einen sargfabrikanten aus hannover stellen sie sich vor herr doktor ausgerechnet für einen sargfabrikanten hält sie mich das geschäft eines sargfabrikanten ist ein sehr ehrbares ach gott nun sind sie auch noch gegen mich ich hatte meine ganze hoffnung auf sie gesetzt sie sollten ja fräulein hanne sagen dass ich wirklich ein prinz bin und dass sie ein engagement an unserer hofoper annehmen soll was hätten denn sie davon wenn fräulein hanne in ihrer residenzstadt senge und sie inzwischen hier bei uns dünger fahren müssten ich hatte gehofft sie würden mich für ein paar wintermonate beurlauben daran denke ich nicht im traume bis zum mai bleiben sie laut unserer abmachung hier das entspricht auch ganz den intentionen ihres herrn bruders des regierenden fürsten piesicke saß gebrochen vor mir mit mir ist's alle sagte er tonlos mit ihnen war es alle mein lieber als sie zu uns kamen inzwischen haben sie sich aber bei uns einen ganz netten fond neuer lebenskraft gesammelt er schüttelte trostlos den kopf wohl bin ich gesundheitlich vorwärts gekommen aber das nützt mir alles nichts mehr ich muss sterben es gibt dinge die ein mensch nicht verwenden kann ich stand auf entschuldigen sie piesicke aber das mittagessen wartet auf mich ich habe hunger wenn sie also aus dem leben scheiden wollen gehaben sie sich wohl es freut mich sie mal kennengelernt zu haben mahlzeit da fasste ihn der zorn oh nein herr doktor so entkommen sie mir nicht so einfach mit mahlzeit wenn es um mein leben geht ich bin nicht mehr der willenlose mensch der ich im mai war ich wehre mich meine haut und da muss ich ihnen sagen dass ihr sanatorium eine mördergrube ist eh der dautz jawohl dautz ich werde sie schon bedautzen wissen sie wer der neue kurgast auf dem forellenhof ist der sich fritz steiner nennt nein ein ein geheimpolizist aus meiner vaterstadt ist er ich habe ihn wiedererkannt denn ich hatte früher mal mit ihm zu tun nun habe ich gedacht er sei hergeschickt um mich zu überwachen denn er hat mich früher schon mal überwacht aber nein wie ich ihn gestellt habe hat er mir gesagt dass er auf den langen ignats auf dem forellenhof abzählt er wird den beweis erbringen dass ignats ein langgesuchter raubmörder ist ein früherer fleischergeselle ich setzte mich wieder also piesicke ist das wahr habe ich sie je belogen herr doktor nein piesicke belogen haben sie mich nicht aber täuscht sich auch herr steiner nicht das weiß ich nicht er wartet noch etwas vom gericht ab ich glaube fingerabdrücke oder so etwas und dann will er zur verhaftung schreiten mir wurde unbehaglich haben sie auch eine auseinandersetzung mit dem langen ignats gehabt jawohl es er will mich umbringen bitte erzählen sie er hat mich schon immer verfolgt und gemisshandelt er ist ein sehr roher kerl wie ich nun fräulein hanne das gesagt habe dass nun dass ich eben doch ein prinz bin glaubte ich ich sei mit ihr und mit vater bachtel allein in der großen stube auf einmal kommt der lange ignats hinter dem ofen hervor hat grün gelbe augen und packt mich an der kehle ich habe mich gewehrt aber wenn vater bachtel und fräulein eva mir nicht geholfen hätten hätte mich der kerl erwürgt wir haben dann den mordgesellen zur tür hinaus geworfen aber er hat gedroht er werde mich schon erwischen hm also lieber pieseke ich gebe ihnen gern zu dass mir dieser knecht ignats auch in hohem grade unheimlich und widerlich ist ist er ein schuff der sich in mein ehrliches sauberes heim eingeschlichen hat dann werde ich der erste sein ihn den behörden ausliefern zu helfen aber auch wenn er nicht der von den gerichten gesuchte ist wird der brutale mensch entfernt werden das verspreche ich ihnen pieseke sank schon wieder in sich zusammen ach selbst dieser raubgesell ist in die blonde eva verliebt und ich soll sie verlieren mag mich doch der ignats umbringen dann ist es wenigstens alle mit mir dann habe ich niemand niemand der mich gern hat nicht einmal einen guten freund da tat er mir leid pieseke sagte ich das dürfen sie nicht sagen sie haben einen guten freund und das bin ich ich will ihnen das dadurch beweisen dass ich ihnen etwas sage was noch niemand von mir gehört hat auch ich pieseke habe die schöne eva sehr lieb gehabt und mir nichts sehnlicher gewünscht als dass sie meine frau werde er starrte mich an auch sie herr doktor und warum haben sie die eva nicht genommen weil sie mich nicht will sie nicht will wiederholte er verwundert sie will nicht mal sie und da soll sie mich wollen es lag eine rührende demut in dem ton in dem er das sagte sehen sie pieseke wenn man jemand wirklich lieb hat darf man nicht an sich selbst denken soll man nur denken werde du glücklich es ist etwas großes und schönes um das verzichten wir werden es zusammentragen es gibt frauen die das glück oder vielmehr das unglück haben dass alle männer sich in sie verlieben und gerade das leben solcher frauen bleibt oftmals ganz leer wir wollen unserer eva wünschen dass sie glücklich wird und wir zwei wollen zusammenhalten seine leichtsinnigen und doch so grundgutmütigen augen schauten mich feucht an ich glaube dass sie es gut mit mir meinen herr doktor ich habe sie gern pieseke sagte ich und legte ihm fest die hand auf die schulter abschiedsabend am abend ging ich nach dem forellenhofer die schöne hanne nahm abschied von uns von mai an war das mädchen bei uns und jetzt da es gehen wollte war mir als schwenden sommer und sonne dahin und es könnte nun nichts mehr geben als graue tage ich litt wie pieseke ich jammerte nur nicht so aber auch vielen anderen leuten ging evas abschied nahe ich hörte dass die dicke susanne schon tagelang mit rot verquollenen augen herumlaufe wenn der november kam würden sich wahrscheinlich unsere kur gäste an zahl vermindern dann wollte ich auch mal ausspannen wollte für ein paar wochen ferien machen ich erwischte mich bei dem gedanken dass ich dann wahrscheinlich nach einer großen stadt reisen würde nach berlin oder wien ich bin nun schon so lange in dieser einfachheit und in diesem ruhigen frieden dass ich mich wahrhaftig manchmal sehne in einer elektrischen straßenbahn zu fahren ein gutes theater zu besuchen mal in einem vornehmen restaurant zu speisen es kann gar nicht anders sein wenn der doktor aus dem friedens idyll einmal ferien vom ich machen will muss er in glanz und lärm hinein variatio delektat ich nehme es unseren bauern nicht übel dass sie sich zuweilen sonntags nach neustadt hin überschleichen um dort ins kino zu gehen und die hämischen bemerkungen der neustädter umschau über diesen fall beweisen nur dass das blatt keine ahnung von dem abwechslungsbedürfnis des menschen hat wer immer im lärm sitzt wird stumpf wer immer in der stille ist auch nur die wechselnde welle trägt das menschen schiff dass mich neben diesen erwägungen auch der gedanke leitete ich könne meine ferienreise vorteilhaft über die stadt verlegen wo eva diesen winter singen würde wollte ich mir kaum zugestehen denn ich hatte doch ein ende gemacht mit meiner liebe ich wusste doch recht gut dass ich nicht eher ein idealer leiter dieses ferienheims sein würde als ich nicht selbst von allen persönlichen banden und sorgen befreit war dass ich immer noch selbst zu sehr in der alten haut steckte die große stube im forellenhof war dicht besetzt mit menschen viel alte freunde kamen um sich von eva zu verabschieden ein paar grenze von astern hingen an den wänden die letzten rosen des gartens blühten auf dem tisch wenn ein kurgast von uns abschied nimmt erhält er als andenken ein album überreicht in dem einige gute bilder nach radierungen heliogravieren aquarellen und zeichnungen von unserem heim enthalten sind außerdem aber eine anzahl fotografien auf denen der betreffende gast in irgendeiner situation die er miterlebt hat verewigt ist denn fotografiert wird bei uns viel bei der arbeit vor dem bauernhaus beim feldfeuerchen bei irgendeinem ulk beim waldfest beim kirchgang bei tausend anderen gelegenheiten wird von unseren kurgästen fotografiert und jeder der auf einem bilde freiwillig oder unfreiwillig mit aufgenommen ist bekommt einen abzug in sein album geklickt eva bekam ein album in vier bänden sie war sehr lange bei uns und es hatten gar zu viele amateure nachgesucht wenigstens eine ihre aufnahmen in evas album zu bringen methusalem hatte einige reizende bleistiftskizzen beigesteuert die letzte war ein stimmungsbild von der landstraße die unten am zeughaus vorbeiführt zeigte einen im abendschein entschwindenden wagen und hatte die unterschrift die sonne geht unter auch du mein sohn brutus es fiel mir auf wie lustig methusalem sein wollte wie zerstreut er war wie gemacht heute sein lachen klang eva saß im scheine der großen hängelampe und durchblätterte das album sie sagte nicht viel aber mit einem male rannen große tränen über ihre wangen dann wischte sie sich energisch das gesicht ab und sagte nein ich darf mich wohl nicht allzu sehr unterkriegen lassen aber diese bücher sind herrlich sie werden mein liebstes besitztum sein alle alle sind drin nur einer fehlt ignatz warum sind sie nicht auf einem einzigen bilde mir ist das aufgefallen ignatz der am ofen lehnte wandte sich weg und drückte die wange gegen die kacheln des ofens so ein ekliger kerl wie ich ist nicht für bilder sagte er mit seiner knurrenden stimme aber es klang wie ein schluchzen darin es tut mir leid ignatz sagte eva freundlich sie waren gut und treu zu mir da ging der knecht stumm zur tür hinaus ich sah wie der kurgast steiner von dem ich nun wusste dass er ein detektiv war dem langen ignatz mit einem messerscharfen blick nachschaute barthel hatte zu ehren des abends ein fässchen moselwein angezapft und hielt eine rede meine damens und herren der heutige abend ist nicht so wie sonst sondern anders es ist ein ernster abend weil fräulen hanne fortzieht und deshalb habe ich sie zu einem gläschen wein eingeladen und ich wünsche dass er ihnen recht wohl bekommen möge wir sind alle sehr traurig denn wir verlieren fräulen hanne sehr sehr ungern der redner wurde unterbrochen frau susanne weinte und prustete so heftig dass sie sich zur tür hinaus retten musste auch barthel fuhr mit der hand nach den augenwinkeln sehen sie meine herren meiner alten geht es auch nah eine zeit lang ich kann das wohl jetzt ruhig sagen ist sie wegen fräulen hanne und mir eifersüchtig gewesen aber es war bloß ein blinder alarm ich weiß doch was ich mir schuldig bin wieder eine unterbrechung zwei herren und eine dame hielten sich das taschentuch vor den mund sehen sie meine damens und herren mit einem hausvater wie ich das ist ein reines elend obwohl es mir gut geht denn sehen sie die leute die hierher kommen verstehen alle rein gar nichts und die meisten sind sehr faul und haben das arbeiten nicht gelernt ich musste erst alle mühsam zurecht stutzen wenn man dann so eine perle bekommt wie die hanne die so famos butter machen kann und sie zieht wieder vor ort dann mit bachtels fassung war es aus er weinte in sein rot geblümtes taschentuch und konnte schließlich nur noch sagen nun trinken wir halt auf fräulen hannes ihre gesundheit das mädchen war sehr bewegt es wurden noch einige kurze ansprachen von gästen gehalten die hanne feierten und in denen auch vater bachtel unmäßig viel weihrauch gestreut wurde und schließlich musste hanne singen sie war ruhiger geworden stimmte ihre laute und sang mit ihrer zarten lieblichen stimme das lied das aller abschiedslieder krone ist und bleiben wird morgen muss ich fort von hier und muss abschied nehmen während des liedes öffnete sich leise die tür der lange ignatz schlich herein lehnte den kopf an die wand und presste die hände an die weiße mauer die lampe flackerte die spätherbst rosen blühten auf dem tisch als eva das lied beendet hatte stürzte plötzlich einer vor warf sich dem mädchen zu füßen und rief gehen sie nicht fort gehen sie nicht fort fräulein hanne ich muss sonst sterben es war piesicke und da sah ich auch schon wie sich der lange ignatz umdrehte wie ein wilder giftiger blick über piesicke und das erschreckte mädchen hinfuhr und im nächsten augenblick hatte ignatz den zarten piesicke erfasst schleuderte ihn sich wie einen sack über die schulter und verschwand mit ihm durch die tür dass kein unglück geschieht rief ich und eilte nach in aufgeschreckter unordnung drängte alles nach dem hofe dort hatte der starke ignatz den zappelnden piesicke bereits mit gewaltiger wucht auf den großen düngerhaufen geworfen es war dem so schmählich behandelten weiter kein körperliches unheil zugestoßen aber ich war doch so entzürnt ob der neuen gewalttat des knechtes und der störung unserer schönen stimmung dass ich sagte ignatz sie gehen jetzt schlafen und morgen früh werden sie ihr bündel schnüren dafür werde ich sorgen er wandte sich trotzig zur seite ich ging aufgeregt nach der stube zurück und traf da selbst auf den detektiv steiner der allein zurückgeblieben war und ein blättchen papier auf dem fingerabdrücke zu sehen waren sorgsam mit den schwachen spuren verglich die des knechtes ignatz arbeitsfäuste an der weißen mauer hinterlassen hatten ohne auf mich zu achten ging der beamte in den hausflur hinaus in den eben der lange ignatz eingetreten war trat auf den knecht zu und sagte josef ich verhafte sie im namen des gesetzes die umstehenden starrten den sprecher an was wollen sie herr steiner fragte der bauer bachtel erschrocken ich heiße nicht steiner ich bin geheimpolizist und habe meine legitimation in der tasche ich bitte dass mir gelegenheit gegeben wird den verhafteten josef vitschorek der sich hier unter dem namen ignatz scholz aufgehalten hat sofort nach dem amtsgerichtsgefängnis in waltersburg zu transportieren josef vitschoreks augen verglasten sich ein kurzes grunzen und plötzlich schlug er mit beiden fäusten um sich machte sich platz und verschwand blitzschnell im dunklen hofe halte den rief der polizeimann er ist ein lange gesuchter raubmörder wir schrien alle wir rannten ich stieß mit bachtel zusammen und machte meinem grimme luft bachtel das haben wir ihnen zu verdanken sie haben mir den längst unheimlichen gesellen gehalten sie haben behauptet sie kennten ihn von jugend auf als ehrlichen kerl nun kommt diese schande über uns herr doktor lieber herr doktor verzeihen sie mir wimmerte bachtel ich konnte nicht anders er verlor sich von meiner seite ins dunkel ende von abschnitt zwölf abschnitt dreizehn von ferien vom ich von paul keller diese librivox aufnahme ist in der public domain gerichtliches wie wenn ein marder in einen taubenschlag eingebrochen ist so war es alles flattete wirr durcheinander in aufregung und angst alle höfe öffneten sich von mund zu mund flog die kunde auf dem forellenhof sei ein raubmörder ertappt worden aber entwichen der lange ignatz die weiber kreischten und schauten neugierig aus den fenstern und türen die männer wagten sich mit stöcken bewaffnet fünfzig meter vors haus ihre frauen jammerten von der haustür aus über diese tollkühnheit und riefen die männer zurück es war abscheulich der löw ist los und alles verliert den verstand nur einige mutige stürmten hinaus den unheu zu fangen taten sich zu gruppen zusammen bewaffneten sich in der eile so gut sie konnten ich schüttelte in der nebligen abendluft erst meine gedanken zurecht sagte mir dass die verfolgung bei dieser raben finsternis ganz aussichtslos sei und ging nach der direktion um den direkten in waltersburg zu sprechen er war nicht zu finden dafür traf ich den geheimpolizisten an er stand am telefon nach waltersburg telefonierte er nach dem neustädter bahnhof nach zehn anderen stationen im umkreis nach der provinzialhauptstadt immer dasselbe im ferienheim waltersburg hat sich unter dem falschen namen ignaz scholz genannt der lange ignatz der raubmörder fleischer geselle josef vitschorek aufgehalten ist soeben nach erfolgter verhaftung entwichen darauf folgte eine genaue beschreibung und aufforderung zur abermaligen verhaftung ich saß ganz zerschlagen auf dem schreibtischstuhl unseres direktors der immer noch nicht aufzufinden war und hörte zu wie herr steiner telefonierte er schnarrte mit seiner scharfen polizeistimme die schande meines lieben ferienheims in alle winde endlich war er fertig er wandte sich an mich herr doktor sie sind der verantwortliche leiter dieses sanatoriums nur vom ärztlichen standpunkt aus verantwortlich und wer trägt die verantwortung für die gesetzliche ordnung mr stevenson und in seiner vertretung direktor von brüning wo ist der direktor ich weiß es nicht wo ist mr stevenson in amerika der polizeimann notierte alles in seinem buch was ist ihnen von diesem angeblichen knecht ignaz scholz bekannt herr doktor ich sagte ihm dass mir dieser knecht ignaz allerdings persönlich stark unsympathisch gewesen sei dass ich aber außer einigen grobheiten oder auch roheiten die er begangen keine veranlassung gehabt habe den menschen für einen verbrecher zu halten zumal mir der bauer bachtel dem ich vertraue erklärt habe er kenne ignaz von jugend auf als ehrlichen menschen dieser sogenannte ignaz hieß laut anmeldung scholz jawohl ignaz scholz wenn einer schon scholz heißt jeder scholz verkrümelt sich unter der masse der scholze wie ein körnlein im sand des meeres ich möchte sie bitten herr doktor mich vorläufig nicht zu verlassen das soll doch nicht heißen das soll nur heißen dass ich ihrer in jedem augenblick bedürfen könnte der ton den der polizist anschlug verletzte mich aber ich fühlte mich ganz wehrlos als der mann seine amtlichen vollmachten vor mir ausbreitete ich möchte nur bemerken herr doktor dass ein kurort wie der irige wo niemand unter seinem wahren namen auftreten darf ein geradezu großartiger schlupfwinkel für verfolgte verbrecher ist was sollte ich erwidern dass in jedem kurort in zoppert ostende abatia sich jeder mensch ohne legitimation unter irgendeinem namen niederlassen könne ich unterließ es kommen sie das war befehlston ich blieb sitzen der gewaltige wollte wohl eben ein strenges wort sagen da wurde die tür aufgerissen und piesecke trat ein flugs stand der geheime stramm und schlug die hacken zusammen piesecke sah schlimm aus er hatte ein verschwollenes auge und sein anzug war schmutzig und zerrissen trotzdem nahm er dem polizeimann gegenüber eine echte herrenhaltung an und sprach in einem so völlig veränderten ton dass ich seine stimme nicht wiedererkannte man wie kommen sie dazu den knecht im forellenhof zu verhaften melde euer hoheit untertänigst der knecht ignaz ist identisch mit dem fleischer gesellen josephi tschorek der am 17 februar dieses jahres seinen meister ermordet und beraubt hat woher wissen sie das die verdachtsgründe häuften sich das signalelement des steckbriefes stimmt eine prüfung der fingerabdrücke gab die gewissheit piesecke sah den mann durchdringend an ich kenne sie als kriminalbeamter haben sie nicht allzu viel getaucht da sind sie dazu auserlesen worden späherdienste am hufe zu leisten auch jetzt sind sie hierher gekommen um mich zu beobachten ich habe sie gestellt sie sagten mir sie seien nur des knechtes wegen da aber das ist schwindel sie sind meinetwegen da ja oder nein diese geschichte mit dem knecht ist nur ausrede ich darf euer hoheit darüber keine auskunft erteilen piesecke lachte verächtlich unser hausminister hat patente leute am dritten tage als sie da waren habe ich sie erkannt trotz ihres falschen namens und ihrer maske also berichteten sie nach hause es sei mir völlig egal ob sie hier seien oder nicht falls sie mir zu lästig fühlen so könnte ich mich vergessen und ihnen gelegentlich die peitsche um die ohren knallen der polizeimann wurde dunkelrot haben sie verstanden was sie dem minister berichten soll zu befehl hoheit wenn sie nun dazu aus ersehen sind mich zu belauern wie kommen sie dazu hier eine außerhalb ihrer bestimmungen liegende polizeiliche handlung wie die verhaftung dieses knechtes vorzunehmen ich berichtete meinen verdacht an den ersten staatsanwalt und erhielt die nötigen vollmachten dagegen lässt sich wohl nichts tun diese frage war an mich gerichtet nein nichts wie urteilen sie über diesen fall herr doktor es ist ein unglück für unsere junge anstalt aber es liegt uns natürlich fern der festnahme eines verbrechers irgendwelche hindernisse zu bereiten selbstverständlich ich begreife nur den bauern bartl nicht er ist doch ein ehrlicher mann und er hat doch versichert den langen ignatz von jugend auf zu kennen haben sie dafür eine erklärung herr doktor nein ich bin umso bestürzter als das bartl mir nach der verhaftung eben sagte ich möge ihm nicht zürnen er habe nicht anders gekonnt ich sage das ganz offen vor ihnen herr kommissar damit sie sehen dass von hier aus nichts verschleiert wird der kommissar verneigte sich hoheit presste die lippen aufeinander ich will nicht wünschen dass dem guten bartl da eine tragik erwachse dass dieser sogenannte ignaz vielleicht ein freund oder gar ein naher verwandter von ihm ist denn er in seiner gutmütigkeit versteckt hat und sie kommissar sie brauchen mir das von vorhin nicht übermäßig übel zu nehmen schreiben sie also dem minister seine hoheit ist bei besserer gesundheit und hat daher einen aufpasser nicht mehr nötig jetzt will ich sie nicht mehr aufhalten wohin wollen sie zunächst nach dem forellenhof zurück den bauer bachtel zu vernehmen oder eventuell ebenfalls zu verhaften schön wir werden sie begleiten wenn ihnen das zu lässig erscheint ich bitte untertänigst um die begleitung hoheit der kommissar öffnete die tür stand stramm und hoheit ging in lässig vornehmer haltung an ihm vorbei ein kleiner anlass von draußen aus der alten welt und durch die bauernjacke schimmerte der hochgeborene herr ich aber als arzt freute mich trotz meiner gedrückten stimmung als ich sah dass durch seine gesundung langsam aus dem piesicke wieder ein prinz wurde ja ich hätte das wort piesicke jetzt nicht zu sagen nicht einmal zu denken gewagt im forellenhof war schwerste bestürzung die dicke susanne lag kurz und krampfhaft weinend in einem korbstuhl die frauen bemühten sich um sie bachtel war nicht zu hause auf dem tisch standen noch die rosen an den wänden hingen die asternkränze welch ein entsetzlicher abschluss klagte eva ich betrachtete die fingerabdrücke an der wand sie waren deutlich der lange ignaz hatte er sich an die wand lehnte das kohlenfeuer besorgt der kommissar trat zu mir und dem prinzen und sagte es tut mir leid aber ich muss zurück zur direktion und von den behörden telefonisch auch die verhaftung des der begünstigung dringend verdächtigen und verschwundenen bauern bachtel fordern der prinz knifft den mund zusammen dann sagte er tun sie das wenn ich mich auch hier getäuscht habe glaube ich an nichts mehr auf der welt dann soll alles zum deibel gehen er schaute mich mit halbem blick an da sagte ich ich werde morgen früh mit einverständnis unseres bevollmächtigten direktors den von eurer hoheit unterzeichneten bis mai verpflichtenden reviert vernichten und eure hoheit steht ohne alle weiterungen frei die anstalt zu verlassen er antwortete nicht ich dachte daran dass er durch seinen kniefall vor der schönen hanne durch eine ganz direktionslose tat den anlass zu all diesen scherereien geschaffen hatte und er dachte wahrscheinlich selbst daran denn er sagte ich weiß dass ich noch lange nicht geheilt bin aber ich kann wohl überhaupt keine heilung finden weil ich keine treue finde ich wandte mich ab trat zum tisch und zerpflückte gedankenlos eine rose da tat sich die tür auf bachtel erschien verstört als er den kommissar sah wollte er zurück aber der polizist war bereits an seiner seite susanne begann zu schreien und ich war froh als sie und alle frauen das zimmer verlassen mussten als wir allein waren wurde bachtel verhaftet er sank ganz gebrochen auf die bank am ofen die schande die schande ach hätte ich es nicht getan der kommissar schritt zum sofortigen verhör bachtel sie haben behauptet den knecht ignaz von jugend auf zu kennen ist das war bachtel rührte sich nicht heißt dieser knecht in wahrheit ignaz scholz in bachtels gesicht kam ein verstockter ausdruck er schwieg wollen sie mir nicht rede stehen bachtel keine antwort sie machen sich unglücklich warum antworten sie nicht ich kann nicht nun wandte ich mich an bachtel lieber bachtel denken sie nicht ein klein wenig an den guten ruf unserer kur anstalt habe ich es nicht immer gut mit ihnen gemeint warum bereiten sie mir diese schwere ungelegenheit da begann er zu weinen ich kann es nicht mehr ändern verzeihen sie mir ein knecht wurde aufgefordert ein pferd vor einen wagen zu schirren darauf fuhr der kommissar mit bachtel nach dem waltersburger amtsgerichts gefängnis frau susanne lag in schreikrämpfen auch die anderen frauen weinten laut ich verließ den forellenhof in allen stuben unserer ferienanstalt brannte licht ich wusste in den meisten erörterte man die sofortige abreise ich ging nach der direktion der direktor war noch immer nicht aufzufinden so setzte ich mich in seinen schreibtischstuhl und starrte ohne eigentlich klare gedanken ins licht der lampe draußen kehrten kleine trupps von verfolgern zurück sie hatten von dem flüchtling nichts entdeckt wie zu erwarten gewesen war kurz nach zehn uhr läutete das telefon verbindung von neustadt der polizeilich gesuchte josef witschereck alias ignaz scholz ist soeben als er in einen wagen vierter klasse des neun uhr siebenundvierzig minuten hier abgehenden personenzuges steigen wollte verhaftet worden ich sandte nach dem prinzen bestellte einen wagen und wir fuhren nach neustadt auf der polizei wurde uns weiter keine auskunft erteilt als das witschereck eingesperrt sei und wir alles weitere abzuwarten hätten wir blieben in neustadt über nacht am nächsten morgen stand in der neustädter umschau ein artikel mit der zentimeter groß gedruckten überschrift kuranstalt waltersburg ein helernest mit der ganzen niederträchtigkeit deren der vertrottelte redakteur dieses blättchens fähig war hetzte er gegen unsere anstalt alle spießer instinkte alle felister bedenken alles kopfschütteln beschränkter fantasieloser köpfe wurde gegen die grundidee unserer kur anstalt wieder lebendig die schimpferei begann wieder der alte lenden lahme spott humpelte neu auf den plan der artikel endete schließlich mit einer schamlosen denunziation das gesetz das bei uns in neustadt heilig gehalten wird verbietet uns zu behaupten dass sich die kuranstalt waltersburg ferien in folge ihrer mehr als eigentümlichen einrichtungen wie verbot den eigenen namen zu führen die eigene kleidung zu tragen und so weiter zu einem zufluchtsort lichtscheuen gesindels auswächst immerhin wird der aufsehen erregende fall dass sich ein raubmörder auf einem der besuchtesten höfe des ferienheims mit wissen des bauern monatelang verstecken und da selbst allerhand roheiten ausüben konnte zu schwersten bedenken anlass geben denen sich auch die behörden nicht werden verschließen können ich sah unser heim aufs schwerste bedroht sah eine fürchterliche waffe in der hand unserer feinde eben wollte ich den fall an stefenson kabeln da wurden wir zur polizei beschieden es handelte sich wie uns eröffnet wurde um eine konfrontation mit dem gestern verhafteten der plötzlich behauptete weder der gesuchte raubmörder josef vitschorek noch der knecht ignaz scholz zu sein da da mich der polizeibeamte persönlich kannte hatte ich nicht notwendig mich zu legitimieren wurde aber aufgefordert herrn piesekes persönlichkeit festzustellen und zwar nach seinem wahren namen und stand nicht nach dem pseudonym das er bei uns führte so sagte ich seine hoheit prinz ernst friedrich von ist das ist das ihr ernst herr doktor fragte der beamte nicht ohne bewegung nicht nur sein ernst sondern sogar sein ernst friedrich sagte piesecke hohnvoll und hielt dem beamten seinen siegelring hin kennen sie dieses wappen der beamte sah auf das wappen mit der krone stand auf und verneigte sich tief da erschienen zwei gerichtsdiener mit dem verhafteten ich fasste mir an den kopf ich glaubte eine wahnvorstellung zu haben der da eintrat war mr stevenson stevenson rief ich stevenson wie kommen sie melde gehorsamster rat sagte einer der gerichtsdiener der gefangene hat eine perücke und den bart abgenommen hat sich gewaschen und sieht jetzt auf einmal ganz anders aus als gestern abend wer ist dieser mann fragte der beamte mit einem blick auf mich er ist mr stevenson mein kompagnon der begründer unseres ferienheims brachte ich heraus ich musste mich setzen und wer behaupten sie selbst zu sein verhafteter ich behaupte dasselbe wie der herr doktor sagte dieser gelassen allerdings mit einer kleinen einschränkung ich war und gelte noch als mr john stevenson kaufmann aus new york chicago trinidad aber ich habe mich unterdessen auf meine rein deutsche abstammung besonnen und heiße mit genehmigung der hohen deutschen behörden seit etwa 14 tagen johannes stefan stefan wie meine hanseatischen vorfahren seit etwa 400 jahren geheißen haben der beamte fing an an den fingern abzuzählen josef witschorek ignaz scholz john stevenson johannes stefan und hier prinz ernst friedrich ich möchte die herren ernsthaft darauf aufmerksam machen dass das gericht von neustadt keine waltersburger spielerei sondern eine staatliche behörde ist die nicht mit sich spaßen lässt der beamte hatte ja ganz recht ich beteuerte ihm nochmals dass ich in dem manne wenn er auch wirklich mit dem gestern verhafteten angeblichen josef witschorek alias ignaz scholz identisch sei zweifelsfrei meinen kompagnon john stevenson wiedererkenne und sie wollen in der ganzen zeit da sich dieser mann bei ihnen aufhielt keine ahnung gehabt haben wer er eigentlich ist ich habe in der tat von stevensons anwesenheit in waltersburg nicht das mindeste gewusst sondern während all der monate mit stevenson nach amerika telegraphisch und brieflich verhandelt sie kennen doch aber die schrift ihres kompagnons fragte der beamte weiter waren die amerikanischen briefe in dieser schrift geschrieben jawohl wie ist das möglich wurde der verhaftete gefragt der zuckte die achseln und sagte verbindlich das ist geschäftsgeheimnis wir werden der sache auf den grund gehen entgegnete der beamte ernst und ihnen zeigen dass hier kein ort für maskeraden ist da wurde zum glück herr steiner unser geheimpolizist gemeldet der kommissar verneigte sich tief vor pieseke und darauf mit etwa zehn prozent dieser verneigung vor uns anderen insgesamt und sagte herr rat es ist mir soeben auf meine gestrige meldung von der zuständigen staatsanwalt der telegraphische bescheid zugegangen dass der gesuchte witschorek vorgestern in braunschweig verhaftet worden dass seine identität festgestellt ist und auch bereits ein geständnis vorliegt ich bitte also den knecht ignaz scholz aus der haft zu entlassen da sich der verdacht der zu seiner verhaftung führte als unbegründet erwiesen hat stefenson lächelte freundlich der richter machte ein enttäuschtes gesicht es gab noch allerlei formelkram zu erledigen dann wurden wir alle stefenson eingeschlossen entlassen aufklärungen auf der straße trat der kommissar an den prinzen heran und sagte ich bitte eure hoheit untertänigst um verzeihung wegen der behelligung hoheit legte dem manne hultvoll die hand auf die schulter mein lieber ich hab gar nicht gegen sie aber tun sie mir einen gefallen reisen sie ab sie sind hier übrig lenken sie mal die aufmerksamkeit des ministers auf den prinzen emmanuel der scheint mir ein lockeres huhn und der beaufsichtigung sehr bedürftig zu sein er ist gegenwärtig in syrakus sie haben keine ahnung mann wie schön es in syrakus ist da machen sie sich mal nützlich glückliche reise und viel vergnügen der kommissar reiste ab mich ging das alles kaum etwas an ich dachte nur an stefenson er war zunächst nach seiner zelle zurückgegangen und hatte uns durch einen gerichtsdiener sagen lassen wir möchten im hotel bristol auf ihn warten nach einer reichlichen stunde kam er in mir war inzwischen das gefühlsbarometer hinaufgeschnellt und heruntergestürzt vom glutwetter der bewunderung bis zum regensturm der wut hin und her her und hin ich konnte diesem unberechenbaren manne gegenüber niemals zu ruhiger beurteilung kommen schließlich beschloss ich ihm offene feindschaft anzusagen als er kam und sein glas sherry bestellt hatte sagte er so ruhig als ob er eine eben abgebrochene unterhaltung wieder aufnehmen dieser redakteur von der neustädter umschau ist ein schwerfälliger kopf nicht mal richtig stenographisch aufnehmen kann der pinsel in meinem artikel von gestern abend waren mehrere dummheiten ah sie haben den artikel über ihre verhaftung in der umschau selbst geschrieben na selbstverständlich der trunkenbold kann's doch nicht als ich so unerwartet verhaftet werden sollte bin ich zunächst nach der redaktion des feindlichen blattes gegangen hab dort einen artikel diktiert und natürlich auch bezahlt bin dann nach dem bahnhof hinaus und hab mich da festnehmen lassen der artikel über die verhaftung war eher fertig als die verhaftung selbst das ist man doch in solchem fall seinem unternehmen schuldig das barometer stieg wieder aber es lag noch eine schwere depression über mir und ich sagte ich glaube nicht gerade begriffsstutzig zu sein aber ihre art sich zu geben und zu handeln ist so überaus merkwürdig dass ich nicht mehr mit kann sondern ihnen aufs ernsthafteste erklären muss ein extra blatt ein bote stürmte ins zimmer bitte lesen sie sagte stevenson ruhig die neustädter umschau vertrieb ein extra blatt es war ungefähr ein halbes quadratmeter groß und erhielt in fettdruck die nachricht ehrenerklärung die neustädter umschau immer bemüht ohne nach rechts oder links zu schauen lediglich der wahrheit die ehre zu geben erklärt die gestrige verhaftung des waltersburger knechts ist zu unrecht erfolgt der als raubmörder vitschorek von einem übereifrigen beamten dessen amtliche maßregelung bevorsteht hier auf dem bahnhof verhaftete mann war kein anderer als der geniale gründer der kuranstalt ferien vom ich selbst herr john stevenson oder wie er in begeisterung für sein angestammtes reines deutschtum sich jetzt mit bewilligung unserer behörden nennt herr stefan dieser multimillionär dessen einfluss in amerika unbegrenzt ist hat in der demütigen gestalt eines bauernknechts nicht als kurgast den ganzen sommer über in waltersburg gelebt alle lasten mühen und zurücksetzungen des von ihm gewählten geringen standes getragen um unerkannt die probe auf sein gigantisches exempel zu machen um als fremdling selbst von seinem nächsten freunde unerkannt von unten her sein werk zu prüfen diese prüfung ist so glücklich ausgefallen dass stefan mit freuden in die irrtümlich verhängte haft ging den neustädter behörden zollt er für ihre gewissenhaftigkeit alle verdiente anerkennung heute morgen neuneinhalb uhr stellte sich bei den behörden der unbegründete verdacht heraus der wahre josef vitschorek sitzt laut amtlicher depesche in braunschweig in untersuchung der bei uns verhaftete wurde nicht nur von dem leitenden arzt von waltersburg sondern auch von seiner hoheit dem prinzen ernst friedrich von als herr stefenson identifiziert die neustädter umschau deren devise ehre und wahrheit ist scheut sich nicht errare humanum est ihren gestrigen artikel wort für wort zurück zu nehmen diesen artikel haben sie wohl auch diktiert fragte der prinz stefenson nickte ja direkt im setzer ich habe noch die korrektur gelesen ehe ich hierher kam sie sind ein smarter kerl sagte hoheit voll anerkennung nun sagen sie mir bloß was haben sie gegen mich gehabt warum haben sie mich immer so miserabel behandelt noch gestern haben sie mich auf den mist geworfen direkt auf den mist ist das anständig stefenson zuckte die schultern dann sagte er mit aufrichtiger wärme sehen sie mal lieber piesicke ich möchte sie der einfachheit halber noch mal so nennen ich habe gar nichts gegen sie gehabt im gegenteil sie haben mir besser gefallen und mehr imponiert als die meisten anderen nur dass sie so hinter meiner braut her waren das konnte ich mir nicht gefallen lassen hinter ihrer braut ja also sagen wir hinter der forellenhof hanne mit der werde ich mich heute oder morgen verloben piesicke pustete los und sagte lachend also ignaz oder stefan oder vicorek oder stefenson oder wie sie sonst heißen mögen mir ist es ja ganz egal da werden sie kein glück haben die hanne mag keinen nicht mal den herrn doktor da hat sie gemocht also haben sie doch fragte stefenson mit einem blick auf mich gar nichts habe ich sagte ich zornig gar nichts im übrigen möchte ich um einige kurze aufschlüsse bitten von denen es abhängen wird ob ich noch länger an diesem tisch sitzen bleibe oder nicht oho oho also was ist aufzuschließen waren sie der journalist brown der im mai zu uns kam ja natürlich war ich der aber sie hätten mich doch damals beinahe erkannt deshalb habe ich ja meine maske geändert und bin als knecht ignaz wiedergekommen wie kamen sie damals dazu mir den seltsamen brief zu geben na den hatte ich doch selbst geschrieben in der annahme sie mit den beiden mädchen zu treffen wäre meine voraussetzung nicht zugetroffen so hätte ich eben den brief in der tasche behalten das war doch nur blaff wie konnten sie aber in der ganzen zeit briefe aus amerika an mich schreiben da sie doch bei uns waren es gibt kabel lieber freund durch die man anordnen kann was zu schreiben ist und ihre handschrift ich bekam fast alle briefe handschriftlich nur wenige in maschinenschrift ja da habe ich in einem meiner büros einen spezialisten der meine handschrift so täuschend nachmachen kann dass ich selbst nicht zu unterscheiden vermag was von mir oder von ihm geschrieben ist ein goldehrlicher mann einem anderen dürfte man die ausübung der äußerst gefährlichen kunst nicht gestatten na sehen sie es gibt für einen großkaufmann wie mich täglich mindestens zwei dutzend anlässe wo er handschriftlich schreiben muss an verwandte und gute freunde wo maschinenschrift zu kalt wirkt an geschäftsgenossen mit denen man intime dinge verhandeln will die kein angestellter wissen darf an alle leute die etwas darauf geben wenn ein vielbeschäftigter mann sich die mühe und zeit nimmt einen handschriftlichen brief zu senden schließlich an alle offenen und verkappten autografenjäger für sie alle ist mr jenkins da und er macht seine sache für 2000 dollar im jahre geschickt und reell er hat auch in ihrem falle sehr brav gearbeitet großartig großartig klatschte der prinz in die hände mein barometer aber fiel auf sturm ihr verhältnis zu bauer bachtel sagte ich kalt brauchen sie mir nun gar nicht mehr zu erklären er hat gewusst wer sie waren deshalb hielt er sie deshalb log er erkenne sie von jugend auf deshalb hat er sie sogar gestern nicht verraten stimmt aber das dürfen sie dem bachtel nicht übel nehmen wir haben ein schriftliches abkommen laut dessen er 500 mark an mich hätte zahlen müssen falls er mich je verraten hätte denken sie mal 500 mark es ist klar dass sich da bachtel lieber einsperren lässt hat sonst noch jemand auf dem forellenhof sie gekannt nein auch susanne nicht das ist mir lieb aber der direktor brüning hat sie gekannt und sich wahrscheinlich stets heimlich mit ihnen besprochen deshalb erschienen mir all seine anordnungen immer so von ihrem geiste diktiert auch das ist richtig ich war nur der lange ignaz aber in wirklichkeit leitete ich die ganze anstalt durch den direktor wir hatten alle tage eine kleine konferenz ich war immer von allem unterrichtet außer bachtel und dem direktor aber hat niemand gewusst wer ich war nicht mal die kleine luise und das ist mir schwer geworden seine augen schimmerten warm bei dem gedenken des kindes und das wort das ich über seine abgefeimtheit sprechen wollte unterblieb so sagte ich nur kühl und gemessen wollen sie mir sagen herr stevenson warum sie diese ganze komödie mit uns gespielt haben komödie verwunderte er sich wieso komödie darf in den ferien vom ich nicht jeder auftreten wie er will ist das nicht ihre eigene idee und was meinen sie was ich selbst von dieser idee die mir gefiel und für die ich viel geld gewagt habe gehabt hätte wenn ich als mr stevenson da geblieben wäre der direktor wäre ich gewesen einen langweiligen verwaltungsposten hätte ich gehabt nichts von dem zauber des trauten geborgenseins den unsere anstalt spendet hätte ich genießen können nein am eigenen leibe wollte ich ausprobieren wie es tut wenn man ferien macht vom ich deshalb wurde ich bauernknecht ich habe mich wohl gefühlt als langer ignaz ich habe beobachtet erlauscht geprüft von unten her was an unserer sache ist ob sie absurd fantastisch unfruchtbar oder ob sie im kern echt und gut ist und ich hatte das glück zu sehen dass wir auf dem richtigen wege sind nicht nur die gute geschäftliche bilanz die ich erwartet hatte hat mich belehrt dass ich mich unserer gründung freuen darf sondern das was ich sah und hörte als ich unerkannt mitten unter den feriengästen war sie haben auch mich prüfen wollen sagte ich ja auch sie ganz natürlich ich werde wieder nach amerika zurück müssen weil leider meine ferien aus sind und ich will wissen wem ich das werk hier ich kann sagen den liebling unter all meinen unternehmungen den einzigen ausflug ins romantische den ich je gemacht habe hinterlasse ich kann ruhig scheiden ich werde jetzt wirklich hinüber gehen weil ich muss weil mich die pflicht ruft ich weiß das heim ist in guten händen und eines lieber freund vergesse ich ihnen meinen lebtag nicht es gab einen sommerabend an dem sie die hände ausstreckten nach der schönen hanne an diesem abend fanden sie meinen brief in dem ich ihnen sagte dass sich fräulein eva bunkert die forellenhof hanne als meine braut betrachte und seit diesem abend sind sie dem mädchen aus dem wege gegangen sehen sie das habe ich auch nur als knecht ignaz erfahren können dass ich an ihnen so einen treuen freund habe das allein lohnt ein halbes jahr bauernarbeit er sprach mit großer ehrlicher wärme ich aber sagte sie täuschen sich ich hätte das mädel zu gewinnen gesucht aber ich wusste dass sie immer nur an sie dachte dass ihnen ihr herz gehört ist das möglich ist das möglich fräulein hanne will wirklich der prinz sank in sich zusammen er war plötzlich wieder vollständig piesicke es ist noch viel geredet worden ich weiß nicht mehr was alles schließlich habe ich stefenson recht geben müssen dass er sich unerkannt unter unser kurioses völklein mischte was sollte er sich nicht überzeugen wie seine gründung wirkte ich überwand meinen unmut so gut ich konnte aber ein stachel blieb dass bachtel und der direktor mehr gewusst hatten als ich eine freundschaft zwischen stefenson und mir wollte ich nicht mehr gelten lassen piesicke schlich sich ins heim zurück ohne uns er wollte weiterhin piesicke sein und vergebens zerbrachen sich unsere kurgäste die köpfe wer der in der neustädter umschau genannte prinz sein möge der verdacht blieb schließlich auf einem referendar sitzen der im grundhof wohnte und sich die rolle des heimlichen herzogs wohl gefallen wies dieser referendar lehnte alle grobe arbeit von nun ab die damen waren entzückt über seine hoch aristokratischen hände sie rühmten die edle zurückhaltung in ton und gebärde die güte die nie zur vertraulichkeit wird sondern immer güte bleibt die sprache die trotz ihres leise verschleierten tombres und ihrer entgegenkommenden art doch unabweisbare befehle gibt die augen die so wissend so durch den höhen blick von jugend aufgeschärft zu blicken wussten sie rühmten selbst kleine nonchalancen die sich eben nur der unter dem kronenhimmel geborene gestattet dieser mann lachte und lächelte nicht er zuckte nur mit den mundwinkeln er sagte nicht nein zu irgendeinem verlangen sondern dieses verlangen erstarb von selbst vor einem einzigen faltenwölkchen das sich auf der stirn des hohen bildete er konnte aber auch durch ein einziges freundliches niedersenken gewähren ja sagen wie kein anderer mensch ja zu sagen vermag keine erziehung führt zu solcher haltung kein emporkömmling kann sie erlernen rasse vererbung von herreninstinkten durch jahrhunderte das ist's und der heimliche herzog ging in schlichter leutseliger würde durch das gewimmel aller derer die ihm täglich in den weg zu laufen wussten er empfing keine besuche er erteilte audienzen er plauderte nicht er hielt zirkle mir machte das alles so viel spaß dass ich den direktor ersuchte dem heimlichen herzog noch auf zwei weitere wochen die wesentlich erleichterten zahlungsbedingungen zu gewähren denn der referendar hatte bisher nur gelegentlich geringe remunerationen genossen und sein vater der ein biederer sattlermeister war hatte auch nicht viel geld übrig das alles hatte mit ihrem artikel die neustädter umschau getan an piesicke dachte kein mensch wachtel der heimtücker war inzwischen auch aus der haft entlassen worden er ließ sich bei mir melden aber es wurde ihm gesagt ich sei nicht zu sprechen da kam er nach einer stunde mit seiner susanne wieder herr doktor sagte susanne mit kirschrotem kopf dass er ein lump ist weiß ich unseren guten herrn doktor so zu beschwindeln wegen lumpiger tausend taler die er jetzt von ignaz der ja stefenson gewesen ist schweigegeld kriegt was soll uns da das geld was geht unser stefenson an wir halten uns an unseren guten herrn doktor aber was das schlimmste ist mich hat er auch beschwindelt mit dem langen ignaz so ein lump sein eigenes weib belübter ich habe ihm nie getraut nie im leben nicht über den weg aber jetzt lasse ich mich scheiden er hat gesessen und mit einem zuchthäusler hat eine anständige frau nichts zu tun was blieb mir übrig als für den in erbärmlichem zustand dastehenden bachtel partei zu ergreifen und der empörten susanne gut und mild zuzureden sie wollte aber auf keinen zuspruch hören sie blieb dabei sie müsse sich scheiden lassen da er gesessen habe schließlich weinte sie und was er für ein lidrian ist herr doktor schluchzte die brave frau für die tausend taler die er jetzt von stefenson kriegt will er sich eine dreschmaschine kaufen wo ich ihm doch sage dass er das geld lieber in die sparkasse tragen soll da erkannte ich dass das bachtelsche eheglück noch nicht hoffnungslos verloren war und ich entließ die beiden indem ich sie meines wohlwollens versicherte ich saß allein in meiner klause ich war in einer stimmung die ich nicht kannte wie war das was ich in den letzten 24 stunden erlebte war das traurig war es komisch war es erbärmlich sollte ich lachen sollte ich zürnen sollte mir das herz wehtun weil die blonde hanne vorzog sollte ich grollen weil stefenson dem direktor und einem bauern mehr vertrauen geschenkt hatte als mir den er seinen freund nannte sollte ich mich ärgern über den wachtel weil er profitsüchtig gewesen war es blieb ganz still in mir wahrscheinlich waren das alles ganz gute liebe leute nur das leben schüttelte die menschen durcheinander wie ein kind die steinchen schüttelt die es in ein säcklein gesammelt hat wenn es eine reibung gibt was schadet es ein krümlein alter weiche heimaterde bröckelt ab und der stein schimmert durch hart und widerstandslustig dem stein aber kann keine reibung mehr schaden kann ihn nur glätten alte weiche heimaterde wie du mich umsponnen hattest jedes käferwürmlein konnte an dir zehren ich möchte dich ja halten denn du bist gut und weich aber das leben schüttelt zu hart doch ich bin getrost ein gut teil krümlein werden mir bleiben darauf will ich mich heimlich betten und die glatte fläche wird nur nach außen sein als am nächsten morgen die blonde hanne in mein zimmer trat pochte mein herz nicht rascher als käme eine patientin wohl war das mädchen blasser als ich es je gesehen hatte sie kommen sich verabschieden eva ja in zwei stunden fährt drüben in neustadt mein zug ab wir schwiegen beide plötzlich begann eva laut und heftig zu weinen ich hätte hingehen mögen um über ihre stirn zu streichen aber ich tat es nicht eva sie wissen dass stevenson hier ist dass er die ganze zeit hier war sie nickte er hat wohl mit ihnen gesprochen da stand sie auf tränenlos zornig sagte sie ja er hat mit mir gesprochen er war so dreist mich um meine hand zu bitten ein halbes jahr lang hat er neben mir gewohnt ohne dass ich ihn kannte hat mich beobachtet belauert geprüft ob ich wohl der hohen ehre würdig sei seine gattin zu werden ob ich nicht am ende ein kokettes leichtfertiges weib sei das heut dem morgen jenem zulächelt er hat diese prüfung angestellt weil ich beim theater bin weil ich keine der unter hermetischem verschluss stehenden missis von new york bin die heimlich oft liederlich genug sind er hat mich ohne dass ich es wusste geprüft und ist nun so gnädig mir zu sagen du hast deine prüfung bestanden aber ich ich werfe ihm sein diplom vor die füße was ist denn die liebe liebe ist doch blindes vertrauen welcher mann hat denn eine garantie das mädchen der vater die mutter alle muhmen und vettern können ihn belügen wenn sie wollen er ist machtlos dagegen der mann muß das mädchen sehen er muß wie von einer himmlischen erleuchtung geführt sagen du bist rein ich lege meine ehre und mein glück in deine hände sonst sie sank weinend auf den stuhl zurück hoch auf loderte der glimmernde funke meiner liebe wieder zu diesem schönen mädchen als ich so sein ehrliches weibliches empfinden sah in plötzlicher müdigkeit stützte ich den kopf in die hände ich zwang die welle in meinem herzen es wurde ganz still in mir eine unheimliche aber große stille wie in der wüste nur von ferne hörte ich die tränen rinnen wie wasser in einer fremden oase ich hätte lange so mit dem aufgestützten haupt sitzen mögen wie viel zeit verging weiß ich nicht da hörte ich evas stimme haben sie keinen guten rat für mich lieber freund lieber freund unter allen gestirnen die an unserem himmel flimmern ist dieses wort wohl eines der hellsten aber wenn es ein weib sagt dass man liebt bekommt dieser stern ein überweißes licht ist wie ein schimmer aus einer welt die in eiseskälte untergeht warum sagen sie nichts wissen sie nicht einmal als arzt etwas zu sagen da erhob ich mich wohl liebe eva ich glaube ich kann ihnen die sache richtig auseinandersetzen ich war über mich selbst verwundert wie ein trockener etwas pedantischer magister sprach ich sehen sie eva sie stecken zu tief in der romantik sie denken sich den freiers mann sowie lohen green der als fremdling ans ufer steigt die holde die von aller welt geächtet wird an der hand nimmt und sagt frei aller schuld ist elsa von brabant und drei minuten später elsa ich liebe dich unser stevenson ist nicht von dieser schwanenritter art er fährt auf dem passagierdampfer ist hausbacken nüchtern verfährt vorsichtig verstellen sie sich doch nicht lieber freund das ist doch nicht ihre art so zu sprechen doch doch es ist ganz meine art so zu sprechen eva ich will ihnen ehrlich folgendes sagen stevenson hat nicht nur sie prüfen wollen sondern auch mich auch unsere ganze anstalt er schätzt wahrscheinlich drei dinge erstens das geld das er für ein unternehmen anlegt und das ist ihm als kaufmann durchaus nicht übel zu nehmen zweitens seine geschäftsfreunde unter denen er keine unfähigen gesellen haben will auch das ist ohne weiteres zu billigen und drittens und drittens die liebe oder die ehe in welcher richtung er durchaus klar sehen will die beurteilung dieses dritten punktes wage ich nicht da ich von liebe nichts verstehe in diesem augenblick wurde die tür geöffnet stevenson erschien ich bitte um entschuldigung sagte er und versichere dass ich nicht an der tür gehorcht habe ich entlasse dienstmädchen ob solch schmählicher schwäche aber der herr doktor hat so deutlich gepredigt dass jeder mann der den anstoßenden korridor entlang ging wort für wort verstehen musste darf ich mir zu der sache das wort erlauben bitte erstens mal das geld schön ich schätze es ich halte es für einen sehr guten freund für einen der nicht nur die stube ausmöbliert und das essen schafft sondern auch für einen der einem eine vernünftige körperpflege gönnt der die theater und museen aufschließt einen in der welt herum führt der gestattet sich gegen ärmere mitmenschen anständig zu benehmen der den doktor ruft wenn man krank ist und der einem schließlich ein denkmal setzt wenn sich kein mensch um den grabhügel bekümmert ja für den einzigen freund der einem wenn man zum beispiel in der wut eine gewalttat begangen hat und ins zuchthaus oder ins elend gekommen ist hinterher wieder die hand reicht und zu einem ordentlichen leben zurückverhilft ein gutes bankdepot ist wirklich ein außerordentlich reeller freund nur dumme kerle und verärgerte arme schlucker können es leugnen zweitens geschäftsfreunde dürfen noch eher in mäßigen grenzen unreell als dumm rückständig faul oder sonst wie borniert sein drittens jeder mensch der ein pferd kauft das er übermorgen weiterverkaufen oder schlachten kann überlegt es nach 20 rücksichten einer der eine frau nimmt die er zeit seines lebens auf dem halse behält und der weniger vorsichtig verfährt ist ein dummian stevenson brachte diese sätze ohne alle gemütsbewegung vor wie einer der unwiderlegbare behauptungen aufstellt die blonde eva hatte ihn bisher nicht angesehen jetzt stand sie auf blickte ihm voll in die augen und sagte kühl alles was sie da sagen ist nach ihrer meinung klug und richtig aber ich ich mag das nicht ich mag das alles ganz und gar nicht sie verließ das zimmer wir riefen ihr beide nach sie gab keine antwort mehr stevenson ging langsam durch das zimmer zündete sich eine zigarre an und sagte nach einer weile das ist daneben gegangen ja ganz daneben sie freuen sich wohl ach ich kann nicht sagen dass ich verärgert bin das kann ich mir denken darauf zündete auch ich mir eine zigarre an und wir setzten uns gegenüber und rauchten dicke wolken was war denn eigentlich los fragte stevenson nun sagte ich sie sind ein mann und sie ist ein weib ende von abschnitt 13 sie